Yo Leute, herzlich willkommen zum großen Finale. Ein Stream wartet auf uns mit zwei Matchups. Einmal Azuray gegen Xtreme Gaming und dann Falcons gegen den Gewinner von dem Lower Bracket Final. Best of Five im Grand Final. Preisgeldverteilung seht ihr schon eingeblendet und ich freue mich darauf, es wird bestimmt sehr, sehr interessant. Falcons sind ja richtig, richtig stark. Also eigentlich ist die große Frage, ob irgendjemand gegen sie auch nur annähernd ankommen kann, ob es jemand spannend machen kann. Ich drücke jetzt im Lower Bracket Finale Xtreme Gaming die Daumen, weil sie Liquid rausgehauen haben, weil Armee sympathisch ist und weil wir das Matchup Azuray gegen Falcons halt schon mal hatten und ich mir da sehr Sorgen um Azuray machen würde. Die wurden richtig weggefegt. Entsprechend jetzt gleich der Draft von Xtreme Gaming gegen Azuray, der auf uns wartet. Ich gucke mal, ob schon was zu sehen ist. Ja, das ist das falsche Turnier. Nein, noch keine Lobby auf. Sollte aber demnächst losgehen. Der Hauptstream ist da ja meistens rechtzeitig und ich habe auch gerade schon nachgesehen. Die sind bereits in den letzten Vorbereitungen. Hallo, grüßt euch. Schön, wenn ihr schon hier seid. Sebastian Filusch sehe ich gerade, hat seine Ranked History in den Chat geschrieben. Auch nicht schlecht. Mir fällt auf, dass Dragon Knight zweimal gepickt wurde und sonst alle nur einmal. Ziemlich variabel. Hallo Pilzchen, herzlich willkommen zum Elite-League-Finale an einem wunderschönen Sonntag, der glaube ich deutschlandweit ganz gutes Wetter bietet. Ich mache mal die Kamera aus, weil, wie immer, in traditioneller Manier werde ich jetzt noch ein bisschen was essen und wir gucken uns dann dabei den Draft an. So zumindest der Plan. Ich hoffe, die starten gleich. Ich habe nämlich ziemlich Bock zu sehen, ob Xtreme Gaming weiterkommt und ob Armee wieder Klinks pickt, weil ich bin immer noch kein Fan. Sie haben ja damit einmal jetzt gewonnen, aber trotzdem macht mir der Held ein wenig Sorgen für sie. Ich glaube, der schwächelt. Ich fühle mich wie so ein alter Mann. Ich habe hier 20 Tabletten. Das ist jetzt nur ein bisschen Biotin und Omega-3, aber es kommt mir trotzdem so vor. Es gibt jetzt hier Vollkornbrot mit Cheddar, Felssalat und Sprossen. Dazu Gurke und Tomat. Ich habe auch noch eine Schüssel mit Haferflocken, Skier und Obst. Jetzt vorbereitet für später. Also ich bin ganz gut präpariert für den heutigen Tag. Mir geht es auch besser als gestern. Ich bin ein bisschen fitter. Also, der Sonntag kann losgehen. Moin Tonika. Cool, dass du wieder da bist. Naja, gibt hier auch Leute, die dann trotzdem immer nur einen Helden spammen, oder? Sebastian? Und nur eine Position zocken. Jojo, Pilzchen. So sagst du es. Auf geht's. Ich kann absolut nicht einschätzen, welches von den beiden Teams stärker ist. Keine Ahnung. Sie haben würde ich sagen... Hm. Naja. Also, was sie ja verbindet, ist, sie haben beide Liquid geschlagen. Jetzt kann man gucken, auf welche Art und Weise. Gegen Ezraway war es ein ganz schöner Krimi. War ziemlich knapp, würde ich sagen. Und, ähm... Gegen Extreme Gaming war Liquid so... Ja, das war eigentlich auch relativ knapp, ey. War auch ein 2-1. Also, ich würde sagen, was das angeht, sind die beiden ungefähr gleich auf, wenn man ihre Performance gegen Liquid betrachtet. Also, könnte spannend werden. чувств� stark, rehearsals Und dann kann man das einfach, Ach guck mal, da ist doch das Spiel schon, schön. Oder erstmal erwarte, Bildschirm, scheinbar, sollte aber gleich losgehen. Okay, beide Teams hatten ja jetzt auch eine weile Zeit, sich aufeinander vorzubereiten. Ist ja nochmal ein Tag vergangen. Na, scheinbar ein recht langer Ladebildschirm. Kann ja auch sein, dass sie mal Delay eingestellt haben, aber ich glaube nicht. So, habe ich noch nicht so viel gegessen. Ich plane zwischen den Spielen immer einfach einen kleinen Snack zu mir zu nehmen. Also jetzt bin ich da. Hallo Henrix, herzlich willkommen. Ich hoffe auch du hast viel Lust mitgebracht für die heutigen Elite League Finals. Es geht ja dabei nicht nur um ziemlich, ziemlich viel Geld, sondern auch um einen eventuellen Einzug ins TI oder die Riot Masters. Die Riot Masters laufen eigentlich über die Dream League, aber sowas hier gibt natürlich Prestige, wenn man weit kommt. Und für den TI-Einzug sind solche Turniere auch relevant. Aber da sind sowohl Extreme, als auch Azuray, als auch natürlich Falcons auf einem guten Weg. So allgemein betrachtet. Und dieses Turnier hier stärkt das Portfolio nochmal. So, da haben wir unseren Draft. Glaubt ihr, wir sehen den Army Clings? Fühlt ihr ihn nochmal? Hey Hanna, moin moin. Hallo Flauschi, cool, dass ihr euch eingefunden habt. Ja, sieht ganz gut aus. Streams haben viel Spaß gemacht, Henrix. Ich hoffe bei dir auch. Und es ist natürlich nice, dass du es zumindest zum Finale hinbekommen hast, Zeit zu finden. Ein bisschen zuschauen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du uns heute beehrst. Aber der Tag ist ja noch jung. Und das Dota, was vor uns liegt, mannigfaltig und intensiv. Außer Falcons stompt einfach 3-0 innerhalb von 3,20 Minuten Spielen den jeweiligen Gegner komplett weg. Und wenn Extreme Gaming diese Serie verliert und Azuray ins Grand Final einziehen, dann mache ich mir echt ein bisschen Sorgen, weil Azuray hatte gar keine Chance gegen Falcons. Also ein neuer Kontrahent muss her. Moin Moppy. Möge dein Horn stets gefüllt sein. Warte mal, da läuft Doppelmusik. Das kannst du ja schon wieder nicht ausdenken, was hier passiert. Gleich haben wir so die Bands. Und dann sehen wir, was gepickt wird. Razer ist zum Glück weg. Das hat sich mittlerweile ziemlich etabliert, den in der Firsten-Band-Phase rauszukicken. Der wurde ein paar Mal Firstpickt. Hat immer echt krass funktioniert. Und war schwer aufzuhalten. Also ich denke, das ist ziemlich gut, dass derjenige, der nicht Firstpick hat, Razer bannt. Shadow Demon Sand-Kombo hat Azuray rausgehauen. Die wollen sie bei Extreme nicht sehen. Die spielen sie auch sehr, sehr gut. Pangolier ist weg. Das finde ich einfach nur sympathisch. Einfach sehr freundlich von ihnen. Obwohl ja die letzte Runde damit auch entschieden wurde, dass Liquid Pangolier firstpickt hat. Und danach direkt Extreme Gaming, den Bloodseeker rausgeballert haben. Welcher ihn vernichtet hat. So, Zeus. Nice. Ist doch geil. Macht Spaß. Ist cool. Gefällt mir auch, dass er auf Extreme Gaming Seite ist. Der Sniper gefällt mir nicht so. Also ich finde ihn gefährlich. Ich finde den Pick ganz gut. Auch Firstpick finde ich ihn ganz gut. Obwohl er bei Liquid nicht geklappt hat als Firstpick. Aber er ist auf der falschen Seite. Ich bin ja hier für Extreme Gaming gerade. Für Arme und Freunde. Naja. Naja. D.Y. wird da schon noch was gegen den Sniper aus dem Hut zaubern. Oh ja. Der Bot. Danke für die Erinnerung, Moppel. Der Bot fehlt noch. Mein Kühlschrank ist gerade tatsächlich relativ gut gefüllt. Was auch nicht immer der Fall ist, leider. Der arme, knausrige Streamer hat endlich mal was zu essen im Haus. Weil ich ja wusste, ich stream hier durch die ganzen Tage. Und da hatte ich keinen Bock zwischendurch einkaufen gehen zu müssen. Deshalb bin ich hier mal gut vorbereitet mit Speis und Trunk. Und sogar in meiner greifbaren Nähe. Und das Trinkhorn. Aus dem ich nie trinke. Hat mir Grey mal geschenkt. Hey, Riedrich. Oh, du bist sehr, sehr pünktlich sogar. Perfektes Timing, will ich meinen. Wir müssen ja sowieso nach dem Draft nochmal kurz warten. Ja. Bisher sehr unterhaltsam. Zeus und Sniper, da kann man nix sagen. Zwei Helden, auf die ich mich freue. Erkennt eigentlich bei Azuray in dem Logo irgendjemand das A? Also ein R erkenne ich irgendwie. Und ein Blitz und so. Aber das A finde ich nie. Ach doch, jetzt habe ich es. Ach so. Doch, doch. Ja, es ist sozusagen in dem R drin. Und der Blitz ist die linke Seite vom A. Ja, ja. Und die untere Linie von der R-Rundung ist der Mittelstrich vom A. Wenn man es erkennt, sieht es eigentlich ganz okay aus. Ich habe das nie registriert. Sniper ist eigentlich so lame, aber irgendwie auch so geil. Ja, stimmt. Das fässt ganz gut zusammen. Elder Titan. Also, ich mag den und ich fand den auch in den Spielen, wo wir ihn gesehen haben, ziemlich solide. Nicht ungefährlich. Es gibt auch Darks hier noch. Die Kombo gefällt mir echt gut. Aber Zeus wird halt zur Zeit auch so ein bisschen auf Autotex gespielt. Und Zeus Autotex machen sehr viel Magic Damage. Und Elder Titan reduziert die Grundrüstung. Ihr merkt schon, das ist ein bisschen antisynergetisch in meinen Augen. Heißt aber jetzt überhaupt nicht, dass der nicht legitim ist. Vor allem kann man ja sehr gut noch einen anderen Core hinstellen, der von der Aura profitiert. Und er hat neben dieser auch fette Teamfight Spells und eigene starke Autotex. So ein Agar im Thrush Elder Titan würde ich mal gerne sehen. Der selber Sheldon verteilt. Ich habe gestern am Doppelkopf gespielt. War das zweite Mal in meinem Leben und hat echt Spaß gemacht. Doppelkopf ist richtig geil, glaube ich. Also, ich kann es nicht. Die Regeln sind zu kompliziert. Ich habe es mal gespielt, genau wie du. Ne, jetzt hast du es zweimal gespielt. Einmal habe ich es gespielt und habe gestruggelt, so mit den Regeln. Aber ich hatte das Gefühl, wenn man das ein bisschen kann, ist es übelst nice. Gerade in Gruppen, die das alle ein wenig beherrschen. Doppelkopf ist underrated in unserer Generation. Die alten Hasen, die alten Spiele-Generationen, 40, 50 plus. Die zocken das immer zusammen in ihren Kreisen, das ist so mein Eindruck. Und genießen ihr Leben und wir wissen davon nichts. Frechheit. Razor und Pango gebannt. Sniper, Toys und Elder Titan gepickt. Kann nur ein gutes Spiel werden. Den sehe ich auch so, Tom. Hallöchen. Sehe ich ganz genau so. Lime ist schon mal ein weiterer, der sich anreiht. Der mir zumindest beim Zuschauen ziemlich Spaß macht. Und Batrider ebenfalls. Also, über die beiden Helden haben wir jetzt schon öfters geredet. Es wird Meter gegen Meter gepickt. Wir schauen mal, wie es in Game läuft. Und gucken, wie sie dann in den Drafts reagieren. Die jeweiligen Teams. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwas total Spannendes kommt. Oder was total Überraschendes. Aber die Helden selber gehören zu den unterhaltsameren des aktuellen Metas. Und das ist ja auch ziemlich breit gefächert. Es gibt sehr viele Picks und Buns, die potenziell funktionieren können und auch mal ausgewählt werden. Hey and Hiya. Moin, moin an dich. Moin auch an Moritz. Grüßt euch. Genau, du hast recht, Moppel. Dadurch ist es eher nämlich präsenter. Und es sollte ja mit dem A anfangen. Aber machst du nix. Yo, Skywake. Ich kann Skat halt auch kaum. Nur so ein ganz bisschen. Sonst wäre es mir leichter gefallen, glaube ich, Hanna. Ja, ich hoffe, er kommt morgen raus, der Patch. Wir werden ja den Patch-Waterraum machen. Keine Ahnung, ob er rauskommt. Aber ich gehe davon aus. Also, er kommt garantiert jetzt in der nächsten Woche, der Patch. Und ich tippe, sie warten, bis das Turnier fertig ist. Doppelkopf ist mein Lieblingskartenspiel. Spiele es leider auch nur, wenn ich meine Eltern und ihre Freunde besuche. Ja, da muss man dann halt auch die richtige Runde haben, die sowas kann. Wenn du in einer Kneipe irgendein paar jungen Leuten oder in so einer kleinen Bar in Prenzelberg hier vorschlägst, dass du ein bisschen Doppelkopf zocken. Er kann kein Schwein. Also, ich persönlich kann Sniper nicht mehr sehen, um ehrlich zu sein. Echt? Irgendwie finde ich den immer noch unterhaltsam. Assassinates machen Spaß. Er ist schon ein bisschen hinterfotzig, aber egal. Kann ich aber auch nachvollziehen, weil Sniper halt jetzt schon echt oft gepickt wurde. Grimstroke und Slada. Slada ist richtig krass, ne, momentan. Also wirklich sehr, sehr stark. Und Grimstroke bin ich immer eher Fan von, wenn du gute Ulti-Synergien hast. Hier gibt es Lightning Bolt von Zeus. Mit, wie heißt nochmal die Ulti von Grimstroke? Soulbind? Heißt sie Soulbind? Ja. Also Soulbind funktioniert ganz gut mit Zeus. Lightning Bolt, aber ist jetzt nicht richtig krass, die Kombination. Vielleicht mit Coral's the Face. So blöd das jetzt klingt, das könnte gar nicht so schlecht sein, zwei auf einmal ulten zu können. Slada wird aber eh dann Schad kaufen und so natürlich. Und einen Doom oder sowas mag ich da immer gerne, weil ich darauf hoffe, coole Synergien zu sehen. Aber er ist absolut kein Must. Man kann Grimstroke auch so spielen. Grimstroke wurde jetzt in diesem Turnier nicht so viel gespielt, war aber schon sehr oft ein sehr beliebter Support. Und er ist jetzt gerade nicht in seinem stärksten Moment. Ist nicht sein allerstärkster Patch. Aber er ist immer noch ein geiler Dude. Ja, was willst du sagen? Grimstroke kann richtig was. Ich überlege gerade, ob es vielleicht auch bestimmte Gründe für ihn gibt. Zum Beispiel vielleicht die Batrider silencen oder so, wenn sie rankommt. Dafür kommt mir Grimstroke aber zu langsam vor. Wahrscheinlich was mit Slada, dass die Inkswell auf Slada machen können. Das ist eine sehr, sehr starke Kombination potenziell. Kann aber auch gut sein, dass ich da was übersehe. Azure Rays turn to ban. Nee, ich mach das Montag. Der Warteräum läuft ganz einfach. Montags fühl ich mich immer auf Twitch. Ich hab aber jetzt nach den ganzen Streams überhaupt keinen Bock, ein Classics Monday vorzubereiten mit einem neuen Spiel und allem. Deshalb setz ich mich da hin und rede. Ja, das heißt, wir machen Just Chatting, Rederunde auf Twitch. Und weil der Patch vielleicht rauskommt, was ich mir halt gut vorstellen kann am Montag, aber nicht passieren muss. Ich würde sagen, 40, 50 Prozent, dass er rauskommt. Machen wir einen Warteraum draus, wo wir chillen, quatschen, ein bisschen über Dota reden, ein bisschen über Patch reden, ein bisschen über anderes reden. Wenn er rauskommt, gucken wir ihn an. Wenn nicht, dann sage ich irgendwann Gute Nacht und gepenn. Kniffel kriegst du bestimmt hin, Hanna, aber Doppelkopf sind ja zwei sehr unterschiedliche Spiele, was die Komplexität angeht. Ah ja, stimmt, das Aga. Du hast recht. Das Aga nimmt die Kopie, die Grimstroke damit erstellen kann. Die könnte ziemlich gut sein gegen Troll. Na, hast du recht. Das könnte sein, dass das ein Grund ist, warum sie ihn gepickt haben. Aber der Troll wurde nach dem Grimstroke gepickt. Und Sniper mit diesem Clone zu belegen, stelle ich mir eher nicht so nice vor. Die Elo ist nicht so krass. Also, hm. Ich finde auch, dass Grim Spaß macht beim Zusehen. Das stimmt, ein Haya. Sniper wird jetzt immer gepickt werden. Aber es kommt doch eh ein Patch in ein paar Tagen. Insofern ist es hier nicht so schlimm, oder? In der Situation. Ist natürlich super anstrengend. Sniper in Pups. Es heißt eher, dass er genervt wird. Weißt du, ein Haya? Dass er jetzt immer gepickt wird. Heißt eher, dass er in der nächsten langen Zeit nach dem großen Patch nicht so stark sein könnte. Underlord. Geil. Sorgt für coole Plays. Hat viel Potenzial. Troll-Armee. Ach, Quatsch. Das ist ja Azuray. Troll, ähm. Ich vergesse mal, Blue oder Ori. Der Hardcarry ist. Ich vergesse mal, welcher von den beiden. Naja. Auf jeden Fall Troll-Hardcarry bei Azuray. Und Extreme muss Armys Helden noch wählen. Es ist kein Klings. Es ist wieder ihr Lifestealer. Ey. Hätte man mit rechnen können. Er wurde nicht gebannt. Er hat ihn sehr erfolgreich gestern gespielt. Ich finde ihn richtig stark. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Wahl hier. Er ist anfällig gegen Lasse. Und er ist auch ein bisschen anfällig gegen Troi, muss man sagen. Er ist nicht ganz perfekt. Aber Underlord steht nicht so gut gegen den Lifestealer. Lain hat Probleme. Und wenn er an den Sniper rankommt mit in Festbomb durchs Lader, dann sieht es dahingehend auch gar nicht schlecht aus. Also ich glaube, der Held ist noch ein sehr, sehr vertretbarer Pick. Gerade, weil er gut ins Meta passt. Wir müssen wie immer ein bisschen warten jetzt. Die Zeit werde ich nutzen, um nochmal einen kleinen Happen zu essen. Aber damit haben wir unseren Draft fertig. Und ich muss sagen, es sieht doch ganz nice aus, oder? Curiouser Face mit sehr viel Physical und natürlich der Aura von Elder Titan werden dafür sorgen, dass der Lifestealer richtig viel Schaden macht. Dann haben sie noch AOE Damage, also magischen, über Zeus, über Lifestealers Radiance, über den Grimstroke und so. Also eine schöne Kombination aus magischem und physischem Schaden bei Extreme Gaming kombiniert. Mit einer Prise Lockdown und Cord Control. Ziemlich starke Frontline, Elder Titan Slada und Lifestealer. Nicht ganz so krass mobil, aber kann schon klappen mit Slada Sprint, Dagger und Infest. Und bei Azuray, Underlord Manöver könnten gefahren werden. Sie haben einen Troll, der theoretisch im 1 gegen 1 den Lifestealer richtig frisch machen kann. Sie haben mit Batrider krasses Initiate Potential. Sie haben ein sehr starkes Late Game über Sniper und Troll. Auch ein Grundschulieder Draft. Bisschen Nuke. Haben sie ziemlich viel Magic Nuke halt. Und ansonsten Physical Damage halt über Sniper und Troll. Und ich sehe da jetzt bei beiden Teams keine großen Probleme. Beide haben auch Push. Sogar Azuray ein bisschen mehr. Sogar sieht echt cool aus. Ja, würde ich auch sagen, Henricks. Aluva, Kevin. Danke. Hm. Ich kenne weder Watten, noch kenne ich Schafkopfen, Moritz. Aber wenn er danach genervt wird, genervt wird, und nicht mehr so stark ist wie jetzt, ist es doch trotzdem gut. Viel gepickt werden, wird ein Sniper und ein Patsch immer, egal was du machst. Außer du zerstörst sie komplett. Hm. Was meinst du mit Aga im Fest? Ah, ach so, ja, ja. Hm. Wenn der Lifestealer Aga im Set hat, dann kontert er einen Troll. Das stimmt, ne? Ja, ist richtig. Das dreht das Ganze. Ähm. Normalen Match, wenn die aufeinander zuschlagen und der, wenn die aufeinander einschlagen und der Lifestealer hat Sanchin Yasha und Radiance zum Beispiel und der Troll hat Battlefury BKB, ja, dann gewinnt der Troll das. Hm. Oder Battlefury, Sanchin Yasha, BKB. Aber wenn der Lifestealer Aga im Set hat, dann kann er halt immer in Fest auf den Troll verwenden und kann nicht angegriffen werden. Dadurch kommen keine Feverstacks. Der Troll kann seine stärkste Fähigkeit nicht ausspielen, indem ich schnelle Auto-Attacks landen. Er kann ihn nicht routen, auch sonst kann er ihn ja in der Rage routen, wisst ihr? Ähm. Und das ist dann natürlich fies für ihn. Also Aga im Fest ist tatsächlich ein nicest Tool gegen Troll, das stimmt. Aber in Situationen, wo das nicht zur Verfügung steht und das macht ja auch nicht ultimativ krass Schaden, die Attack Rate da drin ist nicht so schnell und der Troll den Lifestealer wirklich einfach mal erwischt, kommt der trotz Rage nicht weg und kann sich nicht frei mit Rage im Kampf bewegen, weil er geroutet werden kann. Also ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen, dass das nicht nur in eine Richtung geht und dass auch wenn der Lifestealer Aga im Set hat, ich mir vorstellen kann, dass der Troll trotzdem noch nervig für ihn wird. Ist dann ein situatives Ding. Das klingt sehr gut, der Fuchs. Herzlich willkommen zurück. Auf einen sehr guten Tag, auf einen schönen Tag und genießt seinen Kaffee. Moin Moin Punk, da ist er wieder, voll geil. Mr. Freed auch wieder am Start, schön. Hey Leute. Hm. Das kann sein, Moritz. Klingt so ähnlich, ne? Hallo Malte. Du siehst extrem, dass hier stompen. Ja. Ähm. Könnte passieren. Könnte passieren. Ich mag den Draft von ihnen auch sehr gerne. Muss ich schon sagen. Also. Nicht nur für sich genommen als Draft, sondern auch was ihre Komforte. Vorpicks angeht. Sie haben auch einfach sehr schöne Helden für ihre Spieler zusammengestellt. Na? Wir müssen aber natürlich mal abwarten. Weil, obwohl mir Extrem, Extrems Draft sehr gut gefällt. Und obwohl ich auch glaube, dass es funktionieren kann. Hm. Und wenn sie ein gutes Spiel haben, stompen sie natürlich auch. Aber, ich denke, As-A-Race ist auch nicht schlecht. Ich glaube, der ist wirklich ziemlich gut sogar, der Draft. Und ich glaube, dass es sehr gefährlich wird für Extrem Gaming ab einem gewissen Punkt im Spiel. Und dass auch die Laning Stage gar nicht so easy für sie ist. Weil Line auf der Lane, der wird gegen Zeus klarkommen. Wissen wir ja alle. Na, das hatten wir schon öfters das Thema. Sniper macht sein Ding. Der wird Lasted kriegen. Der hat wahrscheinlich mindestens genauso viele wie der Zeus in der Lane. Und dann hast du Underlord, Batrider. Höchstwahrscheinlich. Oder Underlord, Lion. Eins von beidem. Das ist auf jeden Fall stark. Ähm. Und Lion, beziehungsweise Batrider, Troll auch. Das sind keine schwachen Lanes, die sie haben. Und wenn sie die Lanes gewinnen bei Azuray oder gleichziehen. Und dann ins Mid-Game gehen. Und den Troll über Battle Fury farmen lassen. Und Extrems nicht schafft. In diesem gefährlichen Timing, was sie dann mit dem Slada, Dagger und Infest und so erreichen. Mhm. Eine schnelle Radiance auf Lifestealer zu bekommen. Und farmtechnisch mitzuhalten. Dann könnte es sein, dass es sich plötzlich sehr schlecht anfühlt. Weil selbst wenn es dann nochmal für sie funktioniert. Weil die Line-Up so nice ist im Mid-Game. Kann es halt sein, dass es nicht schnell genug ist. Und dass Azuray irgendwann den Sniper und den Troll richtig online bekommen. Yo, Hadriax. Meistergott, ja. Heute direkt mit richtigem Namen. Krass. Stimmt, die sind recht bezuglos zu dem, was man macht. Obwohl Doppelkopf ist ja ein Spiel, was man zusammenspielt. Neun, Maxi. Ja, Liquid hat sich im Draft verkalkuliert im letzten Spiel. Dann sind ein, zwei Kämpfe schief gegangen. Sie wurden hart gekontert und dann haben sie verloren. Hey, Kleid, bist nicht zu spät. Wir warten gerade auf den Start der ersten Runde. Wir müssen noch drei Minuten warten, dann ist Schluss. Hallo, Lennart. Mir geht es ganz hervorragend und hier. Moin, my day. Das ist schon eine Zeit, in der sie stark sind, Torben. Das ist richtig. Aber guck mal. Die können jagen. Die kriegen bestimmt auch mal einen Kill. Ja, ist alles korrekt. Aber schau mal, wie defensiv Azuray dagegen aufgestellt sind. Und wenn sich Xtreme mal zu weit vortraut, kann Lasso sie hart bestrafen. Wenn sie den Sniper nicht erwischen, kann er hinten stehen und alles verteidigen, was ein Objective ist oder ein anderer hält von seinem Team. Underlord steckt auch genau in diese Bresche. Sehr, sehr gut darin, Objectives zu verteidigen und solche aggressiven Angriffe auch zu bestrafen mit Pit of Malice und so. Also sie haben dann schon eine sehr starke Phase und ein krasses Timing. Aber Azuray hat ein Lineup, was das auch eine Weile aushalten kann, glaube ich. Und was ziemlich gefährlich werden kann, potenziell, wenn sie ein bisschen Farm auf ihren Kurs bekommen. Die werden halt BKBs brauchen, klar. Und trotzdem wird der Slada zusammen mit dem Lifestealer sehr viel machen können. Also vielleicht reicht es nicht aus. Aber ich bin mir fast sicher, dass Azuray die Laning Stage nicht verliert. Und dann muss man gucken, wie stark Xtreme sind. Und die werden da schon dann alles in eine Waagschale werfen. Der Lifestealer braucht ja auch ein bisschen, bis er Radiance hat. Und Saint-Generescher und so. Jo, bis dann, Lennart. Hau rein. Können gleich schon mal starten. Minute noch. Wir sind gegen Liquid rausgeflogen. Vor ungefähr ein, zwei Runden. Aber sind immerhin in diese Playoffs gekommen, in denen ja nur acht Teams waren. Also sind recht weit gekommen im Turnier. Mussten sich dann aber geschlagen geben. Und Liquid hat die schon sehr deutlich besiegt. Hm, insofern. Ich glaube, die sind Platz sechs oder sowas geworden. Alles klar. Bereiten wir schon mal das vor. Los geht's. Xtreme Gaming gegen Azuray. Kann Armee ein Turnier gewinnen? Mal sehen. Mit seinem sehr guten, sehr starken Lifestealer. Das Geile ist, dass Xtreme Gaming richtig viel Action machen wird. In dem Game. Nach der Landing Stage werden die versuchen, übelst auszurasten. Da bin ich ziemlich sicher. Und Azuray muss dagegenhalten. Und den Troll und den Sniper über die ersten Mid-Game-Spiel-Minuten bringen. Und das stimmt. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er das nicht kann. Ich habe nur mich gefragt, ob er ein Turnier gewinnen kann. Jetzt hier, heute. So war es gemeint. Hätte wahrscheinlich sagen sollen, ob er das Turnier hier gewinnen kann. Hey, me online. Ich meine, solche Tier-1-Turniere mit einer Million Preispool gewinnst du auch als Top-Team nur relativ selten. Es gibt natürlich immer wieder Teams, die dann mehrere hintereinander gewinnen, wie jetzt zur Zeit Falcons, weil die einfach die Stärksten sind mit einem gewissen Abstand. Aber alle, die ganz knapp da drunter dümpeln, sind dann oft so, naja, die gewinnen dann mal eins. Und dann gewinnen sie wieder vier nicht, sondern werden dritter, zweiter, fünfter, sechster. Und das ist schon ein großer Erfolg, so ein Turnier wie hier diese Elite-League mit nach Hause zu nehmen. Der erste Platz kriegt 300.000 Dollar vom Preispool ab. Und natürlich den vorhin schon erwähnten Prestige plus eventuelle Möglichkeiten ins TI eingeladen zu werden. Eigentlich sehr realistische Möglichkeiten, wenn du sowas gewinnst hier. Und bei den Riot Masters mitmachen zu dürfen, auch wenn man die Dream League nicht gewinnt. Aber die Lineups sind echt vielversprechend. Ich meine, schaut es euch an. Ab Mid-Game sollte es eine riesige Schlacht-Party werden. Ja, ich mag die, ähm, ich mag das Set. Von dem Sniper. Er erinnert mich auch ein bisschen an Muerta und diesen Stale, so Fest der Toten mäßig. Aus Mexiko. Ist, ist eine Optik, die mich anspricht, finde ich nice. Das stimmt, Maxi, sind sie. Ja. Der Patch hat nicht viel mit den Teams zu tun. Die Teams werden eher durcheinander gebracht durch ihren Erfolg oder Misserfolg. Außer der Patch ändert ganz, ganz viel. Da wird vielleicht geschaut, welche Spieler jetzt mehr glänzen könnten oder so. Aber wirklich viel hat es damit nicht zu tun. So, das ist First Blood für Azuray. Und sie lassen es dem Sniper. Was sehr schlau ist, weil ein Sniper mit First Blood in der Mitte ist echt, echt nervig. Richtig nervig. Der kann jetzt einfach knallhart Stats-Items stacken. Und, äh, macht dadurch nochmal mehr Schaden von Anfang an. Hm. Super anstrengend. Zum Glück steht er nicht gegen den Melee. Das ist noch Glück im Unglück für Extreme Gaming. Der, der, da kommt schon Wraithsband. Geht natürlich auch Stick gegen den Zeus. Das ist ziemlich klar. Macht man immer. Gegen den Helden. Und, ja. Armee wird unten jetzt gegen Underlord stehen. Als Millie bisschen nervig. Aber, weil es ein Lifestealer ist und er ganz gut gegen Stärke Millies klarkommt, sollte es noch passen. Es ist Line Underlord. Das ist schon einfach eine starke Lane. Na. Da haben sie echt die Bat hochgestellt. Ich hätte eher erwartet, dass die Bat unten ist. Aber es ist eine Bat, die den Troll supportet. Und auch die Lane, die ballert. Also, das passt schon gut zusammen. Flame Break. Ähm, Napalm Stacks. Und dann die ganze Zeit die Exe hinterher. Sieht man hier auch ganz gut. Selbst der Slada muss aufpassen, dass er nicht zu hart to rest wird. Und, as a way, spielt das hier ziemlich aggressiv. Die krasse Phase von Extreme kommt natürlich nach der Laning Stage. Aber es ist wichtig für sie, dass er nicht zu viel bekommen. Mir kommt es gerade wieder sehr leise vor. Aber ich glaube, es ist okay. Sollte eigentlich passen. Na ja, doch, doch. Es passt. Er wurde schon gepinkt. Jetzt kommt der Flame Break, die Blood Grenade. Und die Kombination ist echt ziemlich stark. Schau dich den Damage an, er ist tot. Xing stirbt also ein zweites Mal. Interessant, dass sie der Batrider den Kill lassen. War vielleicht auch nur der Situation geschuldet, weil Lu sich entschieden hat, ein bisschen auf den Slada rauf zu gehen, um ihn abzuhalten. Hier wird F.Y. leicht gezonnt. Sollte aber okay sein. Und der Underlord kann gegen Lifestealer halt schon in den Creeps stehen, wegen seinem Coup, seinem Firestorm. Und der Underlord ist einer dieser Helden, die mir noch mit am meisten den alten Warcraft 3 Vibe geben. Klar, er sieht jetzt aus wie eine Nacktschnecke und nicht mehr ganz so cool, wie Manoroth hieß der, glaube ich, von früher. Aber trotzdem, alleine seine Spells, also der Firestorm und so. Und da muss ich irgendwie direkt an Legion denken. Ordentlicher Schlagabtausch. Underlord gegen Elderteilten siehst du auch nicht alle Tage. Wahrscheinlich die beiden stärksten Outdoor-Attacker, die es so gibt auf der Lane. Nochmal der Flameback, sogar aggressiv gemacht, damit die extra XXS treffen. Aber Inkswell Slada ist eben auch nicht zu unterschätzen, ne? Wer hat die Blume bekommen? Der Slada hat die Blume bekommen. War schnell genug. Mit ein paar Leveln sehe ich den Grimstroke und den Slada da auch gut klarkommen. Wenn die Bat nicht aufpasst, zum Beispiel, ne? Selbst beim Troll. Aber die Echse schützen die schon ganz gut vor den Bashers. Okay, danke, wegen dem Sound. Das kannst du so schnell ja nicht erkennen, Maxi. Nein, wie gesagt, ich sag's nochmal, das macht nichts für die, macht nicht wirklich was für die Roster. Die gucken eher darauf, wie die Turniere laufen. Und wenn sie in der Practice, wenn sie lange den Patch üben, der ja nochmal neu justiert wird mit einem B-Patch, einem C-Patch oft. Wenn sie da merken, es klappt nicht mehr, dann vielleicht, wenn sie ein Turnier noch verlieren oder so. Beim Patch geht's einfach nur darum, dass Dota frischen Wind bekommt. Ah, der ist dann halt gesessen. Er hat noch keine Rage. Push natürlich immer schon rein. Das heißt aber auch, dass Armee unterm Tower last tippen kann. Sniper hat viel. Der hat natürlich First Blood Bonus bekommen. Der wird das meiste Gold im Spiel haben, ja. Danach kommt dann sein Teamkollege Troll. Azuray's Laning Stage läuft relativ gut bisher. Sind, was Kills angeht, ein bisschen vorne. Tatsächlich beim Gold nicht. Haben sie mehr XP? Auch nicht. Mehr? Ne, doch. Sie haben mehr XP. Gold ist ganz, ganz ausgeglichen. Hier hat Azuray mehr. Hier in der Anzeige Extreme Gaming. Also es ist bei Null. Es ist eigentlich alles bei Null. Auch die XP. Da geht's um Land Equilibrium und so. Komplett ausgeglichene Laning Stage, was Gold und XP angeht. Ich ging davon aus, dass es etwas besser für Azuray läuft. Sie haben halt zwei Kills gemacht und kriegen recht viel Farm auf den Kurs. Aber Extreme Gaming kommt schon noch klar. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, dass Armee Farm bekommt. Weil er coole Rage. Weil er das Radiance braucht, um dann möglichst schnell online zu gehen. Was Sniper jetzt erstmal ein Free Game hat, war klar. Aber er wird dann im Mid Game gejagt werden. Gucken wir, ob es klappt oder nicht. Ist echt interessant, wie aggressiv der Troll und die Batrider es spielen können. Und irgendwer muss da dann sogar defensiv benutzt werden. Ah, jetzt stand Bach ein bisschen weit vorne. Pit of Mellis regelt. Hat er schon geskillt hier. Komm, alter Fischmann. Zeig nochmal, was in deinem Dreizack steckt. Mach mir den Poseidon. Und gewinn das Spiel für X-Stream Gaming. Ach so, nicht. Hol die Flumen, hol die Flumen. War doch gut, war doch gut. Ich nehme alles zurück. Oh, den haben sie, glaube ich, oder? Aber sie hat die DD bekommen. Und jetzt ist der Sniper da noch dran. Und hittet die ganze Zeit den armen kleinen Zeus. Er ist Level 6, aber hat kein Assassinate geskillt. Ah, das machen sie manchmal nicht. Das ist relativ normal. Mit dem Schraubner kriegt er ihn auch nicht. Das war nicht perfekt platziert. Jetzt kommt aber Lou von der Seite und die Äxte sorgen für den Last Hit. Ah, verdammte Axt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Unten ist der Underlord noch gestorben. Das ist natürlich super für X-Stream Gaming, dass Armee dieser Kill gelungen ist. Den würde ich mir gerne nochmal ansehen, ganz schnell. Ah, ja. Da war er allein durch die ganze Rotation und so. Kein Support gehabt. Und tatsächlich reicht dann der Damage von Armee. Er akzeptiert die Roots und holt sich den Kill Orb of Corrosion. Auch richtig, richtig gute Wahl gegen Underlord. Der hat nicht mal die Blume benutzt. Ich weiß aber auch warum. Der letzte Autotech sah so aus, als würde ihn noch nicht töten. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, hat er ihn getötet. Und ich glaube, das hat Azuray's Underlord überrascht. Sonst hätte er Blumen und Fairy Fire noch verwenden können. Vielleicht wollte er es auch nicht verschwenden, weil er dachte, er stirbt da sowieso über kurz oder lang. Gleich da die XP-Rune in 10 Sekunden. Aber ich denke nicht, dass sie Bettis probiert. Das würde sie niemals schaffen. Und, ihr seht es schon, Underlord ist abgezogen. Das heißt, die... Äh, Elderteid meine ich. Das heißt, die Position 5, wenn man so will. Warte mal, Moment. War der? Naja, er ist praktisch, Position 5. Hat versucht, die XP-Rune oben zu holen. Hat sie auch bekommen. Und das bedeutet, Extreme Gaming hat zwei XP-Runen gekriegt. Was richtig, richtig krass ist. Gerade bei Minute 7. Das ist extrem wertvoll für sie. XXS kommt auch raus. Das war insgesamt eine tolle Sequenz für sie. Sie haben hier einen Zeus verloren. Aber egal. Ich glaube, zwei XP-Runen. Und ein Kill auf dem Underlord. Sind das wert. Hey, Totally. Wir gucken, äh... Wir gucken Dota. Und bei dir? Es gilt ja eigentlich schon die Aura für den Lifestealer, ja. Richtig guter Value-Punkt. 40% Grundrüstungsreduzierung. Natürlich wächst die Rüstung, auch die Grundrüstung, übers Spiel. Das bedeutet, ähm, am Anfang ist dieser prozentuale Wert noch nicht so hoch. Aber trotzdem, schon wenige Rüstungspunkte sind in der Lane relevant. Gerade gegen sowas wie einen Lifestealer, der seinen Schaden nur durch Auto-Attacks appliziert. Also ein Value-Punkt ist sehr, sehr nice. Natürlich auch für seine eigenen Auto-Attacks. Keine Frage. Schauen wir mal, was die XP angeht. Hat schon einen Dip nach unten gemacht. Aber so weit ist der Unterschied noch nicht. Und tatsächlich hat Ezraway trotzdem XP-Runen-Klau. Etwas mehr. Aber die Supports werden Probleme haben, Level 6 zu kriegen. Und das ist der Hauptgrund, warum das so schlimm ist. Der Lion ist noch Level 4. Die Batrider auch, aber immerhin fast Level 5. Die sind noch weit entfernt. Wir sind bald bei 10 Minuten. Während die Supports von Extreme Gaming 5,5 und fast 5 sind. Also der Unterschied ist schon ziemlich hoch. Und schnellere Level 6 auf den Supports bedeutet meistens schnelle Möglichkeiten für Manöver, weitere Kills und Snowball-Effekt. Lion stirbt an einer Zeus-Ulti. Ansonsten geht es hier ganz entspannt weiter. Alle farmen. Der Sniper ist nicht mehr Erster, was das angeht. Aber immer noch ziemlich, ziemlich gut betucht. Auch der Lifestealer hat ihn eingeholt. Armees alte Farmfähigkeit kommt hier gut zum Tragen. Richtige Farmmaschine, der Typ. Hat demnächst sein Armlet fertig. Toll geht natürlich. Battle Fury, damit war zu rechnen. Die Dragonlance auf Sniper steht. Jetzt also dann der Meltström. Mecca für den Underlords. Wird halt das Aura-Support-Heilungsmonster, das wir alle bei Underlords mehr oder weniger gewöhnt sind. Am Ende hat er wahrscheinlich Pipe, Greaves und so weiter. Und so, es geht. Phylactory, wie immer. Wahrscheinlich danach Schadmanta oder so. Kann auch sein, dass er nur das Schad einschiebt. Und Agarnems oder Lens oder so kauft. Ah, danke NHL für die Erklärung. Äh, ja, der Patch wird jetzt aber ausgetauscht. Ab morgen kann es sein, dass ein neuer großer Patch rauskommt. Er kommt garantiert, oder fast garantiert, in der kommenden Woche. Und morgen mache ich einen Patch-Fader-Raum aus Twitch dahingehend. Und wir gucken mal, ob er da schon erscheint. Und dann wird sich Dota mal wieder ändern, nach langer Zeit. Hey Kevin. Herzlich Willkommen. So, 3-3. Landing Stage lief ungefähr, wie wir erwartet haben, würde ich sagen. Also, ganz leichte Vorteile. Aber alles noch gut. Und Extreme Gaming. Muss gucken, wann sie den Hebel umlegen wollen. Und ihr Line-Up utilisieren möchten. Noch können sie es nicht. Also, noch ist zu früh. Geht noch nicht. Äh, dafür waren sie einen Tick zu langsam. Aber sie brauchen eigentlich nur ein Dagger auf dem Slada. Und ein Armlet auf dem Lifestealer. Vielleicht sogar gut hier schon lange vor dem Radiance anzugreifen. Hatte ich auch gemeint in der Drafting-Phase. Dass wir wahrscheinlich eher probieren, über Gangs, über Kills, über Aggressionen, dann Radiance, St. Jusher und so weiter auf dem Lifestealer zu bekommen. Ist eh nicht der allerschnellste Farmer. Also, für Lactuary auf Zeus, Dagger auf Slada und Lifestealer Armlet. Halte ich für ihr erstes großes Timing. Da ist der Lifestealer am schnellsten. Zeus und Lifestealer sind so gleich schnell. Aber das Dagger lässt noch auf sich warten. Das sieht man auch hier, das Slada ist unterfarmt. Und das ist ein großes Problem. Weil das ist eine sehr wichtige Komponente, um wirklich schon Smokes zu starten. Um Leute zu jagen und so weiter. Kann also sein, dass sie erstmal noch weiter farmen und probieren, einen bisschen anderen Punkt zu treffen. Sie haben ja noch Zeit, ist noch relativ früh. Bad Rider wird jetzt auch anfangen, den Dagger zu farmen, wie die Support-Bad Rider das immer macht. Die geht durch die Wälder. Am besten dann Spots, wo die eigenen Carries nicht farmen wollen. Sogar im Gegnerwald oder so. Und holt sich da, was sie kriegen kann. Der Sniper muss erwischt werden, glaube ich, von Extreme Gaming. Dafür ist auch das Dagger so wichtig. Weil wenn er hinten steht und dann schon Meldstrom oder so hat, dann ist das sehr, sehr, sehr viel Damage-Output. Gerade mit der Dragonlance kann er aus weiter Entfernung zuschlagen. Und wenn sie einmal drin sind bei Extreme Gaming, wenn sie mal committed haben, haben sie absolut keine Chance, mal in den Sniper ranzukommen. Da gibt es keinen Gap-Close, nachdem der Slada auf was anderes gehüpft ist. Da geht es vor allem um Farm-Speed-Check-Sharks. Troll hat einen sehr, sehr, sehr viel besseren Farm-Speed mit einer Fury. Ja, die Werte geben ihm natürlich auch was. Sonst würde man es nicht kaufen, wenn die nichts außer Cleve geben würde. Schaden ist nice. Leben und Manner-Generation für X ist Spam. Und Sustain im Wald ist nice, keine Frage. Aber da geht es primär darum, mit dem Item gut farmen zu können. Eine andere Komponente ist, sowohl wenn du nur die hast, als auch wenn du danach noch eine BKB und so hast, dass du nicht so abhängig von Attack-Speed bist durch Feather. Und der Damage mit dem Cleve zusammen und dem Attack-Speed, den Feather generieren, auch in einem Teamfight, wenn die Gegner geklumpt sind, sehr, sehr hart reinhauen kann. Zerstört. Da kam ihr erster Angriff. Sie finden aber nur einen Underlord und könnte sein, dass sie bestraft werden. Ja, Finger of Death mit Lose-Autotex macht genug Schaden. Zwei sind schon mal weg. Arme kriegt noch einen Fest raus. DIY probiert ihn zurückzuziehen. Channelt den Stomp, schläfert sie ein, stirbt danach. Und so geht der Angriffsversuch komplett unter. Und fällt euch was auf, was richtig, richtig verrückt ist an diesem Angriff? Habt ihr eine Idee, was daran gar nicht funktioniert hat? Ihr seht es gerade. Das war echt gerade komisches Play von Extreme Gaming. Nicht, dass der Angriff erfolgt. Mit dem habe ich mehr oder weniger gerechnet. Ah, jetzt der Schmetterling. Na du, süßer. Das ist ein Tower für Azuray und natürlich ein absolutes Drama für Extreme Gaming. Was für ein furchtbarer Kampf da auf der Botlane. Also ich sag's nochmal, weil noch keiner eine Vermutung angestellt hat. Der Slada hat gefehlt. Und das ist natürlich auch der, dem das Dagger gefehlt hat. Der hat's gerade in dem Moment gefarmt, als sie gekämpft haben. Aber ohne den Slada zu viert so reingehen, es ist ganz normal, dass dann gegen fünf gekämpft wird. Mit dem Line-Up, was so defensiv aufgestellt ist, was diesen klaren Gameplan hat, an den Objective zu gehen, bei 14 Minuten die TP'n da alle hin. Und genau ist das passiert. Und dann fehlt ihnen auch noch, ähm, der Slada. Naja, jetzt heißt es weiterfahmen für Extreme Gaming. Der Weg zum Radiance für Armee muss wohl über Last Hits erfolgen. Er hat immer noch genauso viel Gold wie der Troll. Aber der Kampf hinterlässt natürlich Spuren. Jetzt hat Azuray einen merkbaren Gold- und XP-Vorteil. Und sie machen natürlich einfach fleißig weiter auf ihrem Weg ins Late Game. Also, ein Zerschmetterling, dem würde ich schon mal den Staub von den Flügeln rubbeln, sage ich dir. Oh Gott, warum habe ich das gesagt? Warum? Danke übrigens für bereits, äh, 110 Zuschauer. Das freut mich sehr. Cool, dass ihr hier seid. Uri fandet es auch toll, dass ihr mal alle zusehen, wie ihr das Spiel gerade gewinnt. Tower geht down, wird nicht denied. Und, äh, Sniper und Troll damit. Einsame Netverse-Spitze. Also sie sind einsame Spitze und oben beim Netverse. Aber sie sind nicht einsam da oben, weil der Lifestealer ist nah dran. Hör auf, diesen, diesen Arschfürsich zu posten, wenn ich sexuelle Anspielungen mache. Es muss, es muss beendet werden. Die Onlyfans-Anspielungen und Vermutungen müssen ein jähes Ende finden. So kann es hier nicht weitergehen. Das ist ein Stream für die ganze Familie. Hör auf jetzt, Moppe, lass mich in Ruhe mit deiner Chili und deiner Aubergine. Ich wette, du implizierst nicht mal, sondern denkst an leckeres Essen. Aber es klappt. Ich impliziere. Wie ging es eigentlich mit den XP-Runden da? Ah, ist ein bisschen lang her, ne? Also er hat auf jeden Fall eine bekommen. Beim anderen Ding sehe ich es gerade nicht mehr. Wahrscheinlich wurden die aufgeteilt. Meltstrom Dragonlance nach 16 Minuten ist das echt super geiles Timing. Und der Troll geht jetzt Manta. Manta ist ziemlich gut gegen Extreme Gaming. Er kann einiges damit dodgen, aber er kann vor allem halt die Manta-Illusion noch verwenden, weil Extreme, abgesehen vom Zeus, nicht so mega viel Aue haben. Übrigens, wir spüren mal zurück. Der Jump kam ein Tick schneller, als ich dachte. Kontesten sie den Roche. Troll kann gut Roche machen, aber Extreme Gaming ist wach. Smoken wir hin. Und irgendwie dachte ich, es geht noch nicht los. Aber daher kommt das Inkzfeld, das Dagger und ihren Festbomb. Das ist die große Macht von ihrem Line-Up. Und sie geht auf. Sie kriegen den Sniper und sie kriegen auch den Troll. Der hat keine Ulti mehr. Die ist ausgelaufen. Perfekte Kontrolle über den Grimstroke. Lasso wird Slada töten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da wegkommen. Der müsste verfolgt werden. Aber sie haben echt keine Mobility. Sie haben keinen Chase. Sie kommen nicht hinterher. Ist trotzdem noch gut für Extreme Gaming, aber es hätte viel, viel, viel besser laufen müssen. Lou war schon fast tot. Der Grimstroke hat die so lange da gehalten. Aber irgendwie hat es dann an ein Follow-Up gefehlt. Trotzdem war das das, was sie gebraucht haben. Slada im Kampf mit seinem Dagger direkt am Sniper dran. Sniper stand auch im Roche-Pit für den Damage. Also total off-position, wenn man so will, für eine Kampfsituation. Da würde er niemals stehen normalerweise. Und das war einfach wach gespielt von ihnen. Sie lassen von dem Roche ab auch der Tatsache geschuldet, dass Slada leider gestorben ist. Wäre der Slada nicht gestorben, beziehungsweise der Extreme in dem Game den Kampf härter geworden, hätten sie da Easy Roche bekommen. Mit Corouser Face stirbt er sofort. Und wenn sie mehr Kills machen, töten sie ihn auch ohne Slada. Jetzt der nächste Smoke. Diesmal von Ezraway auf Xing. Der steht da noch vor dem Roche-Spiel. Hat er nicht erwartet, dass die zurückkommen? Komisch, oder? Vielleicht war das auch so ein Knowledge-Ding, dass er da mit seinem Team zeigen wollte, jetzt machen sie Roche, aber es ist eigentlich nur schlecht für sie. Sie verlieren Roche trotzdem und ihren Support. Also ehrlich gesagt, ich glaube, da hat der Grim absolut nicht aufgepasst. Weil das war eine relativ klare Play-Option für Ezraway. Jetzt nochmal zum Roche zu smoken. Nachdem sie sehen, er wird nicht geholt. Und nachdem sie davor ja nur einen verloren hatten und noch nicht allzu viel investiert hatten, wurden eh auf falschem Fuß erwischt als alles andere. Battle-Trance war am Start und also wieder. Und Igis geht an Lu. Eigentlich nichts Großes passiert. Eigentlich hat Extreme Gaming hier im Endeffekt dann doch keinen allzu großen Erfolg feiern können. Und es war Traumszenario. Den Sniper als erstes töten wir, absolutes Traumszenario. Also sie haben keinen Chase, wenn der Slada rausgenommen wird. Und der braucht, denke ich, eine BKB und der geht auch direkt auf BKB. Sogar vor dem Chart und allem. Er muss einfach nur überleben. Jetzt ist er wieder reingesprungen, aber Angriff vereitelt. Alle von Ezraway sind bereit. Es ist auch in Igis rein, dieser Kampf. Und so geht er down. Ich meine, wenn ein Lifestealer nicht in ihm drin ist, wird es ziemlich schwierig. Der Pfand oben hat seinen Radiance gerade fertiggestellt. Armee hält echt noch gut dagegen. Spielt ein super Spiel auf seinem Lifestealer. Gefällt mir abermals richtig gut auf dem Helden. Ja, niemand weiß, was los ist. Ich wurde nicht nur dabei erwischt, wie ich meine Schule angesprayt habe. Ich kam auch in eine Zelle für eine Nacht. Das war scheiße. Ich musste voll auf Toilette, habe mich aber nicht getraut, den großen roten Knopf zu drücken. Der der Toilettenknopf war, wie ich später erfahren habe. Hat mich nicht getraut. Geile Kombo, ne, mit den doppelten Arc-Lightnings. Nicht nur Ball-Lightning, ähm, äh, Lightning-Bolt meine ich, sondern auch Arc-Lightning ist natürlich ganz nice für die Grimstroke-Ulti. Schön verteidigt. Bisher nur die Batrider geholt, aber auch des Aegis. Und jetzt muss er toll langsam aufpassen. Er wird kontrolliert in seiner Ulti, kann sich ewig nicht bewegen und ist dauernd schön gespielt von Extreme Gaming. Sau nice, ey. Mit den Phylactory-Burths. Können sie Ori aufhalten? Nein, können sie nicht. F.Y. ist einfach weitergelaufen. Das ist nicht durchs Portal. Geiles Portal prinzipiell. Nein, kriegen sie. Und es war ein Hammerkampf für Extreme Gaming. Da hat sich aber auch Ezrae weit vorgetraut. Das ist irgendwie ein sehr unkontrolliertes Spiel, ne. Ezrae mit dem Late-Game-Line-Up und erfolgreichen Manövern fühlen sich mit dem Aegis so sicher, dass sie einfach irgendwie hier sich platzieren. Nachdem der Tower noch, äh, während der Tower noch steht. Also zwischen Tier 2 und Tier 3 bei 18 Minuten, 19 Minuten ein Picknick machen. Ähm, und das war aber auch einfach geil gemacht von Extreme Gaming. Also sehr, sehr schön. Die Helden utilisiert. Der Grimstroke gefällt mir wirklich gut. Der hat mir auch schon am Roche-Pit gefallen. Es hat zwar im Endeffekt nicht geklappt, aber Grimstroke selber macht hier ein sehr gutes Gesicht. Er schwingt einen flotten Pinsel. Ja, nice, Malte. Das Portal gerade war doch schon ganz lecker. Hat ihn und seinen Carry gerettet. Okay, seinen Core, den Sniper, aber hey. Das war übrigens vor 1,5 Jahren. Ja, so lange ist es her mit dem Spray schon. Damals mit 33. Ja. Ähm, oh, so einiges zerschmetterling. Das war eine tolle Erfahrung. Radiant are scanning. Das bleibt sehr ausgeglichen, was die Werte angeht. Es gab jetzt natürlich einen Erfolg für Extreme Gaming, der es zurückgeholt hat. Davor die für Ezrae. Eges ist wieder weg. Alles abermals auf 0. Sehr, sehr knappe Kiste. Jetzt kommen wir übrigens in die Phase, wo ich sagen würde, Extreme Gaming's Lineup müsste sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Also jetzt entscheidet sich wahrscheinlich, wie sehr ihr Draft aufgeht und ob Ezrae dagegen halten kann. Sie haben die Items, die sie brauchen. Gleich zumindest. Gleich ist die BKB auf dem Slada fertig. Und dann haben sie alle Werkzeuge, die sie mit dem Lineup angestrebt haben, um im Midgame zu dominieren. Und um so Helden wie Sniper rauszunehmen und unaufhaltbar zu werden. Wir haben Lifesteer mit Armlet, Sage und Radiance. Wahrscheinlich bald Sage und Yasha. Wir haben Zeus mit seinem Manta, seinem Shard und seinem Phylactery. Also auch ein sehr gutes Timing, was das angeht. Und da ist die BKB vorm Slada fertig. Es gibt bereits einen Smoke. Mit dem war zu rechnen, weil es muss jetzt für sie losgehen. Und Ezrae kann verteidigen mit den Helden. Der Mjölni auf dem Sniper ist schon wirklich ordentlich. Also geil, dass er das Item bekommen hat für ihr Team, bevor der große Angriff erfolgt. Und Troll ist auch ziemlich fett, aber hat aber sein nächstes Item nach dem Manta noch nicht. Sondern 2000 Gold auf der Bank. Geht Eternal Shroud. Ich hätte BKB erwartet. Das ist interessant. Und sie finden nur einen Line. Das ist nicht gut. Der ist natürlich instant gestorben. Weil der Slada hat Shard und da sitzt ein Lifestealer drin. Aber es war perfekt für Ezrae. Es war gut gemacht. Also den Line durch so einen Angriff zu verlieren ist Optimum, würde ich sagen. Ihre Kors farmen fleißig weiter. Akkumulieren Gold. Und Extreme Gaming hat auch nicht so viel Zeit jetzt Objectives zu holen. Farmen lieber die gegnerischen Ancients. Nutzen die Kontrolle dahingehend. In 15 Sekunden ist der Line schon wieder da. Und was können sie dann machen? Nochmal smaken vielleicht? Natürlich hat Ezrae komplett auf dem Schirm, dass Extreme Gaming ihr Timing getroffen hat. Gerade jetzt nach dem Manöver wissen sie Bescheid. Ja, also ich finde es eine spannende Wahl. Es ist nicht schlecht, Eternal Shroud hier. Aber ich hätte eher erwartet, dass der Underlord Pipe geht. Tut er auch. Er hat gleich die Pipe. Also er hat dann Greaves und Pipe. Und dass der Troll, wie gesagt, einfach eine BKB kauft. Ist für mich schon wichtig hier. Kein Must-Buy, aber relativ wichtig. Mit Eternal Shroud wird er tanky sein. Könnt ihr aber trotzdem mir gut vorstellen, dass die Autotecks von Slada und Lifestyle ihn einfach killen. Und er halt kontrolliert wird, wisst ihr? Durch die ganzen Zauber. Sich nicht bewegen kann. Ich meine, Soulbind geht durch. Aber, ähm, Hoofstorm wäre er immun. Der Silence wäre kein Problem mehr. Slytherin Crush wäre nicht so schlimm. Auch in der Zeit natürlich kaum Schaden vom Zeus auf ihn. Ich glaube fast, der Lifestealer sollte nach dem Sension Yasha nicht Aga gehen. Ich bin aber nicht ganz sicher. Aga wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass ein Abyssel ultra geil wäre. Also ein Basher. Das ist so eine starke Item-Kombination. Bob of Corrosion mit den dreien. Und ein Embrace. Das ist einfach so nice von dem Geld, was er ausgeben hat. Er geht Aga, alles klar. Er ist halt so gut gegen Troll, dass es wahrscheinlich die richtige Wahl ist. Also ich hätte irgendwie das Gefühl, dass ein Basher hier richtig reinhauen könnte. Andererseits, du brauchst ja nicht mehr wirklich viele Bashes wegen Slada. Nur wenn du einen Festbomb machst und er hat selber Basher, dann kann sich keiner mehr bewegen. Auch nicht mit einer BKB oder irgendwas. Smanta wird ihm da helfen vielleicht, wenn er schnell ist. Jetzt ist er so ein Crash damit dodged oder so. Ui, das war ein knappes TP. Bin auch nicht sicher, ob er im AOE vom Crash war. Redet jetzt Jules der Slada. Das machen die ja meistens nach Dagger und BKB. Und Chart. Was ich ganz interessant finde, das ist glaube ich so ein Pro-Niveau-Ding. Auch wegen Wind Waker dann. Damit bist du super nervig später. Die DDD hält ja immer nur zwei Minuten. Ich weiß jetzt nicht, wann du es geschrieben hast. Aber die hat sich irgendwann dann, falls er sie nicht für den Kampf verwenden konnte, automatisch aktiviert. Jetzt der Smog von Azuray. Haben irgendwie selber mal Bock an dem Punkt. Na, ich meine sie haben den Underlord komplett fertig, ne? Damit sind sie schon richtig tanky, Greaves und Pipe. Das ist sau nice. Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich jetzt mutig fühlen. Vielleicht wollten sie auch nur irgendein Überraschungsmanöver fahren. Irgendwen auf falschem Fuß ertappen. Ich bin überrascht, dass Extreme Gaming nach dem Laien Gang nicht direkt weitergemacht haben. Es war ja klar, dass sie kämpfen wollen. Haben sie da auch probiert. Hat nicht so ganz geklappt. Und dann wurde es ruhiger. Vielleicht haben sie auch keinen weiteren Winkel bekommen. Jetzt sind sie wieder mit so einem Vorhaben unterwegs. Wollen es wieder wissen. Azuray ist gerade noch weit entfernt. Aber TPs kommen schon. Das ist eigentlich ein Traum-Szenario für Extreme Gaming. Was Azuray jetzt selber angreifen. Weil dadurch können sie suchen und finden. Ist wieder nur ein Support. Und der Rest rennt ganz schnell. Wie schnell die immer sterben, ne? Also es war wieder nur ein Support, Leute. Alles nicht so spannend. Und Extreme Gaming kriegt ihr Timing noch nicht umgesetzt. Sie bleiben noch eine ganze Weile stark. So ist es nicht. Die können hier noch eine ganze lange Zeit mithalten. Aber irgendwann wird es kompliziert. Also Sniper geht jetzt noch Aga. Ich hätte fast erwartet, dass er das nicht mehr macht. Dass er jetzt nicht noch solchen Kram holt. Sondern dass er wirklich, weiß ich nicht, reine Physical DPS-Items besorgt. Wird sich zeigen, wie sehr sich das Aga auszahlt. Ich vermute, dass es eine sehr legitime Wahl gewesen wäre. Jetzt Standard Oldschool Sniper zu spielen. Und nicht Aga zu holen. Aber er will halt Kanda, ne? Und Aga Kanda wird dann schon noch sehr nervig im Late. Ist auch gut zum Verteidigen. Azuray zieht sich weiter zurück. Tanzt Extreme so ein bisschen davon. Und Extreme hat so eine Power. Aber kriegt sie nicht ganz umgesetzt. Jetzt der Smoke von Azuray. Roche wäre auch ein gefundenes Fressen. Für den Slada. Davor wollen sie bestimmt aber einen Kill machen. Roche gerade oben. Deshalb auch beide Teams unterwegs. Der Smoke von Azuray sieht ganz okay aus. Wird nicht aufgedeckt. Sie lagern. Cross-A-Pace auf den Falschen. Lassen sich baiten von der Illu. Jetzt gibt es die Sniper. Assassinate. Und Lasso-Kombination. Slada kommt nicht mehr raus. Und sie haben ihn. Aber er stirbt nicht durch den Fest. Die Heilung von Arming. Jetzt ist er drin. Jetzt zerreißt er den Line. Ist voll dran. Tankiness, die Underlord liefert. Reicht nicht aus. Auch die Batrider wird sterben. Starkes Inkswail. Stunt alle. Und Armee dreht den Kampf komplett. Blum musste wohl Ulti machen. Deshalb brennt er in die Reihen. Steht ganz alleine. Wird auf jeden Fall sterben. Das ist nicht nur ein gewonnener Kampf. Sondern auch fast garantiert. Roche für Extreme Gaming. Nice ey. Was für ein Heal. Das sah richtig schlecht aus. Aber im Endeffekt haben sie es geschafft. Azuray in den Kampf zu baiten. Und das wollen sie ja. Sie wollen kämpfen. Ihr Line-Up ist jetzt gerade unglaublich stark in Teamfights. Und wenn der Slada schneller stirbt, könnte das Ganze kippen. Aber ist er nicht. Ganz im Gegenteil. Er wurde gerettet von Armee und hat Jules rausbekommen. Warum ist die Kamera nicht wieder normal? Mach sie normal. Bitte. Tja. Genau was Extreme Gaming eine ganze Weile suchen musste, haben sie jetzt endlich gefunden. Aegis wird an den Lifestealer gehen. Und Armee spielt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, eine echt geile Runde. Also der Lifestealer funktioniert so gut für sie. Slada funktioniert zwar nicht so perfekt. Wird öfters mal leicht outplayed, habe ich den Eindruck. Aber ist egal. Er ist trotzdem ein Slada. Und diese Jumps haben jetzt schon mehrfach Leute gefällt. Und seine Frontline wird immer schwerer aufzuhalten. Bald hat er noch Aghanims. Da hat er Statusresistenz. Und eine Riesenpfütze, in der er sich die ganze Zeit bewegt. Und ja. Jetzt gerade war ja Jules schon sehr praktisch. BKB, Degas. Es ist einfach, es ist perfekt. Ist perfekt. Es geht sehr, sehr gut auf alles. Ja, scaled gut, Max. Aber Troll und Sniper scalen einfach härter. Nicht, dass Extreme gar nicht gewinnen kann. Gerade wenn sie mehr Gold und XP haben im Late. Dann könnte er, ähm, könnten sie es schon schaffen. Mit Toys, Lifestealer und Slada haben sie kein schlechtes Late. Dann haben sie noch Natural Order dazu. Und vielleicht Aga of Grimm. Aber Azuray's Late Game ist auf dem Papier bei gleichem Gold und gleichem XP stärker. Weil der Troll und der Sniper zusammen mit Natural Order die auscarrying sollten. Äh, lasst du es auch nicht schlecht. Haha, ganz genau, Jug Sharks. Ne, sowas funktioniert nicht mehr, weil Fortifies zu stark sind. Nächster kleiner Support Kill. Du siehst es auch in-game. Sie spielen das ja deshalb so. Azuray versucht, Kämpfe eher defensiv zu nehmen oder sie zu umlaufen und Farmen zu generieren. Und Extreme Gaming probiert immer wieder Ganks, Smokes und so weiter. Oder Azuray rauszubeten. Beim Rosh Pit haben sie es geschafft, Azuray vorzugaukeln, dass der Slada ein gefundenes Fressen ist. Für mich sah das auch gut aus. Ich wäre auch auf den gesprungen. Stark aufgehalten da. Slada hat den Portal-Versuch vereitelt und damit kriegen sie den Sniper. Der erste richtig wertvolle Gank-Kill, der ihnen hier gelingt. Und das Spiel ist am Rollen in Richtung Extreme Gaming. Ihr Line-Up snowballed seit einigen Minuten. Und eine Weile hat Azuray gut dagegen gehalten. In der Laning Stage sowieso noch. Danach auch. Sie haben sie sogar einmal richtig gut zurückgeschlagen auf der Bot-Lane. Aber seit das bei Rosh vereitelt wurde. Und vor allem danach der große Kampf, wo dann Extreme Gaming den Rosh bekommen haben. Sieht es nicht mehr so gut aus. Ehrlich gesagt, die erste Rosh-Aktion war noch ganz okay für Azuray. Da sah es auch noch so aus, als würden sie schön mithalten können. Sie haben ja Aegis im Endeffekt sogar bekommen. Aber beim zweiten Rosh ist es dann richtig gekippt. Das war der Teamfight, den Extreme einfach gebraucht hat. Und auf Grundlage dessen haben sie jetzt noch mehr Kills gemacht. Noch mehr Gold, noch mehr XP. Wir sind bei 31 Minuten. Das Timing ist noch in Ordnung für Extreme Gaming. Es ist aber auch noch nicht eine Schachmatsituation für Azuray. Sie haben noch zwei äußere Tower. Aegis ist in zwei Minuten ausgelaufen. Und ja, der Sniper ist jetzt mal erwischt worden. Aber er hat immer noch einige Items. Er ist ein bisschen hinter den anderen mittlerweile. Aber es ist genug, um gefährlich zu sein. Und Troll geht sowieso recht gut. Geht Nullify als nächstes. Interessante Wahl, habe ich auch nicht mitgerechnet. Hat aber seine BKB. Die BKB hatte ich ja erwartet. Wollte er ja nicht was anderes kaufen? Hat er wohl verworfen, die Idee, was anderes zu besorgen. BKB, richtige Entscheidung. Extreme Gaming kriegen die ganze Zeit Kills. Links und rechts schnappt der Slada sich seine Opfer. Und der Zeus hat Octa-Core und sogar noch mehr. Refresher Orb, Alter, ey. Wie viel Farm hat eigentlich der Zeus? Das kannst du ja nicht ausdenken. Octa-Core Refresher Orb, fertig. Inx-Wel wird ihn nicht treffen. Aber Xing steht dran. Beindet ihn, damit keiner an den Troll rand kann, um ihm zu helfen. Dann würde sich die Kette verbinden. Trotzdem hält Lut ziemlich lang aus. Und steckt jetzt mal selber ordentlich zu. Zack, zack, zack. Elder Titan schon mal weg. Aura fehlt jetzt. Arme ist in der Nähe. Luke keine Ulti mehr. Uri hittet, hittet, hittet. Macht guten Schaden in Fest. Er hat Aghanims. Armer Troll, armer, armer Troll. Jetzt noch mit XXS. Aber er heilt sich. Er kriegt Ulti raus. Und BKB schlägt komplett drauf. Sie drehen es gerade so. Boah, das ist ein knappes Ding. Aber der Troll hat jetzt nichts mehr. Er hat keine Option mehr. Er wird hier down gehen. Aber nicht, bevor er den Slada töten kann. Also immerhin das. Und immer noch Uri am Zuschlagen. Kommt Arme ran, kommt Arme ran, kommt Arme ran. Nein, er verliert sein Aegis. Und Uri steht da oben. Kriegt noch ein Assassinate auf den Zeus raus. Reicht nicht für den Kill. Der untere Kampf läuft ziemlich gut für Extreme Gaming. Und natürlich muss Uri jetzt vor Arme wegrennen. Das heißt, im Endeffekt gewinnt Extreme Gaming den Kampf. Aber mit Ach und Krach. Und niemals ohne Aegis. Aber es ist egal. Weil sie hat ein Aegis. Und dadurch ist das Ding durch. 4 zu 1. Riesending. Nochmal ein ganz deutlich gewonnener Kampf. Aber echt gute Gegenwehr von Izovan. Hat man gut gesehen, ne? Wie es langsam ein bisschen schwerer für sie wird. Mit der Troll, mit der BKB, mit der Ulti. Mit dem Satanic vor allem auch. Wo er sich nochmal gegengehalten hat am Ende. Zusammen mit BKB und Ulti alles rausbekommen. War eine harte Nuss. Und der Sniper stand eine ganze Weile. Kahn zum Zuschlagen. Ich bin relativ sicher, dass hier was anderes als Acker besser gewesen wäre. Einfach für den Damage Output. Aber sie haben den Zeus knapp überleben lassen. Der ist nicht ganz gestorben. Das ist halt auch schon ziemlich fett. Sind so kleine Nuancen gewesen. Sonst hätte es vielleicht kippen können. Und vielleicht hätte Azuray den Kampf gewonnen. Und so sahen die davor nicht aus, die Kämpfe. Also das war schon ein bisschen schwieriger für sie. Und ohne Aegis hätte es nicht geklappt. Aber das ist diese Timing-Sache. Das ist dieser Schneeball-Effekt. Das ist ja Ziel ihres Lineups. Sie hatten das Aegis. Sie hatten davor schon die Vorteile. Sie hatten den Gold, den XP-Vorteil. Und auf Grundlage dessen gewinnen sie den Kampf dann auch. Mit dem Lineup. Selbst wenn Azurays Cores ein bisschen stärker gehen werden. Und ein bisschen mehr Gen-Late-Game tendieren. Und jetzt ist die Differenz nochmal größer. Ja, die Zeit ist natürlich ein paar Minuten vorangeschritten. Aber die Differenz an Gold und XP ist nochmal deutlich gewachsen. Und ihre Vorteile damit ebenso. Immerhin geht der Tormenter an Azuray. Also da kriegen sie einen Chart für die Batrider. Ganz nett. Ganz nett. Aber mehr auch nicht. Jetzt ist es raus. Du Armer. Hey Leute, schreibt Henry Bot. Ich glaube da läuft was zwischen Henry und Malte Schwert. Oh, jetzt wissen sie es alle. Malte, er hat es verraten. Du kannst dich outen, Malte. Ist heute kein Gönjamin, ne. Gute Handspielung ja gestern. Ja, ist heute auf Krawall gebürstet, der Gude. Aber vielleicht nicht mehr Moppel. Moppel mag er eigentlich meistens ganz gern. Oh, seht ihr den Gang? Das wird richtig gefährlich für den Troll. Seht ihr? Ich wusste bei Moppel. Ist er nett. Ah, Ulti deckt ihn auf. Perfekt gemacht. Er kriegt die BKW zwar raus. Er hat auch noch Manta und Satanic. Er probiert es mit Manta und TP. Ist alles egal. Ist alles egal. Wenn er so erwischt wird, du kommst von dem Line-Up nicht weg. Nicht, wenn der Star da an dir dran steht. Und du Groser-Faced bist. Tja, 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 tja. Scheint mir, als würde Extreme Gaming hier gut durchkommen mit ihrem Mojo. Also da haben sie ja ihren Draft auch gefunden. Das spielen sie ziemlich gern und ziemlich erfolgreich. Und über den Turniervorlauf wurde das ordentlich für sie kalibriert. Was jetzt hier verfeinert, perfektioniert, aufs Parkett gezaubert wird. Und Ezra kommt noch nicht dagegen an. Sie haben noch mindestens einen Versuch mehr. Ähm, die Serie zurück in ihre Richtung zu bewegen. Wenn wir jetzt mal schauen, ob sie den TR3 verteidigen können. Der Troll ist in 40 Sekunden wieder da. Extreme weiß nicht, dass er keinen Buyback hat. Sind eher vorsichtig, habe ich den Eindruck. Ihr Highgorn-Push ist gar nicht so gut. Also Extrems-Push ist moderat. Nennen wir es mal so. Und die Highgorn-Verteidigung von Ezra ist sehr, sehr solide. Also selbst wenn es so weiter geht, kann es sein, dass Ezra noch eine Weile durchhalten. Aber wenn der nächste Roche fällt, wenn Extreme Gaming einen Lifestealer mit einem Aegis vorne stehen hat. Dann könnte es auch gut sein, dass sie den Highgorn geknackt bekommen. Je nachdem, wie es da vor so läuft. Hm. Immerhin ist der Sniper jetzt auf dem Weg zum Kanda. Hat schon den kleinen Crit mit Mjöln hier zusammen. Also nochmal ganz gut eine Improvisation, was den Output seines Schadens angeht. Und mit der Kanda natürlich auch nochmal eine deutlich stärkere Ulti zur Verfügung. Troll hat er eh. Troll hat er eh, Leute, ne? Der ist eh noch immer solide betucht, auch wenn er jetzt gerade gestorben ist. Also die Item-Kombination macht ihn nicht schwach. Die Eternal Shroud hatte er nämlich geplant vor der BKB. Gut, dass er es umgedreht hatte, auch wenn es im Endeffekt nicht genug war. Die BKB war schon echt wichtig. Und Underlord geht Shivas. Denke ist auch ziemlich nice hier, die Wahl. Auch wenn ihr eigener Magic-Damage nicht so groß ist mit Assassinate, sollte es ganz gut synergieren. Ah, da gibt es jetzt einen Angriff auf Slada. Wieder Lasso, aber er musste doch wissen, dass da der Lifestealer drin ist. Also die Bat klappt gar nicht, muss man auch mal sagen. Die Batrider hat sich für Ezrae als Fehler herausgestellt. Och, das Jules nach dem Legger XXS mit den Plays. Und der Arme steht dran. Unaufhaltsam. Dieser Lifestealer ist einfach nicht mehr zu schlagen, habe ich den Eindruck. Ihm ist nicht mehr beizukommen. Er hat Statusresistenz. Er hat Evasion. Er hat Damage. Er hat Abyssel. Mann ist der schlau. Er hat tatsächlich das Abyssel jetzt noch geholt nach dem Arganem. So, es ist schon fertig. Dear Lord. Get me out. Sind die gut. Sie kriegen vor der Base den Sniper. Die Batrider war eine Sache, aber sie kriegen den Sniper vor der Base. Der, der für die Verteidigung zuständig ist. Wisst ihr? Immer noch durch Squeep-Equilibrium nicht in der Lage, die Tier 3s einzureißen. Aber ein bisschen Spaß in der Gegner Base hatten sie schon mal. Haben sich eingefunden. Das ist wie so ein erster Hausbesuch gewesen. Jetzt überlegen sie sich, ob sie einziehen wollen. Und ich glaube, es hat ihnen gefallen da. Allerdings, Max. Das ist eine krass gute Kombination. Den Lifestealer hätten sie wahrscheinlich wirklich nicht durchlassen sollen. Für den Last Pick. Vor allem, weil Extreme Gaming den auch so komfortabel spielen. Also, Arme mag den gerne. Ah, nicht getroffen. Die Ulti. Da geht es gleichzeitig auch voll ab. Oh, das ist aber ziemlich stark. Aber XXS lässt sich trotzdem nicht aufhalten. Er hat die Statusresistenz und er hat vor allem den Wind Waker. Der ist da noch lange nicht tot. Jetzt geht er raus. Gott, der leift einfach so tief alleine rein, ne? Haut die alle zu Brei und geht entspannt zurück. Das ist so stark. Double Kill für ihn. Belohnt sich mit Bachs Leben. Anstatt dem Lifestealer das Gold zu lassen, gönnt er sich da einfach. Auch berechtigterweise. Das war primär seine Aktion. Ja, mittlerweile schon, Maxi. Das ist erforderlich. Hat er gerade dreimal Open Moons gemacht? Oder er hat es wahrscheinlich zweimal angetäuscht und abgebrochen, oder? Sie belagern. Sie könnten Roche machen. Das würde ungefähr drei Sekunden dauern. Also ich wäre der Meinung, man sollte jetzt nach unten gehen und Roche machen. Und dann einfach High Ground gehen mit dem Lifestealer und sehen nichts, was Izeray da noch machen kann. Die Differenzen sind zu groß an Gold und XP. Sie haben einfach einen zu krassen Item-Vorteil. Immer wieder erwischen sie irgendwelche Supports. Scheinbar muss man gar nicht Roche machen. Ja, also der Zeus hat auch so viel. Die haben alle so viel. Die drei Chores sind reich. Absolut reich. Und bei Izeray müssten sie wenigstens Skanda kriegen für die Verteidigung. Und ich glaube, selbst das wird nicht mehr erreicht. Ich glaube, selbst Skanda kriegt Sniper nicht mehr zusammen. Jetzt geht's zum Roche-Pit. Mal gucken, wie schnell der stirbt. Ah, ist gerade kein Corousal Face drauf, weil er es mit Crush macht. Linken ist es nicht geprockt. Nicht ganz so schnell, wie ich dachte. Wir sind jetzt gerade aber auch nur zu dritt. Jetzt kommt noch die Natural Order. Er stirbt schon relativ schnell. Aber ich dachte, es geht noch schneller. Leibstiler ja auch nicht der allerkrasseste an Roche-Pit. Infest funktioniert nicht mit Roche. Aber warte mal, nicht Infest. Das heißt anders. Das ist seine Ulti Infest. Hier, Ghoul Frenzy. Das ist es gar nicht. Das hier. Feast, meine ich. Feast funktioniert nicht mit den Roche-HP. Sonst wäre es natürlich total übertrieben. Ah, ach, das wusste ich gar nicht, Hadriax. Das überträgt sich. Das war doch früher nicht so, als er es im normalen Spell-Kit hatte, oder? Der Opfer jetzt. Wenn das Ziel 500 Schaden erleidet, eitern die Wunden und befallen einen zufälligen weiteren Gegner im Umkreis. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja geil. War das schon früher so? Das mit dem Eitern ist natürlich ganz besonders eklig. Damals nicht, ne? Ne, wenn es 500 Schaden nimmt, scheinbar einfach. Was ja sehr schnell geht mit Lifestyle-Autotex. Kann auch nochmal gucken. Stand da der AOE? In 700? Das ist voll groß, der AOE. Damit triffst du immer irgendwen in einem Kampf. Wow. Kann das dann mehr als einmal eitern? Also wenn du 1000 Schaden an dem Open Wounds Ziel machst in der Zeit? Open woundest du dann 2 im 700 AOE? Das muss man auch wissen, Hadriax. Das ist sehr wichtig. Gerade du als Zuschauer. So, da ist es. Oh Gott, was? Oh no. Ich wollte gerade sagen, da ist es. Da ist der große Push. Mal sehen, was der Sniper machen kann. Das war original, was ich sagen wollte. Wie ist denn der jetzt gestorben? Doppelnimbus? Doppel-Sundergods? Ne, oder? Da wird er gepinkt. Ha! Ey, Junge! Alter! Okay, das ist ja einfach nur eine Frechheit. Jetzt muss er natürlich beibecken. Was ist denn mit Extreme Gaming los? Das war ja... Okay. So viel zum Haigond. So kann man es auch lösen. Also Tower fällt. Sniper bybacked. Und sie gehen einfach und denken, das hat auch Spaß gemacht. Dota-Doktor. Weiß ich nicht, Kevin. Ich glaube, ich erinnere mich gerade nicht an. Manchmal hat sie mir auch schon ganz gut gefallen. Weiß ich, ob sie dann gewonnen hat. Ein Knast, Budi. Ja, ja, ey. Hardrax und ich haben dich heute beide enttäuschen müssen. Manchmal ist es so. Und man wird den Ansprüchen nicht gerecht. Stimmt, die dunkle Version, ein Vampirhörnchen. Knapp überlebt. Line zeigt dem Sniper, wie es geht. Ja, ist schon stark gespielt von Extreme. Seit sie einen Vorteil rausgespielt hatten mit dem einen erfolgreichen Kampf am Roche Pit, haben sie sich den überhaupt nicht mehr nehmen lassen. Nicht geschwächelt, keine Missplays gemacht, gute Gangs gestartet und dann auch noch so tolle individuelle Aktionen, wie gerade gegen den Sniper. Wurde ja sogar davor noch von Elderteiten aufgedeckt. Also streng genommen war es eine Zweimann-Aktion. Oh, Ori, Vorsicht! 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 No! Oh, das machen sie aber auch einfach gut, ne? Mit der Geduld und dann dem Ghost, der den Highground ausspäht. Einfach so gut gemacht. GG, Leute! Ori, spricht mich nach. Da geht nichts mehr. Da geht gar nichts mehr. Ich glaube, es war wirklich ein Fehler, hier Aghanims zu gehen. Äh, aber... Selbst mit einem anderen Item-Build. Wenn sie ihn so erwischen, dann erwischen sie ihn so. Er hätte halt eine BKB und eine Grenade gebraucht, ne? Solches Zeug. Puh! Starke Performance von Extreme Gaming. Und das freut mich richtig, weil wir gehen einen Schritt weiter in die richtige Richtung. Nämlich Extreme Gaming gegen Falcons im Grand Final. Gleich gehen wir in den nächsten Draft, bevor wir dann unsere 10 Minuten Pause haben. Wird aber noch kurz dauern. Ein paar Minütchen, dann schauen wir rein. Ja, Granate hat er ja jetzt, ja. Aber hat er auch relativ spät geholt, oder? Ich glaube, er hatte sie am Anfang nicht. Die Güm hat, äh... Fast so viel mehr, zum Beispiel der Sniperman. Ne, ja, das war ja dann gar nichts mehr. Die konnten nicht mehr aus der Base, die konnten nicht mehr farmen. Alles wurde getötet. Die Bat hat nicht funktioniert. Und die High Gorn war nie in der Lage, das zu spielen, was er eigentlich spielen will. Das war nie eine klassische Verteidigung. Die hat Extreme Gaming gar nicht zugelassen. Eine klassische Verteidigung wäre... Underlord spammt Firestorm. Sniper steht hinten und hittet. Und sobald die Gegner ein bisschen zu weit drinbleiben oder einer nicht aufpasst, wird er rausgelassert und in die Base gezogen. Und das ist alles nicht passiert. E.T. Geist senkt die Magieresistenz runter und Zeus kommt mit dem Global Burst an. Ja. Ist saustark. Elder Titan, äh, in dem Line-Up war krank. Ähm, scheinbar. Ich fand's halt erst so mit Natural Order und den Autotecks von Zeus nicht so nice. Aber er senkt ja auch Magieresistenz. Das heißt, äh, eigentlich... Ist es schon nicht schlecht. Hm. Ja, es ist Bonus-Schaden. Nicht Magieresistenz-Senkung. Ich hab nochmal geguckt. Ich war mir nicht sicher, wie rum das funktioniert hat. Aber ist ja egal. Es klappt dann trotzdem. Dieser Part klappt auch mit Magic-Damage. Ähm. Oder? Warte mal. Scheine. Reduziert ihr mal? Ah, ne, es ist Magieresistenz-Reduzierung. Ne, das hatte ich falsch im Kopf. Ich dachte, es erhöht den Damage. Oder es sinkt, es sorgt dafür, dass Gegner mehr Schaden nehmen, so rum. Aber Natural Order, die ja mit Astro Spirit verteilt wird, ähm, senkt tatsächlich auch die Grund-Magieresistenz. Das heißt, es ist total gut mit Zeus. Das hab ich einfach im Draft falsch gesagt. Es ist sehr gut mit den Autotecks. Es reduziert nicht nur die Grundrüstung, sondern auch die Grund-Magieresistenz. Ähm, irgendwie dachte ich, das würde ein bisschen anders sein. Aber es ist ja so intuitiver, weil beides die Basic-Stats sind. Ja, ultra krank. Ultra krank. Aber das war's nicht nur. Also klar haben sie da diesen, diesen Damage-Amp. Das ist sehr, sehr nice. Aber es, ich hab das Gefühl, es war auch einfach dann echt gut exekutiert am Ende. Ähm, und von Azuray ein bisschen kopflos gespielt, wisst ihr? So ein bisschen, die Bat hat immer Sachen probiert, die ich gar nicht verstanden hab. Äh, ist irgendwo rein, hat irgendeinen Slada gelastet oder so. Das war nicht so edel. Und, ähm, der Sniper, da hat mir das Item-Bild hier nicht so richtig gefallen, wo er so einen geilen Start hatte. Ist ja ganz gut, dass er öfters mal verliert. Dann sieht ein Haier hier nicht in seinen Pubs. Sniper-First-Pick, Leute. Azuray wieder direkt den gleichen Helden gepickt. Vielleicht genau der Gedanke, ey, das kann auch besser funktionieren. Wir versuchen's nochmal. Un-Extreme-Gaming antwortet wieder mit ihrem Zeus. Also wir haben das gleiche Match-Up in der Mitte. Bisschen langweilig. Ah, hat er ja schon so früh. Das hab ich nicht gecheckt, Jacks. Okay, okay. Ich mein, ist auch eigentlich klar, weil Sniper kauft sehr früh Shard. Ähm, gerade wenn er keine Pike geht. Aber selbst dann, in der Regel. Trotzdem, ähm, glaube ich, das ändert nix daran, dass sein Item-Bild hier nicht funktioniert hat. Agar Nims war einfach falsch. Er hat ne BKB oder mehr Damage mit Auto-Attacks gebraucht. Und eigentlich bin ich Fan davon. Eigentlich find ich Agar Kanda sehr nice. Und man kann das in vielen Spielen sehr gut spielen. Das ist auch grad sein Standard-Item-Bild. Hapune sieht man nicht mehr oft. Am Anfang, als sie neu war, war das Item beliebter. Ja, es stimmt. Mion-Line ist irgendwie nicht mehr... Ich glaub, es liegt auch ein bisschen an den Helden, die grad gespielt werden. Und Hapune wurde, glaub ich, auch ein bisschen genervt. Hm. Es ist halt so ne Sache. Dieser Assassinate-Kombo ist geil, wenn du ein bisschen Zeit hast, wenn du poken kannst. Wenn du, äh, lange Kämpfe hast, wo du hinten stehst. Aber das Line-Up von Extreme Gaming ist vorne reingesprungen. Und Assassinate bringt nix gegen nen Rage, äh, Lifestealer. Und nen BKB-Sladder. Die einfach vorne die Frontline klar machen und auf dich zu rasen. Okay, der Willow. Die erste kleine Änderung zum letzten Mal. Gab's situative Buns? Nein. Azuray bunnt wie bisher, nur haben sie jetzt den Grimstroke gebannt. Der war auch echt stark. Der Grimstroke hat richtig gut funktioniert. Aber ja, den haben sie jetzt gebannt in der zweiten Phase, deshalb. Das ist das Einzige, was ich sehe, was reagiert. Äh. Aufs letzte Spiel. Extreme Gaming passt da gar nix an. Die waren ja auch zufrieden. Lief ja. 5 Sekunden remaining. Ich glaube, was nicht passieren wird, ist, dass sie ihren Lifestealer und ihren Slada jetzt einfach durchbekommen. Im späteren Spiel. Und auch was interessant wäre, wäre Underlord zu bannen. Ach, Elder Titan hat Azuray rausgehauen. Ähm. Weil das, den meinte ich auch nicht Underlord, sondern Elder Titan. Ich hab grad sowas, ich hab grad sagen wollen, eigentlich, wäre interessant, ob Azuray Elder Titan noch kickt. Aber der ist schon von ihnen weggenommen worden in der ersten Bannphase. Und das ist auch richtig so. Weil diese Aura und diese Storms und auch die Vision, die er auf dem Highground geliefert haben, waren so nice. Und sie picken selber Slada. Slada war einer der ganz großen Winner von letztem Match. Der hat zusammen mit dem Armee-Lifestealer alles zerrissen. Und das, obwohl er eine ganze Weile aufgehalten wurde und schwach war. Also, den jetzt selber zu picken, total verständlich. Techies, beliebter Support. Und der geht auch gut mit Slada. Und auch nicht schlecht mit Sniper, finde ich. Also, die drei zusammen sehen schon mal echt gut aus für Azuray, meiner Meinung nach. Und Zeus ist immer ein bisschen Hit or Miss. Der kann schon sehr, sehr stark sein, wie gerade. Aber manchmal geht er auch ziemlich unter. Und dann hat er so ein Hybrid-Bild. Kann weder ran zum Auto-Tacken. Gerade gegen Slada wird es schwer, ranzukommen. Und zuzuschlagen, ohne selber in Gefahr zu laufen, zu sterben. Und hat natürlich auch, aber durch Shard und Manta ein bisschen weniger Investitionen in Magic-Damage. Letztes Mal war so ein Sonderfall. Nicht nur, dass Elder Titan ihn unterstützt hat, sondern er hatte eben auch einfach unglaublich viel Farm durch Manta und Shard generiert, weil sie so viel Space auf der Map hatten. Dann hatte er Octa-Korshi was. Und auch wenn er das Manta am Ende nicht mehr wirklich gebraucht hat, weil er nur noch Space benutzt hat im Hintergrund, um das Spiel zu gewinnen, war es dann genug. Ich schlafe halt nicht. Ich habe mich nur zurückgelehnt. Alles gut. Surprise-Support-Sniper. Hey! Überraschungseffekt. Ah, ihr hattet auch schon E.T. erwähnt. Ja, ich habe ihn erst übersehen. Phönix. Xtreme wandelt also langsam was ab. Müssen sie ja auch. Slada fehlt jetzt. Oh, glaubt ihr an Klings? Glaubt ihr, der Klings kommt gleich? Also ich denke, Armee kriegt den Last Pick hier. Ich kann es mir wirklich vorstellen, wie XG, also Xtreme Gaming, vom Stuhl fallen. Alle, weil es ein Support-Sniper wird. Ja, ja. Oh mein Gott! Das ist ja genial. Und jetzt gewinnen wir. Oh! Nichts gesagt. Armies Held kommt jetzt. Eine Naga. Okay, der Gedanke ist garantiert, wir brauchen jetzt diesen spezifischen Hard Carry in dem Spiel, um dem, was Azuray gedraftet hat, beizukommen. Und wir riskieren nicht, dass sie die Naga bannen. So verstehe ich das zumindest. Und ja, Lifestealer-Slada-Kombination bei Azuray. Sie machen, gegen was sie verloren haben. Und warum nicht? Es war doch schon so gut zuvor. Und vor allen Dingen, sie paaren es mit ihrem Sniper. Das heißt, sie skalieren sehr krass in Slate. Und haben aber ein bisschen weniger Mid-Game-Power, um den Lifestealer und den Slada zu unterstützen. Und außerdem spielen die ein bisschen aneinander vorbei. Slada und Lifestealer rennen sehr weit vorne rein. Also verfolgen und jagen und kämpfen. Und Sniper geht eher nach hinten und probiert hinten zu stehen und beschützt zu werden und so. Kriegen die schon alles koordiniert. Aber interessanter Aspekt. Ich glaube, die Kombination habe ich noch nicht gesehen bisher. Lifestealer, Slada und Sniper. Aber corrosive-Face-Ziele werden von Sniper auch zerschmolzen wie nix. Also da ist so ein Held wie Naga tatsächlich recht gut geeignet gegen. Weil sie hat Illus. Der ganze Single-Target-Damage ist nicht ganz so gefährlich für sie. Und sie hat sehr, sehr, sehr viel Rüstung. Und sehr viel Rüstung ist praktisch gegen das, was Azuray bisher besitzt. Aber kann natürlich von Blastoff gestunt werden. Kann von Schrapnell genervt werden. Kann von Shard von Slada auseinandergenommen werden. Und ja, wird wahrscheinlich gute Songs landen müssen. Der Lifestealer mit Rage kann sich dann noch weiter bewegen sogar in dem Song. Wenn er diese davor aktiviert. Ja, vielleicht kocht sie irgendwann Aga. Ist noch Aga dieses Ding, dass sie dann Lifestealer netzen kann in der Rage? Das müsste doch gehen mit dem Aga. Es wird sicher ein Mitte-Sniper, ja. Mitte gegen Zeus. Nagas Song Supernova ist aber nicht so krass, oder? Oft benutzt du Song eher defensiv, wenn du einen Kampf resetten möchtest. Oder, okay, manchmal als Initiate. Ja gut, doch. Manchmal als Initiate, dann geht die rein, macht Song. Das habe ich auch schon gesehen. Dann kommt Phoenix Dive, Ei auf den Kopf. Aber das Ding ist auch, die Leute kriegen halt keinen Schaden von der Supernova dann. Sondern nur der Stun von der Supernova kommt durch. Weil du willst die ja nicht aufwecken, während das Ei noch brennt. Du kannst sie vielleicht ein bisschen früher aufwecken, je nach Situation. Dass sie dann nicht mehr wirklich aus dem AOE kommen. Und dann gibt es noch eine Bramble Mace, die da runtergelegt werden kann. Also es gibt da schon Synergie-Potenzial. Aber so geil finde ich es jetzt nicht, glaube ich. Leichtzieler Hard Support. Jetzt kommt es, ja, ja. Große Überraschung hin. Keine Ahnung, Maxi. Ist noch das Aga bei Naga. Ich meine, hier wäre das Aga ja gut. Wenn nicht hier, wann dann, ne? Aga von Naga gibt ihr zwei Fähigkeiten. Einmal, dass ihr Netz durch Spell Immunity geht. Und die zweite ist, dass ihr irgendwie den Gegner ranziehen könnt oder so. Was eigentlich irrelevant ist. Man macht das vor allem für erstere Mechanik. Gegen Lifestealer ist das schon geil. Also ein langer Route, der ein Lifestealer durch in Rage festhalten kann. Könnte vielleicht einer der Hauptgründe sein, warum sie Naga gepickt haben. Dass sie denken, die farmen sich erstmal ordentlich einen hoch. Und dann gibt es das Aga Nims. Mal sehen. Mal sehen. Oh, Gyro. Das ist ein Support-Gyro. Wenn Extreme gute Teamfights findet, könnten sie hier durchkommen. Aber ich denke, das könnte ein Abhilfettel werden. Jetzt noch ein Spiritbreaker. Der ändert vieles noch für Extreme. Ich wollte dir gerade zustimmen, aber ich muss mal den SB überdenken. Was haltet ihr denn von dem SB? Aber der geht auch in diese Richtung. Der kann schon klappen. Der kann den Sniper halt theoretisch erwischen. Während Stardar und Lifestealer vorne kämpfen und abgelenkt sind. Aber ich weiß auch nicht. Also so richtig bin ich nicht überzeugt von Extreme Gaming hier. Und As-A-Ways-Line-Up sieht sehr, sehr stark aus. Das war da eins, ne? Weser wäre es, wenn der nicht gebannt wäre. Ja, das stimmt. Weser wäre gut. Also SB ist schon ein sehr spezifischer, nennen wir es mal kreativer Pick. Ja, Musik an. Ja, was sagt ihr dazu? Was war euer Eindruck? 1-1 oder was? Ich meine, erstmal muss ja As-A-Way zeigen, dass sie das genauso gut spielen können wie Extreme Gaming. Was wir gerade gesehen haben. Aber ich finde es schon echt geil, was sie da gedraftet haben. Auch der Gyro-Support ist doch hier ziemlich gut. Calldown ist nervig für Extreme Gaming. Sie haben auf jeden Fall genug für Supernova mit Sniper und Lifestealer. Und sogar Slada noch oben drauf. Also. Denke auch, Max. Wussten sie nicht. Aber können sie nicht, oder Jacksharks? Kann man frühes Mid-Game gegen das Line-Up dominieren mit dem, was sie haben? Sehe ich irgendwie nicht so richtig. Vielleicht. Vielleicht, wenn der Spirit-Waker echt ausrastet. Vielleicht, wenn er viel gefarmt hat. Und dann mit, ähm, Bulldoze und Ulti immer wieder den Sniper rausnimmt. Aber was haben sie für Follow-Up? Gar nichts. Also, das ist auch so eine Sache. Der SB geht irgendwo rein. Da ist kein Lifestealer drin. Der ist im anderen Team. Es gibt niemanden, der hinterherhüpfen kann. Vielleicht mal ein Phönix, der da reinlifft. Aber das ist... Das hat nicht den Schmackes, den ich mir wünschen würde für so eine Combo-Plays. Vielleicht soll er auch den Sniper nur immer rausnehmen in den Team-Fights oder so. Aber ich sehe es nicht so richtig. Ich sehe auch nicht, wie der jetzt synergieren soll. Ähm... Hm. Hm. Was? Der SB? Der SB ist gegen den Sniper ganz gut. Ja, hatte ich ja gerade schon drüber geredet. Schon. Aber der ist ja dann auch ganz alleine da vorne. Zeus-Follow-Up. Du meinst Global? Also nicht, dass er hinterherkommt physisch, sondern dass er einen Nimbus setzt und eine Ulti. Ja. Stimmt schon. Vielleicht ist es genug. Aber ich glaube nicht, dass es genug ist. Einen Pango und eine Viper. Bah. Willow-Betlam kann darauf gemacht werden. Stimmt. Das ist richtig. Bedlam können sie drauf machen. Das wäre dann schon relativ krass. Also mit Bedlam und mit, äh... Thunder God's Ra's. Hm. Überzeugt mich aber echt alles nicht so. Weil, guck mal. Du musst es auch erst mal hinkriegen, dass das Bedlam so auf den Spirit Breaker gecastet wird, dass es noch aktiv ist, wenn er ankommt. Und dass die Willow aber davor irgendwo stand, um es zu machen. Äh. Also. Ihr habt schon recht, dass, äh, wenn SB ein Ziel trifft, es Global Follow-Up geben kann mit Zeus. Dann kann es den Dive geben. Und vielleicht mal einen Bedlam. Die kann ja auch Bedlam noch machen, wenn der SB schon dran ist. Irgendwie so. Wenn es ein großer Teamfight wird. Lifestyle hat dagegen mit Rage Team perfekte Antwort. Das wird er auch immer rausbekommen, bevor der Charging trifft. Falls da Bedlam drauf wird und so. Da sind die schnell genug für. Slada wird BKB gehen. Sniper wird meiner Meinung nach hier auch BKB gehen. Ähm. Und selbst wenn du den Sniper erwischt und damit irgendwie tötest, du committest halt auch hart. Na, dann kommt ja Follow-Up von Ezraway. Dann kann da ein Blastoff landen. Wenn der Slada und der Lifestealer drin sind, dann wird da nicht viel passieren. Okay, gerade ist mein Bildschirm ausgegangen. Äh. Ich hoffe, ich bin noch da. Hallo Leute. Gibt es euch noch? Leben wir alle noch? Da ist gerade irgendwas richtig schief gegangen. Moment. Ich hoffe, ich habe nur ein Kabel gelöst. Ich bin völlig unschuldig eigentlich. Ähm. Du lebst noch? Das ist gut. Ähm. Das wirkte fast wie ein Wackelkontakt. Das klappt jetzt gerade bei mir wieder. Aber es war nicht so gut, weil das sah aus wie ein Wackelkontakt für mich. Das Kabel war noch drin. Ich habe es gerade nur leicht bewegt. Oh no. Ich will nicht mein Kabel verlieren. HDMI-Kabel sind bestimmt mittlerweile teuer. Oh no. So. Jetzt ist natürlich mein Bildschirm hier falsch. So. Alles klar. We are back. Gucken wir mal, wann wir starten können. Kurz warten. Dann weiß ich es. Oh no. Hier kommt noch mehr Werbung. Oh, was für ein Scheiß. Ich sehe die Zeit nicht, ingame. Ich muss warten. Aber irgendwie ist es gerade alles so ein bisschen verrutscht, habe ich das Gefühl. Oh, geht schon. So, darf ich jetzt sehen? Danke. Okay, jetzt ist noch ein bisschen. Vier Minuten ungefähr. Dann können wir ins Game. Also alles noch entspannt. Wo sollen wir sonst hin? Neue Spendenziel. Es gibt ja ein Spendenziel, Turm. Es gibt ja ein Spendenziel. Techies Minen werden SB immer scouten, oder? Kann man sich das auf dem Niveau leisten, Techies zum Nerven abzustellen, wenn er doch so ein starkes Team will? Also alleine dieses Werden immer scouten, denke ich, wird nicht eintreffen. Und nein, die Antwort ist nein. Also der setzt Minen schon irgendwo hin, aber der baut die nicht, um irgendwelche Charge-Wege abzufangen. Dafür chargt man auch viel zu oft. Das kann auch sein, dass die gar nicht mehr proggen irgendwann. Aber ist auch egal. Also selbst wenn er zum Beispiel ein Shadowblade hat und da eine Mine von ihm geproggt wird, das ist überhaupt nicht gesagt, dass sie das mitbekommen. Selbst auf Pro-Level, wenn die abgelenkt sind und so. Das ist eine super situative Sache. Was schon sein kann, ist, dass er mal in Minen reinchargt und vielleicht Schaden nimmt und dann seinen Charge abbrechen muss oder sogar stirbt. Das wäre ganz lustig. Keine Ahnung. Das ist kein Ding, was ein Spiritbreaker hier wirklich aufhalten sollte, aber der Draft wirkt für mich irgendwie so seltsam. Ein bisschen schwierig umzusetzen. As always sehr direkt, sehr aggressiv. Und Lou spielt bestimmt einen guten Lifestealer. Also als ob der den Helden nicht beherrscht. Jetzt auch nicht der schwierigste. Ich weiß nicht, wie oft Lou in seinem Leben Lifestealer gespielt hat, aber ich habe so den Verdacht öfters mal. Haben sie eigentlich schon den Stream geliked, meine Damen und Herren? Kleine Erinnerung. Wenn dem noch nicht so ist, dann würde ich mich freuen. Über diese tatkräftige, dauminelle Unterstützung. Oh, ich kann noch einen kleinen Appen essen. Das habe ich vergessen. Ich beiß mal ein, zwei Mal in meinem Brot und dann geht's los. Und was mit Mitleid, Punk? Ja, aber ich glaube, die wurden miteinander gepickt, dieses Mal. Max. Ah ne, haben sie nicht, du hast recht. Technisch war dazwischen. Mhm. Vielleicht hat Extreme Gaming gehofft, den selber zu bekommen. Wäre aber auch jetzt gegen Slada nicht so geil gewesen mit Lifestealer. Wäre aber auch nicht so schlecht, geht's schon. Du kannst halt mit Rage mhm Grosser Face purgen, aber wenn du Rage anmachst und dann Grosser Face nochmal drauf gezaubert wird, dann ist blöd. Perfekt, da hat's wieder geklappt, Punk. Ich weiß noch, ob ich mir den Support reinhole. Also done. Wir können rein, denke ich. Let's go. Ups. Ich bin kommin. Azuray gegen Extreme Gaming. Runde 2. 1-0 für Extreme Gaming, die selber zeugen konnten in der ersten Partie. Jetzt die Chance für Azuray mit einem ziemlich stark aussehenden Draft, das Ganze wieder auszugleichen. U2, Hannah. Ach ja, Enriat, welcher Spendenhöhe nimmst du eigentlich Bestellungen entgegen? Es gibt so viele Synergien und Counter, die ich heute sehen möchte. Aber ich habe heute einen guten Tag, Jacksharks. Schon bei etwas kleineren Beträgen werde ich logischerweise mal mit den Teams reden und gewisse Helden einfordern. So, gehen wir mal hier rein. Zack. Irgendwie ist bei mir ein Fehler in Dota. Aber ich kann jetzt nicht wegmachen. Ich sehe oben nicht die Farben von den Helden. Das ist total irritierend. Ihr seht das aber im Stream. Das ist total komisch. Aber mein Bildschirm zeigt sie nicht. Das Bild ist ganz leicht nach oben verschoben. Und auch ganz leicht zur Seite sehe ich gerade. Warte mal her, was ist denn das? Irgendwas ist da komisch. Mein Bild ist verschoben. Aber es ist nicht wirklich schlimm. Ich sehe fast alles. Und ihr seht alles. Ich sehe nur einen Zentimeter oben nicht. Und links nicht. Nicht mal einen halben Zentimeter. Ich frage mich, woher das kommt. Das hatte ich schon mal. Aber ich kann halt nicht raus. Also wir können nicht raus. Dann können wir es nicht mehr angucken an dem Punkt hier. Ja, so wie komisch beim Zugucken für mich jetzt gerade. 300 Euro ist es mir dann doch nicht wert. Tja, schade. Was soll ich sagen? Billiger kann ich nicht werden. Also irgendwann ist auch mal eine Grenze Reichscheck. Okay, ich glaube es geht schon. Ich weiß nicht, warum sie das immer machen müssen hier. Also so. Da haben sie echt immer Bock drauf. Irgendwie die nah dran zu zeigen. Ich finde das ist eigentlich nur irritierend. Persönlich. So, wie ging das jetzt hier aus? Drei Ruhnen für Extreme Gaming. Also guter Start. Ich würde mich ja freuen, wenn ihr Line-Up funktioniert. Wäre ja schön. Vielleicht macht es die Naga irgendwie. Aber... Ist schon... Sagen wir mal, ich bin gespannt. Wie sie es im Endeffekt jetzt hier umsetzen. Was sie da vorhaben. Also richtig sehen tue ich es noch nicht. Hm. Dann wieder unser Zeus-Mitte-Match-Up gegen... Sniper. Aber Sniper hat diesmal keinen First-Bud bekommen. Trotzdem wird das ganz gut für beide laufen. Sniper wird da seinen Farm kriegen, wie immer. Und ein Techies-Lifestealer. Ein ganz lustiger Kombo. Und Shadow... Blade... Auf einem SB muss es hier nicht mal werden. Also ich glaube Standard ist gerade... Ich überlege, was so ein Position 3 SB momentan kauft. Ich glaube, es ist sogar Aga, Shadow Blade. Ungefähr in so eine Richtung. Aga nimmt es, Shadow Blade vielleicht sogar ein Shard. Octa-Core. Und dann immer rein und raus aus den Kämpfen. Richtig nervig sein. SB ist auch so ein Held, der farmt lange nicht so viel. Und hat nicht die meisten Items. Außer es läuft super. Charged rum, kriegt auch mal einen Kill nicht. Läuft durch die Gegend. Aber irgendwann, ab so einem Punkt, wenn er Aga nimmt es hat, vor allem. Der Charge hochgelevelt ist. Farmt er so schnell potenziell, weil der kann mit Charge die ganzen Waves clearen. Und dann chargt er irgendwo rein. Bam, holt die Waves, holt die nächste, holt die nächste. Und dann kriegt er richtig viele Lastsits. Also es kann bei SB durchaus der Fall sein, dass der Minute 20 100 Lastsits hat. Und Minute 40 hat er 300, 400. Minute 50, 600 so. Also es kommt darauf an, wie viel sie ihm geben. Weil die Naga wird auch viel Farm hier holen. Also der SB wird da nicht allzu viel freies Geleit haben. Aber allgemein betrachtet ist das durchaus möglich, dass der sehr heftig Flash farmt. Nur erst spät im Spiel. Und dann mit Octa-Core, Wind Waker, Aga nimmst, BKB, Silver Edge und so weiter durch die Kämpfe rennt und alles abfuckt. Charge durchdringt er dann auch Spell Immunity. Auch übrigens ein Element, ne. Gegen so einen Lifestealer ganz nice, dass Netherstrike durch seine Rage geht. Und auch der Charge, wenn er Aga nimmst hat. Stimmt, Sanchent Yasha geht auch auf ihn. Oder Sanchent Kaya. Refresher finde ich sehr situativ für einen SB. Ehe Octa-Core. Hey, hello, V-Logs. Hallo, hallo, Mado. Wie war's gestern noch? Hast du einen schönen langen Abend gehabt? Noch keine Kills gefallen. Vielleicht gleich der erste. Deswegen kaum noch HP übrig. Oh, er dreht sich nochmal um. Die Mine hat ihn getroffen, deshalb. Ich hab die kleine Mine nicht erspäht. Ja, das war ja dann klar, dass er stirbt. Okay. Also First Blood für Azuray. Die Willow geht down. SB kann halt auch chargen und ein bisschen helfen und so. So ist es nicht. Aber zum Beispiel ein Cent oder ein Slada würde ich schon stärker auf der Lane einschätzen. Warum fünf zu Hause? Ja, nice. Dann hast du ja hoffentlich gut ausgeschlafen bis jetzt. FY geht down, ey. Solo-Kill vom Phönix auf den gegnerischen Support. Ja, manchmal passiert sowas. Gerade an einem Samstag, wenn das Wetter stimmt. Dann versuch dich heute mal auszuruhen, ne. Morgen geht's bestimmt wieder los. Wenigstens einmal relaxen. Ich meine, Velox ist Putzmann bei Rewe. Der hat da einiges vor. Mopro vorziehen. Staub abwischen. Kabi-Fäscher-Midas für die Doppel-Midas alle drei Minuten. Das sind die Strategien. Schickes Set hat Armel. Ich weiß, dass Yatoro, die lieben sich ja, Arme und Yatoro, gemeint hat, dass Armes Naga in so einem bestimmten Spiel die beste war, die er je gesehen hat oder so in den ersten zehn Minuten. Also wir dürfen gespannt sein auf seine großartigen Fähigkeiten. 2-1 jetzt für Ezraille. Diesmal haben sie sogar einen Core mit dem Techies erwischt. Der Spiritbreaker geht down. Läuft bisher nicht ganz so gut für ihn. Hat saubenig Farben. Der hat genauso viel Farben wie der Techies, der Arme. Soaring. Face Boots. Okay. Boah. Mocket Barrage macht so viel Schaden, ne? Nicht gegen die Illus. Da wird's dann abgefangen von. Aber wenn der Phoenix alleine rumfliegt, dann eben schon. Kein schlechter Start für Ezrae ins zweite Spiel. Stalus, jetzt hat die Willow Probleme. Ist gleich down. Kann der Techies rauskommen? Mit Sicherheit. SB-Streiter wenig Gefahr aus. Oh, fast noch durch die Zeus-Suldige gestorben. Aber nicht mal das hat gereicht. Nicht mal das hat ausgereicht. Fast wären Gyro und Techies daran verreckt. Und der Zeus von Extreme hätte einen Double-Kill hingelegt. Was schon richtig nice für sie gewesen wäre. Dem ist jetzt nicht so. Oh, Blood Grenade, der geht mit seinen drei Leben nochmal aggressiv rein da. Denkt über eine Rocket Barrage nach, aber durch die Creeps keine Chance. Und die Y hat noch Cooldown gehabt. Sehr viel Cooldowns auf Phoenix immer. Bei den Fähigkeiten. Ist er noch gedeift gerade? Ne. Hat ja das TP gesehen durch die Creeps. Hätte mich gewundert. Also die Bot-Lane macht mir Sorgen für Extreme. Große Sorgen. Und bin auch neugierig, was Ori hier baut. Er wird ja von SB gejagt werden. Das heißt, wie setzt du dich itemtechnisch dagegen ein? Ich glaube, er wird Linken es kaufen, aber erst später. Was er jetzt macht, bestimmt erstmal Dragonlance. Und dann halt die Frage, geht er Meldström und sowas. Oder geht er schnell auf Mobility mit einer Grenade, mit einer Pike. Geht er für Lactory. Könnte schnell das Aga holen. Ich glaube aber, das ist es nicht. Ah, Phoenix geht down. Und vor allem, was soll der SB jetzt noch machen gegen den Lifestealer? Er kann gar nichts tun. Ob auf Corrosion, Bracer, Lifestealer. Sie wissen ja um die Stärke von dem. Sie spielen ihn selber. Und ein Shadow... Äh, ein Shadowblade würde ich immer sagen. Ein Spiritbreaker ist... Nicht in der Lage, gegen den Lifestealer wirklich zu stehen. Der will halt über die Lanes jetzt langsam romen. Boah, die Flag Cannon hat aber gut was geklaut von Armee. Schön die Stacks, weggesnackt. Und fliegt sogar noch von dann. Ey, der haut ab. Der ist gecharged, wir sehen ihn alle. Also, aber er haut erstmal ab. Techies haben sie schon verloren. Oh, mit dem TP. Ich glaube das reicht. Nein, es reicht nicht. XM ist in der Nähe. Es hätte gereicht, bis der Charge ankommt, wäre er raus gewesen. Aber zumindest den Kill kriegen sie auch noch. Zwei Supports haben da viel Space gemacht. Viele Cores rotieren lassen. Und Creeps geklaut von Armee. Weiß gar nicht, ob das so schlecht war für Azuray. Wenn sie die Naga verlieren, ist es auf jeden Fall schlecht. Was war das für eine geile Rotation von Uri? Er kommt einfach vorbei mit einer Haste und holt sich die Naga. Easy. Super gut für sie, Armee an dem Punkt zu erwischen. Techies hat echt sehr, sehr viel Farm. Nicht mehr ganz so viel wie der Spirit Breaker, aber immer noch ordentlich. Ich hatte in der Mitte auch noch ein paar CS geholt. Wegen dem Sniper Gank war das möglich. Und bisher hat er keinen Impact gehabt. 0-1-1. geht jetzt Shadow Blade und dann Octa-Quar. Habe ich was falsch im Kopf, Velox? Oder wie komisch? Ich könnte mal hier sowas Grünes. Sieht es gut aus? Müsste jetzt eigentlich eine Lücke im Kopf sein. So. Stand mir das? Ist immer noch alles relativ ausgeglichen. Nichts für ein Gold technisch, aber halt leichte Vorteile für Azuray. Gerade die Sniper Rotation war erfolgreich. Sie farmen gut und der SB kriegt nichts. Das sind so die Gründe dafür. Deshalb haben sie die Landing Stage gewonnen, aber nicht total gestompt oder so. Leicht gewonnen. Nein, Techie ist auf der Jagd. Für mich ist es ein schwieriges Ziel. Ja, den werden sie haben. Der wird zerburstet von Extreme. Wahrnehmen auch alle am Start da, abgesehen vom SB. Der da sein sollte, glaube ich, am ehesten noch. Der ist doch der, der rotieren will. Vision denied. Ist klar. Also im Endeffekt werden die sowieso das Naga-Spiel spielen. Auf der Seite. Die wird farmen, farmen, farmen und der Rest macht Action. Und dann irgendwann kommt sie mit drei Items, im Optimalfall mindestens einem mehr als der Gegner-Carry und probiert, das Spiel an sich zu reißen. Klappt es? Hm. Ich glaube nicht dran, aber das wird trotzdem die Strategie sein, die Extreme verfolgt. Also solange die Naga farmt und der Rest nicht komplett untergeht, ist alles fein. Problem an der Sache, Azuray verfolgt ja ihre eigenen und ich finde viel gefährlicheren Projekte. Der Slada hat bald Dagger und das ist ziemlich schnell. Er hat Doppelbracer-Treads und den Pawn hat Gold Dagger fertig. Der Sniper hat ja hier auch die ganze Zeit ziemlich gut gefarmt und hat Dragonlance, geht also im Mailstream genau wie letztes Spiel, gleiches Item-Build nach der Dragonlance. Wird ordentlich Schaden machen und der Lifestealer hat bald sein Armlet. Also die sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg ihre eigenen Timings ziemlich früh zu treffen und wenn sie dann loslaufen und Angriffe starten, müssen sie mit dem Sniper im Rücken nicht mal unbedingt, aber können sie durchaus machen und werden sie denke ich auch machen, dann wird sich Extreme Gaming warm anziehen müssen. Du kannst alles tragen. Gott. Naja, ja. Bisschen Loch im Auge. Steht mir. Ja. Ja. Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man gegnerischen Sentry und Ward erwischt. So, also wenn der Fry hier nicht stirbt, dann würde ich mich schon sehr wundern, dass dann doch ein bisschen zu viel, der kann auch Blastoff nicht mehr retten, obwohl der Techies schnell reagiert hat und er wird jetzt geultied. Nether Strike trifft den Techies, er tankt es, verfolgt XXS, übernimmt sich da, stirbt an seinen Outdoor-Attacks, während unten die Supernova gefokust wird und zeitgleich mit dem Sniper down geht. Also sie haben den auch noch erwischt. Gar nicht schlecht für Extreme Gaming, vor allem weil der XXS überlebt hat. Ich glaube ein Misplay von Sniper, dem hinterherzulaufen da und sich einfach, äh von Techies, dem hinterherzulaufen da und sich töten zu lassen so leicht. Ziemlich krasse Auseinandersetzung irgendwie, die, ähm, ja, einen großen Erfolg für Extreme Gaming darstellt. Der Sniper-Kill war's halt, ne? Und er ist noch gestorben, bevor er die Supernova gepoppt hat. Sehr schlecht für ihn. So, ist halt vielleicht schon eine ganze Welle fertig. Der geht jetzt Manta, also der Klassiker. Und, ähm, Armlet müsste da sein, oder? Ja, Armlet ist da. Da gibt's auch schon Angriff. Dagger auf dem, Slada ist eben auch am Start. Extreme Gaming hat's irgendwie geschafft, davon nochmal diesen Einkampf zu finden, kurz bevor Azorway so richtig online gehen. Aber jetzt sind's es. Und sie lassen sich davon scheinbar nicht beirren, dass es einmal einen kleinen Rückschlag gab, sondern stehen direkt am Bottom Tier 1 und hauen auf ihn ein. Ich hoffe ja schon, dass Extreme Gaming es irgendwie schafft, aber, ähm, momentan, auch trotz dieses Kampfes, sieht's für mich nicht so gut für sie aus. Jetzt werden wir sehen, ob Azorway das gelingt, was Extreme Gaming vorhin gelungen ist, äh, mit der Slada-Lifestealer-Kombination. Und wir, und ich erwarte, dass es, dass es ihnen gelingt. Ich erwarte, dass es ganz gut aussieht. Mal schauen. Der Jump von Salazar allerdings eher holprig aus. Der war da ziemlich allein mit dem Crush vorne. Lou hat sich auch sofort zurückgezogen. Also sie lassen vom Tower ab. Zu viel Gegenwehr an dem Punkt. Die Y wird für seine Verteidigungsmühen mit ein bisschen Gold und XP belohnt. Aber Armee farmt natürlich auch vor allem zeitgleich weiter, während Azorway da Dinge probiert. Und wenn die nicht gelingen, ist es natürlich doppelt schlimm für sie, weil die Naga farmt. Und, äh, sie erreichen ihre Ziele nicht und können die Map nicht enger gestalten für Extreme. Naga hat aber noch nicht so viel. Also sie ist dran und sie wird die auch alle einholen und bald das meiste Gold haben. Aber sie ist noch nicht drüber. Über den gegnerischen Kurs. So, gleich Maelstrom. Das wird garantiert eine Radiance auf dem Lifestealer, bin ich mir sehr sicher. Vor allem auch gegen die Gegner. Du musst gegen Naga die Radiance kaufen. Du könntest auch Mjölnir holen, aber das sehe ich jetzt hier nicht mehr. Aber wahrscheinlich auch ein Grund, warum der Blitze geht, ne? Steht gegen den Naga. Gegen den Naga ist eigentlich Pflicht, dass du Blitze kaufst auf einem Sniper. Man muss aber sagen, Zeus ist zwar ein genauso schönes Ziel wie Sniper, kann aber die Slada-Rotation scouten. Kann er. Und ich würde auch sagen, dass der Slada nicht unbedingt auf den Zeus muss. Er kann, gerade wenn der Lifestealer stark genug ist und ihn fest benutzt auf ihn, den Phönix Burst, bevor er Supernova rausbekommt. Was ziemlich nice ist. Und er kann auch eigentlich jeden töten mit der Kombo. Er kann selbst den Spirit Breaker töten. Der hat ja auch nicht so viel. Auch die Naga. Also die Naga müsste auch sterben können. Jetzt zumindest noch. Irgendwann hat sie so viel Rüstung, dass es knapp wird und dann könnte Song kommen und dann wird es schwierig. Aber davor auf jeden Fall. Trotzdem gebe ich dir recht, der Zeus ist ein super Ziel für den Slada. Genauso wie der Sniper für den SB. Apropos, der SB wird gerade gecharged. Sie haben ihn. Sie bramblen ihn und da kommt er. Jetzt natürlich schon am eigenen Tower. Bad Lamb ist drauf. Schaden reicht, weil das ganze Team da ist. Supernova kommt hinterher, aber fällt direkt in sich zusammen wegen Lose Rage und die Antwort von Ezra sitzt. Die Betäubung hat es ein bisschen resettet, aber nicht genug und auch Terrorize gegen Rage halt nicht effizient genug, um ihr Leben zu bewahren. Also ein Sniper kostet sie direkt drei Leute und das ist ein bisschen das, was wir besprochen haben. Wenn der SB committet auf den Sniper, braucht er Hilfe und wenn die Hilfe kommt, dann ist die irgendwie halt abhängig davon, dass irgendwelche Supports sich vorne hinstellen, dass die Supernova committet wird, dass eine Willow ganz vorne steht, dass sie alle da sind und mit dem Song kann man vielleicht resetten, aber auch nicht perfekt gegen den Lifestealer. Also es hat sich schon hart bestraft jetzt die Aktion. Es war nicht gut für Extreme Gaming. Ganz und gar nicht gut sogar. Lifestealer wird immer stärker. Radiance ist schon gecued. Sie werden dann irgendwann Mjölnir und Radiance haben gegen die Naga Illus. ist nicht der Überkonter, aber ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und die Naga war in dem Kampf auch beteiligt, hat also nicht weiter gefarmt, während der Rest abgelenkt hat oder sowas und schafft es immer noch nicht, sich über den Lifestealer zu erheben. Was sehr, sehr schlecht ist. Eine Naga farmt viel schneller als ein Lifestealer. Stimmt. Wusste ich gar nicht, Punk. Dann sei bitte nett zu ihm. Ich brauche den noch. Nächster Jump vom Slada. Diesmal geht es auf den SB. Er ist in Corosive. Sie sehen ihn, aber er kommt sehr weit. Da müssen sie ablassen. Ziemlich tanky. Mit dem Lifestealer hätte es glaube ich schon gereicht, tatsächlich. Selbst für ihn. Ohne war es zu wenig. Bulldoze, die Statusresistenz, das hilft. Jetzt natürlich auch mit 1700 Leben und Tower, Aura und Basic Rüstung gut ausgestattet, um sowas zu widerstehen. Der Jairo wird Jules gehen als nächstes. Kein Shard. Ich habe echt erwartet, dass der Shard rushed. Vielleicht spekuliert er aufs Tormenter-Shard? Keine Ahnung. Oh, Sniper. Diesmal haben sie ihn, aber ziemlich clean, ne? Diesmal haben sie ihn. Das war nicht mal Charge als Initiate. Der kam kurz danach. Jetzt noch die Supernova. Die Naga. Ey, keine Chance, dass sie das überlebt. Die Supernova dachte, ich decke den Rücken, aber hat sie irgendwie nicht gut genug. Und Lou ist dran. Hat den Phoenix nochmal geslowt. TP mit Sunray. Zu gut als Escape. Hier schön verwendet. Kam niemand mehr in Reichweite, um es abzubrechen. Naga für Sniper. Immer noch nicht so gut für Extreme Gaming. Abermals holen sie sich den und abermals werden sie bestraft. Diesmal natürlich ein besserer Trade. Ich dachte, dass die Naga noch länger lebt, weil ich den Supernova da sehr vertraut habe. Aber die haben die einfach knallhart ignoriert. Sind trotzdem hinterher mit Blastoff. Und da kommt sie nicht gegen an. Da kann sie nichts gegen machen. Zu viel Schaden und zu krasser Burst einfach. 1500 Leben nur. Sie hat halt nur Manta und geht jetzt Orchid. Das ist Standardbild, aber macht sie nicht sonderlich tanky erstmal. Und ihr Farmspeed macht mir eben auch Sorgen. Aber der Zeus. Der Zeus farmt schnell und Zeus mit Manta farmt natürlich noch schneller als er es jetzt schon tut. Also die haben schon krassen Flashfarmen mit Zeus und mit Naga. Mehr als Azuray. Azuray ist abhängiger davon zu kämpfen. Aber wenn sie immer wieder den Sniper in den Tier 2 difen, dann muss Azuray gar nicht die Kämpfe suchen. Dann finden sie sie schon. Jetzt haben sie den Stardar mal gut erwischt. Ich bin ein bisschen erstaunt, wie sie das spielen. Ich finde, das spielen sie nicht so gut wie Extreme das letzte Runde mit Stardar und Lifestealer gemacht hat. Weil der Stardar ist sehr, sehr oft alleine unterwegs. Auch sehr tief im Gegnergebiet. Guckt mal, wie weit er entfernt ist gerade vom Lifestealer. Der dreht schon um. Der haut ab und sagt, ich will mein Radiant zu Ende farmen. Und hier vorne probiert er sich dann ohne seine wichtigste Komponente. Ohne, dass jemand Ekliges in ihn zuvor eingedrungen ist. Und dann macht es natürlich bei weitem weniger Spaß. Nicht gerade orgasmisch, was ich hier sehen musste. Verlieren jetzt nur den Slada. Ist alles okay. Aber nicht das, was ich erwartet hätte und auch sehr unnötig. Meiner Meinung nach. Roche ist da. Wie geht es denn dem Slada so allgemein? Er hat seinen Chart und er hat bald seine... Naja, bald nicht. Aber er geht auf seine BKB. Wenn er die BKB hat, ist er richtig krass. Die Kombo ist nice. Aber dauert halt jetzt noch. Ist sogar unter dem SB mit Shadowblade ausgestattet. sucht er wahrscheinlich schon wieder nach dem Sniper. Aber der steht sehr tief und sehr defensiv. Und das Radiance auf dem Lifestealer ist jetzt da. Naga wird bald Orchid haben. Das könnte ihn sehr helfen. Orchid ist auch gut gegen Lifestealer. Also wäre eigentlich zuträglich für Azuray, wenn sie nochmal angreifen, bevor Orchid da ist. Aber ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, es wird schwierig. Sie hat es schon, ja. Extreme hält gut gegen. Bisher. Aber letztes Mal war es so, dass Slada Lifestealer auch erst jetzt gerade langsam stark wurde. So richtig stark wurde. Und erst bei 25 Minuten, 30 Minuten ist es so richtig abgegangen. Mal sehen, was er jetzt kauft. Also Bloodthorn erwarte ich noch nicht auf der Naga. Ich glaube, jetzt musst du erst mal ein Steps-Item holen. Ist gerade ruhig geworden. Bisschen irritierend für mich, dass Azuray nicht zumindest Roche angreifen. Aber sie pushen zumindest die Bot-Line raus. Kann schon sein, dass sie da gleich hingehen. Extreme holten Tormentor. Shard für Spiritbreaker bedeutet Planar Rocket. Ich glaube nicht, dass es das Shard ist, was sie unbedingt wollten, oder? Naja, die Willow hat ihr es halt schon. Phoenix Shard ist nicht schlecht. Aber Planar Rocket, manchmal ist es auch richtig, richtig gut. Und manche Spiritbreaker holen es auch einfach bewusst. Es kann auch richtig nice werden. Mal gucken. Roche wurde gescannt, aber Azuray ist immer noch nicht drin. Die haben da doch wieder abgedreht. Jetzt ist der Techies gecharged. Den würde aber abbrechen, den Charge. So, jetzt sind sie bereit. Azuray ist ready. Keine Big Carry auf dem Slada. Muss akzeptiert werden, dieser Umstand. aber Radiance-tragender Lifestealer steckt drin. Und sie hoffen darauf, dass Extreme contesten möchte. Und sie finden sie auch. Hier gibt es den großen Kampf. Slada schon mal im Fokus. Jetzt muss der Lifestealer raus, dass Slada sich nicht mehr bewegen kann. Blast Off trifft den Spiritbreaker, aber Song rettet sein Leben. Und jetzt gibt es die Supernova Song Kombination. Die wird aber schon angegriffen vom Sniper und geht einfach down. Ne, doch nicht. Wow. Wow, das war richtig knapp. Richtig, richtig knapp und super für Extreme. Der Kampf könnte noch in ihre Richtung laufen. 1-1 aktuell und Lifestealer geht down. Nice, ey. Was für eine knappe Kiste. Uri holt sich noch ein. Slada geht noch mal rein. Committed voll. Der Damage ist ziemlich hoch auf den Toys. Aber jetzt fallen sie langsam alle an den Auto-Attacks mit dem Manta, den ganzen Arc-Lightnings und natürlich Arme, der da drin steht. Der übelst große Sieg für Extreme Gaming. Und das war, das war extrem knapp und vor allem auch so eine Situation, die eigentlich mordsgefährlich schon initial war, weil sie hier von dem Smoke erwischt wurden. sind. Hier kommt gleich der Smoke, wo sie rausgehen, wo sie denken, wir gehen jetzt nicht ins Pit, wir holen uns davor ein, zwei Kills. Und dann halten sie den Slada sehr geil im Lockdown. Die Bramble Maze, der Charge, zwingen den Lifestealer ein bisschen ungünstig mit der Infest Bomb rauszukommen. Und trotzdem sieht es noch gefährlich aus für sie, wenn gleich die Lockdowns weg sind, weil der Blastoff gut sitzt, weil XXS in Gefahr läuft, aber Arme timet den Sleep gut. Und dann hat Extreme Gaming eigentlich Pech. Eigentlich gewinnen sie jetzt den Teamfight, weil das haben sie schon so nice counter-initiated alles. Jetzt noch der Terrorize, so geil getimt, einfach alles. Oh, ich glaube, den haben sie fair-timed, nichts gesagt. Aber ja, Supernova prockt gerade so, die können sich wieder bewegen. Aber sie drehen es, sie drehen es im Endeffekt. Mutig vom Spiritbreaker da nochmal so reinzugehen. Im Endeffekt war es die richtige Entscheidung. Der ganze Burst auf den Lifestealer wird zu viel. Und da ist halt so die Sache, hier dachte ich, jetzt rennt Ezra und lassen den Sniper sterben. Aber sie sind rein und es wurde noch etwas knapper. Ich weiß, warum sie es gemacht haben. Der Crush ist natürlich nice hier mit dem Shard, aber es ist, guck mal, wie wenig HP die haben. Es war so risky. Jetzt ist Manta und sie werden volle Kanne dafür bestraft. Es ist von vornherein fast unmöglich gewesen, habe ich das Gefühl, den Kampf jetzt zu drehen. Und der Sniper ist ja sogar noch nach vorne. Wäre er nach hinten gelaufen und wäre weggerannt. Vielleicht hätte er eine Chance gehabt mit Grenade und so. Vielleicht, vielleicht. Da noch rauszukommen. Ich glaube eher nicht. Aber man weiß es nicht. Die wussten ja auch, dass es Lada noch da ist. Vielleicht hätte er es Lada auch ihn retten können und sein Leben opfern können. So verliert Ezra tatsächlich alle. Extreme Gaming hat aber auch einen tollen Kampf gespielt. Also einen richtig, richtig tollen. Haben sie voll reinlaufen lassen und vernichtet. Das ist genau das, was Ezra letztes Mal nicht gegen Slada gelungen ist. Ja, er war nicht so richtig ready am Anfang. Also ich glaube, er hat den SB und Extreme Gaming allgemein da zu spät bemerkt. Das war zwar nur eine Millisekunde, aber ziemlich relevant. Er ist ja dann rein, aber er ist in die Bramble Maze rein, weil er einen Schritt nach vorne gelatscht ist. Und ja, das hat sie in eine schlechte Position gebracht. Dann wurden sie komplett weggekombot von allem. Sniper halt in der Theorie auch so gut gegen die Supernova, hat man da ganz gut gesehen, auch wenn es nicht genug war. Shard für FY, das ist ein richtig gutes Shard, hat er also bekommen. Hat sich ausgezahlt, der Greed. Und ja, Roche steht immer noch. Extreme hat sich dann dagegen entschieden, den Roche zu machen. Konnten sie auch nicht. Die Cores von ihnen hatten wenig Leben und ihr Line-Up ist nicht so gut da. Die Naga muss schon sehr frisch sein, um ihn zu legen. Sie geht hart. Perfekt. Einfach HP. Super, super gute Wahl jetzt, glaube ich. Bald Octa-Core auf SB. Die haben jetzt natürlich plötzlich ein bisschen mehr. Der Phönix hat einen Nullifier gerusht. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen auf Supports und das hat sich echt ganz gut ausgezahlt, ey. Dass die den Nullifier-Job übernehmen. Ist mega gegen das Yules. Ist auch gut gegen das Yules, was der Slada vielleicht noch irgendwann kauft. Ist ganz nice, falls der Sniper noch eine Pike bauen möchte. Oh. Da haben sie doch einen. Der Crush hilft nicht. Den hat sie sogar gedodged mit Illus. Weiß nicht, ob das Absicht war. Aber Bach kann nicht retten. Und Extreme Gaming sehen jetzt richtig gut aus. Und das mit dem Line-Up, was ich schwierig fand. Ist auf jeden Fall schwieriger zu spielen als das von Azuray. Aber der Kampf war so krass da am Tier 1 von ihnen. Wow. Schau ich es an. Sah auch lange gut aus für Azuray, aber bomb. Hat alles umgedreht. Jetzt sind sie weit vorne, was Gold und XP angeht. Die Naga ist endlich da im Network, wo sie sein möchte. Einige tausend Gold über dem gegnerischen Hard-Carry nämlich. Der geht Manta hier. Nicht Saint-Chin-Yasha. Darüber muss ich erst mal nachdenken. Manta. Naja, er kann das Netz entfernen. Vielleicht ist es ganz gut gegen das SB mit seinem ganzen Single-Target-Damage. Weiß aber nicht. Ja, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Manta ist auch immer ganz schön gut mit Radiance, so prinzipiell. Naja, Moritz, aber du willst ja vor allem eigentlich nur irgendwas dann, was der Lifestealer hauen kann. SB ist bei weitem nicht ihr bestes Ziel. Das stimmt schon. Ich glaube, wisst ihr, was eigentlich passiert ist? Ich glaube, das war einfach der BKB-Unterschied. Hätte, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, hätte der Stada an dem Punkt BKB gehabt, hätte Azuray den Kampfhaus hochgewonnen. Der hätte einfach mit der BKB die Bramble gepurcht und wäre weiter nach vorne. Der Stada wäre einen Tick drin geblieben und sie hätten da zwei Leute getötet. Der Rest von Extreme wäre weggerannt und dann hätte Azuray rausgemacht. So wäre es gelaufen. Das sind so die kleinen Unterschiede. Aber er hatte eben die BKB nicht, weil der Stada nicht so viel Farm hat in dem Game. Ziemlich knapp hier. Bache es einmal rein. Kriegt die Willow jetzt endlich zusammen mit Assassinate, aber Extreme Gaming kriegt das wertvollere Gut. Eges. Dafür opfern sie gerne ihren Support. Kommt Armee raus. Sieht nicht so aus. Oh mein Gott, war das knapp. Was, ey? Der Ward war zu spät platziert, oder? War der Ward einfach zu spät platziert? Boah. Ich dachte, er kommt da nicht raus. Puh. Junge, Junge, Junge. Und die Naga ist tot. Also die ist da ganz alleine weggepäht. Die hätte ihr Eges verloren. Das hätten sie nicht kämpfen können. Und ich meine, sie hätte Song machen können. Ich glaube, das hätte sie alles nicht... Sie hat da vorher schon einen Song gemacht. Selbst mit Song. Das wäre egal gewesen. Das wäre durch gewesen. Wow. Das... Also Extreme hat auch einfach ein bisschen Glück gerade, glaube ich. Und das war ein seltsames Teleport-Ding. Und auch die Naga da so allein zu lassen. Huiuiuiui. Risky, risky. Extreme Gaming kommt damit durch. Also die... Die Dota-Götter sind ihnen wohlgesonnen. Holt die mit Double Damage. Aber wird sofort hochgewirbelt. Das heißt, die Idee ist weg. Macht jetzt Bulldoze an. Oh, die Minen. Die Minen. Den Autodex vom Zeus. Die Cursed Crown Proc. Der Stun ist da. Phönix dived rein. Und er geht down. Jetzt aber auch der Zeus in großer Bedrängnis. Wenn da ein Lifestyle an dir dran steht, kannst du nichts machen. Er könnte noch E-Blade kaufen irgendwann vielleicht. Aber die haben ja auch eventuell an dem Punkt dann einen Nullifier oder so. Bei Ezra Ray. Noch haben sie keinen. Wieder eigentlich initial ganz gut für Extreme Gaming. Dachte ich zumindest. Aber dann ist es doch mal in die andere Richtung gekippt. Der Spiritbreaker ist sehr, sehr schnell an den Minen verreckt. Kam nicht mehr raus mit Bulldoze. Und Zeus gegen Lifestealer ist kein Matchup, was du so haben möchtest. Also ein Lebenszeichen von Radiant. Und jetzt hat er die BKB. Endlich. Das hat Jahrhunderte gedauert, gefühlt. Stimmt. Gegen Manta ist es auch sehr gut. Gegen Orchid ist es auch sehr gut, dass Manta ist richtig. Was? Frühes Midgame? Wem sage ich doch. Was meinst du, Jack Shaps? Ist in... Ich weiß nicht, was du meinst. Ist das normal mit Nulli auf Phoenix? Es wird jetzt gerade ganz gern gemacht, dass kein Core den Nulli kaufen möchte. Muss. Also ich würde sagen, mittlerweile ist es zumindest gängig, das zu tun. Aber jetzt vor dem Turnier nichts, was mir bekannt gewesen wäre. Sie wollen das Level-20-Talent für den Zeus, ne? Ja, deshalb nimmt er die und nicht die arme kleine Willow. Die hat EXP davon bekommen. Ja, die 6% LP als Schaden mit Arc-Lightning ist natürlich ein extrem geiler Boost für ihn. Achso. Ja, ich meine, das haben wir ja gesagt seit ungefähr einer Stunde, oder? Also das ist ja klar, dass ihr Line-Up da auftritt. Ach nee, ach sorry. Sorry, du meinst Extreme. Ähm. Naja, ich meine, ja, ihr Line-Up ist auf das Timing ausgelegt. Stimmt schon. Aber im Endeffekt haben beide Teams Lust zu kämpfen in dieser Spielphase. Sie haben halt einfach hier den Kampf gewonnen, den sie absolut nicht gewinnen hätten müssen. Den haben sie besser gespielt und SAW hatte noch ein bisschen Pech. Ich meine, Extreme hatte auch mit der Supernova Pech, aber ja, da fehlte die BKB auf dem Starla. Das ist wirklich ein ziemlich knappes Ding, dieses Spiel. Einfach ein sehr knappes Ding und Extreme Gaming macht es etwas besser und, äh, jetzt zeigt Azuray, wie stark auch sie in der Phase sind. Counter-Anishiräten nach ihrem Techies-Verlust verjagen direkt. Alles, was irgendwie rauskommt, kommt weg. Ansonsten stirbt es. Spirit Breaker ist down. Natürlich hat Extreme die Möglichkeit zu resetten. Da sieht man, wie knapp das alles ist. Drehen also wieder. Jetzt muss Azuray ein bisschen zurücklaufen und vorsichtig sein. Cursed Crown wird gedodged durch Rage und, äh, nur ein Support und ein Core sterben und bei Extreme der Core ist der unwichtigste. Alles ins Naga von der, äh, ins Aegis von der Naga rein. Äh, also das ist ein kleiner Vorteil für Azuray, dass da Zeit vergeht. Der Kampf war insgesamt überhaupt nicht schlecht für sie, eher besser für Azuray, aber ist auch nichts Großes passiert, aus der Aegis Zeit zu schinden und man merkt das, ne? Also das eine Team geht rein, wird sehr gefährlich, dann dreht das andere, es haut einen um und es muss resettet werden, dann kann er bei Extreme wieder die Power ausspielen. Beide Teams sind sich halt, begegnen sich halt hier mehr oder weniger auf Augenhöhe. Na, kommt sehr drauf an, oder Sebastian? Also die hat jetzt sehr lang gedauert beim Slada, Ogre Seed ist allerdings ein guter Fund, das hebelt ein bisschen aus, dass er so wahnsinnig wenig Gold hat. Und er geht Agarnims als nächstes, kein Jules. Wahrscheinlich nicht doof hier, das Agarnims jetzt zu kaufen. Status Resistenz ist nice gegen Extreme Gaming und, ähm, sie haben ja schon Nullifier auf dem Phönix gegen Jules. Geht der auch mit Thresher? Sieht so aus, ja. Macht das gleiche Item Build wie vorhin der andere Zeus. Mal sehen, was der Smog so bringt. Aegis ist weg. Also, Azuray kann mutig sein. Noch ist nicht so viel passiert. Und die Naga hat auch immer noch einen ganz okayen Gold-Vorteil. Sie hat mittlerweile Hartfertig und Bloodthorn und bald einen Butterfly. Also, wenn sie Butterfly hat, dann hat tatsächlich Extreme Gaming ein richtig schönes, neues Timing. Und da sehe ich auch ihr Line-Up tatsächlich erst richtig online gehen, Jack Sharks. Also, ich glaube, die Stärke von Extreme Gaming ist nicht das frühe Mid-Game, sondern eher jetzt, bald. Also, der Punkt, an dem die Naga ihr viertes großes Item besitzt, vielleicht sogar ihr fünftes, eher ihr viertes, so vom Gefühl, würde ich sagen. Also, wenn das Butter da ist, dann ist die Naga halt eine Macht, der Azuray erst mal begegnen muss. Und dafür brauchen sie einiges. Sie können ihr begegnen, aber sie brauchen einiges. Und sie müssen sie sehr gut treffen. Ich glaube wirklich, dass Extreme Gaming jetzt gleich ihren stärksten Punkt erreichen. Und Azuray davor eigentlich ein bisschen mächtiger war, aber sich auch die Zähne ausgebissen haben. Und es sieht nicht so gut mehr für sie aus, was das angeht. Der Kampf war noch ziemlich ausgeglichen. Beim nächsten erwarte ich tatsächlich, auch ohne Eges, dass Extreme Gaming eine Nasenspitze vorne ist, vor allem, wenn das Butter fertig ist. Ich glaube, es ist wirklich ein Wendepunkt in dem Game so ein bisschen. Nicht, dass Azuray im Late Game garantiert verliert oder so, aber das Timing von der Naga ist ungefähr da erreicht, wenn sie vier bis fünf oder sogar sechs fertige Slots hat. Also wenn sie selber durch ihren ganzen Farmspeed dafür gesorgt hat, dass sie Slot-locked ist und ihr ganzes Gold in Power übersetzen konnte. Und dann ziehen ja andere nach, die auch immer mehr Items bekommen im späteren Spiel. Naga ist typischerweise so ein spätes Mid-Game, frühes Late-Game Spielgewinner. Ja, das stimmt. Extreme Gaming kann ein sehr gutes Spiel hinauszögern. Das ist richtig. Ja, der Führungs geht gut ab, ne? Nullifier, Shivas, läuft bei ihm. Hat auch echt ganz gut Kohle. So, da ist jetzt die BKB auf dem SB. Also wir haben eine Spirit Breaker BKB mit Octa-Core, Shadow Bait. Interessanterweise kein Aga. Ist jetzt erst geqt. Hätte gedacht, er kauft das Aga vor dem Octa-Core. Aber okay, er ist nicht schwach. Er ist auf keinen Fall schwach. Phoenix hat bald Shivas. Tausend Gold fehlen ihm aber noch. Und Zorys hat sein Refresher Orb fertig. Die Naga hat ihr Butterfly. Ich denke, Extreme Gaming kann kämpfen, wenn sie wollen. Und ich denke, Azuray braucht noch ein bisschen, um da wirklich gegen anzukommen. Vielleicht vertue ich mich. Ich meine, er hat immerhin Linkens, der Lifestealer. Linkens ist super gegen den SB. Deshalb hat er das auch gemacht. Die späte Linkens hatte ich ja erwartet schon im Draft. Ich glaube, es ist die richtige Wahl. Aber ja, Extreme Gaming nutzt das Timing. Smoke rein. Und die sind jetzt so krass stark. Die Doppel-Ulti von XM. Und dahinter eine Naga, die nicht getötet werden kann vom Lifestealer. Darauf wollte ich gerade kurz noch eingehen. Dem Lifestealer fehlt ein Item, und zwar die MKB. Sie ist schon geqt. Aber bevor er die hat, kann er gegen die Naga nichts mehr machen. Weil er war gezwungen, Linkens gegen SB zu kaufen und sein Timing damit zu verschieben. Und selbst hätte er jetzt eine MKB anstattdessen, wäre die Naga noch zu stark. Das ist diese Item-Differenz, mit der eine Naga spielen will. Aber so ein Timing willst du doch erst mal treffen. Und in Xtreme hat es gerade perfekt getroffen. Also, die haben da den genau richtigen Read-Offs-Game gehabt und werden jetzt dominant. Das ist ihr Moment. Das ist ihre Phase. Azuray, Lifestealer, Slada. So eine starke Kombination. Sie probieren es. Sie gehen auf die Nova. Die Nova wird sehr, sehr schnell zerstört und sehr effizient. BKBs sind gleich ausgelaufen. Müssen aufpassen und machen sie gut, ey. Starker Ogas hier von Bach. Da darf man sich nicht zu sicher fühlen. Ein, zwei Sekunden drinbleiben länger und Xtreme Gaming haut sie da aus dem Leder. Jetzt die TPs aus der Fountain mit der Heilung, mit der Stärke. Bach ist schon da. XM wird verfolgt. Kann nicht aufgehalten werden. Kommt gerade noch so weg, bevor sie Vision auf ihn bekommen. Von beiden Teams sehr gut gemacht, die ganze Sequenz. Gut verteidigt von Azuray, gut angeriffen von Xtreme Gaming. Auf freiem Feld im 5 gegen 5 ist Xtreme mittlerweile stärker. Aber wenn es um High-Ground-Geschichten geht und um einen schnellen Burst mit viel BKB-Potenzial bei Azuray, dann strahlen sie trotzdem eine Gefahr aus. Und wenn sie ein, zwei Leute schnell töten und die nicht zurückkommen in den Kampf, dann kann Xtreme Gaming in der Unterzeitposition auch immer noch verlieren. Boah, wie schnell der stirbt, ne? Die Kombo ist einfach so mächtig. Das ist ein Spiritbreaker, aber es ist völlig egal. Radiant's middle tower ist unter Attack. Der sieht einfach nichts mit dem Hut. Ich meine, die Supernova sieht er. Die ist schön hell, ne? Phoenix ist nur die Komponente, die nicht richtig klappt für Xtreme. Habe ich den Eindruck, ähm, dass, ja, das wird ein bisschen davon gerettet, dass er recht viel farmt. Und bald hat er ja dann seine Shivas. Azuray nutzt die Zeit, in der SP tot ist. Vor allem gibt's Roche, ne? Das könnte sein, dass sie da mit Aegis kriegen und mit Aegis ist es wieder ziemlich ausgeglichen. Dafür ist die Situation noch knapp genug, äh, auf freiem Feld im Kampf, dass wenn der vermeintlich unterlegene Squad ein Aegis bekommt, die Sache schon wieder ganz anders aussieht. Und das ist ja nicht mal nur ein Aegis. Der Kollege hat auch noch einen Cheese dabei. Wird nicht contestet. Also, schneller Roche für Azuray und für Xtreme Gaming heißt es, weiter abwarten. Einen Slot hat sie noch. Einen, wo es richtig effizient ist und einen, wo es noch halb effizient ist. Da muss sie halt die Trads austauschen. Hex dann als nächstes scheinbar für die Naga. Aber es ist schon lange, das Butterfly ist schon eine Weile fertig und es gab auch kleinere und größere Kämpfe derweil, aber ich glaube nicht so viel wie Xtreme Gaming erhofft hatte. Und wenn man mal alles zusammenrechnet, dann ist es ein Roche, also ein Aegis, ein Cheese und ein toter Phönix gegen zwei Helden von Azuray, die Xtreme einmal getötet haben. Und das ist keine gute Quote für Xtreme. Da hätten sie sich mehr von erhofft gehabt. Lou hat jetzt Schad bekommen für Open Wounds. Kein Aga in dem Spiel. Er braucht die MKB. Das ist genau richtig. Er braucht die Linkens und er muss das Aga jetzt kaufen. Das hat keine Wahl. Äh, die MKB meine ich. Vindicator's Aix ist auch nicht schlecht auf Lifestealer, Sniper, Zytenic. Geht auch noch MKB. Also, ne, es wird dann wieder kippen. Sobald der Sniper und der Lifestealer MKBs haben mit dem Item Builds, wird die Naga nicht mehr ihren Peak besitzen. Dann wird sie abfallen. Dann wird sie schwächer werden. Und dann wird es schwieriger für Xtreme Gaming. Das Spiel zu gewinnen. Ihr Timing läuft langsam aus. Das will ich damit sagen. Ihr richtig, richtig Gutes zumindest. Und das Aegis wird das auch noch weiter rauszögern. Erfolgreich. Das gibt, as a way, die Spielminuten, die sie brauchen, um die MKB zu farmen. Puh. Was sagt denn der Algorithmus? Er sagt, 68% für Xtreme Gaming. Sehe ich schon nicht mehr so. Ich würde sagen, ist tatsächlich 50-50. Ungefähr. Radiant's top tower is under attack. Langsam farmt er, ne? Aber nicht so viel. Ich glaube, die Naga nimmt auch einiges. Der SP, meine ich. Charged hier gerade. Und Hackies. Mit der Nacht von Zlala gestand. Kick BKB raus. Sieht noch okay aus. Scheinbar kann Xtreme Gaming resetten. Den Tekis kriegen sie natürlich nicht. Oh, vielleicht auch nicht. Naga muss schon machen. Xtreme Gaming will da glaube ich nicht mehr kämpfen. Obwohl Zeus ist unterwegs. Vielleicht trauen sie sich doch. Bisher nicht. Armin versucht wegzukommen. Bach ist unterwegs. Lifestealer direkt dahinter. Findet keinen Crush. Und wird sofort danach angegriffen. Haben ihn ausgetanzt. Xtreme Gaming herrlich gespielt. Supernova steht sehr, sehr gut. Du probierst noch. Hat sehr viel Attack Speed. Diesmal nicht. Unglaublich, wie viel Schaden der dem einen noch gemacht hat. Perfekter Kampf bisher für Xtreme Gaming. Aegis geprockt. Zlala Buyback erzwungen. Und alle kommen raus. Sehr, sehr geil gespielt. Der Rückzug war richtig. Und dann dieser ganz schnelle Turn, als Zlala Crush versaut hat. Misplay von Ezraway. Übelst bestraft. Also, Xtreme Gaming für mich spielerisch hier auch wie letzte Runde überlegen. Aber, ähm, das Spiel ist viel gefährlicher. Und obwohl sie jetzt das Aegis und den Zlala und Plus Buyback bekommen haben, bin ich immer noch der Meinung, dass es gerade auf eine Situation zugeht, die nicht so geil für sie ist. Ein bisschen Zeit haben sie noch. Oh, warte mal. Der Lifestealer ändert seine Gedanken. Der baut einen Nullifier. Ah, ich weiß ja nicht, ey. Ich hätte die MKB deutlich lieber gesehen. Der Sniper geht MKB und damit haben sie trotzdem genug, vielleicht zumindest, gegen die Naga. Ah, ich weiß nicht, ob ich den Nullifier so fühle, gegen den Force und so. Hm, 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 hm. Ich glaube, er hätte MKB gehen sollen. Ich hielt sehr viel von dem Item Build. Jetzt hat er da irgendwie so eine seltsame Kombo. Er wird einen Mjölnir bauen. Ich meine, Mjölnir ist auch gut gegen Naga, ne? Selbst noch im Late ist okay. Ja, vielleicht ist Mjölnir tatsächlich nicht schlechter als MKB. Kann schon sein. Sie haben für Single Target dann den Sniper. Aber wir reden ja auch von dem Timing, was noch nicht ganz erreicht ist. Mjölnir ist jetzt da, aber er hat den Talisman im Inventar. Das ist nicht ganz so effizient, was Goldausgabe angeht, fürs Value, was du kriegst. Trotzdem kein schwaches Item Build. Er hat sein Timing, wenn man so will. Ist nur ein bisschen anders, als ich dachte. Aber der Sniper braucht die MKB noch unbedingt. Oh, und da kommt ein Jump. Da unten haben sie den Phönix erwischt. Also, Sniper, MKB noch, Level 25 Talent für Lifestealer, Level 25 Talent für Sniper und Extreme Gaming kriegt Probleme, weil Naga ist jetzt full equipped. Sie hat ihr Hex und sie kauft jetzt noch Travels, okay, und danach wird es schwierig. Dann kann sie Moonshots oder so Kram kaufen. Vielleicht Naga nimmst Blessing. Ich meine, hier ist Naga nimmst Blessing ja echt ganz gut, eben wegen dem Lifestealer. Also, vielleicht ist es nice. Das könnte sie auch von einem Roche bekommen. Vielleicht ist es noch ein größeres Upgrade, als ich dachte. Aber es geht in Richtung Slot Locked bei ihr. Und sie ist auch erst Level 21. Also, 25er Talent dauert noch. Na ja, total unterlevelt. Ist schon ein bisschen unterlevelt, aber nicht total. Hätte aber auch gedacht, dass sie schon 23 oder so ist. immer noch Cheese am Start. Boah, schon zweieinhalb Minuten. Das sieht gerade ganz gut aus für Xtreme. Äh, für Azuray meine ich. Oh, Mjölnir auch auf dem. Ah ja, der hat er schon länger. Also, wir haben Mjölnir im KB fertig jetzt. Ah, das ist... Er kauft jetzt noch die Pike und dann ist der Sniper, wo er sein will. Es ist auch geil, ne? Er ist nicht Aga gegangen. Er hat es endlich mal nicht gemacht, dieses blöde Kanda-Aga-Ding. Das war auch hier, glaube ich, kein Spiel dafür, obwohl es oft ganz gut ist. Ähm, sondern er kauft genau das, was der ungefähr das, was der letzte Sniper, finde ich, auch hätte kaufen sollen. Armee erwischt und Azuray zeigt, wie stark sie mittlerweile sind. Supernova wird nicht zerstört wegen dem Sleeve. Wow, ich dachte, das ist gut für Azuray. Ist es gar nicht. Sie gehen down, haben sich zu weit rausgetraut. Toll gespielt übrigens vom Spiritbreaker. Ei, ei, ei. Oh, das Spiel ist so knapp. Ich sag's euch, die Sachen sind echt nuanciert. Zu aggressiv von Azuray gespielt. Wieder das Outplay. Also, Extreme Gaming begegnet dem die ganze Zeit mit etwas höherem Niveau. Hm. Super, super stark gemacht. Ich will noch mal gucken, wie weit sie da rein committen und warum es dann kippt. Ich glaub, der Song Stunt nach der Rage den Lifestealer, bevor er die Supernova zerstören kann und das vereitelt ihnen die Situation. Hier kommt der Ping. Das sieht erst gut aus. Doppelter Crush, direkter Fokus. D-Y kommt aber weg mit dem Dive. Da hilft Nulli Fire auch nicht. Und jetzt der Song. Sala dreht auch um in der BKB. Ne, das war auch eine Misskommunikation. Also Azuray misplayt einfach und Extreme Gaming spielt sehr gut. Guckt mal, wie er hier umdreht, während der andere zuhaut. Tschüss, ich bin weg. Mit BKB. Der wär easy. Die hätten easy die Supernova bekommen. Wär der da geblieben. Er hat nicht so viel Tag Speed, muss man fairerweise sagen. Wär vielleicht trotzdem knapp geworden. Aber Agi-Trads? Noch switchen? Wär drin. Ja, und dann ist natürlich sofort vorbei. Also auf dem Level, wenn du sowas machst, wenn einer geht und der andere bleibt, ist immer absolutes Fiasko. Wenn der Slada mit weggeht, ist es besser. Auch wenn es hier nicht so gut gewesen wäre, glaube ich. Wenn beide weiter committen, ist es besser. Aber so richtig, richtig schlimm. Und ganz wichtig für Extreme Gaming, weil das wurde schwieriger, das Spiel gerade. Es wurde schwieriger. Und jetzt haben sie einen Sieg außerhalb der Gegnerbase ohne High-Gorn-Verteidigung von Ezraway errungen. Und das auch noch bevor Roche oder so da gewesen wäre. Sie haben einfach den Initiate erfolgreich gekontert. Da steht jetzt der arme kleine Sniper. Ziemlich allein. Hittet ein bisschen, kann aber nicht genug machen. Die Lane ist auf jeden Fall down. Hallo Tux. Ja, ich gehe mit, Max. Geht mir auch, kommt mir auch so vor. Ja, aber egal, Maxi. Siehst ja, was passiert, wenn der Lifestealer stirbt. Der hat ja auch keinen Buyback. Also da weg zu slithern, während dein Hard-Carry bleibt, ist immer schlecht. Aber vielleicht, also das ist ja, wahrscheinlich gab es zwei Calls. Der eine sagt, wir gehen, und der andere sagt, wir bleiben. Schlimm ist es, wenn beide Unterschiedliches machen. Egal, wer da im Endeffekt was bestimmt hat oder nicht. Oh, der Schaden mit, mit Grosser Face. Da sieht man mal, was für ein Potenzial bei Azuray eigentlich mittlerweile in den Helden steckt. Ich glaube, das war auch echt gut für Extreme Gaming, da den Kampf nochmal irgendwie gewonnen zu haben gerade. Puh, können sie drei Kreuze machen, weil diese Vorteile brauchen sie jetzt in der Spielsituation. Sie brauchen die anderthalb Lanes. Sie brauchen den Gold- und den XP-Vorteil. Es sind sogar praktisch zwei Lanes, die Millie Wax ist noch gefallen. Es könnte ihnen halt den nächsten Vorteil sichern, nämlich Aegis. Und wir sind in so einer Spielphase, wo Extreme Gaming absolut gewinnen kann, aber abhängig von solchen In-Game-Vorteilen wie einem Aegis, wie Objectives à la Rex sind, wie auch immer. Auf jeden Fall müssen sie weiterhin die Situation wahren, dass sie vorne sind im Game und dahingehend stärker als Azuray sind, weil wenn es jetzt theoretisch gleich wäre von Gold, von XP und keiner Aegis hätte oder so, würde Azuray ziemlich sicher sehr weit vorne im Spiel sein. Die würden das höchstwahrscheinlich dann gewinnen. Aber sind sie nicht. Großer Abstand, sehr großer Abstand. Extreme Gaming hat viel, viel, viel mehr Gold. Sehr, sehr viele krasse Items. Auch die Supports haben durchaus was zu bieten. immer noch kein Aghanims auf dem SB. Wenn der noch Aghanims Blessing bekommt, wenn Extreme Gaming den Roche kriegen und Aghanims Blessing an den SB geht, dann sind sie echt Maschinen. Weil die Naga kann sowieso ihr Blessing noch farmen. Hat 10.000 Gold mehr als der Lifestealer, welcher jetzt noch eine späte BKB kaufen will. Durchaus sinnvoll, aber slotmäßig schwierig. Hätte eher Aghanims Blessing auf ihn erwartet. Sniper fehlt Crit, dem fehlt Daedalus, aber er hat die BKB, die Pike, er hat schon sehr, sehr gute Items, denke ich. Viel besser wird's nicht mehr. Vielleicht noch ein Divine oder halt das Daedalus für die Treads oder so. Eine Feder als T4-Item, hat aber eine Kappe. Ja, ist verportbar mit dem Spiel ziemlich viel Kohle. Starlight gar nichts. Also, Bach, Aka, Fashbian, hat kein so geiles Game. Spielt vielleicht auch nicht so viel Slada, ist aber Gold Slada, mein. So, das war Dyer-Seite, also kein Aghanims Blessing. Ich suche gerade das Refresher-Shard, ich finde es aber nicht. Vielleicht gab es noch keins oder so. Keine Ahnung. Willow hat das Aegis genommen, ist auch interessant. Ah, sind Slot-Probleme, daher. Hat schon Travels 2, die Naga. Zeus hat es. Zeus ist ein Refresher-Orb. Hm. Ja, ist nicht so überraschend mit dem Aegis, weil Slot-Probleme bei den Carries. Aber, ich hätte eher getippt, dass sie es dem SB geben und dass der SB die BKB damit austauscht. Das wäre jetzt sehr geil auf ihn. Ist auch egal, sie schlagen wieder zu, sie killen sofort einen Support und er hat kein Buyback. Dem Gyro fehlen 700 Gold. Das weiß zwar Extreme nicht, ist aber trotzdem mega gut für sie. Nur muss Rage machen, wird da drin noch gecharged. Mach jetzt rein, um ihn zu retten. Ja, zwei Lanes mit down. Wir gehen gerade ganz schnell in Richtung Mega-Kriebs. 4 gegen 5 ist natürlich hart. Sniper probiert noch irgendwie zuzuschlagen, irgendwas zu töten, aber Shadow Realm macht Xing schwierig zu töten und die Willow hat ja sowieso Aegis. Also der Push ist sehr gut von Extreme. Ich glaube, das bessere Team gewinnt hier heute und das muss ja auch genauso sein. Freue mich sehr, dass sie mit dem Draft durchgekommen sind. Relativ sicher auch, nachdem ich es gesehen habe, schwieriger zu spielen gewesen als das von Azuray, aber sie haben es gut gespielt und die Fehler, die Azuray dann doch mal gemacht hat, ausgenutzt. Krasser Song auch noch, ne? Nachdem sie schon den Lifestealer mit Soyuz weggewurstet haben, jetzt dann also auch noch Song, um einen weiteren mitzunehmen. Kurzzeitig nur noch zwei von Azuray übrig und das war's. Schönes Momento mitgenommen. Geil, noch ein Kampf gewonnen, wo es langsam schwieriger wurde und von da an, das Heft nicht mehr aus der Hand gegeben. Extreme Gaming gewinnt sehr berechtigt, 2-0 gegen Azuray. Am Ende 41.000 Gold mehr gehabt und sie besinnen sich hoffentlich gegen Falcons, ihren nächsten Gegner im Grand Final, trotzdem eher auf die Draft-Struktur, die sie davor gegen Liquid und auch in der ersten Runde gegen Azuray einen Tag gelegt hatten, weil Extreme muss sich, glaube ich, mit solchen Drafts gegen Falcons behaupten. Ist mein Gefühl. Ich glaube, Falcons mit dem Draft hätte das gewonnen. da bin ich relativ sicher, aber Falcons gewinnt sowieso fast alles, also kann man das sehr leicht sagen. Das war's zumindest mal mit dem Lower Bracket-Finale, aber jetzt geht ja der Sonntag erst richtig los, denn jetzt gehen wir aufs Grand Final zu, welches bereits in 30 Minuten startet. Ah, refresh mal kurz hier die Ansicht, da sehen wir schon, Falcons, was ist das? Falcons hat gewonnen, äh, Falcons wartet im Grand Final, Extreme Gaming hat gewonnen, sind jetzt da hochgekommen. Warum steht da 2-0? Gar keinen Sinn, da soll eine 0 hin. Warum steht da Falcons? Das ist ja alles völlig falsch hier. Oh Gott, ey. Extreme hat 2-0 gegen AR gewonnen. Und jetzt gibt's Extreme vs. Falcons steht natürlich noch 0-0. Kurz die Kamera rausmachen, weil ich noch auf esse, aber ist nicht so viel, bin gleich wieder da. Ja, dann freue ich mich darauf, mit euch gemeinsam das Grand Final der Elite League angucken zu können. Best of 5. Hey, Dota to go. Genau, bist nicht wirklich zu spät. Jetzt geht's erst los. Ja, war ein spannendes Spiel im E-Online. Geh ich voll mit. Das Spiel war auch knapper, als es vielleicht zu den einen oder anderen Anschein gemacht hat. Das war wirklich ein knappes Spiel. Da ging's um kleine Nuancen. Ach, ich Idiot, Maxi. Aghanims Blessing ist ja jetzt auf Nachtseite. Deshalb habe ich das Chart nicht gefunden. Das haben sie geändert. Radiant hat nicht mehr das Aghanims Blessing, sondern die Dyer-Seite. Das heißt, sie hatten ihr Blessing und sie haben es dem SB gegeben. Also genauso gemacht, wie wir drüber geredet hatten, wie es stark ist. Deshalb hat er auch am Ende mit dem Charge durch die Spell Immunity vom Lifestealer stunnen können. Naja. Danke. Maxi und Sebastian. Und Chips-Tüte. Na, hat sehr viel Spaß gemacht, Max. Fand ich auch. Jo, wird's glaube ich. Ich bin optimistisch, Maxi. Obwohl, Falcons könnte auch 3-0'n. Bis dann. Es ist, wie es ist, oder Tuggo? Kann man nichts machen. Die zweite Runde lohnt sich aber trotzdem zum Nachschauen, finde ich. Also die, die jetzt gerade beendet wurde. Ich hole mir noch kurz was zu trinken und dann bin ich wieder für euch da. Ich erwarte einen relativ pünktlichen Start und dass wir kurz nach 18 Uhr den Draft sehen. Also, wir beide sehen uns natürlich noch schneller wieder, lieber Chad. Bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 MVP mit Trollen, nice Was glaubt ihr Wie viele Chancen Hat Extreme Gaming jetzt gleich Gegen Falcons Wie viel Prozent würdet ihr ihnen geben Ich geb ihnen Soll ich ehrlich sein, ich geb ihnen 15% Ich glaub wirklich, dass Falcons ein ganz ganz Klarer Favorit ist hier Aber es freut mich sehr, dass es Extreme Gaming geworden ist und nicht Azuray Weil Azuray hätte ich 10% gegeben, maximal Und Extreme hat hier nochmal gezeigt Sie sind besser als Azuray, sie sind besser Sie sind der schwerere Gegner für Falcons Das heißt, vielleicht wird es ein bisschen spannender Als ich befürchte 50% Der Tux, das kann ich nicht verstehen 50% Das ist ja eine Lüge Sei doch mal ehrlich Hast du Falcons mal gesehen? Hast du dir die mal angeguckt? Hast du mal ihren Bizeps angetastet? Und gefühlt? Ich glaub nämlich nicht Sonst würdest du anders reden Ja, Countdown steht auf 19 Uhr Also in 17 Minuten geht's weiter Ja, so 75, 25, 90, 10 Sowas hätte ich jetzt eher erwartet Also das halte ich auch für realistischer Best of 5 Steht auch da sogar Finale beginnt um 8.00 Uhr Und ist ein Best of 5 Steht eh alles im Skulltext Frag mich nach dem Draft nochmal Bis jetzt bin ich bei 50-50 Ah Tux, das kann doch nicht wahr sein Am Ende ist es so Und Xtreme macht's Gewinn sogar oder so Und dann reibst du es uns unter die Nase Ich seh's schon kommen Ja, wenn man was nicht liest Ist man echt dumm, Lothar Tugger Das ist immer ein klarer Indikator dafür Habt ihr mal was nicht gesehen In einem Overlay? Schlechte Nachrichten Ihr seid leider dumm Aber es macht ja nichts Weil ich bin sehr intelligent Sehr, sehr schlauer Mensch Und deshalb lotse ich euch trotzdem durchs Leben Habt ihr Fragen? Stellt sie jetzt gerne Ich kann alle eure Lebensprobleme für euch lösen Falls ihr gerade eins besitzt Dann schreibt es in den Chat Und ich geb euch den Weg ins Licht Kostet auch nicht viel Nein, es ist natürlich nicht UNO Es ist nicht immer 50-50 Die Buchmacher Sagen Falcons 84% Gewinnwahrscheinlichkeit Du meinst Wetten 84% Das wären 16% für Extreme Ja, ich hab ihnen ja sogar noch 20 gegeben Also Ich denke, das ist nicht unrealistisch Die Quote Boah, stopp Was bedeutet das? Ist das so ein Saying, so ein cooles? Boah, stopp Das hier Bedeutet das was? Oder willst du, dass ich mal bei dir aufräumen gehe? 184 184% Für wen denn? Für Falcons oder was? Skywreck Also was Falcons gestern mit Ezraway veranstaltet hat War schon Ziemlich abartig Entsprechend Kann es natürlich sein Dass es wieder gestompt wird Also sie sind der ganz klare Favorit Zum Glück ist es nicht Ezraway Wäre jetzt Ezraway besser als Extreme Gaming gewesen Dann wäre es glaube ich schon alles durch Aber jetzt gibt es da Vielleicht noch Hoffnung Extreme Gaming sollst du auf jeden Fall wieder mit Lifestealer probieren Vielleicht klappt es ja Lifestealer Slada So was Für Falcons 184% Oh, das sieht dann ja nicht so gut aus Für die anderen Ja Haben sie nicht sogar drei Turniere schon hintereinander gewonnen Falcons Oder waren es erst zwei erste Plätze Weiß es gerade gar nicht genau Ist ganz interessant Weil es gab ja so diese Gladiators Liquid Ära Wo die beiden Teams immer in die Finale gekommen sind In die Finals gekommen sind Und dann da ersten und zweiten gemacht haben Und es hat sich echt geändert Also Die können zwar noch oben mithalten Scheiden aber meistens dann spätestens In der Top 6 aus irgendwie Und übrig bleibt immer Falcons Also Falcons Sind Das mit Abstand erfolgreichste Team Dieses Dota-Jahres Mit Abstand Kann sein Skywreck Dass das erste noch ein bisschen knapper war Das erste Turnier Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau Ich weiß nur, dass sie krass sind Und alles gewinnen Armee wird jetzt hier einiges zu tun haben Aber nicht nur er Sein ganzes Team natürlich Sie haben ein paar Sachen Echt für sich etablieren können Und dass es mit der Naga jetzt geklappt hat War ja auch ein gutes Zeichen Vielleicht versuchen sie das auch mal Vielleicht funktioniert sie auch gegen Falcons Weiß ich nicht Sind kein One-Trick-Pony Will ich damit sagen Wenn sie jetzt nicht Slada und Lifestealer bekommen Können sie trotzdem gefährlich sein OG ist Vor ein, zwei Playoff-Runden ausgeschieden Gegen Liquid Punk Irgendwie Lower Bracket Runde 2 oder sowas Ich glaub die sind Platz 6 Ich schau mal für dich So OG ist Platz 9 bis 10 sogar nur Wann war denn das? Das ist doch noch nicht so lange her Als sie ausgeschieden sind Ach ups Die waren hier gar nicht mehr Ich hab's falsch im Kopf gehabt Liquid hatte Gladiators rausgekickt Oh das war aber mein Fehler Ne die sind in der Gruppenphase ausgeschieden Es war aber knapp Genau es war knapp Gruppe A in der zweiten Gruppenphase Die erste haben sie noch geschafft In der zweiten Gruppenphase Sind sie mit 7-7 overall Gerade so ausgeschieden Ganz ganz knapp Ja Also nicht gut genug Um hier mitzuspielen Sehr sehr schlechte Spieler Die könnten wir schlagen Wir machen schnell ins Deck Und fegen die weg Zwölf Minuten noch Bis zum Beginn des Grand Final Hallo Dodo Da do ich mit Falcons ist das neue OG Die selbe Aggression Das gleiche Selbstbewusstsein Und die magischen Team Momente Wo sie einfach losrammeln Um den irgendwann Ich finde nicht so ganz Skybreak Ich weiß worauf du hinaus willst Aber ich finde dass sie Sehr viel kontrollierter Und akribischer Und kalkulierter spielen Das alte OG war noch mehr Genie im Chaos Falcons ist Eher eine sehr geölte Maschine Die aggressiv Und Unaufhaltbar Den Sieg Anstrebt Ja Sie werden die Spiele Natürlich auch noch Sehr effizient Es gibt aber definitiv Parallelen Ja Ich auch Dodo Dodo Ich hoffe natürlich sehr Dass Extreme Gaming Jetzt mithalten kann Also wer gewinnt Da muss ich echt sagen Habe ich gar keinen So krassen Favoriten Ich würde es Falcons wieder gönnen Ich finde die Spiele auch einfach geil Es macht Spaß Ich würde es auch absolut Extreme gönnen Aber vor allem möchte ich Richtig gutes Spannendes Unterhaltsames Dota sehen Und dafür muss Extreme Richtig Richtig gut sein Weil Falcons Sind einfach ganz oben Sie sind Der Mount Everest Der Dota Szene aktuell Den es zu erklimmen gilt Und da oben ist die Luft Dünn Gibt nicht viele Die das schaffen Ja ich glaube auch Skywreck Dass die da rein fließt Perfekte Mischung Auch mit Amar Und so Die Lane ist so abartig gut Crit und Amar zusammen Marine und Amar Machen die ganze Zeit Individuelle Giga Plays Und dann hast du aber Diesen weißen Eremiten Der dahinter sitzt Und sagt Mein Junge Nur noch zwei Meter weiter Dann müssen wir umdrehen Ist einfach ein Sehr gut zusammengepicktes Lineup Da hat jemand Genialität bewiesen Wie waren die Games denn gestern Ja also eigentlich Alle nicht so empfehlenswert Dodo Bis auf die letzte Serie Würde ich sagen Die kann man sich Durchaus mal reinziehen Vom absoluten Hocker Hat es mich nicht gehauen Ich bin bei sowas ja mal ehrlich Aber dein Klick Freut mich trotzdem Falls du dir noch was ansehen willst Davon dann gerne Die letzten Spiele Das war ganz cool Davor Eher meh Heute war es schon ganz nice Gerade die zweite Runde Extreme gegen Ezra Hat echt Spaß gemacht Und Falcons gegen Extreme Könnt ihr natürlich nochmal eine Schippe draufsetzen Ja Sepp und Notale Haben halt auch gerne Ein bisschen Party gemacht Und haben sich vom Hype Mitreißen lassen Ich denke auch Krit ist da Sehr viel Ruhiger Der hat ja auch schon Gesagt Dass er oft Nicht mal viel Freude Oder Wut Oder andere Emotionen Empfindet Ganz bewusst Wenn er spielt Ob er jetzt verliert Oder gewinnt Um in so einem sehr Entspannten Mindset Zu bleiben Das hilft ihm wahrscheinlich Einfach besser zu performen Ja Vor zwei Vor zwei, drei Tagen Sag jetzt nichts Falsches Zum Henry Bot Dr. Togo Der versucht schon Den ganzen Tag Heute abzauern Habe ich das Gefühl Danke übrigens Psycho Für den Twitch Den du vor ein, zwei Stunden Gemacht hast Falls du es gerade noch zufällig hörst Vielleicht sehe ich dich ja morgen Zum Patch Warteraum Henry Bot Kann gehen Ich sammle gerne die Donations Für ihn Die sind bei dir sicher In guten Händen Dodo Davon gehe ich stark aus Wissen ja viele nicht Der Henry Bot Kriegt natürlich Natürlich Prozente Von den Spendengeldern Das ist ja Selbstverständlich Also ich bin da Kein Unmensch Und unterstütze Meinen pixeligen Freund Ich habe ja schon wieder Nervige Werbung Ich lasse die mal weiterlaufen Ich will ja den Hauptstil Im Auge behalten Aber der Countdown steht Also in 10 Minuten Müssten wir Müsste es langsam spannend werden Gerade noch kleine Pause Ihr könnt das sehr gut nützen Um zu essen übrigens Oder zu trinken Oder zu snacken Oder irgendwas Weil danach Ist der Fokus natürlich Auf Dota Das ist ja ganz klar Als ob man dabei Noch Zeit hätte Anderes zu tun Mitnichten Die nächsten 5 Stunden Gehören dem Best of 5 Oder? Es kann jetzt natürlich Auch alles passieren Das kann ein 3 zu 0 werden Dann dauert es Wahrscheinlich Mit Wartezeit 3 Stunden Es kann aber auch Ein 3 zu 2 werden Und 5 oder sogar 6 Stunden Oder so gehen Ich gönne dir dann auch Die 15% Die du sonst Den Bot gibst Oha Oha Also machst du mir Den neuen Bot Der Dodo Bot Das klingt auch nicht schlecht Und ich muss nichts mehr abdrücken Das verlockend Aber das würde ich nicht Übers Herz bringen Dafür hast du selber Schon zu viel gespendet Das kann ich jetzt nicht mehr machen Dafür bin ich nicht Herzlos genug Gegenüber dir Weil Geld erwärmt mein Herz Du hast dich bei mir Bereits eingekauft Ich empfinde Affektion zu dir Aufgrund deines Geldes Viele Leute Mögen andere Attribute Bei Menschen So oberflächliche Dinge Wie Charakterstärke Vertrauenswürdigkeit Gepflegtheit Humor Ich finde das ist alles Totaler Quatsch Es geht darum Ob ich Kohle bekomme Ja unklug Unklug Ach sogar Ah ja okay Die machen das glaube ich Immer bei einer neuen Serie 17.55 geht es Offiziell weiter Aber der Draft Startet natürlich erst Um 18 Uhr Ich habe hier sogar Auch noch Essen Ich bin noch vorbereitet Es ist so eine Schüssel Mit Kram drin Das heißt Einmal kann ich noch speisen Das müsste fürs Best of Five reichen Ich merke auf jeden Fall Dass der Stream heute Ein bisschen kürzer ist Ich habe ja eine Stunde Später gestartet Weil es eine Stunde Später losging Und jetzt sind wir schon In der letzten Serie Von meinem Rhythmus Habe ich das Gefühl Jetzt fange ich gerade erst an Weil das nächste Best of Three Auf uns wartet Und dann nochmal warten Und dann noch ein Best of Three Aber jetzt kommt einfach Eine geile lange Serie Auf uns zu Spiel um Spiel um Spiel Und es ist auch noch Das Grand Final Also auch noch Das wichtigste Spiel Des ganzen Turniers Und natürlich damit Auch eins der wichtigsten Spiele des ganzen Jahres In Lothar Was für ein Kram Skier So ein Müsli Mit Haferflocken Und Granatapfelkernen Und so Und dann Apfel Banane Leinenöl Kakaonips Und so kleine So eine Und 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 So Vollkornhaferflocken Und so Ach ich weiß nicht wie die heißen Diese kleinen Ach ich weiß nicht wie die heißen Mann ich gebe auf Ich gebe auf Zeug halt Lass uns mal checken Was Falcons so in letzter Zeit Gedraftet hat Die haben immer so reingestompt Dass ich darauf nicht richtig Geachtet habe Falcons hatte Und so und jetzt Und jetzt heute gegen Extreme Gaming Lass das mich so sagen Spielerisch denke ich immer noch Falcons ist das viel viel stärkere Team Und gewinnt bestimmt Aber Aber das Ja das sind Indikatoren Schon in eine gute Richtung Hast du Den Slada Ich glaube die würde Von Falcons auseinander genommen werden Seid ihr schon aufgeregt Nur noch Wenige Minuten Dann sehen wir den ersten Draft Was ist dir denn so Moritz Was gönnst du dir geiles Ich esse ja gerade selber genug Um nicht neidisch zu werden Da kann ich das Annehmen Ja 63 Likes Ist doch schon ganz gut Für den aktuellen Streamstand Dodo Vielleicht bettel ich Nachher nochmal Zieh Mit meiner kleinen Tasse Durch die Zuschauerstraßen Lass sie klimpern Und hoffe dass der Ein oder andere Ein Like reinwirft Es wird auf jeden Fall Nice Falcons Mal wieder zuzusehen Die machen immer sehr viel Spaß Man sieht aber nicht so viel von ihnen Weil sie mal alles 2-0 abschlachten Das würde ich nicht machen Dota2go Absolut nicht Erstmal nicht Das kommt erst später Die erste Runde sollten sie Alles entgegenwerfen Was sie aufgebaut haben Seit ihrem letzten Aufeinandertreffen Mit Falcons Und da ist einiges da Sie sollten erstmal versuchen Ihr aktuelles Komfortmeter Zu ballern Yo Bazi Ich danke dir Sehr sehr nice von dir Ich habe dir Ehre Ich habe dir Ehre Und Damit ist ja sogar Die Startgebühr geliefert Fürs Game Dann kannst du ja gleich Schon reingehen Nice nice Ich glaube wirklich Dass erstmal Extreme alles In die Waagschale Werfen sollten Was sie hier haben Und wenn es nicht klappt Wenn Falcons Einfach da Trotzdem Stompt Dann können sie Anfangen Richtig kreativ zu werden Und versuchen Falcons aus der Reserve Zu locken Oder sich nochmal Neu zu erfinden Erdnussflips Sind schon nice Erdnussflips Sind underrated Tatsächlich Finde ich Erdnussflips Sind wie Salzstangen Ich kaufe die nie Und denke mir mal Die doch nicht Aber wenn sie jemand gekauft hat Esse ich fleißig mit Ich würde es irgendwie auch gerne sehen Oder zumindest Dass sie es richtig knapp Und spannend machen Hendricks Bei mir gibt es gleich Grillreste Oh geil Von gestern Zwei Steaks in der Mikrowelle erwärmt Nicht geil Aber immerhin Was ist doch voll geil Muss ich dann Weder was bestellen Noch selbst machen Also zwei Steaks Aus der Mikrowelle Würde ich jetzt aber Mit Kusshand Verspeisen Geil Wenn alles nicht hilft Hilft nur 3 Und Protektor Post 1 Man darf ja träumen Man darf ja träumen Ich meine Realistische Chance Dass wir sowas heute sehen Falcons sind ein variables Team Aber erst später In den Best of 5 Das heißt Wenn sie tatsächlich Gegen Extreme Gaming Verlieren sollten Auch wenn es eher Unwahrscheinlich ist Kann es gut sein Dass sie in ihrem Draft Irgendwelche Sachen probieren Mit denen wir nicht rechnen Die uns überraschen Die nochmal frischen Wind reinbringen Andersrum ist die Chance Sogar noch größer Wenn Extreme Gaming Ein, zwei Runden verliert Gerade mit ihrem Standardkram Wenn Falcons es schaffen Da völlig drüber Drüber zu laufen Dann könnte von der Seite Auch was Kreatives kommen Es kann sogar sein Ich glaube nicht unbedingt dran Aber es kann sogar sein Dass Falcons bewusst Extreme Gaming Ihr Lieblingsline ablässt Ich gehe jetzt mal davon aus Das ist so Lifestealer Slada In die Richtung Und sie bewusst versuchen In der ersten Partie Auf diesen Helden zu besiegen Weil dann hätten sie Sie nicht nur mit einem 1-0 In die Ecke gedrängt Sondern auch mit einem Krassen psychologischen Vorteil Weil sie gezeigt hätten Wir schlagen das Was ihr am besten könnt Was für euch am besten funktioniert hat Das gibt es manchmal Dass das Team In der ersten Runde Bei einem Best of 5 Wenn es so viele Spiele gibt Sich entscheidet Den Gegnern Ihren Komfort zu lassen Ist aber auch ein Risiko Weil wenn du mit deinem Komfort gewinnst Dann hast du Momentum aufgebaut Das Risiko ist nur deshalb Nicht so hoch Weil du den dann immer noch Wegbannen kannst Als Gegnerteam Und dann versuchen kannst Es immer noch zu drehen Das Spiel Wenn du den Gegnern Nicht das allerstärkste gibst Also es könnte sein Dass wir sehen Dass Falcons ihn das durchlässt Aber ich glaube Ich habe so den Verdacht Sie werden Lifestealer Schrägstrich Slada Ziemlich früh bannen Zumindest eine der beiden Komponenten Spätestens zweite Bandphase Sollte einer rausfliegen Das wäre nice Kevin Warte du isst Kartoffeln Und Kartoffelsalat Das passt gut zu Eiern Aber es ist dennoch Eine eigenartige Kombination Irgendwie für mich Genau Hendricks Das wäre es ey Jetzt gewinnt Extreme Und dann schreibt Armin das Das wäre Das wäre Das i-Tüpfelchen Hast du eigentlich Mittlerweile den Kühlschrank Punk Bestimmt oder So wir sind Bei 58 Sollte demnächst Abgehen Sehr ausgewogen Kartoffeln und Kartoffelsalat Hast immer noch keinen Alter Hey was machst du denn Ohne Kühlschrank Das verstehe ich gar nicht Du musst doch irgendwas haben Um deine Sachen zu lagern Wie kann man in zwei Jahren Keinen Kühlschrank haben Ah es ist zu wenig Die Steaks meinst du Oder was Zwei Steaks Ist doch nicht wenig Aber jetzt habe ich doch Bock Jetzt hast du es doch geschafft Irgendwie ist es genau das Was ich gerade nicht habe So ein geiles Steak Du könntest da ja was addieren Hast du noch ein Brötchen Hast du noch Brot Machst du dir ein geiles Steaksandwich Bisschen Ketchup ran Vielleicht ein paar Salatblätter Tomate Gurke Röstzwiebeln Was man halt da hat Oder nicht Aber irgendwas davon hast du vielleicht Alles rauf Was am Start ist Und dann snacken Ich bin direkt Verwertet Rüber zu Rewe Kaufe was Ich brauche und gut Es ist ja total verrückt Ich weiß dass du nah An einem Rewe wohnst Aber Trotzdem krass Die M&M's sahen nice aus Ich hätte gar nicht gedacht Dass es sowas gibt Die gottlose M&M's Die kühlen Ey du sparst den Strom Das ist ja so verrückt Und am Sonntag Machst du dann halt einfach Hast du Sachen für den Sonntag Die man nicht kühlen muss Kein Kühlschrank Easy Kein Problem Kein Kühlschrank Kein Problem Sagt Punk immer So wir haben es 18 Uhr Eigentlich könnte jetzt schon Was am Start sein Aber ich glaube noch nicht Das große Grand Final Ist noch nicht gestartet Aber bald Bald Es kann sich nur noch Um Sekunden handeln Oder Minuten oder Stunden Oder Jahre Aber es kann sich nur noch Um Zeit handeln Es wird wahrlich Eins der Spiele aller Zeiten Welches auf uns wartet Alkohol Ey du kannst es immerhin Mit einem guten Bier Ablöschen Es ist ja schon fertig mariniert Du löschst es Du haust es nochmal in die Pfanne Löschst es ein bisschen mit Bier ab Und dann komm Immerhin Das wird schon kurzfristig Sättigen Sie haben gerade nochmal alles gezeigt Die Swiss Stage Die Group Stage Und dann die Playoffs Die jetzt gerade Ihr Ende finden werden Vielleicht ein Yes Ende Wenn man Falcons Ritt durchs Upper Bracket Weiter vertraut Dann Könnte das passieren Aber Mit Extreme haben sie Mit dem Extreme Was jetzt existiert Bin ich mir sicher Hat Falcons Die höchste Die größte Herausforderung Vor sich bisher Also haben sie jetzt Den stärksten Gegner Der möglich war Gegen sich Da bin ich Ziemlich optimistisch Die einzige andere Alternative Wäre ein Liquid gewesen Was Extreme An diesem Tag Geschlagen hätte Weil ich glaube Die hätten auch Aserway geschlagen Ah kein Bier Bitte Ich finde auch Keinen Kühlschrank zu haben Ist echt krass Ach die sind Handbedruckt Ich dachte mir schon Als ob irgendwie M&M sowas produziert Du hast 78 Euro Für gottlos M&M ausgegeben Alter Punk Was ist da los Bei dir Ich weiß nicht Ob ich es richtig geil Oder sehr komisch Finden soll Irgendwo dazwischen Wahrscheinlich Ich habe uns gar Keine Musik gespielt Über diese lange Pause Muss ich mich entschuldigen Habe ich einfach Nicht getan Ich habe gestern Einen Kühlschrank verkauft Ah ja Nicht an Punk Auf jeden Fall So viel ist schon mal klar Der kann mit dem nichts anfangen Was will ich denn Mit dem Kühlschrank Ich habe einen Rewe Der kühlt 24-7 Bro Ja probier mal Lothar to go Ich glaube das bereut man schnell Ehrlich gesagt Hier steht schon All set for the grand final Also sieht gut aus Ich spare mehr Strom Dass ich nicht mehr den Herd nutze Und nur mittags auf Arbeit koche Ja Okay Habe 380 Euro Strom zurückbekommen Krass Ja ich habe keine Chance Mein Mitbewohner hat sich Ein Energieeffizienz F- Bildschirm geholt Und eine Playstation 5 Und zockt den ganzen Tag Weil er Trennungsschmerz hat Kannst du nichts sagen Und verlierst trotzdem Geld Also ich habe verloren Mein Stromthema Ist durch das Thema Lange sehen wir uns hier nicht mehr Ich stehe kurz vor dem Ruin glaube ich Wenn die nächste Stromrechnung kommt Dann war es das mit mir Also ist echt doof gelaufen Der kommt hier rein in die Wohnung Läuft auch alles Dann trennt er sich Und fängt die ganze Zeit an Zu zocken Scheiße So habe ich nicht gewertet Ich wollte hier der Stromausgeber sein Und es dann umschlagen auf ihn Das ist schon geil Punk Muss sagen Das ist schon ziemlich geil Ja F- Gecurved und groß Ist ein Inder Da guckt er nicht drauf Ist ihm egal Oh der sieht geil aus Den kaufe ich Guck mal da ist F- Wie was heißt denn das Henry Es war zu spät Ich hätte ihn früher warnen müssen Er hat ihn einfach gekauft Und zack Ah ich habe ihm schon vorgewarnt Dass wir nachzahlen werden Ordentlich Ich meine ich gebe ja hier auch Strom aus durch die Beleuchtung Obwohl durch mein neues Objektiv Spare ich dahingehend Das Licht muss nicht mehr so hell sein Oh was sehen meine Augen Sie sind entzückt Falcons gegen Extreme Gaming Der Draft Er wartet auf uns Vielleicht der bessere Ansatz Punk Freundin Minus Ja Wenn kein Kühlschrank benötigt wird Ich hätte noch Eine Waschmaschine Und einen Wasserkocher Ey Moppel benutzt das hier Als neues Ebay Kleinanzeigen Und warum auch nicht Ja So eine Waschmaschine Kann man immer mal gebrauchen Einen Wasserkocher Ey why not Meiner ist schon ziemlich alt Und verkalkt Könnt ihr jetzt bei Moppel kaufen Zum Schnäppchenpreis Von nur 60 Euro Einen Wasserkocher Henry Kleinanzeigen Der große Markt Fünf nach schon Aber Lobby ist ja schon auf Die sind echt so pünktlich In dem Turnier Das muss man ihnen lassen Meine Waschmaschine ist auch weg Sag ja Freundin ist abgehauen Warte mal Moment 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 Du hast keine Waschmaschine Punk Ist nicht dein Ernst Du hast keinen Kühlschrank Und du hast keine Waschmaschine Aber du bist Mitglied hier Okay Okay alles gut Er hat eine Waschmaschine Leute er hat eine Waschmaschine Wir müssen nicht vorbeigehen Und ihn unterstützen Vor allen Dingen Nicht mal nur neue Runde Malte Sondern der Beginn des Grand Finals Erstes Spiel Des letzten Best of Five Dieses Turniers Es geht um 300.000 Dollar Als für den ersten Platz Zweiter kriegt 150.000 Ja ich hab Ich hab den Waschmaschinen Freundin Analogie Witz dann auch noch verstanden Enhaya Habs aber extra ein bisschen umgangen Toll dass du es nochmal hervorhebst Aber ich hab's auch erst spät gecheckt Eigentlich müsste es reingehen jetzt Warte mal Na kurz warten Aber sollte gleich klappen Rewe hat ja auch ein Geschirr Stimmt stimmt Kann auch bei Rewe abwaschen Warum nicht Aber was wahrscheinlich Wirklich der Fall ist Ist dass die Leute Äh Bei Rewe Punk Schon richtig gut kennen Weil wenn du immer nur Für den nächsten Tag Oder maximal für den nächsten Tag Einkaufst Bist du ja dauernd in dem Laden Dann auch für Kleinigkeiten Immer wieder Er wohnt daneben Zack Rein raus Rein raus Also äh Der Rewe wird wahrscheinlich Täglich von Punk frequentiert Und die Leute sind schon so Oh da kommt Punk wieder Da kommt wieder ein Typ ohne Kühlschrank Oh Und dann fängt er auch noch an So Sachen die ihr schon gekauft habt Heimlich in den Kühlregalen zu verstecken Das lass ich mal bis morgen hier So Wir haben's Grand Final hat begonnen Extreme Gaming gegen Falcons Best of Five Steht vor der Tür Wer wird die Elite League gewinnen Es kann nur einer von den beiden werden Wird Extreme Gaming Nach den Lower Bracket Erfahrungen An denen sie wachsen konnten Mit Drafts und Ingame Soweit überzeugen können Dass selbst ein mächtiges Ein scheinbar allmächtiges Falcons Ins Wackeln kommt Oder wird Falcons Seine Dominanz knallhart Fortführen Und hier Sich als unschlagbar erweisen Das werden wir alles In den nächsten Stunden erfahren Herzlich willkommen An dieser Stelle nochmal Schön dass ihr zum Grand Final Der Elite League Mit dabei seid Ich freue mich sehr darauf Diese Zeit mit euch gemeinsam zu verbringen Und vor allem natürlich auch Auf richtig geiles Dota Was wir uns dann Anschauen können Let's go Ah ok Max Gut zu wissen Das erleichtert mich Aber hatte er auch F- Er hatte nur E Ich kaufe aber ehrlich gesagt Mein Mittag auch immer direkt Und nicht auf Vorrat Ah ja krass Ich kaufe eigentlich immer auf Vorrat Ich finde es mega lustig Dass du Vorrat mit D geschrieben hast Eigentlich gebe ich sowas nicht hervor Aber das finde ich gerade irgendwie lustig Ich rufe da an und sage Ich brauche morgen zwei Bier Von der Sorte Legt mir das mal kühl Ich sehe es richtig Ok Hanna Dann aber schnell jetzt Hurtig hurtig Ein bisschen neidisch bin ich ja auch Weil das Wetter ist echt geil Aber Ich bleibe euch natürlich erhalten Während Hanna Sich an der Luft erfrischt Vielleicht kannst du ja In den fremden Kleingarten Und da heimlich ein bisschen buddeln Bis nachher Alles klar Wir sehen schon mal Bands Die sind erstmal relativ Standard Würde ich sagen Der Sniper sticht ins Auge Den Falcons gebannt hat sehr schnell Weil den fand ich jetzt als First Pick Gar nicht so erfolgreich Heute Trotzdem ist er weg Phönix ist weg Ok Extreme Hatte gerade einen Phönix Der war aber nicht Der ganz große Leuchtvogel Also da gab es krassere Komponenten Ich fand Lifestealer und Slada Vor allem sehr auffällig stark Und die Naga nicht zu bannen Verstehe ich gut Weil da wie gesagt Denke ich Dass Extreme Es einfach besser gespielt hat Als Aserway Und die Schornmöglichkeiten hatten Sie zu schlagen Das Robda ist durchgekommen Also wird er gepickt Pangoli ist gebannt Den kriegt Falcons nicht Razor ist noch da Sie lassen jetzt nicht wirklich Falcons den Razor Sie haben jetzt nicht Nein bitte pick ihn nicht Komm pick ihn einfach nicht Nein 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 Zusammenreißen Sie denken auf jeden Fall Über Razor nach Aber es gibt halt noch eine andere Option Die ihnen gefällt Vielleicht haben sie auch was anderes Sie haben bestimmt was anderes geplant Sie haben garantiert gedacht Razor kommt nicht durch Für den ersten Pick Den lassen sie ihnen nicht Oh ich habe doch gerade noch gesagt Extreme Hat letztes Mal Zweimal Ich dachte das hätte Ich dachte er kommt nicht durch Ich dachte nicht Dass sie ihn Razor lassen Hätte ich jetzt lieber Einen Pango gesehen Ey Obwohl ich den nicht mag Du bringst mich auf Ideen Kann ich verstehen Ich hätte es auch nie hervorgehoben Würde ich nicht wissen Dass du mit sowas Jetzt nicht regelmäßig Problem hast oder so Du hast ja eine gute Rechtschreibung Und dann habe ich zugegeben Dass es mir einen Inneren Schmunzler Abgelockt hat Hannah darf zu mir In den Garten Wir sind wieder am Grillen Das klingt sehr geil Bin noch auf Arbeit Halbe Stunde dauert es noch Dann dürft ihr Euch auf geistreiche Beiträge Von mir freuen Ophelia Wir sehen uns nachher Gott im Himmel Jetzt haben die den Ja er ist Er ist halt Sehr stark Sehr sehr stark Momentan Moritz Also auf jeden Fall Einer der stärksten Und dazu kommt Dass Falcons ihn Gegen Extreme Gaming In ihrem letzten Aufeinandertreffen Vor zwei Tagen Zweimal Firstpicked hat Und zweimal haben sie damit gewonnen Und zweimal war auch der Razor Eine große Komponente Dieses Sieges Verstehst du? Verstehst du? Ganz schlimm Ganz schlimm Hallo Uncle 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 Soul Ah Das ist es nicht gewesen Den Razor durchzulassen Wirklich nicht Sehr 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 fragwürdig Und ich ging halt auch davon aus Wenn sie ihn durchlassen Picken sie ihn selber Aber sie wählen Einen der stärksten Supports Momentan Okay kann man machen Und lassen Falcons den Razor Und jetzt Sieht es schon echt Gefährlich aus Weil Die sind mit dem Helden Die sind eh unaufhaltbar Aber mit dem Helden Sind sie halt Nochmal Eine Ecke heftiger Meiner Meinung nach Ja check ich auch nicht Henrik Sie geben Sie nehmen sogar Den SD raus Der eine Antwort gewesen Wäre eine kleine Sie nehmen sowas Wie einen Pengau raus Der mit Bloodseeker Übelst weggekontert wurde Neulich Und der als First Pick Sich nicht wirklich Ja etablieren konnte Und sie lassen ihn Den Helden durch Gegen den sie selber Verloren haben Jetzt hätte ich gedacht Sie haben sich vielleicht Genau darauf eingestellt Und haben gegen den auch Gelernt In der letzten Serie Aber ich glaube nicht Dass sie sich gegen Falcons Wirklich eingestellt haben Dafür war der Weg Durchs Lower Bracket Zu weit Die hatten natürlich Immer ihren nächsten Gegner Primär im Kopf Ich glaube auch nur Dass Falcons mit dem Draft Überlegt hat Weil sie eigentlich Dachten sie kriegen Razor nicht Und schon überlegt hatten Davor geplant hatten Davor was sie sonst picken Und jetzt haben sie ihn aber Deshalb haben sie Nachgedacht Nö man Blaut einfach Razor Man macht einfach BKB und sowas Dodo Einfach normaler Razor BKB Bisschen Auto Attack Damage Und ist Ultra stark Dazu spielen sie auch noch Einen sehr sehr guten Razor Earth Spirit Für Crit Also sie kriegen Ihren Crit Earth Spirit Haben sie auch jetzt Recht früh gepickt Der funktioniert oft Sehr sehr gut Und er gibt auch Sehr nice Control für den Razor Wenn jemand links Und dann wird er von dem Spirit kontrolliert Oder er kickt den Auf den Razor Während er Eye of the Storm Hat oder so Ist das extrem unangenehm Einer der besten Earth Spirit Spieler der Welt Das finde ich ziemlich smart Den jetzt schon zu picken Weil sie haben Doppelpick Picken sie jetzt auch den Lifestealer Das ist auch noch so ein Problem Lifestealer ist echt nicht so nice Gegen Razor Auch sowas Also ihren Lifestealer Können sie eigentlich nicht Draften da rein Würde ich sagen Oder kaum Zumindest Sehr picken sie ihn auch Jetzt noch nicht Schauen ob Falcons ihn Vielleicht noch bannt Sonst machen sie es Vielleicht ganz am Ende Wenn er so weit durchkommt Grimstroke Slada Das war ab da Doppel Glimpse Das ist schon ganz nice Also Extreme pickt Ihre Das was sie mögen Was für sie gut funktioniert Grim ist gut in ihren Händen Slada ist sehr gut in ihren Händen Keine Frage Slada ist momentan Einfach auch sehr stark Und den spielen sie ebenfalls Also es ist Es ist okay Aber sie lassen halt Falcons War Zeug Was ich nicht erwartet hätte Und ich glaube auch nicht Dass der Slada Die Kombo mit dem Lifestealer Hier bekommt Ne Wollt es gebannt Ja Ancient twist Ancient twist Kann hier meiner Meinung nach Auch schief gehen Das ist ein richtig fieses Opfer Für Infest Oder zumindest Für Slada Im Allgemeinen Der leidet unter Untouchable Bis er BKB hat Aber abgesehen davon Kann die Ange schon Ziemlich schnell Geburstet und getötet werden Wenn man Vision auf sie hat Mit Cross the Face Und ein paar Autotex Über den Core Applizieren kann Oft werden Cores Gegen Ange auch gespielt Die durch ihr Untouchable Ganz solide durchkommen Also Ange kann Gefahr laufen Aber hat auch eine starke Landing Stage Und wenn man sie nicht aufhält Dann kauft sie eine Dragonlance Als Support Und vielleicht Chart oder so Und sproinkt da rum Ich weiß gerade gar nicht Ob das das Agar war Was ich meine Dass sie dann immer so Zurück hüpfen kann Und Impetus schießen kann Aber auf jeden Fall Holt sie dieses Zeug Und macht alle fertig Ne PL wird nicht gepickt Das glaube ich nicht Genau Der Link ist viel zu stark Also Razer Erstmal ist PL nicht Meta Aber Razer Kontert PL ganz gut Und Noch besser Kontert er tatsächlich Lifestealer Also sie haben echt Ich war mir so sicher Dass kein Razer In dieser Serie auftritt Ich habe das Gefühl Er ist Ultra gut gegen das Was Extreme gerne spielt Er ist ultra gut in Falcons Händen Sie haben schon gegen ihn verloren Naja Troll Falcons picken Den Troll Was macht Extreme Schade Punk Ich habe drauf gehofft Oh wer ist denn da Submarine Höchstpersönlich Ja moin moin Mein lieber Was geht ab bei dir Cool dass du zum Finale Hier dabei bist Wie gut ist OD hier Schwer einzuschätzen Nicht schlecht Tatsächlich nicht schlecht Weiß nicht ob Extreme OD überhaupt spielen Ja Troll ist richtig gut gegen Slatter Da ist er Der Armee Klings Sie picken damit Einen Hard Carry Der Razer Link Gefahr ein wenig umgeht Weil er Burst Damage macht Aus dem Nichts erscheint Und Range besitzt Also keiner der Carries Die von dem Razer Gekontert werden Sie können potenziell Potenziell Betonung darauf Den Troll kiten Und mit den Klings Mit dem Klings finischen Bevor er Ulti rausbekommt Oder so Also es ist schon Ein passender Pick Aber Ich bin nicht überzeugt Von Extremes Klings Bin ich einfach nicht Hat bisher Meistens gewackelt Auch wenn sie mal gewonnen haben Er kann gesilenced werden Vom EarthBoot Er kann erwischt werden Gekickt werden Der Troll kann auch mal rankommen Dann basht er ihn Das wäre das Horror Szenario Für den Klings Gleiches gilt für den Razer Der kann auch mal rankommen Und ihn niederfräsen Seine Deckung ist nicht so geil Er hat nur einen Slada Der ihn schützt bisher Die beiden Supports Ein absoluter squishy Backliner Er geht nicht so gut Mit Grimm finde ich Obwohl Bind vielleicht mit Barrage Oder Aber das ist ja kein Target Trifft er vielleicht so beide Hm 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 Ja das verstehe ich voll Submarine Das kann ich gut nachvollziehen Aber Wenn du möchtest Guck doch mal Zum neuen Patch vorbei Also heute natürlich noch Grand Final Das kann man auch genießen Aber danach kommt ja der neue Patch Morgen bin ich auf Twitch Mit dem Warteraum Äh TwitchTVsHenryo90 Und danach Bin ich äh Natürlich trotzdem Falls er nicht schon morgen rauskommt Wovon ich eher ausgehe Sehr wach Was das Thema angeht Und wenn er da ist Wird es auch Videos dazu geben Und vielleicht ändert er ja einiges Ich hoffe tatsächlich Sehr auf den Patch Und auf Änderungen Die mir Spaß bringen Weil ich dem Meta sehr müde bin Es ist für mich kein so schlechtes Wie für dich Also mir macht der Patch schon Spaß Aber ich glaube Ich habe auch gerade einfach Eine ganz gute Dota-Phase Wo ich Lust aufs Game habe Und das hilft mir dabei Ich hoffe aber auch Dass noch einiges geändert wird Jetzt demnächst Hat bestimmt funktioniert Dieses MyPunk Ich glaube dran Ich glaube jetzt Hat sich die Edge-Cosplayerin Endlich gesehen Klingt Ganz bestimmt Ich hatte vorhin schon mal gefragt Was pickt man idealerweise Gegen einen Troll Das ist halt Meinst du jetzt Auf der Carry-Position Oder Meinst du so einfach Als Als Konter Gegen Troll Weißt du Weil da gibt es Unterschiede Du kannst Ach ich weiß nicht ey Troll ist so ein Held Du kannst ihn schon kontern Einen der Herd Aber nicht viele Helden Kontern ihn so richtig doll Er ist halt allgemein Aber nicht ganz so krass stark Weil seine große Schwäche In der Ulti liegt oft Weil die von Leuten Ausmanövriert Gekitert wird Und dann stehst du irgendwo Mit keinem Leben mehr Und stirbst Razor-Konter-Troll Den haben sie jetzt halt selber OD-Konter-Troll Sowas Ex-Konter-Troll Ja Ex-Konter-Troll sogar sehr gut Weil er die Ulti Culling-Bladed Ist richtig Generell Ja okay Hm Kommt der neue Held Auch ja Der kommt mit dem Patch auch Puppet Master wird rauskommen Death Prophet Die war schon mal sehr krass bei ihnen War das Extreme Gaming Ich glaube es gab mal ein Spiel Da war ich so Hm mal sehen wie die klappt Wir müssen mal gucken Und dann ging es richtig ab Ey Die Death Prophet Komplett ausgerastet Die gefällt mir auch Also ich habe die neulich In meinem Spiel gesehen Wo ich glaube nicht gecastet habe Und da fand ich sie auch gut Oh und Falcons picken noch einen Doom Den hätte ich auch gern bei Extreme gesehen Mit dem Grimmstrop zusammen Machste nix Ey Schon nice to draft Also die Death Prophet Gefällt mir Durchaus Die haben auch sowas noch gebraucht Habe ich das Gefühl Und Falcons mit dem Doom jetzt noch Schickes Ding Da muss der Klingst noch vorsichtiger sein Stimmt Necro ist auch nicht so schlecht gegen Troll Würde ich auch sagen Dass der gut kontert Hallo Dönert hier Bei Extreme Gaming zu wenig Stunts Hm Ja es geht so Also sie haben nicht super viel Gerade Hard Stunts Haben sie nicht so viel Aber sie haben Bashes Sie haben Gleibnir vielleicht auf dem Klingst Sie haben Soulbind Sie haben Silence Sie haben Glimpse Sie haben Static Field Also sie haben ganz viel so Sachen die Leute binden Festhalten Zusammenschieben Ähm Repositioning Liefern Und dann haben sie den Slada Silence von der Death Prophet Also ich glaube Es könnte noch okay sein Aber so richtige Hard Stunts Disable Chains Haben sie nicht Sehr viel Silence Haben sie Der hat ein Triple Silence Klingst des Post 1 Ja Der wird bestimmt wieder Desolator kaufen Dragonlance Shard Und den ganzen Kram Manchmal kauft er ein Orchid Ich weiß gerade nicht Ob Untouchable Eine Ancient Twist Vor Orchid Clings rettet Oder ob der zu viel Schaden macht Wenn er sie kombot Bin ich nicht sicher Weil die wären ein gutes Ziel für ihn Ja stimmt Das könnte sein Henrix Dass die Witchblade geht Witchblade Aga Ist saugeil Ähm Kann ich mir schon vorstellen Dass sie es probieren hier Stimmt Orchid auch noch Ey interessant ne Ob Arme jetzt trotzdem Noch mal Orchid geht Wenn er so ein Silence Lineup hat Bestimmt aber nicht Ich denke mal Das wird eher Ein desoletter Dragonlance So was Oh nein Ich hab nicht pausiert Müssen wir jetzt ingame machen Hab ich vergessen Seid mal so nett und erinnert mich daran Nach dem Spiel Dotanoid zu starten Weil ich hab diese kleine Bildverschiebung Die nicht wirklich stört Aber die Die ihr auch nicht seht Aber die ich dann gerne Entfernen würde Weil das ist jetzt schon wieder so Alles klar Wir müssen kurz warten Gehen wir zur Radiant Seite Die ist schöner Da sehen wir schon Einen Smoke Sind auf Pro Niveau Könnte es sein Dass sie dann viel zu viel Silence haben Also ich gehe nicht davon aus Dass er Orchid kauft Dankeschön Skyback Sehr sehr nett von dir Genau jetzt wollte ich es hören Perfekt Toll was tät ich ohne dich Du Sau So ich Essen hab Anti Match Wieso Gegen wen Gegen was Match Gegen Falcons Anti Match Ist super schlecht Gegen Troll Und der Static Link Ist anstrengend Auch wenn er rausblinken kann Und Doom Ist auch gefährlich Weil du kannst es nicht Garantiert reflektieren Eher im Gegenteil Also gegen Troll Ist Anti Match schlecht Und wie gesagt Razer Ja Du bist nicht so ein Opfer Für Static Link Aber manchmal eben schon Ja Du bist zu Du bist nicht so Ja Puede Du bist Sort Du bist Du bist Ich » Warum an Dying gegen Troll? Der Troll kann den Tomb gut zerstören. Ich wüsste jetzt nicht genau warum. Vielleicht wegen Decay Spamming oder so? Vielleicht ist der auch gut dagegen, ich kenne das nicht so gutes Matchup. Hätte jetzt aber nicht gedacht, dass Dying so geil ist gegen Troll. Ja, er wurde dieses Turnier mal gepickt. Von Extreme Gaming tatsächlich. Haben leider verloren, aber war ein echt geiles Game. Wegen der Verlangsamung? Ne, ne. Also gegen sowas kommt Troll schon klar. Troll will vor allen Dingen nicht in seiner Ulti gekitet und rausgenommen werden. Alles was ihn irgendwie aus dem Spiel nimmt, ist fies und auch dasselbe, der durch BKB geht, ist fies. Zum Beispiel ein Beastmaster mit War, der ihn Stunt während er Ulti hat. Solche Sachen mag er nicht. Oder Leute, die sich retten können vor ihm. Mag er auch nicht. Alles was ihn kitet, ist unangenehm. Er ist auch extrem gut gegen Troll wegen Static Link. Er kommt da ja nicht weg. Ich glaube nur Armee, oder? Weiß jetzt nicht, wie viele andere das noch probieren, den Helden. Fünfmal Jules sicher nicht, aber ein bisschen könnte, also, die werden schon Jules kaufen. In dem Silence. Und Extreme kann auch sehr gut Jules kaufen, stimmt. Naja, Jules mag er zwar nicht, aber gegen Jules kann er zumindest Nulli-Fyre holen. Duckel Leon. Oder seinem Support den Auftrag geben, Nulli-Fyre zu holen, ne. Das ist ja jetzt das neue Meter. Oh, komm mal, Hannah hat auf Discord geschrieben. Hm. Und ein tolles Bild geschickt. Hm, die durchsucht gerade schon die Natur von Berlin nach Schrebergärten. Ah, und der Svater hat mir diesen Event-Link geschickt. Mal auch nochmal angucken. Ist er, ja, Max, denke ich auch. Hallo, Milla. Na, du süßer. Wir sind bei 1,26. Nach drei Minuten. Hallo, Sova. Gleich geht's los. Wir sind bei aber wieso bank berlin ist voll die grüne stadt so ist es schön sich ganz genau so wird ein geiler dutter abend so Oh, ich hab so ein scheiß getrocknetes Granatapfelstückchen im Zahn Mein Ende ist nah Ich glaub noch so eine Minute Ja, noch eine Minute Ah Ich hab's Ich hab's Oh, Erlösung Ja Ranch ist sehr, sehr beliebt Im Ausverkauf Heute im Angebot Oh, moin Deathrider Ich hab grad auf Discord gesehen, dass du mir Infos zu den Events geschickt hast Vielen Dank dafür Wie ist dein Sonntag bisher? Ich hoffe sehr entspannt Was ist eigentlich gesundheitlich los? Äh, bist du komplett genesen? Das ist ja voll krass, wenn dem so ist Weil du warst ja auch im Urlaub und alles Bestimmt noch nicht, oder? Dafür kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen So, ich mach schon meinen Text weg Jetzt vergesse ich das Na dann, Leute Besseres Timing hätte das wir da gar nicht finden können Es startet nämlich jetzt Wir legen los Mit Extreme Gaming Gegen Falcons Im Grand Final Der Elite League Noch steht's 0-0 Noch Ist alles offen Auf ein gutes Game Oh, Mann Wo sind die sich ausgegangen? Jetzt aber Ja, das klingt sehr nach Berlin Einer der Freakst war wahrscheinlich ich Oder Dodo Oder wir beide Oh, ich hab mich verschluckt Schlechter Start Es geht nicht gut los Aber es war schön mit euch Es war Es war ganz in Ordnung Ihr seid so mittel Na, die ärgern sich ein bisschen Schin Funny Bantering Und hier muss auch getippt werden Weil die haben eine kleine Geschichte Extreme Gaming hat Falcons Amar getippt Und Amar ist ein jugendlicher Heißsport Mit etwas schlechter Attitüde Und hat dann am Ende des Spiels Schön, wenn man schon gewonnen hatte Reingebohrt in die Wunde Und geschrieben Tip me Clowns Oder tip me again Oder so Und deshalb Ja Kann man hier von ausgehen Dass es die ein oder andere lustige Allchat Nachricht gibt Bei mir ist Falcons Ziemlich klar gewinnen Glaube ich Dass Amar sich auch zurückhält Und da nicht viel passiert Aber wenn es knapp wird Wenn es heiß wird Und auch wenn Extreme Gaming Dagegen wieder tippt Dann könnte einiges sein Wenn Extreme Gaming sogar gewinnt Und dann Ja, dann müssen wir auf den Allchat achten Weil wer weiß Wenn sie gewinnen Was Amar dann Zu hören bekommt Im Allchat Zu früh Zu früh mir online Nach dem Game Entspannt War heute mit dem Hund am Strand Nice Bein geht besser Aber ich muss jetzt wieder Muskeln aufbauen Tut noch sehr weh Aber Schrauben sind raus Geil Ach schön ey Das ähm Freut mich zu hören Auch wenn es natürlich immer noch Ein Weg ist Cool Nicknacks Ne Zauge Ja, das Razor durchgekommen ist Gefällt mir hier gar nicht Also es sieht Gar nicht gut aus Für Extreme Was das Thema angeht Ist mir egal wie es gemeint ist Ich bewerte Leute gerne Nach ihren Taten Und nicht nach dem Wie sie es eigentlich meinen Äh Und ich find So müsste sowas Gehört dazu Man muss da auch nicht immer Bei allem ganz kleinkariert sein Aber wenn ein Team verloren hat Während der Throne einbricht In einem bitteren Harten Spiel Da dann schreiben Tipp mir again Clowns Das brauchst nicht Das ist Unnötig Und Unfreundlich Und unsympathisch Dann lieber tippen Wenn man gerade selber hinten liegt Oder selber sowas schreiben Wie das gewinnig noch Das ist cooler Als auf einen Der schon am Boden liegt Treten First but Für Extreme Und das find ich sehr sehr geil XXS Holt sich Skeeter Also auch noch Ein richtig geiler Kill Und XXS Sein Slada Ist Ein echtes Monster Also Im ersten Spiel heute Gegen Sind die Chance Natürlich deutlich erhöht worden Dass mal hier kein Storm stattfindet Die Spiele heute waren schon Ganz vielversprechend Noch nicht perfekt Aber nicht so einseitig Wie gestern Im Durchschnitt Gerade die zweite Runde Das Lower Bucket Finale Hat mir schon Spaß gemacht Und hier steht es jetzt Aktuell 1-1 X-Wheel hat ja sogar Auch wenn beide den Carry getötet haben Das First Blood ergattert Also der Slada müsste Ordentlich Kohle besitzen Hab gelogen Wusste ich von Anfang an Der Doom hat natürlich viel mehr Ja scheiße Der hat auch nicht mal die Vauer Und hat trotzdem mehr Liegt daran Dass der Slada einfach Weniger Lasttits besitzt Trotzdem Guter Start Auf jeden Fall für die Offlaner Schlechter Start Für die Carries Keine Stomps Genau Das ist das Arcana Weißt du noch Dodo Aus dem Sellout Battle Pass Musst es richtig blechen Für das Hab ich auch nicht Erreicht Ich würde ihm Daraus jetzt auch Keinen Strick drehen Punk Aber Ich fand es halt Nicht so geil Fand das Clowns War ein bisschen Too much Das ist halt Ich mag es einfach nicht Leute So Zu verarschen Wenn sie gerade Einen harten Moment haben Wo es richtig weh tut Das ist nicht so mein Ding Ich finde es irgendwie Unschön Ich mag es lieber Wenn man sich gerade noch so Auf Augenhöhe Im Spiel begegnet Wenn es noch in beide Richtungen Gehen kann Wenn man so ein bisschen Eier zeigt Dabei Jemanden Eine Ankündigung zu machen Aber du hast natürlich recht Extreme hat davor getippt Das ist korrekt Für mich Weil es ist ja best of five Und dann können sie Rays Einmal bannen Und wenn sie es schaffen Falcons in eine psychologisch Sehr schlechte Lage zu bringen Ich weiß es aber nicht genau Wäre für mich sehr beeindruckend Wenn sie das jetzt hier hinkriegen Glaube ich auch ehrlich Sie sagt noch überhaupt nicht dran Also nur weil sie jetzt hier Ein, zwei Kills machen Ich denke Das Lineup von Falcons Ist einfach bockstark Und sie haben auch gut gefarmt Sie haben sogar minimal mehr Gold XXS Jetzt mit der Inksway Kombination Die Kombination mit Grimstroke Und Slada Ist sehr, sehr, sehr nice XM holt sich den Last Hit Wandert kurz aus der Mitte vorbei Einmal die Füße nass gemacht Schwebt die nicht sogar? Das ist ja genial Die muss sich nicht mal Die Füße nass machen Außerdem weiß ich nicht Ob solche Astralwesen Nässe spüren Das sind alles hochphilosophische Fragen Die wir heute nicht mehr lösen können Ah, bald bist du dran, Chin Bald bist du dran, Anama Grit hat was probiert Hat nicht geklappt Und Arme kriegt den Last Hit Der Schaden vom Doom sollte nicht reichen Er hat noch Stick und alles Die positionieren sich Channel den Inkswell Arme bleibt halt sehr nah dran, finde ich Aber im richtigen Moment Geht er dann doch noch raus Um weiter den Doom zu kiten Und das war saustark von X-Meam gespielt Die beiden Supports Haben toll um den Doom rumgetänzelt Und ich bilde mir ein Dass Infernal Blade wieder auf CD war Und die Animation abgebrochen wurde Weil Arme rechtzeitig aus der Range gegangen ist Vielleicht aber auch nicht So oder so Stark gespielt Und einmal wurde ich gefragt Ob Infernal Blade auf der Lane Sinn macht Hier sieht man zum Beispiel Amar hat es jetzt geskillt Sogar gegen den Rain Shaden Was ich ganz interessant finde Gegen den Clings hätte ich es jetzt nicht unbedingt auf der Lane geskillt Sehr sauber Sehr, sehr geiler Auftakt Wenn wir ein spannendes Finale sehen wollen Extreme Gaming Schlagen sich gut Haben immer noch weniger Gold Und weniger XP Als Falcons Obwohl es 5-1 steht Weil die einfach sehr viel Farben scheinen Aber es ist ganz, ganz knapp Es ist praktisch ausgeglichen Und ich glaube es fühlt sich für sie auch einfach gut an Dazu kommt Die Goldverteilung ist nice bei Extreme Gaming Weil der Clings beide Kills bekommen hat XP-Runenkampf Marine geht mit der Ulti ran Und wird tatsächlich ausnahmsweise mal aufgehalten Weil das ist was, was ein Razer fast immer schafft Mit seinem Ulti-Timing Wenn er für die XP-Rune geht Äh, Kills zu machen Oh, was war das denn Sie rennen voll in den Reihen Unterbrechen seinen TP Und er sagt ja vielen Dank Holt sich den Double-Kill XM wird auf jeden Fall auch sterben Der ist zwar stark Aber nicht stark genug für 3 Und Marine Hat ihn gut respektiert Wusste, dass die Death Prophet vielleicht noch Tödlich für ihn ist Auch wenn er Hilfe besitzt Sind voll in den Reihen Haben es misjudged Der ist so ein starkes Timing für Razer Dieses frühe Level 6 aus der Mitte Der hat ja nichts Der hat Eye of the Storm Und XP Aber es reicht Viele Level Geht dahin Kriegt diesmal endlich mal nicht die XP-Rune Weil dieses Manöver fahren Razer oft erfolgreich Aber danach schenken sie ihm die Kills Und Doom Doomt nochmal Amar mit dem Hass Oh, der Glimpse Um die Rolle abzubrechen Aber ich glaube, da haben sie nicht mehr genug Follow-up Können das TP nicht verhindern Kann sich auch nicht mehr den einen der Glim Also Den hat der Doom noch mit in den Tod gerissen Der Trade war, glaube ich, ganz gut für X-Tree Mit dem Doom Aber der Warte mal, der Slada Hat das da noch Ne, das war hier ein Neuer Das ist auch noch passiert dabei Während die Death Prophet noch tot ist Stirbt XXS abermals Direkt danach nochmal Der Tornado von Snake King Ja, und jetzt macht Falcon Falcons Geschichten Und Extreme Gaming Hat keine guten Traits Army hat immer noch ein ganz gutes Spiel Da unten Bei dem kam der Horror noch nicht an Aber Razer hat die gesamte Top-Lane zerrissen Der Razer hat gerade eigentlich das gesamte Frühe Mid-Game zerrissen Wir sind erst bei 8 Minuten Ist fast noch Laning Stage So, ne Aber Falcons hat sich entschieden Da früh Action zu machen Auch wegen der XP-Rune Tja, die haben sie nicht bekommen Aber das Spiel dafür Und Ich denke mal Das wird Extreme sehr gedämpft haben Was gerade passiert ist Falcons hat 13, 14% mehr Gold 11% mehr XP Ja, auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Manko Morgen Twitch-TV Stashenryo 90 Ab 18 Uhr Patch-Warteraum Vielleicht kommt er raus Vielleicht nicht Wenn er nachts nicht rauskommt Verabschiede ich mich Sonst gucken wir uns ihn da schon gemeinsam an Und Spätestens in den Tagen danach Sobald er rauskommt Gibt es dann auch Content von mir Auf YouTube zum Patch Genau Manchmal kommen Oder eigentlich immer Kommen beim Battle Pass So Rabatte später raus Aber Es ist ja auch lange her Seit es einen richtigen Battle Pass gab Sie haben nur diesen Halb-Battle Pass Der nicht wirklich was getaugt hat Rausgebracht Und Danach versprochen Mehr was Ja zu machen Was ausgeblieben ist Weil sie gerne Versprechen brechen Seid mal gucken Was überhaupt noch in die Richtung Überhaupt jemals passiert Oder nicht passiert Könnte auch ein Battle Pass Über das Jahr Mit dem neuen Patch rauskommen Könnte auch nie wieder passieren I don't know Ja Die macht Spaß Die Runde Punk Gerade ist nochmal ein bisschen ruhig geworden Aber ich glaube Das ist Nur von kurzer Dauer Demnächst sollte es Wieder knallen Und ich freue mich Für Extreme Gaming Dass es hier bisher Kein Stomp ist Ja Gegen sie Aber der Razer macht mir Große, große Sorgen Und auch Trollfund ordentlich Wie weit braucht Wie lange braucht er noch Oh er geht gar nicht Äh Battle Fury Er geht Maelstrom Das heißt er wird Relativ früh mitkämpfen Hier Hätte die Battle Fury Ziemlich erwartet Gerade weil die Extrems Farmspeed nicht so hoch ist Und der Troll Die alle ganz schön schnell Abhängen kann Und sein Game recht gut ist Also ich muss auch ehrlich sagen Ich finde Battle Fury Hier glaube ich besser Aber er weiß schon Was er tut Soll er mal machen Und mich überzeugen Vielleicht will er einfach Ganz aktiv spielen Weil der Razer Und der Doom Beides Helden sind Die genau das tun Doom geht natürlich Wie der Shiva Also da keine Überraschungen Salah macht Standardkram Prophet geht erstmal Jules Mal gucken Ob er noch Witchblade uns so sehen Es ist der Desolator Auf den Clings Orchid wäre echt Zu viel des Guten Hatten wir ja schon vermutet Dass das nicht passiert Und ja so ist gerade Die Situation Teams Farms So ein bisschen Wir werden sehen Wer als nächstes Wo zuschlägt Und wie gut es funktioniert Ja Torben Das stimmt Aber sie verdienen Mit Steam Und haben die Politik Dass sie Dota eher Als Spaß Nebenbei betrachten Millionen sind für Valve Einfach nicht so viel Das ist unser Fluch Als Fans Dieses Games Dass der Entwickler Zwar ganz gut ist Aber Nicht abhängig Vom Games Schöner dicker Stack Für den Slada Den er HP effizient Noch mal runterfarmt Sogar der Panik Stick Ich glaube es hätte auch So geschafft Was für ein Noob ey Na und somit ist das Dagger Gar nicht mehr So weit entfernt Weil Slada hatte Probleme Was Farmer angeht Der ist ja da Zwei mal hintereinander gestorben Und seitdem Ja Kann er nicht mehr so viel Gold generieren Das ist kein schneller Farmer Jo meo Danke Ist ja nur ein Spiel Danke für deinen tollen Content Das ist es Das ist nur ein Spiel Und das muss man sich auch echt Gerade bei so einem Competitive Game Wie Dota Was sehr mitreißen kann Was sehr emotional machen kann Immer wieder Vor Augen führen Finde ich Vielen Dank Für die Spende Also hier zum Auftakt Im Grand Final Habt ihr gar nicht Schon rausgehauen Da verneige ich doch Mein Haupt Sehr sehr nice Hi Johanna Na hast du einen Schrebergarten gefunden Ich hab dein Bild Im Discord schon gesehen Es sah aus Als wärst du auf der Suche Es sah sehr schön aus Ich muss auch mal wieder raus Morgen kann ich noch nicht Glaube ich Vielleicht Bis 18 Uhr ist ja Zeit Aber ich muss auf Twitch umstellen Bisschen was einrichten Und so Vielleicht schaffe ich morgen Spätestens Dienstag Gehe ich mal wieder ordentlich raus Ich sitze jetzt hier die ganze Zeit Nur im Stream Und nach dem Stream Will ich nicht pennen gehen Das kann ich irgendwie nicht Dann gehe ich noch zum Sport Und Dusch und Ess Und gönne mir eine Serie Und Chill Und dann ist es 4 Und dann wache ich auf Natürlich spät Weil ich spät eingeschlafen bin Und dann ist bald wieder Stream Aber naja Ja Klinkz kann die Endschwiecher essen Habe ich nicht erwähnt Hast du recht Das ist Eine schöne Sache Und sie haben auch schon mal Klinkz gegen Endsch gepickt In dem Turnier Aber ich finde den Konter Halt nicht so krass Ist ganz praktisch Aber jetzt nichts Weißt du Übelst heftiges Achso Mit dem Buff Ja Ich weiß nicht genau Wie krass das dann wirklich ist Ähm Hm Ja Endsch hat mal getötet Äh ja Mit Deathpack kann jeweils nur eine Ne guck mal Das ist eine feste Zahl An Bonuslebenspunkten Also Ist einfach nur Dass er das Creep zerstört Haha Das ist gut Erstmal beobachten Hannah Erstmal Informationen einholen Massige Scans Auf der Map Smoke von Extreme Motiviert vom kleinen Endschill Werden aber ausgescannt Werden entdeckt Falcons Umläuft Die Gefahr Verlieren wahrscheinlich ihren Tier 1 Durch Death Prophet Aber eben keine Helden Schaut mal Wie toll die da verteilt sind Einen kleinen Bogen Oh aber der Troll Sie kommen dem Troll Na Kamera Kamera Hier Bam Er springt rein Toll gewartet der Slada Genau außerhalb der Smoke Break Range Und voll rauf Reicht es für den Kill ist die Frage Er kriegt seine Ulti raus Warte Ja Ulti raus Aber wurde gekitet Jetzt hat er sie erst gemacht Hat sie noch nicht gemacht gehabt Und killt erstmal den Slada Hat lange gewartet Schön geduldig Wird jetzt sterben Ähm Aber da kam spätes Follow up Für den Slada Er hat ja extra davor gewartet Doom auf die Death Prophet Mit dem Kling zusammen Sie Gejuhlt das geht ja mittlerweile gegen Boom Ich vergesse das immer Sie hat sich gejuhlt Wird aber sterben Kann sich nicht heilen Keine Chance Die stirbt Gerade so Also Falcons gewinnen den Kampf Haus hoch Auch wenn sie ihren Troll verlieren Und warum Weil Extreme Gaming Den Troll erst ziemlich spät töten konnte Die Ulti von ihm kam spät raus Aber ich dachte Der Static Storm müsste eigentlich schneller da sein Und allgemein der Support für den Slada Weil dann wäre das ein ziemlich cleaner Gang gewesen Und der war ja von langer Hand geplant Aber irgendwo hier Der Desupt Wo bleibt der denn stehen Da ist er doch Was macht er denn Das ist echt krass Das ist der Grund Warum sie den Kampf verloren haben Wow Er hat da absolut keine Aufgabe Vielleicht will er die Wieder die Death Prophet beschützen Ich weiß es nicht Und somit ist der Star Der hat es auch gar nicht richtig gecheckt Er Ihm fehlt ein Support Er kriegt den Inksway rein Er geht auf den Troll Und jetzt kommt kein Static Storm Und jetzt wäre der Der Desupt da ja auch hier Jetzt wäre der Static Storm dann Nach dem Silence vom Vom Grimm Und deshalb dachte ich Hier macht der Ulti Ah macht er auch Okay Haha da war das schon Also hat er doch Ulti gemacht Vor dem Vor dem Stun Habe ich es richtig gesehen Ah ich habe es richtig gesehen Die Hielt dann halt bis hier Jetzt ist der Desupt dann natürlich da Aber er hätte niemals Die Ulti rausbekommen Der Static Storm ist gut platziert Spell Usage ist völlig fein Sie kriegen dadurch auch den Kill Aber sie holen natürlich alles rauf Und hat Falcons die Zeit gegeben Aufzuschließen Hat Falcons die Zeit gegeben Starlight zu töten Und jetzt ist es halt eine Sache Dass sie zu lange gebraucht haben Aber die andere Dass sie ihn Razer gelassen haben Weil Razer kannst du hier nicht stoppen Der rennt einfach rein Und alle müssen wegrennen Alle müssen wegrennen Das Doom Target war auch richtig Amat Ähm Das ist schön gespielt Marine Dominating DY keine Chance hier noch wegzukommen Death Prophet fällt Kampf vorbei Und Klinks wurde ja Kurzzeitig noch gefährlich Mit dem Desolator Aber er hat Auch typisch für seinen Klinks Passiert ihm immer wieder Auf Desolator jetzt Keine Stacks farmen können Weil es tatsächlich alles schief gegangen ist Und nicht mal ein Kill möglich war Nach dem Troll Hey Kite Mike Ja genau Max Also das ist echt eher so ein kleines Ding Ach so war das gemeint mir online Ah dann danke dir nochmal Ja habe ich nicht verstanden Du meintest nicht Dota Er dachte es ist nur ein Spiel Ich habe ihn doch gewarnt Dass es keins ist Da hast du wieder dem Falschen zugehört Das ist echtes Geld Und du hast es verloren Du wirst es niemals wiederkriegen Wenn du mir jetzt schreibst Du bist schwer arm Und brauchst es um deine Familie Über Wasser zu halten Wirst du es nicht bekommen Ich bin nicht diese Art von Mensch Also weg ist es Du bist in die Falle getappt Es war kein Spiel Es war immer Bierer ernst Noch mal ins Lada Sieht nicht mehr gut aus Falcons hat gerade mit dem Kampf Das Spiel ganz klein in ihre Richtung gedreht Davor war eine ausgeglichene Situation vorhanden Aber jetzt ist es eindeutig pro Falcons Die Situation, die Lage Das habe ich auch nicht so ganz verstanden Aber ich glaube die wollten halt dann Da trotzdem noch kämpfen Weil der Troll tot war oder so Das war echt Also das seltsamste daran war für mich Der Disruptor Der dem Smokegang nicht weiter gefolgt ist Und dann halt, dass sie angreifen Obwohl der Disruptor nicht da ist Oh ja, dass die Razor Dass die Razor durchgelassen haben Ist ja sowieso das aller seltsamste Rätsel über Rätsel Die Henry-Abo-Falle Wer kennt sie nicht Ich gauke den Leuten vor Dass alles Spaß und Spiel ist Und wir hier mit Monopoly Papiergeld zocken Und dann Dann ist das Paypal-Konto von euch nämlich leer Ich vermute der Disruptor Wollte die DP supporten Ja, das kann sein Aber trotzdem komisch, Happy Knödel Das habe ich ja auch vermutet Aber es ist deshalb komisch Weil die anderen haben ja aktiv Gejagt mit dem Smoke Und waren eh in der Nähe Wenn er so läuft Ist er trotzdem noch In Reichweite Um nach dem Slada Follow-up zu geben Wenn die Desprofit angegriffen wird Und hat der Exorcism an Und der Slada hat dann Den Gegner gesehen Und ist raufgesprungen direkt Hat also nicht gesagt Okay, wenn der Disruptor Das fragwürdige macht Und wartet Dann bleibe ich hinten Also Naja, sie kriegen jetzt gerade Kleine Kills Der Slada stirbt mal Der Disruptor stirbt mal Verhältnis Bauen also die Redominanz weiter aus Und das Pacing Was sie bekommen haben Durch diesen großen Kampf Gucken wir mal Die Item-Situation an Da sehe ich Ein Shivas auf dem Doom Ach du Scheiße Skeeter hat Seinen Mailstrom Geht jetzt glaube ich BKB Das könnte eine werden Ähm Also die haben schon Ganz schön gut Items Der Razor hat einen Manta Crit hat seine Vessel Alles am Start Für Falcons Und XM Wird mit der Vessel Richtig Probleme kriegen Nicht nur bei diesem Ableben hier Sondern auch noch später im Spiel Hat gerade so Newells Und das war's Äh Slada Der Weg zur BKB Der gefühlt ewige mal wieder Die gehen so unter Die gehen gerade so unter Das war wirklich Absolut spielentscheidend Die Auseinandersetzung Der Clings Ich hab's euch ja gesagt Der Clings ist echt nicht das Was mich bei Xtreme Und bei Arme so überzeugt Ähm Dass es nicht der Held Der sich richtig stark Für mich anfühlt In ihren Händen Und ganz oft Ist diese Situation gegeben Dass der einfach Ein Desoletter kauft Und dann Nischt macht Gefühlt Viel zu sehr aufpassen muss Und so weiter Das eine Mal Wo sie damit gewonnen haben War es mit Ach und Kraft Yo danke der Sraider Ey Leute Danke fürs erfüllen Des Spendenziels Und schon 167 Zuschauer Äh Viel vielen Dank Auf euch Sehr sehr nice Ich hab das ja auch nochmal erhöht Weil ihr es direkt Gesprengt hattet Dann muss ich endlich mal Nicht meinen Vermietern Drei Stunden In den Rücken massieren Sondern kann mein Leben Erhobenen Hauptes Fortführen Ja Sieht nicht gut aus Dota to go Ich glaub das Ding Ist jetzt echt abgegeben worden Aegis Troll Felkins sind halt auch Eigentlich viel zu gut Um so einen Vorsprung Mit dem Lineup Das sie haben Nochmal Her zu schenken Also Ich weiß nicht Es sieht knifflig aus Es sieht sehr sehr knifflig aus Arme kriegt zumindest mal einen Turm Kleine Split Push Allüren Snipen sie den Tormentor Probieren sie es Ah es ist noch nicht da Wir sind bei 19 Minuten Ich glaub das Felgen Ist das grad ganz bewusst machen Hier aggressiv zu werden Weil in einer Minute können sie das Objective Vier von den Gegnern klauen Den Tormentor auf Radiance Seite Oh Das ging so schnell Da sieht man auch die Qualität von Felkins Das ist so schnell gekippt Nachdem sie mal einen Kampf gewonnen hatten Aber du darfst ihnen das auch nicht geben oder Also vor allen Dingen den Razor nicht Klingst hat es irgendwie geschafft Weil es halt Arme ist Er hat es irgendwie geschafft Das meiste Gold im Spiel zu haben Liegt wahrscheinlich auch Nicht nur an seiner Carry Qualität Sondern an dem Umstand Dass Troll sich für ein Maelström BKB Bild entschieden hat Ah Vielleicht will er ein Gleipney unbedingt Und deshalb hat er das gemacht Kann schon sein Gleipney ist hier ultra nice für sie So ein AOE Lockdown Ist richtig gut in ihrem Lineup Spannende Wahl Spannende Wahl Die Y läuft komplett in den Tod Ist aber nicht so schlimm Fix für Gaming Also dass er da stirbt Damit hat er wahrscheinlich Überrechte müssen No Sie haben den Klingst auch noch erwischt Oh no Ich dachte er kommt weg Wenn der Disruptor ablenkt Aber tut er eben nicht Und es geht einfach nicht auf der Oh danke Der Pick Vielen Dank Meonine und Death Raider Für die Spenden Ja ihr wisst ja gar nicht Was ich hier alles für tolle Bots habe Der Dunk Bot hat zugeschlagen Dankeschön Er hat gesagt Was ich eigentlich auch nochmal Wiederholen und loswerden wollte Ich wollte doch einmal gucken Wie der Ähm Der Spirit da Den trifft Die haben den Wie haben sie den denn gesehen Ich check nicht so ganz Wie sie den gesehen haben Der war nicht gedustet Egal Aber wurde aufgedeckt Krit hat gut reagiert Und Ja Das ist natürlich Absolut scheiße jetzt Dass der Klingst auch noch stirbt Schafft es Extreme Den eigenen Tormenter zu machen Ohne Klingst Und ohne Das war da eigentlich Ja Sollten sie es schaffen Machen sie aber nicht Meiner Meinung nach Ein kleines Misplay hier gerade von ihnen Dass sie jetzt die Zeit nicht nutzen Weil sie müssen davon ausgehen Dass Falcons auf Grundlage Des erfolgreichen Gangs Erst den eigenen Tormenter machen Und mit Es gibt wenig Heldenkonstellationen Die das ohne ihre Ohne ihren Hardcarry Hier schon schaffen Und ohne einen Support Aber die würden es schaffen Sie würden es schaffen zu dritt Wegen dem Slada Er geht jetzt auch schon runter Vielleicht kriegen sie es ja doch noch hin Das würde mich freuen Der Stand ist Ähm 0-0 Gerade noch Florian Siehst du hier auch An diesen kleinen Untermalungen Eingezeichnet Sind sehr schwer zu sehen Die sind immer ein bisschen subtil Da ist noch kein Punkt irgendwo Aber ich denke Falcons wird die erste Runde gewinnen Und damit werden sie auch Ihrer Favoritenrolle Hier im Grand Final gerecht Ähm Skita hat was? Einen Null Talisman? Ah ja hier Stimmt Hat er denke ich gemacht Weil du viele Äxte und so benutzt Mit dem Helden Ja Kann schon sein Interessantes Itembild zu allgemein Mach ruhig mal da Ist nicht schlimm Kamera ist ganz klein Fällt niemandem auf Oh sie haben ihn troll Ich liebe mein Leben Doch nicht Hat Aegis Ups Das hat Falcons alles von langer an vorbereitet Oder auch nicht Earthspirit in der Bredouille Schaut es euch an Ein und jetzt noch raus Leute Fliehen fliehen Kein Aegis und ein Kill Das muss doch reichen Nicht rein Oh Gott Oh nein Oh das war ein Fehler Sie versuchen es Aber da ist ein Razor Sie haben vergessen Dass sie Razor durchgelassen haben Mal wieder gefühlt Oh Gott im Himmel Slada geht auch noch down Skita vorne Hat aber kaum noch HP Könnte fallen Ist durch die Ulti glaube ich Nach vorne gerannt Und das Doom überlebt Die das Prophet auch Sie schaffen es Sie schaffen es Der Mut macht sich bezahlt Ich war zu feige Aber jetzt wäre ich wieder zu feige Jetzt hätte ich schon wieder Angst Sind wieder zu weit vor Habe ich das Gefühl Buyback auf dem Grimstroke Sie überleben Aber das Grimstroke Buyback war das Resultat Von diesem letzten Angesversuch Von ihnen Es sei denn Sie finden noch ein Glimpse Oder anderes Follow-up XM ist drin Doom auch jetzt Auf der anderen Seite Kämpf gegen Disruptor Armee keine Leben mehr Feld Marien ist godlike Leute ey Xing stirbt jetzt auch Und da haben sie es im Endeffekt Dann doch übertrieben Oh das was sich davor schon Angebahnt hat Ist jetzt wahr geworden Ich hatte mich so gefreut Dass ihre erste Aggressionsallüre Dann doch nicht so schlecht ausging Und sie wieder ihren eigenen Sicheren High Gond erreicht hatten Das lief doch alles so gut Das war echt geil Dann haben sie sogar den Troll Noch irgendwie getötet Der dann da Nix mehr hatte Keine Ulti mehr BKB war schon davor verwendet Aber dann sind sie Wieder nicht zurückgeblieben Dann sind sie wieder hinterher gerannt Das ist so schade Weil wenn Extreme Ein bisschen kontrollierter spielen würde Könnten sie hier echt Kleine Comebacks landen Und das wie aus dem Nix Muss man sagen Damit habe ich überhaupt Nicht mehr gerechnet Und ich glaube auch Falcons nicht Aber es hat nicht sollen sein Sie sind dann nochmal rausgegangen Und nochmal Immer wieder haben sie aufs dünne Eis getreten Bis es dann irgendwann eingebrochen ist Es war schon ein kleines Wunder Dass die zweite Kampfinstanz So gut für sie lief Bei der ersten war es noch ziemlich Gut gespielt einfach Und so Aber danach Danach wurde es sehr risky Ja also der Razer Marine sowieso Als Spieler Aber der Razer Ey Warum haben sie den durchgehört 10-0 10-0 Nach 23 Minuten Der strebt den 1 Kill pro Minute Schnitt an Manta BKB Als nächstes gibt es dann Satanic Wer soll den noch töten XXS probiert es mit jemand anderem Nämlich Snaking Aber auch die Ench ist ein schwieriger Kill Mit Solar Quest Shard Und Drums Die hat nämlich dieses Sproink Jetzt Das meinte ich Vorhin im Draft Ist sie Unauffaltbar Und untötbar Ist klar das Stück für den Versuch Nicht viel aber wenigstens Mit bisschen Liebe Jo dankeschön Es ist schon ein bisschen was Ich hab mein Spotify Premium Account Von Solo auf Duo erhöht Was von 10 Ne von 11 Euro auf 15 Euro Unerhöhung bedeutet hat Und die 4-5 Euro Ne Die hast du jetzt Für den ganzen Monat Mir gegeben Also Vielen Dank Hoffen wir mal Dass Extreme in der nächsten Runde Ein bisschen besser aussieht Ganz ehrlich Ich Ich hab eigentlich Sorge Vor allen Dingen um ihre Psyche Dass sie jetzt die erste Runde verlieren Finde ich gar nicht so schlimm Weil sie nicht auf die Art gestompt werden Die ich befürchtet hatte Ich Möchte nur dass sie ihre Dass sie psychologisch fit bleiben Weil dann Sonst könnten sie untergehen Aber wenn sie jetzt Bei der Sache bleiben Und mental stark bleiben Geht hier noch was in der Serie Und das hätte ich vor dem Match nicht gesagt Ich weiß Falcons steht nach 24 Minuten Mit 15.000 Gold Vorteil hier Es steht 23.10 Das ist erstmal unintuitiv Da kommt das Fragezeichen von Amar Weil er einfach ein Gott ist Und ein bisschen frech sein möchte Und weil sie ihn nicht bekommen Blitz BKB Alle gehen unter Gleiches GG Und warum sage ich das Weil Spielerisch Rein spielerisch Extreme Gaming Echt Momente hatte Und gezeigt haben Dass sie hier nicht umsonst Im Grand Final sind Dieser Kampf hier unten Mit dem Rücken zur Wand schon Der wäre mit disziplinierterem Dota Besser für sie ausgegangen Ich trinke deinen Milchshake Das ist das eine Das andere ist Ihr Draft hat auf keinen Fall gestimmt Mit anderen Helden Als mit Klings Sind sie deutlich stärker Falcons hat besser gepickt Dazu haben sie Razor durchgelassen Der hat das Spiel komplett dominiert Also es gibt mehrere Komponenten Wo Extreme angreifen kann Wo sie sich selber verbessern können Und wo sie den Draft verbessern können Da ist noch was drin Die Frage ist nur Glaubt Extreme da auch dran Sehen sie das so wie ich Wenn sie Ingame sind Fühlt es sich wahrscheinlich Sehr viel schlimmer an Und sie können es nicht so analysieren Naja Das ist auf jeden Fall Schade Dass es jetzt so gekippt ist Aber es stand und fiel Mit dem Kill hier Das hat wirklich das Spiel entschieden Und das war Das war so seltsam für mich Dass der Disrupt da nicht mitgekommen ist Also wenn sie solche Sachen ausmerzen Wenn sowas besser ineinander greift Und sie dann noch Einen stärkeren Draft haben Wer weiß Vielleicht wird es spannend Guten Abend Ja ich weiß Florian Das ist aber auch Eher versteckt Perfekte Rolle Mittlerweile ist es natürlich auch Nur noch ab Frühstücken Also da gibt es kaum noch Gegenwehr Und die kann ja auch nicht kommen Falcon ist auch eins der Teams Die mit am besten darin sind Spiele eher zeitlich zu beenden Trotz der aktuell starken Highgrounds Bei denen fühlt es sich fast so an Als wäre es nicht so Als wäre es überhaupt kein Defensives Meta Und man könnte die Base Nicht lange verteidigen Mit dem Troll sowieso Der pusht richtig richtig schnell Und so versammeln sie sich Um die Toplane Tier 3 Fällt sehr sehr bald Featherstacks sind am Start Die Äxte fliegen rüber Oh Warum gehen sie denn gerade? Ah jagen sie mich? Ne Verstehe ich nicht so ganz Vielleicht respektieren sie Den Respawn von Slada Aber das waren ja noch ein paar Sekunden Zeit Na gut Tschüss Ich weiß nicht Er kann auch sehr sehr gut farmen Ich finde nicht dass er unbedingt Einen Helden braucht Der schnell mitkämpfen kann Aber es bietet sich an Er spielt das ganz gut Wenn er früh aktiv sein kann Kann er mit Klings Aber kann er auch mit Lifestealer Das ist nicht die Komponente Die hier wichtig ist Wichtig ist dass der Klings Einfach nicht so nice ist Der Held selber funktioniert nicht so gut Klings kämpft ja früh mit Lothar to go Ah du meinst vorne reinspringen Soll er Ja da sehe ich schon eher So an der Frontline mitkämpfen Ja das ist tatsächlich so Mehr online Man ist überrascht Wenn man sich selber nochmal anguckt Wie scheiße man ist Das kann sein Punk Das kann sein Ich denke du könntest recht haben Nix mit XP ohne Amma ist zu wach Kommt noch ein Tipp von ihm Kommt noch ein kleines Fragezeichen Na Na Nein aber so ein bisschen Voice Lines Das geht gut klar Das muss jetzt auch sein Ohne irgendwas Wäre es ja wieder langweilig Das hätte Habe ich jetzt schon gebraucht Vielleicht lassen sie sich Zeit Um es ganz grausam zu machen Ich weiß es nicht Aber das war ja auch nur So ein Min-Maxing Die hätten halt eine Sekunde Länger stehen können Bei dem Tower Nächster Roche Cheese und Aegis Schaut euch die Differenzen an 87% zu 12 Äh 88% zu 12% Ist noch besser für Extreme Als ich erwartet hätte Ehrlich gesagt Hätte ihn vielleicht noch 3% gegeben oder so Dragonlands für Klinks jetzt Chart hat er ja schon Ähm Damit ist auch Barrage Erhöht von der Reichweite Zwei Charges hat er gesammelt Im ganzen Spiel Nice Bro Ihr seht hier nochmal Eine Item Übersicht Resümee Sieht nicht gut aus 4 BKBs bei Falcons Auch 3 bei Extreme Aber trotzdem auffällig Jeevas Manta Wessel Basher Gleipnir Solar Quest Drum Marine geht Auf Satanic Hat er jetzt Kommt gerade an Tier 3 Item auch gesammelt Wow Satanic ist also jetzt fertig Hatten wir ja vorhin schon Das Bild abgesehen Und so stehen sie Bei unter 30 Minuten Mit diesen Items An der Gegnerbase Und endlich fällt der Tower XXL Stunt noch einmal Zögert es ein bisschen hinaus Aber es ist Unabwendbar Das Schicksal Ihres Turms Das Schicksal ihrer Wrecks Und wahrscheinlich auch Das Schicksal dieses Spiels Liegen nicht mehr In Extreme Gaming's Hand Nur Falcons kann es noch Verhindern Dass es bald vorbei ist Indem sie Alle hintereinander In die gegnerische Fountain rennen Ungefähr 8 Mal XXS Drei Mann Slytherin Quatsch Hab nix gesagt Ultra der geile Initiative Endchance ist schon mal down Hat keinen Byback Aber jetzt kommen die Bashes Auf den Stardar Und Skeeter jagt Hat aber die Ulti an Wird reingekitet Naja Steht jetzt natürlich weit hinten Das war da doch noch Byback Könnte glimsen Müssen wir mal drauf achten Kommt da der Glimps Ja da ist er Follow up ist da Sie fokussen ihn Und sie haben ihn stark gespielt Aber es ist nur das Aegis Trotzdem gut gemacht Geduldig abgewartet Und Sie finden weitere Ziele Die Barbar schaut ziemlich rein Razor gleich down Gleich down Sie haben ihn Sie haben den Razor Kein Byback Er wird nicht mehr in diesem Kampf Eine Rolle spielen Wimstalk down Amar steht vorne Godlike Double Killer Vernichtet alles Aber sie haben Bybacks Klings kommt zurück Aber man muss langsam aufpassen Jetzt sind sie da XM bleibt drin Wird geheilt Durch seine Ulti Sie will einschlagen Merkt er wird sie hier alle zerreißen Und sie verteidigen Erfolgreich Sie behalten sogar die Miliwax Ultra geil gemacht von ihnen Auch wie sie den Wie sie die in die Fountain gezogen haben Und so Natürlich mussten sie Bybacks investieren Drei an der Zahl Grimm musste Bybacken Disruptor musste Bybacken Und Klings Das tut am meisten weh Musste Bybacken Aber Miliwax gehalten Fünf Leute getötet Richtig krasses Tweaks bekommen Skeeter hat über tausend gegeben Amar hat zweitausend gegeben Crit knapp tausend Hammer Sehr sehr geil Ich mag das wie Extreme Gaming hier Weiter kämpfen Und schaut mal die Winwahrscheinlichkeit an Die irritiert mich total Die ist so hoch noch Für Extreme Gaming Und das Obwohl Falkens ja auch Nices Late Game haben Mit dem Lineup Und sie machen weiter Barrage Scissorine Crush XXS hat aber auch Einen ultra geilen Initiate hier gelandet Mit dem Drei Mann Crush Und dann haben sie es toll gemacht Alle in die Fountain zurück Alle mit Bybacks gearbeitet Ohne die Bybacks Wäre das natürlich niemals Möglich gewesen Der wäre das Spiel vorbei gewesen Falkens Comeback Irgendwie schon Ey ich meine Extreme Gaming Comeback Irgendwie schon ne Irgendwie schon so ein bisschen Jetzt wird es ja nochmal aufregend hier Uiuiui Sind immer noch ziemlich weit hinten Muss man klar sagen Also sieht immer noch nicht so gut aus Aber Viel 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 besser als vor dem Kampf 14 Stacks auf Team Desolator Yay Also Na Äh sieben Aber ihr wisst was ich meine 14 Bonus Damage Kleiner Crit ist fertig 3300 Gold Daedalus ist da Geil Er hat den großen Crit jetzt Danach geht der Linken Das ist okay Aber ich glaube das war richtig Daedalus zu kaufen Weil er braucht ganz viel Output Er braucht ganz viel Damage Vor allem dieser Burst Ist wichtig für ihr Lineup Mit dem Crush Und dem Shard zusammen Die Barrage einfach reinschmettern In den Scissorine Crush Das ist schon eine schöne Synergie Die Falcons machen jetzt ihren Tormenter schnell Die Falcons machen jetzt ihren Tormenter schnell Der ist Prophet Hat fast Windraker fertig Haben nicht getippt ne Merkt ihr das Extreme ist noch ruhig Aber wenn sie gewinnen Dann kommt bestimmt was zurück Anama Könnte sein Dottor Togor mit dem Klings Oh Rapier Wirst du sogar Auf ihn Ich denke Daedalus ist das Richtige Hier Linkens weiß ich nicht Da könnte man argumentieren Sogar noch Rapier zu gehen Ja Aber links ist halt auch super gegen Doom Uiuiuiuiui Haben wir doch noch ein Spiel Ich hab das nicht mehr kommen sehen Die Verteidigung Drei Buybacks waren nötig Und Trollulti hat ihn mal wieder Das Leben schwer gemacht Das ist auch einer der Gründe Warum man Trollen nicht so oft sieht momentan Die spielen ihn ganz gerne Man sieht ihn immer mal wieder Und er hat ja auch sehr viel Power Wenn er kämpft Also der ist auch super stark in Momenten Aber es gibt immer wieder Szenen Wo dich deine Ulti einfach hart Ins Boxhorn jagt Ja aber wenn Der Razor ist ja oft nicht so ganz An ihm dran Das ist eher gegen den Doom Also ist auch gut gegen Link Verstehe mich nicht falsch Hast schon recht Ist eher gegen den Doom Das ist halt die Frage Wenn du es machst Bist du gut aufgestellt In einem Kampf auf Augenhöhe Aber wenn du Divine gehst Kannst du halt eher so ein Wunderbar machen Dann hast du ein bisschen Glück Mit dem Barrage Kritz und tötest direkt am Anfang 2 Oder so Irgendwas passiert Womit Falcons nicht rechnen kann Nicht nur wegen dem Damage Output Ist Kritz so gut in Lothar Sondern auch Weil Leute Den Schaden nicht einschätzen können Den du machst Selbst Pros werden von solchen Kritz Überrascht Weil es einfach zu schnell geht Das heißt Wenn du sehr heftige Kritz machst Gerade mit dem Divine Kannst du Ganz komische Szenarien erstellen In denen Leute sterben Bevor sie irgendwelche Defensiven Mechaniken aktivieren Das passiert auch manchmal Wenn du Geminate Triple Strike Auf Level 25 mit Weaver hast Und ein Daedalus Und dann vielleicht noch Ein Divine oder so Oder eine Phantom Assassin Fällt da auch ein Sowas Barrage geht in eine ähnliche Richtung von Klings Ins Boxhorn jagen Kennst du nicht Hanrax Falken ist im Smoke Ich hätte jetzt erwartet Dass sie einen Ross holen Bevor sie High Ground gehen Aber das ist halt noch Eine Weile hin Na Also mal gucken Oh ja Da haben sie doch was erwischt Kleiner Grimstroke Ist nicht so viel Aber immerhin Es ist die Wartezeit auf Frosch Also Falkens wird hier Nicht mehr High Ground pushen Bevor sie Eges bekommen Und wie mutig ist Extreme Jetzt nach dem Hold Schwer abzuschätzen Wie entwickelt sich denn So Gold und XP Ehe in Richtung Falkens Die haben ja auch mehr Space Auf der Map Aber ist alles noch Relativ nah beieinander Für 35 Minuten Sind die Abstände Weitem nicht so hoch Wie sie sein könnten Und diese Runs hier Die hat Falkens schon so oft beendet Es ging so oft so schnell runter Und dann war es einfach vorbei Das erste Mal Dass ich sehe Dass dem nicht so ist Zumindest kann ich mich An keine Instanz erinnern Wo es so lief Und sie es dann noch So abgegeben haben Beziehungsweise Dass ich ein Team nochmal so zurückkämpfen konnte Ins Boxer Wie man es schreibt Mit X Der ist Bockes Horn Ja man 33% Da geht noch was Ich sehe es auch so Also Ich sehe es nicht ganz so hoch Wie das hier Aber ich sehe Ich gebe ihn auch noch 20 Leute Ich gebe ihn auch noch 20 Das ist Koftenslader Ah ja Er geht Wind Waker Boah Habe ich auch noch vergessen Wind Waker ist ja hier so geil Gegen Falkens Schon ein lecker bisschen Damit kann er noch einiges machen Und der Klings hat ja echt Damage Also warum nicht Komm Geben wir ihn 30 Leute Ihr hattet heute einen Spendarmländer Dann habe ich auch einen Geben wir ihn 30 Ach echt Ich hätte gedacht mit X Interessant Lass mich mal gucken Ins Du hast recht Ins Boxer Und kommt von Bock Mit CK Wieder was gelernt Nice nice Hast du nicht mit CH Vorgeschlagen Ja also ich wusste halt Was mit CH falsch ist Ich dachte du hast mir Zwei Optionen gegeben Und eine stimmt Ich bin in deine Falle getappt Das war genial Das war wie bei Saw Oder so Du hast ein Spiel mit mir gespielt Aber es macht auch Sinn Das Horn von einem Bock Wenn man einen in die Enge treibt Und so Jemanden einschüchtert So Was haben wir jetzt hier Smog von Extreme Vier Leute Klings kann eh in das gehen Aber ey Die sollten sich glaube ich Nicht so raustrauen Außer sie kämpfen Am Roche Roche respawnt gleich oben Also ja Wahrscheinlich müssen sie raus Oder geben sie Roche auf Oh das ist schwierig Ich mach mal selber die Kamera Führung Ist schwierig Man scheint hier aufeinander zu treffen Wer überrascht wen Oh ich glaube das ist gut für Extreme Zumindest den ersten Jump Haben sie hingelegt Aber er muss raus Windwakern Er muss raus Windwakern Der Razor Kriegt kein Damage Er kriegt einfach keinen Schaden Ey es ist egal was sie machen Er kriegt einfach keinen Schaden Auf dem Razor Ja okay Ding ist vorbei Schade War jetzt doch ziemlich langweilig Und eindeutig am Ende Aber immerhin hatten sie Ein großes Lebenszeichen geliefert Das war's Ey es ist gar nichts passiert Sie sind sogar reingesprungen Und raus Windwakert Und alles War völlig egal Marine ist zu stark Viel zu stark Der aktiviert Refresher Doppel BKB Macht Manta an Im Notfall Satanic Läuft davor War unmöglich Den Kampf zu gewinnen Hatte ich das Gefühl Wenn Falcons einfach ihre Knöpfe drücken Wo war eigentlich die Barrage Da hat doch Schaden gefehlt Das hätte doch niemals So wenig sein dürfen Gegen die Wir checken das nochmal Wo war's Disservin Crush Barrage Und Corrosive Face Kann er ja auch zumindest Noch durch eine BKB zaubern Jetzt gucken wir uns nochmal an GG Leute Erste Runde an Falcons So Jetzt jumpt er rein Trifft drei Leute Er macht nix Ah er traut sich nicht Aber dass er Also dass er jetzt Da nichts mehr gemacht hat Okay Aber warum macht er Beim Crush nix Ist ein alter Mann Ne vielleicht Hier guck mal jetzt Hier Ich sag nicht Dass sie dann gewonnen hätten Eher nicht Aber er hat BKB Er hat Barrage Hier waren drei Leute Zwei davon hatten Corrosive Face drauf Der andere hat glaube ich Mit BKB gepurcht Bin aber nicht ganz sicher Hat auch gerade jetzt wieder drauf Jetzt macht er da oben Ein paar Skelette Haut rein Wird von Crit weggezoned Aber Das sind überall so Momente Wo du echt Eine geile Dragonlance Barrage Landen kannst Mit Daedalus Das ist halt ihr Hauptdamage Deshalb haben die auch Keinen Schaden genommen Ich dachte die ganze Zeit Die tanken das weg Aber der ganze Schaden Überzeit ist natürlich marginal Im Vergleich zu dem Was eine Barrage dann noch macht Irgendwas muss halt kippen Damit die anderen Helden Auch committen können Um was zu finishen Aber wenn sich keiner P-Balken von Falcons bewegt Dann denkst du dir auch Na gut Dann bin ich auf einer Rückzugsbewegung Mit meiner Death Prophet Und die kannst du nicht lange durchhalten Nicht dass sie gewonnen hätten Wie gesagt Aber das war Sehr 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 schlecht gespielt Weil Klings muss wissen Dass wenn er es nicht probiert Dass er trotzdem das Spiel verliert So es gibt ja jetzt Keinen Weg mehr das zu gewinnen Die haben keine Buybacks mehr Die haben sie in der Verteidigung Davor investiert Cooldown noch ein bisschen Bisschen zu wenig Gold Er musste das eigentlich wissen Dass das Teil durch ist Wenn er es nicht probiert Weil ohne die Control von seinem Team Ohne den Starter Ist die Barrage nichts mehr Bringt gar nichts Viel zu wenig Schaden Ihr habt ja nicht mal ein Gleipnir Um das irgendwie zu Um irgendwie Setup zu liefern Aber selbst damit Wäre es nicht genug Ja Nicht mal rein Nicht mal BKB Gar nichts 2-3% nur Chance Dass das klappt Wenn er es macht Aber wenn er Lack hat Wenn er ordentlich krittet Vielleicht zumindest in der Lage Dann mit BKB rauszukommen Und einigen vom eigenen Team Noch das Leben zu retten Und noch ein Spiel zu haben Jetzt sind es Mega Creeps Ohne dass er aktiv wurde Boah das war richtig frustrierend Zu sehen Vor allem nachdem sie es einmal gehalten haben Und er ja dadurch Diese Itemstärke jetzt auch hat Er hat ja auch Linkens Also er hat Er geht jetzt Divine übrigens Das ist denke ich die richtige Wahl Er hat Linkens und BKB Er hat sich nicht getraut Da zu committen Total verrückt für mich Drei Mann Scissorine Crush Corrosa Face durch Shard drauf Klar Es ist Das ist schwierig Gegen die Aber Gerade so auf offenem Feld Aber Wenn nicht jetzt Wann dann Also für was hast du den Helden gepickt Wenn du es da nicht probierst Wisst ihr Was ich meine Das war ihr Ihr letzter großer Moment Wo sie echt Eine realistische Chance hatten Glaub ich Jo Feria was geht Vielleicht packen wir heute die 200 Das hatte ich schon eine Weile nicht mehr Auf den Sonntag zum Finale Ist nicht unrealistisch oder Wir sind bei knapp 180 Leuten Vielleicht ist nachher was drin Mal gucken Mal gucken Amar Schöner Kill Nicht schlecht Amir kriegt also 1000 Gold Sogar ein bisschen mehr Warum kriegt er hier Achso Der Grimm hat noch Kohle bekommen Deshalb ist es so aufgeteilt Okay Dann nur 800 Hm Aber sie haben Sie stehen gegen Mega Creeps Amar hat kein Buyback Also es war ein echt Netter kleiner Gang Sie spielen konzentriert weiter Rein so von der Psyche Gefällt mir das sehr Was sie machen Dass sie sich nicht aufgeben Dass sie nicht über früh GG schreiben Das hätte ja da auch gut passieren können Dass sie fleißig weiter Ihre Chancen wahrnehmen Und wenn der Klings Divine hat Und dann nochmal Ein guter Sizzling Crush landet Vielleicht geht wirklich was Das Ding ist halt Dass Divine dauert noch Und XXS hat jetzt schon Mehrfach nice Crushes gelandet Das kann er ja auch nicht Ewig machen oder Oder Na voll du Tattoo Auf was bezog sich das Plus Hardriax Na klar Moritz Auf jeden Fall hätten wir Das besser gespielt Als Armee Gar kein Problem NHR trägt alles In sein Notizbuch ein Wie man das als Mod macht Oh oh So Ah Ophelia ist also jetzt zurück Schöner Korsch Da ist sie Doch nicht Er hatte Cool Dawn Er hat es davor schon benutzt Zala ist tot GG Sie machen es einfach zu viert Aber Moment 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 Eges ist weg Eges ist weg Das Raptor Hat hier einen Mega Static Storm gelandet Killt damit nicht nur Den Troll einmal Sondern auch den Razer Der nicht so einfach Zurückkehren kann Buyback auf den Slada Der kommt da gleich nochmal rein Der quascht Der macht Damage Und Armee steht dran Diesmal hittet er Diesmal haut er rein Die Daedalus kritz Da sind sie Bäm Alles tot Ey die sind schon Die haben schon echt Mega Schaden in dem Lineup Diese Synergie mit Zala Die funktioniert Zala ist der Held Des Patches Und der Held für Extreme Gaming Für mich Und äh Dieser Late Game Klingt es gerade Wenn er mal mitmacht Not bad Das gucken wir uns nochmal an Das ist natürlich vor dem Divine Also da gibt es sogar noch Deutlich mehr Was Damage angeht Wow Hier jumpen sie Hier wurde es gefährlich Ach er hat Barrage Gegen die Creeps gemacht Weil ich war jetzt in dem Moment so Gleich kommt der der Slada Und ich denke mir Da ist es Jetzt geht es los Hier Kabumm Und was macht er Er committet wenigstens Er hat zwar Cooldown Aber er committet Er hittet Immer noch keine BKB Er ist sogar noch relativ defensiv Wegen dem Windraker Und alles ist hier aber richtig Die Windraker an beide raus Abyssel auf den Slada Und da der Aesthetic Storm Mit dem Agar wohlgemerkt auch Zerstört den Razor komplett Er kann kein Chiefs benutzen Keine BKB Kein Manta Kein Zatenik Dieser Aesthetic Storm Mit dem Talent Dass der länger hält Eine anderthalb Sekunden mehr Auf Level 15 So ein krankes Talent Dann noch der Mini Glimpse Oder was das war Dass er gerade so Es nicht rausbekommt Wenn er da rauskommt Macht er Instant Cheese Und der Kampf ist durch Also ganz knapp Unglaublich krass Dass sie den bekommen haben Und Armee Macht Schaden Er steht und hittet Selbst da geht er noch Einen Schritt zurück Ist echt krass Wie vorsichtig Schon wieder Wie vorsichtig der da läuft Ey immer noch Aber er haut zu Und das ist die Hauptsache Er haut zu Und der aggressive Wind Waker Also XXS spielt wirklich So geil In dem Game Die Death Forward Hat es auch toll gemacht Mit dem Wind Waker Aber der Swap Da war für mich In dem Kampf Zumindest MVP Nicht weil er jetzt Mega flashy war Sondern einfach nur Wegen diesem Static Storm Der echt gerade so Irgendwie gereicht hat Alles dem Razor Wegzunehmen Also überlegt mal Was für ein Potential Falcons hatte Und was nicht umgesetzt Werden konnte Ein Buyback nur Keine weiteren Verluste 20.000 Gold 46.000 XP Für Extreme Gaming Die Grafen sind überrascht Und geben XG XG dadurch nochmal 10, 11, 12% Was ist denn das? Oh Mann Das ist ja doch schon Eine geile Runde jetzt Dass die schon wieder halten Das war Das war 1% Die Chance Dass ihnen das gelingt Dass der Razor da so stirbt Dass Sie das so hinbekommen Dafür mussten sie selber Extrem gut spielen Bisschen Glück haben Falcons erfolgreich überraschen Und so weiter Buyback Nicht auf dem Troll vorhanden 2.000 Gold fehlen ihm Hat sich sicher gefühlt Hat Swiftblink gekauft Damit mit dem Swiftblink Und dem Büssel Den Slada ja getötet Haha krass Na ja Oh jetzt wird's gefährlich Hey Kiel Ich weiß noch Wie man nicht ausspricht Gut oder? Sie gehen Auf die Tier 4s Einer ist gleich da Und jetzt kommt der Fortify Da kommt das Razor Buyback Müssten sie vielleicht Respektieren Mal gucken Der Doom hat gedoomt Und ist direkt gefallen Der Damage alter Aber jetzt stirbt er Er hat den richtigen gedoomt Klings muss also buybacken Er könnte Druck aufbauen Na Obwohl 2 Buybacks müssen ihm reichen Jetzt muss Extreme Gaming Einfach nur noch irgendwie rauskommen TP Versuch vom Disruptor Sneaky und raus Hat er geschafft Oh ne doch nicht Ist gestorben Hat noch Buyback Xing wird auch sterben Xing hat Buyback Also sie sind dann An der Fountain Ausgelöscht worden Das war aber klar Ich mein sie haben halt Zwei krasse Kors von Falcons Zum Buyback gezwungen Und Falcons ist ja viel stärker Das dürfen wir nicht vergessen Also die haben viel viel mehr Zu bieten in diesen Kämpfen Eigentlich War dann die Vine dabei? Oh ich glaub da waren die Vine dabei Weil deshalb hat er auch So viel Damage gemacht Die Vine jetzt also auf Marine Das war's Ich meine Es war aber geil Extreme Gaming hat's echt Nochmal spannend gemacht Das war cool Das gibt ihnen vielleicht Hoffnung für die nächsten Spiele Und das Mehrt die Qualität Der Serie Signifikant Dass es hier nicht Drei Stomps oder sowas werden Falcons war die ganze Zeit vorne Falcons hat ein Mega Draft Falcons ist hier das stärkere Team Aber Sie haben zweimal echt toll Verteidigt Das mit dem Divine War nicht genug Gegen die Buybacks Und nicht wenn du an den T4 stehst Er zeigt nochmal seinen Schaden Übelst krasser Static Stomp Schon wieder Aber es ist natürlich zu wenig Es sind nur noch drei Leute übrig gewesen Die Barrage wird getankt Die Fountain fällt Und verdient der Sieg für Falcons Muss man ehrlich sagen Aber schöner Aufbäumer Von Extreme Gaming Extrem unterhaltsam gewesen Ich hoffe wirklich auf Änderungen im Graft Ich bin sehr sehr gespannt Auf die Picks Die gleich auf uns zukommen Ich habe ja gemeint Wenn Falcons gewinnt Gehe ich davon aus Dass es eher Nicht so wild wird Aber wenn Extreme Gaming gewinnt Und sie sich entscheiden Verbald zurückzuschlagen Dann könnte es pikant werden Ah Das war doch eine würdige erste Runde Und warum? Wegen der Spielqualität? Nein Wegen euch Weil ihr Zwischenmenschlich so toll seid? Nein Weil ihr mir Geld gegeben habt Deshalb Ne Hat schon Spaß gemacht Also ich hätte mir jetzt natürlich gewünscht Dass irgendwie Extreme gewinnt sogar Dann wäre die Serie jetzt der Oberhammer So weit ist es nicht gegangen Aber zumindest Zumindest haben sie Nochmal gezeigt Dass da einiges geht Und ich habe es ja schon sogar davor gesagt Ich habe echt den Eindruck Sie können an einigen Stellschrauben Noch justieren Um die Serie knapper Und schwieriger Für Falcons zu machen Weil so vom Niveau Geht da schon einiges Bei ihnen Also Wenn sie diese ein, zwei Schnitze ausbügeln Und ihren Draft verbessern Manchmal machen sie halt noch Sachen Die kannst du gegen ein Verhältnis nicht bringen Jo, danke für die Erinnerung Ich habe gerade neu gestartet Sehr nett von euch Razorban muss sein Wir gucken direkt rein Das geht hier Übergangslos weiter Wo ist der Razorban? Da ist der Razorban Mann ey Das ärgert mich immer noch Razor ist weg Sie nehmen hier einen Phönix Gerade ein früher Phönix Weiß ich nicht Sniper ist ja weg Aber trotzdem Der hat mir jetzt Letztes Mal bei Xtreme Nicht so gut gefallen Obwohl sie dann da schon gewonnen haben Und er hat schnell gefarmt Irgendwie Obwohl er kein so gutes Game hatte Also vielleicht Ein Falcons pickenden Timber Timber ist auch so Wie gut ist denn Falcons Timber? Sehr gut Trotzdem Kann schief gehen Kann schief gehen Der Held Starke Laning Stage Starkes Midgame Aber dann wird es langsam knifflig Obwohl man auch sagen muss Amars Timber Ist so eine Burstmaschine Der killt die Leute dann auch Überraschend im Late Weil er alle Knöpfe gleichzeitig drückt Und mit seinen Sägeblättern Überraschend 2000 Schaden In einer Sekunde macht Also ist mit Vorsicht zu genießen Die Aussage Shadow Demon Phoenix Ein starkes Support Duo Für Extreme Gaming Und jetzt für Falcons Die zweite Wahl Lifestealer hat Extreme Gaming Sogar selber gebannt Hätte ich mir für sie ja schon gewünscht Slada ist noch im Pool Also Slada Finde ich immer noch Richtig, richtig gut Ich finde schon Dass Extreme Gaming Den Slada Sehr gerne wiederpicken können Ich verstehe nicht ganz Warum sie den Lifestealer gebannt haben Wahrscheinlich Weil Falcons den auch spielt Und der nicht schlecht ist Gegen Phönix Ja, ja, klar Schick mal Sebastian Unterschreibe ich dann natürlich direkt Oh, da werden schon hier Da wird schon einiges geplant Zwischen Amy und Ophelia Ja, ja, sie macht es richtig Erst die Mods anflirten Und dann Ach Henry, bezüglich Ich glaube nächstes Game Razor und Slada gebannt Und wir sehen Pango Pango ist auch gebannt Aber du hattest recht Mit dem Razor Und Slada ist noch da Wurde bisher nicht gepickt Luna Ey, ein Held Den ich ein bisschen vergessen hab Sehr beliebt momentan Sehr stark Definitiv ein starker Carry Ich hatte sie nicht mehr so auf dem Schirm Amis Luna Ist wahrscheinlich Eine noch schnellere Farmerin Als die durchschnittliche Pro Luna Und die farmt schon Wie eine Eins Und ein Kunker Ey, Kunker auch Ganz lange First Phase Ban gewesen Für viele Teams Wasserpack, Kunker, Luna Ich mag den Draft von Extreme Muss ich sagen Ich find der geht in eine echt stabile Richtung Sieht gut aus Der von Falcon ist halt so Nervig wie Sau Crystal Maiden ist Grundsolide Nennen wir's mal so Aber Hoodwink vor allen Dingen Die Crit Hoodwink Oh, die ist widerlich Sag ich euch Und Amartimber auch Trotzdem Ich mag den Draft von Extreme Gerade noch ein wenig lieber Der gefällt mir Stormsbird hätte ich auch Bock Aber ist ziemlich schwach momentan Der ist nur in meinen Händen gefährlich Ich arbeite mich hoch Scheiße, ey Jo, hab ich gemacht Moritz Danke für die Erinnerung Weiß ich auch nicht genau Luis, weil ich ihn nie sehe Aber ich denke Es ist vor allen Dingen Wegen dem Sustain Der Held ist einfach Ein bisschen broken In Pubs funktioniert's Auf jeden Fall so Dass der mit Hand of God Und Mecha Und den Creeps Ein Timing hittet Bei dem du Wenn er mit dem Team Zusammen rumläuft Die nicht mehr aufhalten kannst Zusammen, weißt du Sind einfach untotbar Mit der scheiß Aura Und seinem ganzen Heal und so So stark Ja, ist nicht Genau Ist nicht nur die Heilung Ist auch die Armor Also der Sustain Den er liefert Ist einfach krank Wie Klosky schreibt Nächsten Monat Irgendwann Okay Und ein Admiral Ich überfliege Okay Was schreibt denn Punk schon wieder, Alter? Jetzt hast du glaube ich Kein Alkohol mehr In der Wohnung Ach nee Das war ja Dodo Und ein Admiral In an Bord Toll Ich mag das Junge Da ist die Weinflasche Aber schon früh Geleert worden Heute, ne? Alchi Oh, ich hab Bock Auf nen Alchi Oh, ich hab richtig Bock Auf nen Alchi Ich wünsche natürlich Extreme Gaming Den Sieg sehr Aber ich hab echt Lust Auf nen Alchemist Den haben wir lange Nicht gesehen Ich glaub ich hab ihn Noch gar nicht gesehen Bisher Schön Flash farmen Mit Alchemist Radiance BKB Dagger Und dann reinhüpfen In die In die Party Wird auch ein lustiges Farmduell Ich weiß nicht Wer schneller farmt Luna oder Alchi Sind die beiden Schnellsten Farmer Im Game Ja, Punk gendert Ich glaub auch Juhu Zwei Fahrmaschinen Treffen aufeinander Amar Mars Hätt ich auch noch mal Bock Schöner Amar Mars Aber der hat den Timber In der Hand Ziemlich sicher Skeeter Alchi Amar Timber Da fehlt ne Mitte Obwohl Extreme Day Gaming Glaubt Es fehlt noch die Offlane Obwohl sie auch Mars Offlane Mitte stellen können Manchmal Sie können auch Timber Mitte spielen Das geht auch Vielleicht gerade Gegen Kunkka Gar nicht so schlecht Alchi mehr Aber Luna Leidgen Besser Ja, Alchi Wahrscheinlich Also ich glaub Alchi kann in nem Perfekten Spiel Mehr farmen Als Luna In ihrem Perfekten Spiel Aber wenn gut Gestackt wird Und der Alchi Nicht ganz so schnell An Radiance Oder sowas kommt Dann hat die Luna Mit Mom Erstmal ne gute Farmrate Ich denke trotzdem Dass du recht hast Und Alchi Farmt vielleicht Noch ein Tick schneller Yo, Queasy Dankeschön Für den Fünfer Das ist sehr nice Von dir Das ist die erste Spende des Tages Für mich Deshalb bin ich echt dankbar Ich saß hier schon Und hab gute Miene Zum bösen Spiel gemacht Eigentlich geht's mir Nur gut Wenn ich Geld bekomme Sonst nie Und deshalb Ist es toll Dass du meine Laune Endlich anhebst Und wir jetzt Im Spiel landen Also Herzen für Queasy Schaut an ihn Der Einzige Der mir mal irgendwie Ein bisschen was zurückgibt Für all die tolle Leistungen Die ich hier bringe Rumsitzen und reden Spielt Falcons den Darkseer Ich glaube sie spielen den Und das ist auch interessant Dass du ihn ansprichst Weil Darkseer war lange Sehr beliebt Und jetzt sehen wir ihn Irgendwie gar nicht mehr Ich bin ja überzeugt von dem Ich finde Darkseer ist richtig stark Und die Wall Wäre hier sowohl gut für Falcons Als auch gut für Extreme Gaming Wahrscheinlich sogar noch besser Für Falcons Ich weiß jetzt nicht Die Alche Illus sind schon nett Also so ist nicht Aber Luna Illus Naja Sie picken Cent Auch ein sehr beliebter Offlaner Und dann wird es wohl Ein Timber Mitte werden Hauptsache Hardcarry Alchemist Kein schnöder Support Solar Quest Dagger Schuljunge Sondern Gigachet Radiance Farmboy Ich habe da Ich habe nichts gegen Gendern Ich finde das okay Solange es nicht übertrieben wird Mit dem Aufwand Gegen Luna ist Darkseer cool Ja würde ich auch sagen Aber sie haben ihn nicht gepickt Sie haben Cent gepickt Was macht Extreme? Oh nice Ihr Leshrack Warte was ist nicht ihr Leshrack Das war Liquids Leshrack Scheiße Aber die spielen ihn bestimmt genauso gut Ja Leshrack ist doch geil Oder nicht Leshrack hat schön Magic Damage Gegen den Timbersaw Leshrack kann auch dem Alchemal gefährlich werden Aber es ist auch nicht das Überlineup Gegen Also Gegen das er spielt Leshrack kann hier sterben Leshrack kann geburstet werden Mit Bloodstone Sollte er sich aber stabilisieren können Und Palsnova ist gegen so manche Helden Richtig krank Zum Beispiel In Phantomlands Oder sowas Aber Oder gegen Chaos Knight Aber auch gegen das Was Falcons hat Ist es eigentlich nicht schlecht Blademail könnte eklig Vielen werden Aber der tankt ja auch viel Und er wurde spät gepickt Er ist lange durchgekommen Ich mochte Leshrack zumindest Wenn Liquid ihn gespielt haben Die mochten ihn auch gerne Deshalb Freue ich mich drauf Extreme mit einem coolen Ganz neuen Lineup hier Kunker Kunker Leshrack Offline Kunker Mitte Lash Natürlich Armee Auf der Luna Und dann die beiden Supports Daneben Ey Das wird spaßig Beide Beide Teams haben unterhaltsam gedraftet Und ich mag den Draft von Extreme Gaming Sehr So was die Helden angeht Ich finde die sehr sympathisch Ich finde die cool Ich wünsche ihnen hier den Sieg Aber ich möchte Dass der Eichi trotzdem Ein gutes Spiel hat Du findest ihn kacke hier Echt Find ich gar nicht Find Lash hier nicht so schlecht Ist nicht das beste Lash Game Aller Zeiten Aber ich find ihn auf keinen Fall schlecht Er sollte gegen den Burst ankommen Er läuft keine so große Gefahr Durch Break Von Sharpshooter Zu sterben Er kann BKB gut kaufen Was man hier braucht Gegen den ganzen Magic Damage Falcons Hat ganz ganz viel Magic Burst Und Magic Damage Er kann vorne drin stehen Er kommt durch die Timber HP durch Weil er ihn nicht Auto-Tacken muss Ich glaube es kann klappen Wahrscheinlich gewinnt eh Falcons Weil sie besser sind Aber ich glaube es kann klappen Stimmt kein Mana Drain Kein Anti-Mage Nicht sowas Kein Laien Obwohl Laien gar nicht so krass dagegen ist Ah ich hab's wieder vergessen anzuhalten Weil Less Mana Pool ist super hoch Yo Shadow Demon und Luna Ist auf jeden Fall auch richtig gut Die Luna Zu des Wappten Und Illus von ihr zu kreieren Ist eine sehr sehr mächtige Waffe Bis ins späte Spiel Und das werden sie auch Auf jeden Fall nutzen Davon das auszugehen So ein bisschen Musik Ein wenig Geduld ist noch Von Nöten Und dann Geht's los It's all about the money Ich finde den Draft von XG Schon echt nice Vielleicht ein bisschen besser als Falcons Und keinen Carry Clings Ja Ich würde da ungefähr mit dir mitgehen Hendricks Ist auch mein Eindruck Ich finde den auch echt nice Und vielleicht ein bisschen stärker Als den von Falcons Nicht Viel stärker Vielleicht so ein Tick Wenn ich mich für einen Draft entscheiden müsste Würde ich Extrems wählen Aber das kann in beide Richtungen gehen Natürlich Falcons sind hier nicht outpickt Und er sieht gut aus Er gefällt mir besser als ihr letzter Viel besser sogar dahingehend Dass Falcons keinen Razor bekommen haben Wer zerstört das Eck Haben sie nicht so viel für Alchi mit Chemical Rage Kann das machen Mhm Ansonsten muss ich ehrlich sagen Haben sie nicht viel für Manchmal hilft die Hoodwink da ein bisschen Vor allen Dingen Der Phoenix wurde früh gepickt Na Ja Ich auch Klauski Das mit dem Eck Ist auch nochmal ein gutes Argument Äh Ich würde auch Extreme Draft Vorteile geben Wenn auch eher kleinere Aber so länger ich drüber nachdenke Umso größer werden die sogar für mich Also ich finde den Draft echt ziemlich gut Auch so Gegen das von Falcons Ist halt Falcons Und Falcons Stompt auch einfach manchmal ins Spiel Aber Extreme hat ja gerade schon gezeigt Wenn die so ein, zwei Schnitzer Ausmerzen Bei sich selber Und es ein bisschen kontrollierter spielen Können sie es schaffen Und dazu Ist das Draftverhältnis jetzt besser Garantiert ist es deutlich besser Als letzte Runde Ähm Also Es geht jetzt so Ich glaube das Spiel geht in so eine Richtung Wenn sie es jetzt schaffen Mega nice Dann haben wir ein übelst krass spannendes Finale vor uns Wenn sie es nicht schaffen Und verlieren Dann wird es Ganz, ganz, ganz schwer Weil dann haben sie echt Mit einem soliden Draft verloren Und Falcons zeigen dann an der Stelle einfach Ey wir sind viel, viel besser Und ich glaube da steht und fällt auch ein bisschen damit Wie viel Spielfehler Extreme jetzt machen werden Weil wenn beide genau gleich gut spielen würden Würde Extreme meiner Meinung nach gewinnen hier Na ja Naja Wir werden gleich erfahren Was passiert In einigen Minuten Können wir rein Ich trinke mal noch ein Stückchen Ich esse noch einen kleinen Happen Und dann Geht's los Mit der zweiten Runde Ich bin jetzt nämlich schlauer Ich esse immer kleine Portionen Über die Streamzeit Denkt ihr dran Den Like Knopf zu hauen Wenn das noch nicht passiert ist Das sind die Worte Punk Mit denen ich dich In meinem Sterbebett In Erinnerung behalten werde Hast du noch irgendwas Jetzt zu sagen Papa Grüß Punks Kinder von mir Wir müssen noch warten Scherzot Ein paar Minuten Dann kann ich starten Habe ich schon Kevin Klappt jetzt auch Oder Ich muss nochmal gucken Ja Ist nicht mehr verschoben Alles gut Neustadt hat's bereinigt Mark Critt Und Snaking Support Weil Schaue den beiden Auf den Helden gerne In ihren Pubs zu Immer wieder faszinierend Was die raus sollen Ja Die sind auch Also Was die auch letztes Spiel Schon wieder mit ihren Supports Gemacht haben Einfach krass Und Hoodwing Critt Ist Ekelhaft gut Die Snaking Maiden auch Die Spielen Diese Helden am Limit Sehr gut Punk Sehr geil Macht sich Spaß Wieder ein bisschen Zuzugucken Gerade Ist ja Ist ja eine Weile her Und jetzt warst du Öfters viel hier Ich hoffe es gefällt dir Immer noch Ja Es war auch sehr schnell Kevin Habe das direkt gemacht Ich habe zum Glück dran gedacht Aber ich wurde auch erinnert Echt ich auch Das ist schön zu lesen Ich habe extra die Kamera ausgemacht Und tue so als würde ich essen Indem ich künstlich schmatze Eigentlich wollte ich mich Nur bei Punk einschleiben Und verhindern Dass ihr seht Dass ich rot werde So Guck mal Wie viel Zeit noch Nicht mehr so lang 2-3 Minuten www.k Objektiv www.ch 2 2 3 4 0 alle die jetzt gerade da sind dürfen übrigens nicht gehen ich habe heute das ziel die 200 zuschauer zu knacken und ohne euch schaffe ich das nicht das heißt wenn ihr jetzt gerade anderes vor wie zum beispiel eine hochzeit eine beerdigung wichtiges treffen ein trenungsgespräch es muss leider warten ich brauche meine schüssel ist alle eine geburt dann kommt ein kind halt einen tag später okay jetzt wird dota geguckt verdammt normal ich glaube gleich geht es los das muss man noch eine minute warten ungefähr und dann kann mal starten atmen darf man aber aber nur ganz leise kevin stimmt auch wieder punk das bringt nichts ist eine gängige strategie kloski hallo smooth operator ihr könnt ja auch stimmt eigentlich naja ihr könnt ja auch alle gehen hauptsache ihr lasst den stream laufen der rest ist doch egal bier holen also bei dir mache ich eine ausnahme des raiders na gut schnappt ihr eins wetten wir des raiders voll das geile bier ich werde irgend so ein besonders leckeres bier da bin ich jetzt sehr beruhigt jetzt kann ich ohne angst weiter stream das zittern in meinen händen ist nur noch halb so stark und der rest des zitterns kommt von der alkoholsucht insofern also dann wir sind ein bisschen früh dran aber ich habe bock ich habe wirklich bock ach komm wir starten einfach ist mir doch egal heute sind wir mal ganz dreist let's go so fassen wir noch mal zusammen runde 2 feld ist gegen extreme gaming zwar 1 zu 0 für falcons aber extrem hat lebenszeichen gezeigt und dazu kommt dieses mal ist ihr draft deutlich besser als letztes mal und umso länger ich darüber nachdenke umso besser gefällt er mir also ich glaube an ihren draft ich glaube daran dass das hier eine spannende runde werden kann und eine die sie sogar gewinnen können das haben sie toll gepickt jetzt müssen sie es nur noch toll spielen los geht's extreme gaming zeigt uns dass ihr dort spielen könnt auch gegen falcons schon in der laning stage sehe ich da potenzial für sie ich hoffe zumindest auf dass sich die vermutung bewahrheitet java java ist herb ne schön herb acht bis neun monate vor mti gibt es keinen sex damit man nicht irgendwie zufällig jemanden schwängert oder schwanger wird punk weiß wie es läuft der hat das game durchgespielt er kennt sich aus mit dota das ist ein richtiger henry ultra schon wieder das wunderschöne set ganz tolles tierchen hat nicht mehr viel mit einer maiden zu tun die maiden wurde halt gezüchtet langsam zum haustier gekreuzt ist schon eklig aber so war's ein bisschen dota lore nebenbei eine bounty wurde die gerade die night ich glaube nicht ich bin kriegt oh extreme kriegt drei bounties und eine maiden und eine maiden first blood für xxs ach herrlich 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 das freut mich zu sehen also damit 1 0 für extreme gaming und ein kleiner gold vorteil durch die bounties oben drauf dieses play machen sie öfters habe ich das gefühl und es klappt richtig gut da sind sie geschickt drin irgendwie mag die kameraführung die maiden sehr sehr gerne cool sie läuft durch den wald hey ich will mal kurz warten bis sie das wieder weg machen vielleicht machen sie es auch nie weg vielleicht ist es nur ein bug weil es kann ja nicht sein oder wir wollen ja das spiel sehen ne ok doch die ziehen das knallhart ewig durch jetzt wird sie banished danach im torrent erwischt stun hält kurz den schaden auf aber snaking muss schon wieder aufpassen wird nicht geblockt wenn die bodyblocks durchgegangen hat äh es je ganz gut versucht da kam aber nicht mehr vor sie dann jetzt nochmal knapp werden können nice combo natürlich ne disruption into torrent ist schon ziemlich stark und falcons haben ein paar probleme bisher in der landing stage skeeter haut concoction raus probiert ein bisschen kontrolle zurück zu erlangen in der mitte der leschrack farmt fleißig gegen den timber an sollten beide klarkommen magic damage ist nicht ganz so angenehm für timber aber schaffen tut er das trotzdem dagegen zu stehen und der lesch hat genug range um nicht von whirling death oder sowas behakt zu werden weil das ist fiese harass gegen melis die in der mitte stehen ach echt jefer tatsächlich aber sagen die nicht sogar in der werbung jefer genau pilzchen oh gott ja siehste moppel sagt auch dass sie selbst in der werbung jefer sagen also wenn sie in der werbung jefer sagen dann ist mir der sprach elitismus auch scheiß egal dann sage ich auch jefer pass auf jetzt geht es los scheiße ey da habe ich mich oh gott oh gott jetzt werden wir belehrt leute ab jetzt sagen wir alle jefer ich sehe es schon kommen aber jefer klingt auch nicht das darf ich wahrscheinlich auch nicht sagen aber ich finde klingt auch nicht so gut jefer finde ich schöner mir egal was mein zukünftigen während der geburt macht wenn henry ti streamt habe ich keine zeit ey er ist ti wirklich die werbung wurde von holländern gemacht das ist ja geil ey stimmt das ist ja lustig das tut ja weh ne wenn alle dann jefer sagen aber es ist jetzt etabliert für mich muss es leider jefer bleiben das problem ist auch nur die wenigsten wissen was du weißt das heißt wenn ich jefer sage bin ich der komische ich will nicht der komische sein von anderen leuten beurteilt werden im fragwürdigen bis negativen das halte ich nicht aus dafür sind menschen nicht geschaffen dafür bräuchte man ja selbstvertrauen dieses wort was ich nicht kenne ich spiele dota und streame es bleibt noch beim 1 0 aber es gefällt mir alles schon ganz gut für extreme gaming hier bisher amig kriegt last hits der lash kriegt last hits kunker hatte natürlich ein super start mit dem first blood wir gehen aufs vermögen sehen wir auch der hat das meiste gold im game das alchi ordentlich mitfarmt ist klar aber der hat halt grievel's greed deshalb ist es immer mit vorsicht zu genießen wenn am ende so was heißt am ende aber wenn in so 20 minuten das gold gleich sein sollte von extreme gaming und falkens ist es sehr gut für extreme weil alchi halt unnatürlich viel farmt muss dazu sagen luna ist auch ein krasser farmer aber trotzdem denke ich dass der alchi selbst gegen luna ein bisschen mehr haben will und viel mehr haben will als alle anderen im spiel abgesehen von ihr so mitte geht gerade ein bisschen was die rune wird geholt von xing top kriegt xm die andere und marine hat eine leere bottle und keine rune wird weiter harassed selbst die mitte läuft ziemlich ordentlich der lash harass ist noch stärker gegen timba als ich gedacht hätte ja glaube ich dir andere glaube ich dir gerade wenn man da aufgewachsen ist ist wahrscheinlich bitter aber das ist halt wer die werbung anders würde man es anders nennen echt interessant dass die das geändert haben bestimmt haben sie die entscheidung bewusst gefällt weil java für die leute besser klingt im durchschnitt als jäfer aber jemand der da wohnt denkt sich halt fuck was ist das für ein scheiß wenn ich mir vorstelle es gibt ein bier und das heißt bärlin mich mir auch denken was das für eine scheiß oder so bärlein oder so was ein paar kills getradet oben ist der phoenix gestorben alles im rahmen alles gut alles weiterhin solide für extreme aber so die ganz große entscheidung gibt es natürlich noch nicht die laning stage läuft jetzt nicht ganz ganz deutlich in ihre richtung ist es nur nett wie es bisher von statten geht ah oder so dodo sie haben die werbung angepasst an den mund laut der sich davor schon falsch verbreitet hatte ok genug mit der jäfer jäfer studie auch wenn ich es relativ interessant fand mein beileid andre berlin preußisch preußisch süffig äh kunker macht den eichgut platt joa macht er die lane geht einfach auf aber eich ist ja jetzt noch nicht platt er ist eher so so ein dicker eierkuchen noch nicht noch nicht ein crepe da sind wir noch nicht ja aber sie bauen ihren vorteil weiter aus keiner stirbt falcons findet keine lücken die kamera ist wirklich unter aller sau gerade in der landing stage muss ich mich für entschuldigen ähm wir haben hier noch in der mitte einen kampf als supports dazu gekommen sind xm dived einfach mal ganz entspannt die hoodwink in tier 2 und läuft dann raus der lash in der mitte funktioniert eben auch voll gut hier äh gegen den timber ist echt nice der pick war super bisher zumindest und ich bin auch ich bin auch lash fan also glaube ich das wird sich fortführen die erfolgsgeschichte von ihm bald spawn xp ruhen na was ist das da feines das macht schon schaden potenziell mit den ganzen poison stacks muss snaking vorsichtig sein 3 sind auf marine kommt von der seite das zwingt xing zum tp ich glaube er hätte auch nur 4 stacks auf die maiden bekommen und keine 5 und das hätte sie nicht getötet naja mit dem tp kommt er zumindest gut raus ist jetzt base gegangen obwohl er ziemlich viel mana und leben noch übrig hatte vielleicht nicht ganz effizient runter gespielt aber besser als sterben auf jeden fall falcons kriegen ihre xp ruhe ach er ist so tp weil er dann direkt die xp ruhe holt der typ ist einfach big brain oh was ist das er hat sie nicht geklaut ich dachte schon ey der für übrigens hat sie nicht geklaut äh cheeky play ist rausgekommen ok kurier stirbt alles nicht so relevant bisher viele kleine scharmützel insgesamt bleibt der vorteil bei extreme gaming 15% mehr gold xp ist ausgeglichen und die 15% mehr gold sind ja auch gegen den alchi der jetzt das meiste gold im spiel hat wegen grievel's creed aber noch keinen allzu großen abstand gewonnen hat und ich glaube halt wenn die luna in 1-2 minuten eine mom hat kann es sein dass sie auch gegen halten kann da wird es auch viel auf die stacks ankommen die sie bekommt oder nicht bekommt bisher ist mein eindruck dass extreme nicht stacken konnte sind zu beschäftigt in den lanes die luna muss ein bisschen vorsichtig sein vielleicht wird aber noch von phoenix beschützt und hier unten gibt es da einen go nach der disruption des torrents snake king verliert alle sein leben aber lashrak wird geburstet und das kann er nicht aufhalten seine supports können ihn nicht mehr schützen falcons hat da toll reagiert und ehrlich gesagt ich fand den dive auch sehr tief von extreme gaming also dann ist hier wirklich ganz weit runter in den tower gerannt double kill für skater und da ist er wieder vom pfannkuchen zum kugelfisch alti ist back und melvin lächelt tja haben sie sich übernommen lief echt gut bis zu diesem zeitpunkt und dann kann es so schnell gehen falcons ist da falcons passt auf sie werden bestraft der lash hat sich da deutlich zu viel getraut der hat ja nur arc boots das ist doch zu früh im spiel für solche aktionen kunker geht nach dem doppel racer und den face boots agernems und der hat ein starkes spiel also der kunker farmt wirklich gut 1041 last hits in der auseinandersetzung gerade überlebt kann man sich nicht beschweren die luna eigentlich läuft es auch ganz okay also hat ein gutes game aber die braucht unbedingt die mom bevor sie einmal stirbt und das versucht jetzt gerade falcons hinzukriegen mit der stampede mit dem dive sunray heilt sie hat auch noch die heilung mit tower aura und dem neutral und stabilisiert sich sie haben es geschafft ihre luna zu retten jetzt kommt das x mark mit torrent mit schiff sand stirbt absolut krass extrem wichtig für extreme gaming diesen kampf zu drehen und die luna leben zu lassen bevor sie die rache kills starten zwei werden fallen skeeter holt sich aber auf anderer lane den lashrak doch nicht zwei krit überlebt und marine kriegt kills oh man wie falcons ist immer wieder knapp dreht marine ist da die hoodwink war doch zu viel des guten so schade immer noch nice für sie die luna zu retten aber plötzlich alles nicht mehr so toll wie ich dachte sie hätten sich mit dem cent begnügen müssen sie wollen immer dieses bisschen zu viel und falcons ist so gut darin es zu bestrafen ich denke ja auch das können sie machen aber es klappt nicht und dann auch noch zeitgleich der kill von dem alti den ich nochmal gerne sehen will wie hat er das denn jetzt gemacht ich hab echt gedacht der lash macht genauso weiter wie am anfang und das könnte gut laufen dann overcommitted er einmal und er overcommitted wieder geht mit dem edict rein jagt die maiden viel zu tief und kommt nicht mehr raus einfach gekillt von skeeter der farmt und zeitgleich noch mit concoction und acid spell richtig gut mitmischen kann er wird nochmal eingeschlagen bevor xing down geht hatten wir ja gerade schon gesehen ach mensch das ist so krass wie fällt uns das immer wieder drehen solche sachen ah ärgerlich ärgerlich luna hat überlebt luna hat die mom aber luna hat das wollte ich nochmal gucken glaub ich keine stacks ne ziemlich schade dass sie es nicht geschafft haben für sie zu stacken passiert hoffentlich noch weil ihr farm speed könnte damit echt sehr sehr hoch werden an den alchi kommt sie hier nicht mehr ran der alchi hat einfach einen zu guten start jetzt gehabt der hat einen schwachen early game also early laning stage start gehabt aber danach ging alles perfekt der hat 3 0 mittlerweile er hat 81 last hits und er hat gleich radians und wenn er radians hat farmt der schneller als ne luna viel schneller sie hätte nur ähm bei gleichem gold und gleichen leveln die mom lange vor dem radians haben können und dann stacks farmen können um noch mitzuhalten ne weile denke ich aber jetzt ist das ding durch dafür ist sein seine laning stage insgesamt betrachtet doch deutlich zu gut gewesen und wenn er radians hat wird er echt stark dann gibt es ganz ganz schnell die bkb danach weil mit radians farmst du ultra krass marine macht das game gerade ne man muss es sagen also marine macht es einfach er war da unten übelst der ausschlaggebende faktor er war hier der ausschlaggebende faktor das ganze zu drehen und jetzt holt er sich schon den nächsten kill auch viel viel leistung von seinem team mhm von amma und co aber der timba spielt auf einem abartigen niveau ehrenlos gottlos würde punk sagen ja sie sind einfach einen tick zu weit vorgegangen moritz schade schade ist noch viel drin für sie aber es ist natürlich entmutigend zu sehen wie sie die letzten kämpfe nicht viel erreichen konnten obwohl es ja immer kurzzeitig so geil aussieht und die reaktionen so toll sind mit dem edict kriegt er jetzt endlich den tower wird auch nicht denied oder sowas immerhin das kann er noch rauskommen die verwussung hält ewig und jetzt die bursts mit dem sharpshooter und wieder ist marine im richtigen moment zur stelle und da hat xm wirklich den tower in der mitte sehr sehr hart brute force und hat glaube ich zwei drei mal mit dem tod dafür zahlen müssen jetzt haben wir sehen ist ganz nett aber der lash muss 20 sekunden warten bis er zurückkommt und der timber hat schon vier kills gesammelt kaya ist fertig alchi hat radiance bei 11 minuten 40 nach der laning stage hätte ich echt nicht gedacht luna war hat wie zu erwarten war mit der mom nochmal gut aufgeholt jetzt was farm angeht also ist ziemlich weit nach oben geklettert ist fast am kunker dran aber jetzt ist es radiance halt da und jetzt wird der alchi komplett ausrasten also ein bisschen schneller war da auch falsch der alchi fand auch nochmal eine ganze hecke schneller als sie vor allem in dem spiel gerade ohne stacks für sie naja support trade nehmen wir noch mit würde ich sagen aber wenn es hier noch eine weile gehen soll dann muss extreme gaming in dem spiel wirklich mehr reißen als das und es ist echt ein ganz nettes line up was sie haben also ich glaube immer noch an sie tatsächlich auch wenn falcons jetzt ein bisschen den gold vorteil hat und der alchi wirklich sein spiel durchgezogen bekommt dieses 60 40 klingt gar nicht unrealistisch extreme gaming hat hier noch viele möglichkeiten die haben einen guten draft der war auch am anfang von dota plus also vom algorithmus bevorzugt scheinbar aber ich bin immer nicht sicher was wie viel das hier zu bedeuten hat ähm kunker hat bald agga das könnte noch sehr nice werden der leschrak hat irgendwie gar nichts mehr so der hatte einen starken start und dann ist er nur noch verreckt die ganze zeit overcommitted also xm ha irgendwas hat da nicht gestimmt hier diese partie bisher ist so mein gefühl es geht da farmt an einem fiesen ort weil da luna auch gerne farmt holt sich da den ganzen kram keine chance für sie daher zu kommen äh sie hat dragonlands fertig geht jetzt auf jascha und das ist ein smoke und flankenangriff extreme gaming auf der flucht xing probiert es mit dem tp guter versuch klappt aber nicht jo daniel dankeschön nur ein support sehr sehr gerne danke für den 10er sehr sehr nice von dir ihr habt das spendenziel schon entehrt und ihm gezeigt wo der frosch die locken hat war nur ein support aber sie haben auch dieses gebiet kontrolliert und da sehr viel farm rausgezogen also army findet nicht genug auf der map muss immer hin und her rennen xm farmt gegnerische stacks die sonst der eiche kriegen würde das ist sehr sehr nice das ist geschicktes positioning an dem ort wenn er es überlebt was er tun wird äh ist das ein super play also starkes kleines manöver ja die brauchen ein bsj coaching du sagst es moin barracuda bastard 185 Leute noch 15 für die 200 daniel du musst jetzt halt auch da bleiben jetzt hast du dich gezeigt jetzt hab ich dich im kopf ich fessel euch an die rechner bondage style wird heute wieder sexy ach man ey kommt schon Leute wir brauchen letztes mal haben sie ja auch noch aus ganz anderen situationen heraus irgendwie kämpfe gewonnen also wer weiß wer weiß agganims fertig auf kunker das sind gute nachrichten aber army macht mir sorgen äh farmt schon noch solide so ist nicht lasst euch nicht vom alchi irritieren aber der alchi hat so ein traumgame ey der hat schon dagger und radiance das geht jetzt richtig richtig schnell jetzt in die ganzen farm items und deckert rein und trifft genau die eine die luna wird disrupted phoenix ist auch da deckt mit supernova solar eclipse ist raus und skater überlebt nicht da ist es das play und jetzt nicht übertreiben nicht übertreiben das haben sie wieder perfekt gemacht wunderschön oh oh keine übertreibung die ich sehe alles gut cool das sind raus sie gehen der alchi ist tot last hit ging tatsächlich an xing durch shadow poison hat die luna nicht bekommen aber ich hab solar eclipse gesagt aber durch eclipse habe ich mit dem phoenix kombiniert und supernova haben sie es geschafft den alchi in die knie zu zwingen und seinen dagger radiance jump vor der bkb wohlgemerkt mit bkb wäre das ganz anders gelaufen aber die hat er jetzt halt echt noch nicht so schnell farmt er auch nicht ähm wow tolles tolles ding tower gehalten luna gehalten richtig gut reagiert die disruption war übelst geil zu sehen die supernova war schön platziert alle waren so da herrlich so was nun warum hat der kunker einen point booster da drin man wird es noch erleben wird eine überraschung kleine wundertüte da war immer nur scheiße drin in wundertüten zahlst du 3 mark kriegst du eine wundertüte was ist drin ein cola kracher den hatte ich auch beim lottoladen 14 cent egal das sind alte erinnerungen das ist ja furchtbar happy knödel ja mach ich andere aber eher selten und ist teuer he he marine geht down geil nächster richtig guter kill was echt schade ist ich coache heute eine Weile ähm das hat jetzt aber nachgelassen aber ich coache heute eine Gruppe so drei Leute und die sind richtig nett und das macht übelst Spaß aber die gewinnen nicht so viel wie ich gerne hätte das klappt irgendwie nicht so richtig ich hatte Coachings da hat es echt gut funktioniert da sind Leute voll abgegangen danach bei manchen aber auch nicht war immer so manchmal so manchmal weniger aber es lief immer ganz gut und bei denen dafür dass es so viele Coachings schon waren keine Ahnung irgendwie die haben auch undankbare Spiele wenn ich denen zugucke sehe ich nicht woran es liegt ich finde die Spielen mittlerweile echt über dem Bracket aber ich finde nicht raus warum es trotzdem ich habe immer das Gefühl wenn ich sehe ja haben sie Pech gehabt beim nächsten Mal klappt es dann bestimmt aber wir haben oft Pech zu oft als dass man es glaube ich noch äh als solches verkaufen kann es ist ein bisschen schade es tut mir leid weil ich ihnen das gewünscht hätte aber ähm es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht weil die cool waren also jetzt nicht mehr jetzt sind sie nicht mehr cool ist ja klar ich habe sich spontan zwischenmenschlich geändert Shadow Demon Killmaschine ähm wie viel hat denn der mittlerweile gesammelt fünf Stück schon immerhin fünf ist ordentlich ja hat ja auch den Last of the Marine bekommen also ihr seht ne der Alchi ist jetzt ich hatte erwartet auch vor ein paar Minuten dass er hier ist ungefähr jetzt die Alchi hat ein bisschen nachlassen müssen weil extrem einige erfolgreiche ähm Movements und Manöver umgesetzt hat die Luna hat gleich Manta fertig Dragonlands Manta Mom kann sich doch schon sehen lassen Kunkka ist natürlich abgelöst so langsam aber der ist immer noch da der Cent hat überraschend viel eigentlich zu viel aber ich weiß noch woran es liegt das ist Amar nur deshalb hat er so viel sag ich euch kein anderer hätte jetzt die Kohle wette ich hat bald Eternal Shroud fertig Falcons im Smoke XM ah kommt wohl raus da noch farmt die Valve außerdem hat er ja auch sein Team dabei außer die Luna fünf gegen vier wäre aber ungeschickt für Xtreme wenn Luna nicht dabei ist könnten sie da viele Helden verlieren sie probieren einen eigenen Angriff zu viert Whisky oder uiuiui so tief rein zu viert vielleicht gehofft dass sie die Ancients erwischen oder sowas genau so ist es Kevin genau wie immer Dodo natürlich ah ja Blotstone oder Octorin ah ja also ähm hm wie viel macht das ich weiß nicht ich find ich find Bloodstone schlechter irgendwie als Oktacore auf Kunker ich verstehe schon dass du dich damit auch gut hochheilen kannst und so aber ich mag Oktacore glaube ich doch deutlich lieber dieser Bloodstone Kunker ich hab den auch schon gesehen ich kann mich nicht so richtig an den gewöhnen ich weiß nicht ob ihr das nachvollziehen könnt aber ähm Oktacore und dann noch so BKB Refresher später der ganze Kram der alles davon das profitiert alles davon auch mega find ich so nice Armee hat das Manta Falcons wirken grad ein bisschen ohnmächtig die Gold Differenz ist auf 0% praktisch zurück was super gut für Extreme Gaming ist gerade gegen den Alchi und da wurde auch Crit erwischt dessen Hoodwink hier noch nicht so scheint wie ich's von ihr gewohnt bin 0-2-7 Level 11 0-4 auf der Crystal Maiden Jeevas ist sicher auch ganz gut auf Kunker würde ich jetzt nicht sagen dass es schlecht ist aber ähm Oktacore ist halt ultra nice die ganzen Cooldowns von denen er abhängig ist grad wenn er dann auch Shard hat und so das ist schon stark Shard hat er auch noch nicht geholt wer ist Favorit äh Falcons ist Favorit ja ich hab auch das Gefühl dass die weggesmurft werden Andre und da sie zu dritt sind haben sie fast immer die Smurfs im anderen Team aber trotzdem ist es bitter aber du hast recht hoffe ich auch Max mal gucken wir werden sehen 198 ok jetzt aber alle da bleiben wir haben's gleich kann der jemand noch seine Familie einladen genau das nicht Skypack aber es geht ja um die Menge an Smurfs es gibt Phasen da sind's mehr es gibt's Phasen da sind's weniger manchmal macht Valve was dagegen manchmal weniger geil ey ich find's voll cool Xtreme hat das Spiel wieder stabilisiert es war zeitweise echt gefährlich hier ist es in eine gefährliche Richtung tendiert und dann kam der Jump der vereitelt würde und endlich mal nicht der krasse Chase von Xtreme danach wo sie alle noch verrecken schaffen sie das nicht doch schaffen sie Armee hat da zu viel Sustain mit dem Lifesteal Schad hat er nicht bekommen das ging ans Phönix auch nicht schlecht und die BKB wird demnächst dem Manta folgen also Luna jetzt schon hier nur noch 2000 Gold vom Alchi entfernt was kein schlechter Abstand ist sag ich mal das ist in Ordnung Alchi hat seine BKB natürlich hat er die mittlerweile 2000 Gold oben drauf XXS wurde ausgespäht ne den Kunker haben sie gesehen der rennt aber schnell von dann gerade ist der Shadow Demon auf der Toplane unterwegs oh ja wir haben's ich seh sogar 203 dankeschön dankeschön geil Ziel erreicht heute kann ich glücklich einschlafen das war schön also vielen Dank dass ihr alle gekommen seid haut rein ciao ciao ähm was wird jetzt passieren ich glaub Extreme Gaming ist glücklich damit wenn's so weiter geht einfach ein bisschen farm die Luna immer stärker werden lassen den Lashrack Items zusammenbasteln äh die BKB wird ihn sehr sehr hart stärken Dagger würde mir auch noch gefallen aber ich glaub hier ist Bloodstone into BKB am besten weil er so Gefahr läuft vorne sonst zu verrecken weil er so unter Druck gesetzt war und allgemein nicht so viel Gold hat beziehungsweise hatte hat's schon echt gut auf Gold wieder ähm ja und Luna BKB Shard das garantiert die richtige Wahl die ist jetzt fertig also ihr Timing ist fast da Lashrack BKB noch und Luna Shard dann der Bloodstone für den Kunker und ja der Rest sieht okay aus vielleicht die Vessel abwarten aber Extreme steht kurz vor einem sehr starken Punkt werden aber davor angegriffen der Smoke von Falcons findet den Phönix jetzt haut ab haut ab nicht daran oh Gott die Luna hat sich noch gezeigt die wollte sogar noch ein Lucent B machen das müsst ihr euch mal vorstellen was für ein Mut die machen's die wollen den Stun ausnutzen Skeeter hat ja es war vor der BKB ich hatte deshalb so eine Angst um sie und ich wollte deshalb dass sie den Kampf nicht nehmen weil sie kurz vor einem krassen Timing waren aber das Timing war halbfertig die Luna hatte ihre schon trotzdem ne Shard auch noch nicht da kurz davor lassen sie sich drauf ein 4 gegen 5 Marine Dagger drei danach kommt der Hufstorm von Amar aber irgendwie ich weiß gar nicht genau wie irgendwie überleben sie Bloodstone auf dem Kunker bestes Item jetzt verstehe ich's endlich kriegt natürlich jetzt voll viel Heilung hier schaut euch das an wie viel der heilt XM mit seinem Bloodstone auch übertrieben krass für mich sowieso der Lashkack hier in dem Kampf die größte Komponente zusammen mit Armee die Gläfen und alles wow waren einfach konsequent viel viel stärker waren einfach viel stärker mit dieser Bloodstone Kombination und der BKB Luna haben sie nicht mal mehr gebraucht das Ende des Timings wie geil ey das ist gut das ist richtig gut das ist richtig 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 gut es öffnet ihnen eigentlich auch Rosh eigentlich müsste die Gelegenheit jetzt da sein 40 Sekunden haben sie Zeit oh ich hab's auch deshalb sind sie so langsam ich dachte die lassen sich aber Zeit war halbe Geschwindigkeit Grit lauert aber Shadow Poison ist natürlich arschgefährlich dafür Grit lauert Grit hat Dinge vor keiner weiß oh hat das ihn gesehen oh wie was macht der wie macht Xing das hä war das Zufall Alter er hätte ihn ja perfekt durch den Wald gejagt damit ja da ist er tot Scharpshooter war dann defensiver er wollte wahrscheinlich probieren den Rosh mit Sharpshooter zu klauen ich erkenne das halt wenn ich Low-Racket Spiele sehe und einer Smurft oder die haben wenig Spiele auf dem Account und krasse Average Stats sowas machst du gut Happy Knödel ich glaube es sind immer es sind wieder jetzt relativ viele ist aber auch nur mein Eindruck von den Coachings also ich weiß nicht genau ich erkenne keine Smurfs in meinem Racket weiß ich nicht vielleicht Smurft auch mal wäre aber naja fällt dann auch nicht so sehr auf finde ich selten dass da mal so ein High Immortal im Unranked Smurft also so ein richtiger 10k Typ oder so das würde ich wahrscheinlich noch merken und so bis 6k oder so merke ich es nicht richtig oder 6,5 der Jump sieht wieder sehr gut für sie aus und Timber leidet jetzt auch unter der Spielzeit obwohl wir erst bei 25 Minuten sind aber es ist ein sehr actiongeladenes Spiel wo sehr viel Farm allgemein generiert wird und ähm ja Timber hat halt obwohl er im frühen Midgame sehr krasse Aktionen gebracht hat nur noch 12.000 Gold insgesamt im Vergleich zu den anderen nicht mehr so viel die Teamfights wurden alle nicht gewonnen das tankte er einfach nicht wenn die ihn anjumpen Aegis Luna jetzt haben sie übrigens auch all diese Traum-Items sie haben natürlich das Shard auf ihr sie haben natürlich die BKB auf dem Leshrack Kaya Sage ist auch da kein Dagger geholt aber trotzdem gute Items mhm fährt das Dagger noch ziemlich gut und die BKB auf Kunkka wird auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen Extreme Gaming Leben das beste Leben und sie sind kurz davor Falcons tatsächlich zu schlagen ey man konnte schon dran schnüffeln im ersten Game und der Draft hier geht voll auf oder also in den Teamfights gerade sah es richtig richtig gut aus wie stark die einfach sind in der Kombination mit dem ganzen Magic AOE mit dem Sustain und dann die Gläfen noch der Lockdown Kunkka war auch so ein guter Pick also es haben sie haben sie toll gedraftet viel besser als erstes Spiel und spielen es auch gut Falcons natürlich nicht zu unterschätzen nicht umsonst sind die hier durchs Upper Bracket mit zwei Nulls gerannt ganz schwer die zu besiegen die machen auch jetzt das Richtige der Alchifam genau am richtigen Spot hat immer noch das meiste Gold im Spiel wenn auch nur knapp hat gleich eine Q-Ress fertig die sieht man auch nicht mehr oft wird also sein Q-Ress Timing finden bevor es los geht Gleipnir auf der Hoodwink ist auch am Start aber da trifft die Tidal Wave die Maiden nach dem Torrent rausgesniped von Kunkka und direkt umgelegt kein Buyback Marine deckert rein haut wieder ab Tower kann nicht weg hat nur noch halbe Leben jetzt kommt Edict da kommt eine Concoction schon mal vorgeschwächt mit dem Magic M Bumerang und alles rauf disrupted aber ein bisschen spät hat nicht mehr so viel Leben muss jetzt mit Bloodstown und BKB alles schnell sustainen schafft er gerade so und Extreme Gaming gewinnen den nächsten Kampf Tidal Rave gut platziert ist immer noch irgendwie eine Zitter-Partie weil sie halt gegen Falcons stehen aber eigentlich sollte das Ding durch sein Marine probiert es nochmal sie börsten das Aegis aber nur das Aegis und verlieren dabei an der Seite die Hoodwink jetzt also Extreme Gaming im 5 gegen 3 noch eine Wave zieht den Alchi zurück Supernova ist dran alles ist dran nicht Supernova Palsnova wow starke Waves toll gespielt vom Kunker ganz ganz hart guck mal XD jetzt kommen nämlich die Antworten XD von Shadow Demon schon ne endlich gewinnt auch mal jemand gegen Falcons und hat am Ende vielleicht das letzte Wort auch kaltblütig ne wie sie den Alchi da nochmal reinziehen da gehen überhaupt keine Nerven mit ihnen durch fast die Maiden noch erwischt zweite Lane ist down Luna mit den Gläfen natürlich mega gut in solchen Situationen mega Kill-Off-Arme ah sie spielen echt nochmal eine ganze Ecke stärker die Runde und auch allgemein sind sie jetzt viel besser als im ersten Aufeinandertreffen vor drei Tagen gegen Falcons wo sie 2-0 unterlegen waren was ist denn das für ein X-Mark achso ok der ist in der Base ich dachte schon aber es ist ziemlich ist ziemlich Whisky da an der Stelle im Endeffekt dadurch dass Falcons noch Respawn hatte wahrscheinlich doch nicht so sehr joa das sieht aus als hätten wir ein 1-1 gleich 99 zu einem Prozent kann schon sein Dodo gerade im Unwreckt habe ich da ja auch alles zwischen 4 und 7 K insofern aber kann schon sein genau man hat dann halt den La liegenden Verdacht richtig ja total Torben hätte ich auch nicht gedacht das war wieder mal dieses Ding ne ein Kampf der gut läuft und direkt kippt es in die andere Richtung letztes Mal ist bei Falcons der Kampf hier gut gelaufen und plötzlich ist voll in ihre Richtung alles gegangen sehr umgedrehtes Szenario hier und auch beeindruckend gewesen wie Extreme Gaming den Vorteil ausgespielt haben hier der Teamfight hat mich sowieso geflasht also dass sie den da war ihr Lineup aber auch einfach ein großer Teil der Arbeit da waren sie eigentlich schon wieder in so einer komischen Overcommit Situation so gerade so vielleicht wurde gefährlich aber sie haben einfach ihre Items angemacht ihre Space gerückt und es war viel zu stark für Falcons sie kamen dagegen überhaupt nicht an sehr sehr nice ah die Disruption auch wieder on point spielen sie extrem gut XM kann einfach nicht getötet werden immer wieder stellt er sich mit Elite vor immer wieder das gleiche Prinzip und das Ding ist vorbei stellt sich hin pusht wenn sie ihn aufhalten mit der Disrupted macht danach BKB Bloodstown GG Extreme Gaming gewinnt die zweite Runde nice wir haben einen Dota Sonntag vor uns der sich gewaschen hat schönes unterhaltsames Spiel gewesen tolles Matchup zwischen den beiden Teams mittlerweile vor allem 25 zu 14 nach knapp 30 Minuten gewinnt Extreme Gaming Falcons wird den Draft ein wenig neu justieren müssen und dann sind die natürlich auch hier überhaupt noch nicht abzuschreiben also im Gegenteil sogar die sind das sind Falcons von denen wir gerade reden ich sehe gerade bei mir ist ja alles gebrochen irgendwie ich mache mal ein paar Sachen für mein Overlay bevor wir dann in den nächsten Draft gehen 1-1 steht es jetzt zwischen den beiden also noch mindestens 2 Games sind garantiert geil ja und über 200 Zuschauer erreicht also wirklich herrlich ein ganz großartiger Tag dank euch Chat ist auch aktiv so macht es Spaß war ein voller Erfolg das Streaming Wochenende hier war mir nicht ganz sicher aber ich hatte ja zumindest ein paar Gameplays gemacht um den Kanal wieder zu beleben und offenbar hat es funktioniert und ihr seid noch mit bei mir Snoopy jetzt ist aber schon langsam ein Running Gag hört auf jetzt ich habe das Spiel neu gestartet verdammt Amma fragt gleich im Chat wer gewonnen hat er war die letzten 30 Minuten nicht am PC ja der hat wahrscheinlich in seinen Stressball gebissen ich glaube es ist noch gar kein Draft auf ja tatsächlich noch kein Draft auf hm das scheint eine längere Pause zu sein weil wir haben ja auch ein Delay ja es gibt einen Countdown von noch 6 Minuten kurze Pause Leute kurze Pause in 6 Minuten geht es weiter und dann sehen wir den nächsten Draft Valerie fragt was du so den ganzen Tag machst weil das ja deine einzige Arbeit ist und du viel Freizeit haben musst ist korrekt ich habe ganz viel Freizeit lebe das beste Leben mir geht es immer sehr gut ähm und ich liege im Bett das ist meine Hauptbeschäftigung also danke für die Spende ich ähm mache mir glaube ich kein Essen mehr ich denke ich bleibe bei euch ach doch ich sollte mir was zu trinken holen das ist eine gute Idee beste Leben ja ja genau so ist es bis gleich bis gleich Amen. So. Ganz genau. Werdet bitte alle Influencer, wenn ihr drauf steht, entbehrlich zu existieren, viel rumzuliegen, manchmal zu reisen, und später keine Rente zu bekommen. Außer ihr werdet groß, dann seid ihr Millionäre, völlig unberechtigt, aber trotzdem, na dann ist geil. Die Chance ist aber ziemlich gering. Jo, dankeschön. Oh, der Pizza, oh ha. Essenstechnisch hätte ich da eine Idee. Hm. Ja, warum nicht eine Pizza? Ich hab noch eine Pizza. Ganz ehrlich? Irgendwie hast du mich inspiriert. Ich könnte heute gut eine Pizza vertragen. Ich glaub, ich gönne den mir nach dem Stream. Ist zwar nur eine TK-Pizza, das ist jetzt nichts für den Pizzagourmet, muss ich gestehen. Es ist nicht mal die Gustavo Gusto, sondern so eine Billo. Aber, es ist eine Pizza. Und ich werd sie sehr genießen. Und dann werd ich endlich, äh, Fallout weitergucken, heute Abend. Ich freu mich schon mega drauf. Jo Leute, danke für die Spenden, ey. Äh, Oh, bitte nicht, ey. Hättest du mal kein Geld rausgehauen. Das hat sich nicht für mich gelohnt. Oh, jetzt hast du mich daran erinnert. Ich find das so eklig irgendwie. Haha. Well played, Florian. Naja. Kopfkino. Rum und liegen. Genau. Genau das. Hm. Ich, ich start, ich start das Spiel gleich wirklich nochmal neu, wenn ihr weiter diese, äh, diese, diese frechen Lines in den Chats spittet. In zwei Minuten geht's weiter. Das Momentum reiten klingt schon wieder so sexuell, Torben. Aber ich hoffe auch, dass sie das Momentum reiten. Ja, ich hoffe, dass sie den Vorteil so richtig schön durchnehmen können. Haha. Happy Knödel, guten Hunger, falls du mich noch hörst. Alter. Wurde auch gleich beim Tit noch mitbestellt. Wir haben eine Lobby. Aber müssen noch ein bisschen warten. Haha. Hey, leiden wir halt beide. Jo, Velox. Die Gegner wegknallen. Äh. Das stimmt, Malte. Lass mich mal überlegen. Ich find, okay. Ich find aufgepimpte Pizza oft nicht so nice. Ich weiß nicht, warum. Das macht ja Sinn bei einer Pizza, dass man eigene Beläge addiert. Aber irgendwie find ich oft, dass TK-Pizzen nicht von zugefügten Belägen profitieren. Die haben meistens so ein, so ein Geschmacksverhältnis, was dadurch irgendwie seltsam unbalanciert wird. Wisst ihr, was ich meine? Oder geht's denn nur mir so? Upgrades für TK-Pizzen holen mich oft leider nicht so ab. Aber vielleicht kann ich ja was rauflegen. Bisschen Shedder oder so. Oh, der Pizzagourmet gibt sich die Ehre. Hm, der einzig wahre. Dass du allein dafür einen Account hast, find ich so geil, ey. Das ist ja eine ganze Familie. Pizzagourmet, Kaviargourmet und wie sind die alle heißen. Razerbun nicht vergessen, ist ganz wichtig. Dota2go. Ganz, ganz wichtige Komponente, wenn Xtreme hier so weitermachen will. Jetzt, wo es eins einsteht, bin ich sowieso ultra happy. Jetzt kann auch von mir aus Falcons gewinnen, die nächste. Ist mir egal, weil wir haben einfach schon eine spannende Serie. Wäre natürlich geil, wenn Xtreme noch eins gewinnt, weil dann haben wir so ein bisschen die Underdog-Story und dann könnte Falcons zurückkommen, weil die so krass sind. Mal sehen. Ich glaube aber, dass Falcons den nächsten Draft ein bisschen geschickter anstellen werden. Das hat man schon gemerkt, dass der von Xtreme ein bisschen besser funktioniert hat. Alles ruft, ja? Ja, weiß nicht. Ist irgendwie nix für mich. Selber gemachte Pizza, da haue ich gerne Paprika, Mais und alles rauf. Meistens ein bisschen Thunfisch, so eine schöne Eiweißpizza. Sehr geil. Ja, oder Florian? Es ist irgendwie, irgendwie schmeckt es dann nicht mehr so, wie es sein soll. Schwer zu sagen. Und die sind halt auch oft von der Komposition gut durchdacht, habe ich den Eindruck. Selbst die besseren TK-Pizzen. Ähm, naja. Oh, auch geil, Vlogs. Underrated tatsächlich, was du da schreibst. Aber nix, was ich oft esse. Esst ihr Ananaspizza? Oder ist das ein Sakrilik für euch? Da würde ich jetzt gerne mal den Pizzagourmet konsultieren, was er zu Ananaspizza sagt. Ich bin mal gespannt. Die Italiener schreiben ja immer, okay, wahre Geschichte. Als ich damals noch einen Tinder-Account hatte, war ich natürlich sehr beliebt. Das ist ja ganz klar. Und da habe ich geschrieben, wie, glaube ich, jeder Mann auf der ganzen Welt, Pineapple-Pizza oder so ist alright. Irgendwie sowas. Weil ich finde es okay. Es ist tatsächlich so. Ich finde es so mittel. Und richtig viele Italienerinnen haben mir geschrieben, das ist ganz böse. Das ist ein Sakrilik. Das darfst du nicht schreiben. Pineapple gehört nicht auf Pizza. Ich bin Italienerin. Aber ich war in Italien. Ich war in Italien. In Sizilien vor allem. Und die packen alles auf ihre Pizza. Vielleicht nicht immer Ananas, aber die packen jeden Scheiß auf ihre Pizza. Die Italiener sind kranke Schweine, was Pizza angeht. Man denkt, das sind so die, oh, die feinen Pizza-Herrinnen und Damen. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Die, wenn sie könnten, würden sie da ihre Haustiere raufschmeißen. Also, wie seht ihr das? Radiant Team Bands. Wir haben einen Draft. Dire Team Bands. Gucken wir uns den mal an. Ich pimpe immer Ticker. Ohne geht nicht. Mit Cherry, Tomaten, Peperoni und noch Mist. Ja, ich weiß nicht. Ich irgendwie nicht. Aber Cherry, Tomaten sind eine geile Idee dafür. Ich glaube, das ist gar kein schlechtes Upgrade, wenn die dadurch nicht zu labbrig wird. Ananas geht schon klar. Finde ich eine gute Einstellung. Geht schon klar. Man muss sie auch nicht übertreiben. Ist nicht das Beste. Ist nicht eine neue Offenbarung. Aber man kann es essen. Hawaii voll nice. Scheinbar bei mir durchaus beliebt. Ich hatte mal eine Abstimmung gemacht. Die war so 50-50. Oder ich glaube, so 60-40 für Ananas-Pizza. Bei einigen hundert Stimmen. Radiant Team Bands. Vielleicht ist das so, Andy. Könnte sein, dass es deshalb bei mir nicht so ankommt. Keine Ahnung. Okay, die ganz billigen kann sein, Velox. Aber bei den etwas besseren geht die Komposition gut genug auf. Ist auch mein Eindruck. Ich habe tatsächlich gestern eine Pizza Bianca Mela gegessen mit Feige, Apfel und Gorgonzola. Alter, der Pizza-Gourmet. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe einen Typen in meinem Chat, der Pizza-Gourmet heißt und gestern eine Pizza mit Feige, Apfel und Gorgonzola gegessen hat. Ich glaube, ich habe im Leben alles erreicht. Weiter wird es nicht mehr gehen. Gute Einstellung, Dota Tuga. Nee, ich war auch schon mal im richtigen Italien-Torben. Da war es genauso. Alter, meistens schon ein geiles Stückchen, André. Ich war in der Toskana und habe in Florenz eine richtig geile Pizza gegessen. Dort waren sie mit der Belagauswahl aber tatsächlich eher zurückgehalten, wie man das hört. Ich kenne das ja auch. Ich kenne auch die klassischen italienischen Restaurants, die meistens auch wirklich nur wenige Pizzen anbieten und dann halt mit Mozzarella, Bufalla und äh. Aber, und ne, sehr basic und sehr, sehr lecker. Aber ich kenne da halt auch alles andere. Da gibt es auch anderes. Das wird auch sehr vermarktet für die Touristen. Da gibt es überall eine Pizza-Ecke, wo die Pizza wirklich nicht so geil schmeckt. Also ich habe beides erlebt in Italien. Da sind doch hier, ist doch Propaganda, Max. Mitte durchschneiden die Sherby-Tomate und mit dem offenen, mit der offenen Schnittseite nach oben auf die Pizza legen. Ah, das, ich hätte das nämlich auch nicht, das ist schlau, dass das nicht so rein suppt, ne, sondern nach oben verdunstet und so rein zieht eher. Geil, geil. Okay, Nodos, probiere ich. Ich meine, wenn man Ananas nicht mag, hat man da eh verloren, klar. Ich habe jetzt auch lange kein Arwein mehr gegessen. Das ist schon ein ordentliches Essen, V-Logs. Das ist eine richtige, geile Eiweißpizza. So, die Buns haben nur ein Problem. Ihr könnt es schnell schreiben. Ah, ist schon vorbei. Razer. Puh, sie haben ihn noch gebannt. Sie haben ihn gebannt, weil sie ihn nicht selber picken wollen. Auch eine interessante Sache. Sie hätten ihn jetzt selber spielen können, weil Falcons ihn durchgelassen haben. Also, Razer ist raus und sie picken ihren Shadow Demon. Shadow Demon hat gerade einen großen Impact gehabt. Diese Saves waren herausragend. Die haben das Spiel sogar mitgedreht, als die Luna gegankt wurde und später beim Push auf dem Highgond haben sie es Falcons unmöglich gemacht, den Lashrack aufzuhalten. Also, warum nicht? Ist auch ein sehr flexibler Pick. Und ich finde es gut, dass sie Razer bannen, obwohl sie SD picken. Sie hätten ja sagen können, okay, wenn wir SD haben, dann lassen wir ihnen den durch. Aber nein, das machen sie nicht nochmal. Den Fehler begehen sie nicht abermals. Ach, kalt und frisch magst du sie. Warm aber nicht. ja, kann ich schon verstehen. Ananas ist schon sehr anders erwärmt. Oh, da ist der Timber wieder. Also, er war ja schon gefährlich, ne? Hat er schon gut funktioniert. Heißt jetzt nicht, dass Extreme das wieder in der Tasche hat, nur weil sie schon mal gegen Timber gewonnen haben. Aber ich könnte mir auch was Fieseres vorstellen, nämlich Razer. deshalb alles gut. Heutzutage verursacht angeblich alles. Ja, ist was dran. Ey, ich sehe gerade, mein Spendenziel hat gar nicht die updatete Grafik gehabt. Ich mache das jetzt aber noch, einfach, weil es ja schon hier lange Level 2 erreicht war. Das hat das, glaube ich, durch den Bug nicht gespeichert. Warte mal. Ja, 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 hat es nicht gespeichert. Ich habe da manchmal so einen Bug. So nämlich, guck mal, das sind Münzen. Das habt ihr hier, das habt ihr nämlich erreicht. Habe ich euch unterschlagen. Rhabarberpizza mit Senf und Sardinen, das klingt unfassbar ekelhaft, Skywake. Ich will dich nie wieder sehen. Bleh. Widerlich. Wir kommen jetzt zu den Picks gleich. Das ist der letzte Bun. Und dann kommt die Haupt-Pick-Phase. Nicht die Haupt-Fick-Phase, die kommt später. Ich finde es ja voll geil, wenn man was zum Dippen für die Pizza hat. Sour cream, Satsiki. Ja, so sind die Geschmäcker unterschiedlich. Max mag das auch. Ah, nee, das Dippen ist nicht so meins. Zum Glück ist hier gerade kein Italiener. Aber dieser Elitismus von denen, der ist ja eh Schall und Rauch, wie ich rausgefunden habe. Pizza Camembert mit Preiselbeeren. Du bist auch ein ganz verrückter Pizza-Esser, war Velox? Aber sowas könnte ich mir schon gut vorstellen. Also Camembert mit Preiselbeeren mag ich gerne. Ist ein Hot-Take, auf jeden Fall. Skyberg, ich lese schon gar nicht mehr. Ich will es gar nicht lesen. Einfach nur widerlich, alles. Disruptor, wow. Also Disruptor ist schon echt nice. Der hätte Extreme fast noch das Spiel geholt, das erste. Und den spielen sie ja selber gut und gerne. Also ich denke, hätte Falcons nicht gepickt. Gute Chance, dass Extreme ihn genommen hätte. Wahrscheinlich ein geschickter zweiter Pick. Glimpse mit Timbersaw-Burst zusammen. Könnte auch unangenehm werden. Sie haben aber auch SD gegen Glimpse, also Disruption potenziell. Auch aber das klingt okay, Florian, muss ich sagen. Rucola auf Pizza ist schon nice. Muss halt eine gute Steinhofen-Pizza mit dünnem Boden sein. Egal. Wir beenden jetzt das Pizza-Thema. Ich habe wirklich langsam Hunger. Puh, okay. Wir brauchen ein anderes, was mich nicht so hungrig macht. Geh, Velox, bitte. Bitte. Ah, Velox, was mache ich nur mit dir? Ich, ich muss hier noch ein bisschen sitzen. Okay. Ich fresse hier gleich nur noch Pizza und Kasse nicht mehr, wenn ihr so weitermacht. Ich habe das Gefühl, ihr werft einfach alles auf eure Pizza. Schnitzel, Sauerkraut, ihr nehmt einfach ein Essen und wenn ihr Lust habt, macht ihr Teig drunter. Auch heute esse ich mal keine Buletten und keinen Zander. Heute gibt's Zander-Pizza und ein bisschen Bratkartoffel-Pizza. Zum Frühstück Omelette-Pizza nach dem Training Eiweiß-Shake-Pizza mit Proteinpulver im Rand. Der Amar Mars, nee, kommt nicht. Oh, Henry's Dank-Bot. Da ist er wieder. Vielen Dank an alle Spender. Ich versichere euch, dass euer Geld in mich sehr gute Wertanlage ist. Dafür verspreche ich euch eins bis zwei Videos im Monat. Mehr ist einfach nicht drin. Die Zeit geht vor. Das stimmt, alles. Ey, das ist wirklich mein Bot. Ich kann das nur so unterschreiben, was gerade gesagt wurde. Vielen Dank. Und ein bis zwei Mal wird's schon drin sein im nächsten Monat. Wird cool. Das ist geil. Dankeschön. Da klappt ja mein Programm ganz hervorragend. ist auch jemand, der sonst nicht gespendet hat, weil es sind 10 Euro. Das ist zweimal passiert jetzt. Und er hat die Krone an sich gerissen. Bedeutet, Henry's Dank-Bot gibt es wirklich. Das ist der Beweis. Ich guck mal nach dem Stream, wenn er das war. Okay, das ist wirklich eklig, Max. Ich hasse Kartoffelbeil. Es ist nicht der gefürchtete Amar-Mars. Es ist der Extreme Gaming-Mars, den ich noch nicht gesehen hab. Hat jemand von euch mal Extreme Gaming mit Mars gesehen in letzter Zeit? Ich glaube nicht, dass sie den schon mal gepickt haben. Schnappfeuer noch dazu. Snapfeuer haben wir auch lange nicht gesehen. Mars mit Snap ist eine nice Lane, ne? Cookie und so. Synergiert hervorragend mit Speer und auch für den Gap-Clause für Mars. Er wird gekookiet, stunnt jemanden, läuft vor, spät ihn zurück. So eine Geschichte. Außerdem Arena mit Mortimer Kisses ist ziemlich, ziemlich mächtig. Also es ist eigentlich geil, aber es ist halt so was, was wir noch nicht erleben durften, was wir noch nicht gesehen haben. Keine Ahnung, wie stark es jetzt im Endeffekt wirklich ist. Snap für mich in meinem Kopf nicht so krass im Meta gewesen, aber eigentlich ein Support, den ich für ziemlich stark halte. Und Batrider Gyro bei Falcons. Batrider ist hit or miss, hat schon oft gar nicht geklappt, hat aber mal geklappt. Ohr und ein Void. Ey, Extreme draftet irgendwie total edel. Die Chrono ist hier auch ziemlich gut. Wenn sie es mit dem Mars vereinbart bekommen, ist sie ziemlich gut. Haben wir nicht gesehen, wurde immer, wenn er mal gut gewesen wäre, gebannt oder einfach nicht gepickt. Und da packen sie ihn aus. Der Armee Void jetzt also. auch nochmal ganz andere Helden als letztes Mal. Das macht Spaß. Das ist schön. Ich finde den Dorf schon wieder richtig nice. Ah, Dodo, du bist kein Mitglied. Keine andere neue Zellert für dich. Aber ich habe es trotzdem vor meinem inneren Auge. Ja, das stimmt. Das stimmt, Zerschmetterling. Die werden ja auch oft zusammengepickt. Deshalb sieht man das manchmal jetzt schon wieder richtig gut versteckt. Er dreht das auch noch so. 10 Sekunden remaining. 5 Sekunden remaining. Ich werde alles mit Pizza nicht mehr erwähnen. Nichts mit Pizza wird mir über meine Lippen in diesem Stream laufen. Hi. Das Thema wird von mir knallertodgeschwiegen. Genau, Max. So ist es. 10 Sekunden remaining. Auch ein schöner Name für so ein Tierchen. Mord immer. 5 Sekunden remaining. Letzte Bands. Aber Extreme Gaming Slider braucht auch noch irgendwas. Muss man klar sagen. Ihnen fehlt noch was. Sie sind ziemlich cooldownabhängig. Und das ist alles sehr stark. Das ist alles sehr solide. Aber sie brauchen eine gewisse Mobilität. Oh, V-Log. Oh, das ist dumm, ey. Dann tanzt er auch noch. Der Techies. Ach, sag ich jetzt. Ja. Ja, okay. Das habe ich dir vorgelegt. Also warten wir. V-Log schlägt dann natürlich zu. Ja, dankeschön. Zeig mal deine Gunst. Wie zeige ich denn meine Gunst, Marco? Zeig mal deine Gunst. Zeig deine Füße. Pack, Voidspools. Ja, sowas in die Richtung. Die beiden werden, glaube ich, nicht gepickt. Also der Pack vielleicht. Der Voidspool wird eher nicht. Aber sowas in die Richtung fehlt ihnen auf jeden Fall sehr. Zeus wurde gebannt, Deathboard wurde gebannt. Wären beide sehr geil gewesen. Also gute Buns von Falcons. Flexen? Meinst du meine Gains oder meine Gunst? Mann! Guck mal, da kommt so ein Brewmaster bei drei. Ist sogar ein anderer Alert. Der kommt, glaube ich, fast nie. Ist nur der 3-Euro-Alert. Und bei vier kommt ein Chaos Knight, der so schlipsglaubt und eine 4 zeigt. Aber alle spenden immer zwei oder fünf. Vielen Dank für nichts. Wir reden nicht drüber. Es ist... Ja, okay. Viper. War denn jetzt F überhaupt? Skybreak? Nee. Ach, egal. Egal! Viper. Viper habe ich nicht mitgerechnet. Viper ist sehr statisch. Aber Viper ist schon auch... Viper ist super krass gegen Timbersaw. Vor allem mit den Brakes. Richtig ekelhaft für den Timber. Ey, Extreme Drafted irgendwie total geschickt. Und ich habe immer das Gefühl, sie schummeln noch zu Helden durch, wo ich mir dann am Ende im Last Big denke, wow, der war noch drin. Oh, krass. Und das gegen den Timber. Und dann noch ein Lion bei Falcons. Also Skeeter, Gyro, Carry. Ich finde den Draft von Extreme schon wieder richtig gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sieht sehr, sehr stark aus. Hammer. Ah, guck mal da! Pizza, 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 Pizza. Habt ihr jemals den Alert gesehen? Ist der nice? Ich glaube, das hat noch nie jemand gemacht. Wer spendet auch 4 Euro. Das macht nämlich niemand. Richtig geil. Also der Alert selber hat mir nicht gefallen, weil du schon wieder das verbotene Wort genannt hast. aber... Äh... So. Wir müssen leider wieder warten. Ihr kennt das Spiel. Ich... Also mir gefällt's. Mir gefällt, was Extreme Gaming da gemacht hat. Ja, das ist jetzt nicht... Es muss natürlich genau 4 sein. Pizza, 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 Pizza. Ist ja klar. Sonst triggert der, der ab 3 immer triggert. Bis zu exakten 4. Ihr müsst damit jetzt wirklich aufhören. Äh... Bitte. Es, ähm... Es ist wirklich... Okay. Ich hab noch 10 Minuten. Ich schaff das nicht. Ich kann die Pizza nicht machen. Oh, ich hab so Bock auf Pizza wegen euch. Oh, ich kann die Pizza nicht mehr reinschieben. Okay, nach dem Spiel... Nein, ich bleib hart. Ich werd keine Pizza essen. Nein. Ich steh da drüber. Das ist ne Art von Manipulation, auf die ich mich nicht einlassen werde. Ja, das stimmt. Die mag ich auch sehr gerne, die Skin. Ja, es ist ne Bad Rider mit. Ihr habt recht. Marine spielt Bad. Ich weiß nicht. Also irgendwie hat Extreme da schon wieder übelst geil und Shit zusammen gedraftet. Da hab ich keine Ahnung von dem Matchup, Zerschmetterling. Ich denke nicht, dass die Bad Rider gegen die Viper viel machen kann. Ich denke aber auch nicht, dass die Viper die Bad Rider tötet. Ich glaube, das ist okay für XM. Und aber auch für die Bad, was man ja gegen die Viper sagen muss, ist so ne Leistung irgendwie, weil du kannst fast nix gegen ne Bad stellen. Sie konnten den Timber halt nicht mehr gegen die Bad Rider stellen, ne? Deshalb wahrscheinlich jetzt ne Umdisponierung und nochmal nen Support Last Pick. Aber das zeigt ja schon, dass Extreme Draft-technisch Falcons in ne komische Situation manövriert haben. Lion Pick ist seltsam. Ja, das macht ja jetzt Sinn, ne Manko, weil sie haben gesehen, wir können nicht Amar gegen XM stellen mit seinem Timber. Also stellen wir Marine mit Bad Rider in die Mitte. Der kommt noch klar und picken jetzt noch einen Support. Aber ich find's auch komisch. Also ich find's auch nicht so gut. Schieb rein das Ding. Ganz tief, ganz tief. Ich will die Pizza nicht essen beim Cast. Haha. Oh ja, es ist ein sehr, sehr unschöner. Ja, ja, ja. Da kommt wieder die Autismus-Strategie von mir. Oh, das Spendenziel ist ungerade. Und hat 50 Cent hinter. Das ist ja ganz furchtbar. Die Rothschilds sind im Chat. Alles für den Kapitalismus. Ist gerade auf jeden Fall eine krasse Welle gewesen. Zwischen V und F. Bin leider zu dumm zu checken, wer F ist. Aber naja, er kann sich ja zu erkennen geben. Ich find's nachher eh raus. Ich find alles raus. Ja, würde ich auch sagen, Max. Wäre auch meine Vermutung bei dem Matchup. Haha. Das weißt du nicht genau, Torondo. Ich lass mich ja eh vom Butler in die Küche tragen. Vielleicht streamt er heute aus seiner Villa, ja? Eben, eben. Das ist nett, Manko, aber ich will auch nicht klein beigeben. Ich wollte das Pizza-Thema... Lass mich jetzt in Ruhe mit Pizza, Mann! Oh! Eile seiner vier privaten... Pit... Schon wieder Pizza. So. Und dann castest du mit dem Ding... Hör auf, sexuell zu sein, Vlogs. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich werd ganz buschig. F ist vielleicht F-? Du meinst die Energieeffizienz vom Monitor meines Mitbewohners, die jetzt finanziert wurde? Ich find das eh nachher raus. Ich lese nicht mehr. Ich lese nicht mehr. Ich hör jetzt aufzulesen. Ach Mist, das Spiel läuft erst seit kurzer Zeit. Wir müssen tatsächlich noch länger warten, als ich dachte. Hey Hubi, guten Abend. Wie geht's dir? Sprich mal schnell irgendein Thema an, Hubi. Irgendwas, was dir gerade so spontan einfällt. Ist auch gar nicht schlimm, wenn es langweilig ist oder so. Sprich irgendein Thema an, bitte. Du bist hier, um mich zu retten. Ist doch nicht so wichtig, wer was gesperrt hat. Wichtig ist, dass es im Beutel klingelt. Der Gourmet ist back. Fuck. Weil ich muss, Manco. Ich muss einen Dealer einrichten. Sonst könnte ich nicht live mit euch im Chat sein, wenn ich den per se im Stream einrichte. Was riecht hier so unwiderstehlich? Flexen, ja, ja. Hier, flexen. Im Wanderurlaub. Wow, das klingt cool. Viel Spaß dir. Wandern ist ein schönes Thema. Wandern ist toll. Wandern, das mag ich auch gerne. Wandern macht immer Spaß. Man läuft und manchmal läuft man auch ein bisschen mehr. Manchmal hat man einen Wanderstock und manchmal nicht. Es ist toll. Es ist einfach großartig. Man atmet dabei Luft. Ach ja, wandern. Wollen wir noch weiter darüber reden? Wenn der Käse noch brutzelt. Noch sechs Minuten ungefähr. Fünf Minuten mindestens. In fünf Minuten kann ich starten. Kann ich durchsetzen, denke ich. Was denn für Socken, Velox? Keine Ahnung, was es ist, Marco. Das klingt wie so ein Hidden Flags, Hubi. Nur 20 Kilometer mit 750 Höhenmetern. Das klingt total viel. Das klingt nach sehr viel Wandern. Ich bin heute nur 320 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren und es war ja auch nur eine Höhenluft von 700 Metern. Naja. Das ist doch krass, oder? 20 Kilometer? Das klingt sehr viel. Also ich wandere nie so viel. Ich laufe manchmal sehr viel durch Berlin, aber nicht so viel, glaube ich. Ding Dong. Eine Liefung. Ah, okay. Gestern waren es noch fünf Kilometer mehr bei mehr Höhenmetern. Ich glaube nicht, dass ich jemals 25 Kilometer an einem Tag gelaufen bin. Sicherlich schon, allein, ja doch, also mit Sicherheit schon 15. Sicher, vielleicht sogar auch mal 20, aber 25 halte ich für unwahrscheinlich. Wie seht ihr die Draft? Gebt mir eine Einschätzung. Wen findet ihr hier besser? Also meine Stimme kriegt Extreme. Ich finde den Extreme Draft deutlich besser in dem Spiel. Das ist ein richtig, richtig gutes Line-Up. Es klappt auch gegen die Gegner gut. Landing Stage sollte auch laufen. Wow, Skybreak, wow. Gepilgert vom Brandenburger Tor nach Hellersdorf. Mann, Skybreak. Jetzt sind alle schon weg davon. Deshalb lese ich deine Nachrichten wieder. Ich habe dir vertraut. Guten Abend, Michael. Herzlich willkommen. Aber ich nicht, Max. Also insofern. Ja, also ich finde auch, dass sie besser aussehen. Weitmal gefällt dir als Pick nicht oder weil du den Held nicht magst? Ich finde den Pick nämlich richtig gut hier. Richtig, richtig gut. Den Held mag ich auch nicht. Okay, ihr findet es alle eher besser, aber manche glauben, Falkens könnte ja auch fies werden. Ja, wäre es jetzt nicht Falkens, würde ich sagen, Xtreme hat das komplett in der Tasche, ehrlich gesagt. Also dieses Match. Was arbeitest du denn, Happy Knödel? Ja, hat hier auch schon nicht funktioniert, Benno. Sie haben es ja gerade probiert gegen Xtreme in dem Spiel davor und da sind sie damit auch gescheitert. Aber man muss auch sagen, dass der Timber letzte Runde in Maryens Händen sehr viel Arbeit gemacht hat zwischenweise, der zwischenzeitlich, der war sehr stark. Jetzt ist der Amar-Timber. Cent hat auf jeden Fall mir nicht so bei Amar gefallen. Der spielt richtig gut und der hatte mit dem Cent super viel Farben, der hat geile Hoopsomps gelandet, aber Cent ist ein sehr limitierender Held und da kann Amar nicht ausspielen, was er drauf hat. Das ist so mein Eindruck. Nein, gibt's nicht, Manko, weil ein Patch rauskommen wird. Morgen ab 18 Uhr bin ich auf twitch.tv slash henryo90 mit einem Patch Warteraum unterwegs, weil ich da eigentlich eh auf Twitch streame und jetzt will ich nichts anderes einrichten. Da sitze ich und rede viel über den Patch und warte, ob er heute da schon rauskommt. Also am Montag, da kann er schon gut rauskommen. Entweder er kommt raus, dann gucken wir uns dann an den Patch und mit dem Patch mache ich dann wieder Gameplays oder er kommt nicht, dann warte ich auf den Patch, der kommt da die nächsten Tage und dann mache ich danach Videos, wenn er raus ist. Genau, wie Dodo vermutet hat. Oh, das wär's, Vlogs, ey. Ah, Notfallsanitäter. Hm, verstehe. Gutes Durchhalten wünsche ich dir bis morgen und dann eine geruhsame Zeit danach. Edgar Spirit. Okay, Ubi, interessant. Ich finde der, okay. Na, wird ja was kommen, Manko. Die Woche kommt ja der Patch. Dankeschön. Endlich mal was ohne Pizza. Startgeld für eine weitere spannende Runde. PS Pizza. Ah! Ich hab's sogar noch überflogen. Oh, ja, das war gut. Ah, okay. Wie weit sind wir? Ich kann rein. Ah, ich hab so Bock auf Pizza. Spiel geht los. Extreme Gaming gegen Falcons. Mal sehen, Ubi. Ich glaub, der wird nicht so easy. Geil, Zone des Teuers auch gut. Margarita, Master. Es gibt da noch keinen Gyro mehr, Velox. Der wird ersetzt. Stell dir vor, dir folgt anstatt einer Rocket so eine kleine, wilde Salami. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018 Mach doch einfach alle Helden zu Pizza-Helden, Leute. Na, Polycopter, Diavolo-Doktor. Okay, Ophelia, klingt toll, klingt ganz toll. Schön, dass du wieder hier bist. Ähm, der mysteriöse F hat die Krone und wir gehen eigentlich ins Spiel. Ach, ich kann das jetzt auch schon hier vorspulen sogar. Das sollte gehen. Aber nachher backt das dann wieder. Ah, nee, hat sich erledigt. Können wir uns sparen. Sehr, sehr überzeugt von Xtreme's Draft bin ich. Ich denke, sie haben hier gute Chancen. Letztes Mal konnten sie es auch wegen den coolen Picks schon für sich entscheiden. Falcons darf man nie abschreiben. Falcons sind unglaublich gut und vielleicht fresse ich diese Einschätzung und diese Worte noch. Könnte gut passieren. Aber ich gönne Xtreme auch noch diesen Sieg und ich glaube, das kann hier wirklich sehr, sehr spannend noch werden am heutigen Final-Sonntag mit Dota 2, mit euch, mit mir, mit Pizza. Jetzt habt ihr mich gebrochen und ich sag's auch schon. Und mit einem 10-Mann-Smoke. Den wir irgendwie nur aus einer Sicht gerade sehen. Wieso interessiert dich, wenn ich nicht leiden kann? Möchtest du ein bisschen Drama? Okay, wen hasse ich denn? Kommt, Leute, wir müssen jemanden finden, den wir richtig hassen. Irgendjemand, den jeder andere mag, damit's auch schön dramatisch ist, damit Zeilen geschrieben werden können, damit Klicks gesammelt werden. Wer ist denn sehr beliebt in der Community? 30 Sekunden zu battle. Koroki? Ha, der hat auch Gegner. Grubby. Grubby ist gut. Grubby kann ich am wenigsten leiden. Grubby ist, äh, vor allen Dingen zwischenmenschlich für mich. Einfach letzter Abfall. Jetzt hab ich's gesagt. Könnt ihr klippen. Ach, du bist es, Florian. Ah, ha, ha, ha. Ja, ich hätt's mir denken müssen. Aber du hast doch nicht viel geschrieben. Das war geschickt. Ah, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Damit hast du dich natürlich jetzt entlarvt. Yo, Death Raider. Äh, cool, dass du wieder da bist. Es steht 1-1. Hast du das letzte Spiel noch mitbekommen? Zwar nur ein Spaß mit Grubby. Ähm. Ich hoffe, ja. Wahrscheinlich nicht ganz, ne, wenn du mit dem Hund draußen warst. So oder so. Extreme Gaming hat ne Runde gewonnen. Und das ziemlich nice und überzeugend. Also, 1-1 jetzt. Und wir fangen grad erst an. Ich glaube ja, Punk. Ich glaube ja, wo du mal zu so nem Ding gereist bist oder so. Ah, cool, hast du gesehen. Also, finden wir uns mal langsam hier rein. Ich glaube, das ist tatsächlich, weil Falcons Line-Up so konfus ist. Ein bisschen, ähm, ne Frage ist abwarten. Wir schauen einfach mal, was passiert. Aber Extreme Gaming sollte stark sein. Und hier zeigen sie's zumindest mal. Äh, sehr schnell im Spiel mit nem First Blood für XXS. Den ich noch nicht auf Mars gesehen habe. Der mir aber sehr, sehr gut gefällt auf, äh, den meisten Helden, die ihr so spielt. Zlada. Vor allem. Bolognese Breaker ist schon saugeil. Er hat die Pause genutzt für ne Pizza, ey. Ich glaube auch. Ich weiß, Happy Knödel. Ich weiß. Ich kann ihn gut verstehen. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich würde, es gibt nen Grund, warum ich kein Live-Dota spiele, Leute. Also, ich würde das nicht machen, was er da so lang durchgehalten hat. Dafür hätte ich gar nicht die Mental Power. Weil ihr alle so toxisch seid, nämlich. Jetzt kommt's raus. Ihr seid die Allerschlimmsten in der Dota-Community. Ich freue mich auch, ein Faces Void mal zu sehen. Vor allem in Armys Händen. Es könnte ein paar edle Kronos geben. Sie haben sogar Bombo-Kombo-Potenzial mit Mortemar Kisses, mit Viper-Schüssen. Vielleicht sogar Arena into Krono oder so. Alles Lügen, André. Minus 12.000 hast du. Hat dir dein Rechner noch gestaltet? Well played. Mach das, Velox. Gönnst dir in nem schönen Restaurant. Schiebst dir die tief rein, wie du jetzt sagen würdest. In deinen engen Mund. Okay, ich höre schon auf. In deinen engen, feuchten Mund. Also, ich hab ne Mozzarella hier, Ophelia. Vielleicht inspiriert dich das. Dias' Courier hat getötet. So muss es sein, Epic Null. Es bleibt beim First Blood. Wir warten mal noch ein bisschen. Das ist wirklich so ein Spiel, wo ich einfach mal verhalten optimistisch abwarte. Die Lastets gefallen mir nicht so, wenn man jetzt aus Extreme-Gaming-Perspektive spricht. Und ich bin immer noch eher für sie gerade, merke ich so. Bin schon für sie jetzt in dieser Runde noch. Und der Timber und die Bats sammeln fleißig. Aber die Viper sollte da nicht ins Hintertreff geraten. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Es müsste mindestens ausgelichend laufen. Wenn, dann eher ein bisschen mehr für die Viper. Warten wir ab. Es sind ja erst drei Minuten vergangen. Ne gute alte Margarita. Die kann man zum Beispiel wirklich pimpen. Kommt auch dort oder recht. Die kann man ja auch pimpen. Mit richtig rumgedrehten Cocktail-Tomaten. Melvin muss raus, schlägt davor noch mal ein. Und das war der Viper-Effekt, wie ich ihn gerne nenne. Gegen eine Viper-Lane birgt immer so eine Gefahr. Also, Bad kommt raus. Viper kann jetzt die Lastets aufholen. Davor hat die Bad ja schon viele gesammelt. Also, so schlimm ist es nicht für sie. Hat die schon Boots. Ja, also mit Wind-Lays sogar. Kann relativ zügig zurückflattern. Das ist hier ein dicker Stack, ne? Aber wird nicht noch mal gestackt. Wäre auch komisch, hätte jetzt Xing für die Bad gestackt. Macht ihr den jetzt? Ne, macht's ja nicht. Und kam ein bisschen zu spät zum Stacken. Natürlich geil gewesen, dass wir es so beim Vorbeifliegen noch schaffen können. Der Void hat etwas zu wenig für meinen Geschmack, aber ja, erwarten auch noch ein paar Lanes, äh, Waves auf ihn. Du geiler Hase! Jo, Adriax. Der vermeintliche Underdog hat Viper gepickt. Also, alles gut. Die dürfen das. Ah, XXS. Wieder mit dem Projekt. Und da sind schon drei Poison Stacks aufs Gitarre. Vier und down. Hat sogar gereicht, bevor noch ein Auto-Attack von Mars angesetzt werden musste. 2-0 für Extreme Gaming. Nach wie vor, aber die Last Hits eher bei Falcons, würde ich sagen. Deshalb eine durchwachsende Situation, was Net Worth angeht. Vier Prozent mehr hat Extreme Gaming. Ziemlich knapp noch, aber schlecht ist es auf keinen Fall. Die Viper hat das meiste. Dann kommen Timber und Mars. Und der Void hat sogar einen Tick mehr, als ich dachte. Aber hat er es auch schon 21 Last Hits. Da hat es sich ausgezahlt hier mit der einen Wrave, von der wir viele bekommen haben. Die sich davor, die hat er ein bisschen rausgezögert davor, hat er erst den Ward eingenommen gehabt. Den Observer, äh, den, wie heißen die Dinger? Die heißen nicht Observer. Wächter, Watcher, genau, den Watcher. Bad wird ein schnelles Dagger hier kaufen. Ah, oh, oh, er macht es anders. Das ist auch ein gutes Bild. Er geht Travels und dann wahrscheinlich BKW oder Drums. Eine gute alte Drehspießtasche hält das Bäuchlein warm. Schöne Größe vom drehenden Kalbsfleischhaufen aus Ankara-Liebe geht raus. Geil. Danke, das Vater. Ein wunderschöner Reim für den Sonntag. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich werde heute sowas von fressen. Es wird ein Gelage. Ähm, Essen ist das Größte. Ihr habt mich komplett brainwashed. die Drehspießtasche. Ja, äh, toll, toll. Auch so, so schön sozial. Da hast du kein Duell aus den Speisen gemacht, sondern sie in einem tollen Gedicht vereint. Wahrscheinlich kriege ich die besten Spenden, die es gibt. Da steckt viel Liebe drin. Merwin kommt wieder raus. TP ist gefallen ihm und es funktioniert ja auch. Also er geht Travels und dann wird er wahrscheinlich BKW und so machen und nicht so ein schnelles Dagger und warm und den ganzen Kram. Das war eine Weile sehr modern. Ich ging hier davon aus, dass er schnell Dagger kauft, weil ich glaube, dass Dagger super gefährlich für den Faceless ist. Wenn sie Faceless void, gut lasso in einem richtigen Moment, können sie ihn danach börsten, bevor er irgendwas rausbekommt. Äh, ich ging davon aus, dass das hier Gameplan ist, mit der, äh, Bad sehr viel, ähm, XP sammeln, ein schnelles Dagger farmen und dann aus der Mitte auf den Faceless rotieren und den mit Lasso töten. Wenn sie nur Travels hat, wird es ein bisschen komplizierter, weil er Timehawk benutzen kann, während sie anfliegt. Vielleicht schafft sie es trotzdem mit Flamebreak dann. Keine Ahnung. Und ich werde auch mal gucken, ob sie das mit Smoke farmt, ob sie die Ancient selber farmt mit einem Smoke oder ob sie die, dem Gyro überlässt. Ja, der kann ja sehr gut so was farmen. Mal gucken. Ich tippe mal, dass Marine das selber farmt. Ist absolut geil, Dodo. Das war ja auch großer, ähm, Vertreter der Drehspießtasche. Also ist fast schon Standard in seinen Donations. Ist ein Insider aus dem alten Stream. Glimpse, viel Magic Damage und ein Maß weniger. Tja, und so kommen Fankens zurück auf die Lane. Alles, was gebraucht hat, ist eine Support-Rotation. Viper immer noch reich, aber, ähm, danach kommen jetzt Timber und der Gyro. Und Armee ist gut dabei, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr auf ihn gewünscht tatsächlich. Gerade, weil die Lanes ja nicht schlecht laufen. Boah, die Dominanz, der Viper setzt sich fort, aber er ist greedy. Marine überlebt das garantiert und jetzt kommen die TPs von beiden Seiten. Sandwich-Strategie. Ich bin schon wieder beim Essen. Ah, Glimpse, um Snaking nochmal zu retten. Ja, ist es ja im Lasso. Snaking stirbt, hat die Viper ganz gut gemacht, da den Disruptor zu fokussen, aber die Lage war einfach zu prekär. Da hat sie sich sehr weit reinbeten lassen von der Batrider, die im Endeffekt auch den Last Hit bekommt. und da jetzt weiter im Jungle zu Gange ist, fand erstmal nur die kleinen Camps. Das ist auch ein Golem-Ancient Camp, also da ist ein ordentlich HP und Tankgehen ist vorhanden. Trotzdem, mit genügend Abheim-Stacks nach dem Smoke klappt das. Ih, Fettschloch ist so eklig als Wort für eine Bratwurst. Wahrscheinlich, ne Max? Ist halt insgesamt mehr Gold, wenn jemand anderes den Stack farmt und der Jaiwo könnte es machen. Ich weiß, Guy Rake, da habe ich schon einiges von gehört. Fantasiere ich jede Nacht drüber. Ah ja, Lars B, es ist wunderbar. Ich weiß es zu schätzen. Also, das. Spänisch. Päusen. Spende. Von Samir. Die 10 Euro reichen nur für einen Döner aus Ankara. Jetzt sollte es für einen hierzulande reichen. PS, wer Döner der Spießtaschen nennt, der verdient auch keinen Brücken wie bei uns in Berlin. Also. 15 Euro in Berlin für einen Döner. Wo zahlst du das? Samir. Ich finde, es gibt hier sehr guten Döner für sieben, acht. 15 für einen Döner. Das muss ja Elite-Döner aus Hohenschönhausen sein. Was ist das denn für einen Giga-Döner, den du dir da immer gönnst? Selbst die besseren, die ich kenne, die auch sehr beliebt sind und bekannt sind und so, die kosten acht, sieben. Also, jetzt habe ich praktisch zwei. Drehspießtasche, ich weiß nicht, ich finde es geil. Ich bin in Berlin geboren und hier nennt keiner das Ding Drehspießtasche. Aber ich sollte damit selber anfangen. Oh Gott, das darf ich nicht sagen. Samir bringt mich um. SD ist krasser Boss. Ja, ich habe die Sequenz mal jetzt nicht kommentiert, weil ich den Text gehört habe. Aber es klappt wirklich gut, dieser Support für Extreme Gaming. Und er spielt es auch gut. Zweites Mal jetzt, dass er es bisher sehr gut spielt. 3-0 hat Xing. Sammelt schon wieder die Kills links und rechts. Setzt mal hat er ja 5-3, 5-2, sowas. Da wird der Stack gefarmt. Lass mich nochmal ganz kurz was gucken. Das würde ich auch einfach wissen, ob das noch so gemacht wird. Ne, er hat keinen Smoke. Er farmt das wirklich ohne Smoke. Das kann er doch easy mit Smoke machen. Interessant, ne? Er lässt sich vom Timber helfen und macht es mit Kiting und allem. Er tankt übelst lang. Es geht halt schneller, ne? Wenn er jetzt erstmal Napalm stackt. Und Smoke sind ja auch wertvoll, gerade auf dem Level. Es ging auch besser, als ich dachte. Durch den Timber ging es leichter. Haben sie gut gespielt. Ich ging echt davon aus, dass er es bequem alleine macht. Na gut. Stack ist auf jeden Fall gefarmt und geht volle Kanne an Falcons. Also wird nicht geklaut oder sowas. Aber Armee hat das zweitmeiste Gold mittlerweile im Spiel. 68 Last Hits. Das ist ein richtig guter Start für den Faceless. Und er geht Mom vor dem Mailström. Also es wird der Mask of Madness Faceless, der dann mit der Chrono die Kill sucht. Er hat auch schon Chrono. Timber ist ein schwieriges Ziel. Sollte er, wenn er jemand anderen mitfinden, meiner Meinung nach, sollte man mit Void, mit Chrono relativ schnell auch im Early einen Kill suchen. Gerade wenn man Mom hat. Das zumindest probieren, weil danach ist es effizienter mit dem Cooldown im Wald zu farmen. Er kann es natürlich auch reaktiver machen. Und bei einem Angriff von Falcons auf den Tower mit der Chrono dann reagieren. Und dadurch, dass er die immer hat, strahlt er die Gefahr aus und Falcons muss die respektieren. Wenn er damit einen Solo-Kill holt, wissen die ja um den Cooldown. Also wie es in Proload da funktioniert, weiß ich nicht genau. In Pubs spiele ich so, ganz gerne so, wie ich es gerade gesagt habe davor. Chrono kriegt noch einen Flame Break rein, sollte aber daran nicht sterben. Und das sieht echt ganz gut aus für Extreme. Das Line-Up geht bisher auf. Und ich finde halt, in den Teamfades später sehen sie richtig stark aus. Der Jaiwo könnte eine Komponente werden, die ich unterschätze. Das tue ich chronisch bei dem Helden. Aber doch, wenn ich das mir so angucke, die skalieren nice, die haben ein starkes Mid-Game, die haben gut Farm auf den richtigen Helden. Alles passt soweit. Und der Timber wird anstrengend, wurde aber auch letztes Mal. Dann ist er irgendwann einmal damit nicht mehr durchgekommen. Und dann war das Ding gedreht und er hat kaum noch Impact gehabt. Double Damage. Kann er sogar selber nehmen, muss er nicht mal hinein. Und mit der Disruption und den Autotecks und den Mortimer Kisses, die alle nicht treffen, reicht es dann, da Armin noch vorbeikommt für die Batrider. Tolle Krono. Timework in beides Supports und starkes Spiel. Double Kill für Armee. SD mit seinem aggressiven Double Damage Play genau das Richtige gemacht. Zwar zahlt er sein Leben, aber das tut er gerne für drei Gegner. Wow. Extreme Gaming voll im Game. Jo, wieder die 200 geknackt. Sehr nice. Ja, stimmt echt so. Ist echt so, Samir. Und er müsste auch noch vom Streamer hintergangen. Mein Gott, ey. Wo ist er hier gelandet? Ja. Dyer's middle tower ist unter attack. Endlich Dönergummi, endlich. Der Dönergummi, der Kaviargummi, der Pizzagummi. Alle mit passendem Bild. Ist natürlich nicht ein und dieselbe Person. Nein, nein. Ganz großes Kino. Macht sehr viel Spaß gerade mit euch. 7-3 für Extreme. 13 Minuten sind vergangen. So groß ist der Goldvorteil nicht. Aber er ist voran. XP gehen in die andere Richtung. Die Hammelklappstulle. Wer kennt sie nicht? Die gute Hammelklappstulle. Ist es jetzt? Es ist ein Döner. Eine Hammelklappstulle ist definitiv ein Döner. Also ich lerne hier noch Wörter. Ich werde das... Okay. Versprechen ist raus, Starsfather. Ich werde sie verwenden. Ich wollte eh demnächst noch zu einem ziemlich geilen Döner im Wedding gehen mit meinem guten Freund Georg. Da haben wir schon einmal gegessen. Hat uns gefallen. Jetzt machen wir das wieder. Und da werde ich dann komplett casual. So als nebenbei. Es wäre es ganz normal. Sagen. Ja, wie schmeckt dir heute die Drehspießtasche? Und wenn er dann komisch reagiert, sage ich, äh, ich rede von der von der Hammelklappstulle. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, er wird sich nie wieder mit mir treffen wollen. Ähm... Das ist Nähe-Gesundbrunnen, Hanna. Der heißt... Ich gucke jetzt mal kurz. Sorry. Wir gucken gleich wieder ordentlich ins Spiel. Ja, versprochen. Der heißt... Ich glaube, U-Gur oder so heißt der... Ich kann ihn empfehlen. Selbstgemachtes Brot, Gewürze. Das Fleisch ist auch nicht ganz so ölig. Also schon ölig, aber schmeckt mir besser als das ganz Standardfleisch. Das ist auch ein bisschen anders so von der Konsistenz. Hat nicht ganz viel Fettstücke drin. Ich fand den sehr gut. Fehrer Preis, 6-7 Euro, sowas. Ah, wo ist das Ding? Scheiße. U-Gur. U-G-U-R. U-Gur-Imbiss. Sieht nicht so gut aus von außen, fände ich, aber er ist gut drin. Timber ist down. Falcons hat wieder einen Helden verloren und wir schauen jetzt aufs Spiel. Ja, man, Toron da auch schlau so beim Döner bestellen. Richtig vor allen Dingen wertvoll für sie, den Timber zu töten in dieser Spielphase, weil das ist so eine Timber-Spielphase und der Timber hat ein recht gutes Spiel gehabt. Nicht überragend, aber recht gut bis zu dem Punkt. Hat ihm schon einiges an Tempo genommen. Armee und, äh, XM haben das meiste Gold. Haben hier gerade nochmal den Laien gelegt. Extreme Gaming übernimmt das Spiel und, äh, sie haben immer noch bei XP einen Nachteil, was schon krass ist. Ich glaube, das liegt an den großen Stacks, die gefarmt wurden. Die Batwider ist fast zwölf. Trotzdem sieht's echt schön aus. Lasso Versuch. Die ist tanky, die Viper. Und, äh, ist sogar noch aus Snakings Ulti rausgekommen. Staticstorm hat da nicht geholfen. Jibo fällt, weil der steht natürlich drin. Hat Flakhandle aktiviert, ist reingeflogen, hat committed. Als kleinen Bonus gibt's noch den Disruptor. Viper überlebt das alles. Der Draft geht auf, der Spielstil geht auf. Extreme Gaming haben das Ganze total gewendet. Es wirkt nicht mehr, als wäre Falkens hier der große Favorit. Und wir müssen bedenken, noch vor kurzem wirkten die völlig unschlagbar. Über den ganzen Turnierverlauf, über die letzten Turniere ebenfalls. Selbst hier in der ersten Runde noch, mit ihrem Razer, wir erinnern uns. Und jetzt ist es schon die zweite Runde in Folge, in der Extreme Gaming einen mega nice Draft haben, in dem sie es gut machen, in dem sie die Teamfights an sich reißen, in denen sie ab, ja, 15, 20 Minuten so wirken, als, äh, könnte Falkens nicht so viel dagegen tun. Letztes Mal war es ein bisschen später, ne? Jetzt sogar noch früher als die Runde davor. Ein Stomp, ein Stomp. Stimmt. Es wird jetzt mit SCA geschrieben. Klingt auch nice, Dodo. Ich glaube, es ist Hackfleisch bei dem U-Gur, aber es ist trotzdem sehr lecker und es schmeckt besser als bei den meisten anderen. Und in Kombination mit dem Brot und dem Preis und so, echt ein guter Döner. Hat auch viele Bewertungen. 2100, 4,7 Sterne. Mein Fehler. Klingt nice, Lars. Mir geht mir mittlerweile auch schon wieder so, Florian. Äh, es ist, es hat eine Wende gemacht. Aber die Pizza habe ich hier. Beides, auf einmal. Döner-Pizza. Gibt es auch, oder? Gibt bestimmt Döner-Pizza. Ja, Pizza, Döner. Was auch immer. Die treffen nicht. Also, da kommt das Gita raus. Aber es ist nicht so schlimm für Extreme, tatsächlich. Ist zwar ein hoher Cooldown, aber sie sind einfach in einer komfortablen Position gerade. Ross sollten sie nicht committen, machen sie zum Glück auch nicht, weil dafür haben sie nicht das Line-Up. Sie sollten einfach warten, bis der Void noch stärker wird und dann über eine Chrono den nächsten Kampf sichern. Die Chrono ist Level 2 und er hat Mjölnir fertig. Wir sind bei 18 Minuten und Armee ist mit einem Faces Void, dessen Farmspeed mittel ist, der reichste im Spiel. Hammergutes Zeichen für sie. Kleines Manöver von Falcons. Sie greifen in der Mitte an. XXS ist gefährlich, den anzugreifen. Machen sie auch nicht. Marine dreht ab. Er hat das Dagger nach den Travels gekauft. Ich glaube, das ist nicht so nice. Entweder du gehst Dagger vor den Travels und machst es ganz früh aus der Mitte heraus oder du gehst halt Travels BKB und hast jetzt schon die BKB. Diese Mischung, naja, es ist natürlich auch ein gutes Bild. Versteht mich nicht falsch. Es ist schon stark, aber immerhin hat er Dagger und ich glaube, Dagger ist hier gut. Crit kommt, denke ich, nicht mehr raus. Dafür ist Xtreme Gaming hier zu präsent und Falcons auch nicht bereit genug gewesen. Aber es ist nur ein Support. Der Rest hat natürlich dadurch gecheckt, wo die Gefahr lauert und hat sich andersweitig bewegt. Skita kommt back, hat gleich seinen Zeitgarner nach dem Crystallis, was nicht schlecht ist, aber gefühlt ein bisschen spät kommt, einfach weil Xtreme die Kämpfe gewonnen hat und goldtechnisch mittlerweile schon auch einen guten Vorteil rausgearbeitet hat. Ich warte mich, woher dieser XP-Dip kommt. Den checke ich nicht so ganz. Was ist denn da passiert? Dass die so viel haben, die eine doppelte XP-Runde bekommen, aber das wäre doch nicht so viel, oder? Vielleicht irgendwas in die Richtung. Keine Ahnung. Ah, es war bei 14, ne? Das müsste sowas gewesen sein. Ja, do try to go. Die Lineups sind auch einfach seltsam, die sie draften. Dieser Last-Pick-Line, nur um das Match-Up in der Mitte zu verhindern, dann Support, plötzlich, äh, zu Last-Pick eine Bat in die, als Court zu stellen, die selbst als Support schon wackelt in dem Turnier, immer mal wieder probiert wird, manchmal klappt, manchmal eher nicht. Pästlich hast du eine Hard-Carry-Bat. Wieder der Offlane-Timber, der einfach Gefahr ausstrahlt, aber auch nie zum Sieg gereicht hat bisher für sie. Und dann bei Extreme Gaming dieses geile Drafting mit dem Viper-Last-Pick, der, man kann sagen, was man will, einfach smart war. Äh, mit dem Faceless, der durchgerutscht ist und jetzt stirbt. Oh, wow. Diese Rotation in die Ancients klappt echt oft bei Pros und die, ähm, machen sie auch richtig gut. Oft zu richtigen Zeitpunkten, wo sie genau wissen, ah, da könnt ihr jetzt farmen. Wir probieren's. Zahlt sich sehr aus für sie. Hammerguter Kill. Sichert ihnen vielleicht die XP-Rune? Der Lion wird's auf jeden Fall probieren. Der hat ja Dagger. Und, äh, vor allen Dingen gibt's ihnen den Faceless-Volt-Kill mit seinem Möhlnirn, mit seiner Krone. War das der Moment, wo ich dachte, jetzt kann Extreme das Game noch mehr an sich reißen mit nem Angriff. Sie machen's ohne ihn. Dicke Arena bei der gegnerischen XP-Rune. Lauern sie Falcons auf und zerlegen Skeeter und Merwin. Die beiden ganz wichtigen Säulen von Falcons gehen einfach nur down. Was für ne geile Falle, die sie ihnen hier gestellt haben, ne? Sie wissen, dass Falcons da gekämpft hat. Sie wissen, sie sind hier nicht in Vollzahl vorhanden. Timber tippet sogar noch zurück. Da wird wie wild schon gepinkt. Und da kommt jetzt die geile Arena. Mit dem Break. Er hat auch BKB gerusht, weil er wusste, was ihn erwartet gegen die Viper. Aber das schwächt ihn natürlich auch von seinem Output her. Früher BKB auf Timber ist nicht so nice. Ja, schön mit der Arena aufgewartet. alle eingesperrt. Die Kisses, die Combo, der Teamfight, das Lineup ist so nice. Ist einfach so schön zusammengepickt. Die Disruption rettet Xing auch noch. Wow, also sehr lange zumindest. Und Respekt an Amar da noch mit dem Chakram zu snipen, aber der Schaden ist ja schon getan. Und Xing hat auch die XP-Rune gesichert. Darauf hat er ebenfalls gelauert. Warte mal, der stirbt. Moment mal, was ist das für ein Play? Wieso stirbt der da? XXS? Der holt den noch mit Dagger und Rebuke. Bonk. Triple Kill auf dem Mars. Den Tormenter kann er glaube ich nicht machen. Ha! Und er meinte noch Army zu seinen Leuten. Ey, tut mir leid, ich bin doch mal gestorben. Mein perfektes Spiel hat eine kleine Delle. Kein Problem, Bro. Kein Problem. Wir nutzen das aus. Wir holen uns die gegnerische XP-Rune und drei Helden. Hallo, AF. Bald geht's dir sicher besser, Ophelia. War's lecker? Ich kann aber voll sehen, dass das aus asiatischer Sicht typisch deutsch wirkt, das Essen Skyberg. Wo kommt die nächste Krono? Dadurch, dass jetzt sein Team den Teamfight nach seinem Ableben gewonnen hat, war es nicht schlimm, die nicht verwenden zu können. Aber es ist schon eine Weile her, dass wir eine dicke Krono gesehen haben. Die letzte war glaube ich hier gegen die beiden Supports. Und ich hab Bock auf eine geile Krono. Extreme Gaming mit 76% Siegwahrscheinlichkeit in einer sehr komfortablen Position. Langsam wird auch Roche für sie interessant, selbst mit dem Line-Up hier. Hat der Mars eigentlich Schad? Hat er nicht. Aber er hat seine BKB und seinen Dagger und den ganzen Kram natürlich. Sheldon mit seinem Dagger geht auf Lens. Falcons versuchen, Roche. Werden aber gescannt. Werden gesehen. Sidegunner ist da. Und ich glaub, das war's. Extreme contested nicht. Das sind Aegis, dann Falcons. Sie sind so weit vorne, aber sie haben auch übelstes gute Roche-Line-Up. Sie könnten die voll zerfetzen. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, sie waren einfach zu langsam. Sie haben es nicht gecheckt oder so. Da würde ich jetzt echt mal gerne wissen, was in den Pros vorgegangen ist. Und ob das einfach ein schlaues, taktisches Manöver von Falcons war oder ob es ein übelstes Misplay von Extreme war. Weil ich kann euch garantieren, den Kampf am Roche-Bit hätte Extreme gewonnen. Also absolut keine Ahnung, warum sie ihnen das durchgehen lassen haben. Jetzt hat plötzlich Melwin Aegis und wir müssen nochmal aufpassen. Das hier ist noch nicht durch, offensichtlich. Hm. Haben sie... Ich denke, sie haben es einfach nicht gepackt, da rechtzeitig hinzukommen. Ist jetzt lebenslang Spaghetti-Pizza. Ist auch ein heftiges Attentat. Einmal, Dodo. Da kommt eine Arena. Klappt aber nicht. Sehr, sehr schneller Static-Storm und Amat-BKW rausbekommen. Jetzt noch die Krone, der trifft nur den des Wabda. Aber sie haben es Eges, weil die Viper die ganze Zeit den Jairo angegriffen hat und sie kommen vielleicht noch raus. Rückzug ist auf jeden Fall die richtige Strategie. Lasst ihn jetzt. Helft nicht, XM. Nicht helfen. Nicht helfen. Swabt schon ist ganz nett, aber nicht helfen. Nein, 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 nein. Oder doch, oder doch, oder doch. Alter, ist XM stark. Ey, das ist so krass. Ich wäre da niemals mehr reingegangen, ne? Sie verlieren vielleicht ihre Viper, aber das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Schaut mal. Sie hatten so viel benutzt bereits, aber es war egal. Die Viper ist so stark. Die Viper ist so stark, ey. Wie haben sie das denn noch gedreht? Wow. Da hat man einfach gesehen, wie krank ihr Line-Up ist. Würde ich mal einschätzen, die Situation auf die Art und Weise. Was für ein krasses Manöver, da sich nicht zurückzuziehen nach der Chrono. Überlegt mal, was sie committen und wie in Anführungszeichen schlecht es läuft. Die BKB von Amar, der Static Storm, alles drauf ist okay für den Mars. Arena läuft aus, die Chrono trifft gleich nur den Disruptor, aber der Punkt läuft ganz gut, ne? Aber auch nicht perfekt. Die Flag Cannon haut auch rein. Ein bisschen Schaden resettet, okay. XAM ist so krass. So, und jetzt denke ich mir, okay, BKB läuft aus, wir haben Chrono Cooldown, wir haben keinen Viper Strike mehr, Mortimer Kisses sind abgelaufen. Falcons denkt sich das gleiche. Sie sind zu fünft, also auch noch in Überzahl. Sie haben doch alle Power der Welt, aber wenn man mal genau guckt, was macht denn ihr Line-Up? Seien wir mal ehrlich, Finger auf Death is weg. Jetzt kommt dieses Lasso, es kommt gar kein Follow-Up, die Disruptor war natürlich nice, aber selbst ohne Disruptor, wenn die hier landet, es kann nur Skeeter den Damage machen, niemand anderes. Und er kommt nicht mal dazu, durch die Illus, durchs Manta und so weiter. Sie haben einfach nichts. Sie macht, das merkt man jetzt so richtig in das Lomo, sie haben einfach nichts. Es wirkt so, als müssten sie taktisch im Vorteil sein, aber sie haben nichts. Und Xtreme liest die Situation ultra gut, weil ich hätte das nicht gemacht, ich wäre wirklich gegangen, ne? Und es war die absolut richtige Entscheidung, den Kampf zu nehmen. Falcons hat sich reinbaiten lassen, hat genau wie ich erwartet, dass sie jetzt mit Aggressionen da durchkommen und vielleicht Xtreme in den Kampf baiten können. Am Ende wurden sie gebaitet. 3 zu 1. Sie prallen ab an den Helden von Xtreme. Let's go Army, du sagst es. Keine Ahnung, hab ich nicht gelesen. Alte Mistschlange. Falcons in die Knie gezwungen. Erste Mal seit langem, dass ich Falcons in einem Matchup mit solchen Problemen erlebe. Es ist ein Best of Five. Also selbst wenn Xtreme hier gewinnt, kann Falcons in die Serie noch zurückkehren. Aber die, die jetzt auf Falcons Geld gewinnen, gewettet haben, die reiben sich die Hände. Das sieht schon echt ganz solide aus bisher. Noch weit vom finalen Sieg entfernt. Ich will ganz oft, wenn ich sowas sagen möchte, wie dem absoluten Sieg der Serie, will ich ganz oft Endsieg sagen. Irgendwann rutscht mir das raus. Wenn es mir mal rausrutscht, dann war es ein Versehen, Leute. Ja, ich sag's jetzt. Merkt euch das. Ich glaube auch, dass es Cookie war, der Hauptsir, aber ich bin nicht sicher. Was meinst du damit, Dothar to go? Wenn ich das richtig verstehe, war es eine blöde Aussage von dir. Snake King, krieg den Zettik Storm raus, wird aber sterben. Ha, hat er ganz gut gemacht. Hilft nicht. Oh, Crit, TP, es wird bestimmt abgebrochen. Gem ist offenbar wichtiger. Ist er allein weggekommen? Ah, scheinbar doch. Ist natürlich alles nur Kinkerlitzchen, also Extreme hat den großen Kampf gewonnen. Da, wo es zählt, haben sie gewonnen. Aegis war dann im Endeffekt doch egal. Amar. Geht sogar rein. Ich glaube nicht, dass er rein wollte. Ich glaube, er wollte einfach abhauen. Hat ja BKB mit dem TP zusammen. Aber die müssen jetzt schon auf ziemlich niedriger Duration sein und das ist wichtig für den Timber. Naja, sechs Sekunden. Ist schon ganz runtergebrannt. Ja, fand ich nicht so lustig. Nächstes Mal wird es hoffentlich besser mit dem Humor, Dota. Tuck auch. Schön indisches Streetfood und dann den Leute, was? Okay, der Chat muss sich erstmal zusammenreißen. Also wirklich. Also wirklich. Was sind das denn für Wörter, die ich da lesen muss? Mein junger, naiver, unschuldiger Geist. Er wird korrumpiert. Ihr besudelt mich. Oh, das ist ein cooler Kurier. Der Virtus Probeer. Aber reicht jetzt auch mit dem Kurier. Dankeschön. Ja, sehr nett. Alles gut, Dota Togo. Kein Problem. Wenn du es selber einsiehst, ist das perfekt. Gehört auch immer was zu, finde ich. Ähm, es ist gerade ein bisschen langsam geworden. Das liegt daran, dass Extreme den Kampf gewonnen hat und ihr Late Game sehr gut aussieht. Und Falcons halt durch diese Unterlegenheit nicht mehr richtig viel machen kann, während es strategisch für Extreme Sinn macht, es nicht zu schnell zu spielen. Und da aber Roche davor gelegt wurde, gibt es halt keinen großen Spannungspunkt auf der Map, wißt du? Deshalb ist es etwas zögerlicher und Extreme jagt einfach und sucht nach Möglichkeiten. Vielleicht eröffnet sich ihnen hier eine. Der Timber ist in der Nähe. Da gab es einen Dagger von Xing mit Poison der Climber und Affinity Disruption. Lens sorgt dafür. Kommt eine Krono. BKB. Break. Alles drauf. Timedalation. Der braucht ihr nicht mal. Die machen ihn so fertig. Die Y kam noch von der Seite. Sie spielen es aber auch wirklich nice. Und ich glaube, da ist auch ein Solar Quest von D.Y. die ganze Zeit auf dem Void, was sein Attack Speed nochmal hört. Er hat das Level 20 Talent schon. Ein Sengen Yasha für die Statusresistenz. Eine BKB. Der lebt den Traum. Jetzt geht er. Einfach der Hardcabby. Irgendwo in der Mitte. Gucken wir uns das nochmal an, weil es wirklich, wirklich ein relevanter Kill ist und weil es bestimmt Spaß macht zuzusehen, wie XXS ihn sich da schnappt. Er findet die Möglichkeit gleich und wird dann mit Dagger und Jules initiaten. Noch nicht mal die BKB fertig auf Skeeter. Da sieht man jetzt die Item-Differenzen. Sonst macht der BKB nach dem Jules. Das kommt immer durch und hätte nicht mehr TP'n können, aber hätte vielleicht noch einfach rausfliegen können. So, keine Chance. Sehr, sehr, sehr geil gemacht vom Mars. Und jetzt steht es 22,7 gegen Falcons. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gegen Falcons höchstpersönlich steht es 22,7. Ja, tatsächlich kann das jetzt gerade mal gut passiert sein, Velox. Ich empfehle euch, eh den Live-Chat anzumachen und nicht den Top-Chat. Bei mir wird durch Top-Chat öfters auch mal was Komisches verborgen, wo man gar nicht weiß, wieso. Könnte sein, Dota2Go. Ja, du könntest echt recht haben. Der SD von Extreme macht ihnen richtige Probleme, aber ich glaube, ihre eigenen Drafts sind mehr das Problem. Oder wie seht ihr das? Ich finde, Extreme macht das gut und die picken echt nice Helden zusammen und finden immer wieder coole Lücken. Plötzlich kommt ein Faces oder so und ich denke mir, wow, nice. Oder jetzt die Snap und so mit dem Mars. Aber, ich finde, die Lineups von Falcons sehen auch, wenn sie fertig sind, wenn alle fünf Helden gepickt sind, irgendwie wie nichts Halbes und nichts Ganzes aus. Wie so ein zusammengewürfelter Haufen von reaktivem Zeug und Helden, die sie ganz gern spielen. Aber ohne eine klare Linie. Roten Faden braucht es mehr. Mein Eindruck. Das stimmt auch, Music Light, richtig. Ja, ja, ja. Fällt ihnen vielleicht auch schwer, weil sie es lange nicht mehr erlebt haben, so von hinten zu spielen, ne? Könnte sein, könnte sein. Ungewohnte Situationen für sie, sowohl Ingame als auch was die Gesamtserie angeht. Werden gerade ausgescannt. Extreme weiß Bescheid, reagiert entsprechend gut, schicken den Mars vor BKB. Oh, krasses Decker von Crit. Ultra der Reflex. Armee ist drin. Ist da oben aber noch unter Kontrolle. Wird sich um Crit kümmern, während der Jairo einfach schon ohne den Void vernichtet wird. Ist völlig egal, dass sie ihn kurz aufhalten können. Fältens drei Leute tot. Dodo, ich danke dir. Ey! Schön gerade gemachtes Spendenziel. Ah, guck mal, du hast schon mal gespendet. Ah, da habe ich dich, glaube ich, nicht entdeckt. Kann es sein, dass du dich getarnt hattest davor? Danke. Ja, das war's, oder? Das müsste es gewesen sein. War es nicht ein letzter Aufbäume? Es wirkte für mich wie der Panik-Smoke am Ende des Spiels. Vor allen Dingen können sie jetzt, ich meine, sie sind auch gesmoked wegen Ross-Spies-Bornzeit, ne? Aber jetzt kann Extreme auf Grundlage des früh gewonnenen Kampfes sogar noch pushen, bevor sie Ross holen. Sie haben noch ein paar Sekunden. Sie können den letzten Tier 2 einreißen. Dann werden sie Aegis holen. Und dann, äh, was soll dann Extreme noch, äh, was soll dann Falcons noch groß machen? Also ich sehe nicht mehr viele Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Sie haben nicht mal allzu starken Highground. Genau, wie so eine Dönerpizza sind die hier vom Line-Up. Warum ist... Denkt auch mal jemand an den blauen Faden eigentlich? Der will auch gesehen werden. Der hat auch Gefühle. Immer rot. Unglaublich. Ja, Chrono, egal. Der, der Jaguar hat einfach plötzlich halbe Leben, nicht mal mehr, nachdem der Master reingejumpt ist. Die Viper ist so krass. Die macht so viel. Also der Pick ist die Zerstörung. Für Falcons. Woran hat es hier Lesion? Was war? Woher ist denn das nochmal? Das kenne ich doch. Ja, habe ich doch schon ganz oft. Ich bin doch schon lang besiegt worden, André. Ha, 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 ha. Äh. Irgendwas ist gerade passiert. Aber ich weiß auch nicht mehr was. Und cool, dass du da bist, Dodo. Auch wenn du nie Geld spendest, mag ich dich sehr. So zwischenmenschlich. Ha, ha. Ja, Pelok ist auch schon dabei. Hm. Hm. Wie reagiert ein Falcons jetzt? Also, auf diese missliche Lage. Sie smoken zum Roche Pit. Nehmen nochmal den Kampf. Der WeSpawn ist lang genug hingewiesen, dass sie es tatsächlich nochmal in voller Montur rausgeschafft haben. Kriegen sogar eine ganz gute Position dahin. Aber am Roche Pit ist Extreme Gaming so gefährlich. So krass gefährlich. Egal, wie verteilt sie da sind. Ich glaube, das wird schwierig. Die Viper mit dem Skadi mit der BKB. Crit probiert irgendwie dagegen zu saugen. Ist alles völlig egal. Er stammt in die BKB. Er stirbt. Die Krono trifft alles. GG. GG, get me out. Extreme führen. Im Grand Final. Gegen Falcons. 2 zu 1 mit einem geilen Draft abermals und mit einem tollen Gameplay. Mit einer super Performance. Radiant Victory. Bin sehr gespannt, was jetzt im Draft passiert. Weil das ist das Schöne an so einem Best of Five. Da wird echt so ein bisschen Geschichte geschrieben. Man erlebt gemeinsam mit den Teams ein Abenteuer. Welches jetzt eventuell schon enden könnte. Fulminant diese Entwicklung will ich meinen. 2 zu 1 für Extreme Gaming. Oh, Leute, ey. Danke. Danke, Dodo, für die Spende. Schon den Stream geliked? Alter, wer ist dieser Bot? Das ist schon ziemlich smart. Das Ding ist, anderen würde zugetraut werden, dass sie es wirklich selber machen, weil sie so genial sind. Aber bei mir wisst ihr, ich mache das nicht. Dafür bin ich nicht fähig genug. Oh, Mann. Henry Spendenbock. Leute, vielen Dank. Ihr habt das Spendenziel um 100 Euro übertrumpft. Das ist Wahnsinn. Hammer. Dankeschön, Dankeschön. Ich könnte Marta jetzt hier, ich könnte Marta sagen, dass wir essen gehen von dem Geld. Soll ich es machen? Nee, oder? Ich behalte es lieber selber. Oh, was? Oh. Marta? Jetzt ist es ein Henry Stream. Drei über das Ziel hinaus. Sie ist nicht auf dem Balkon. Ich wollte gerade sagen, dass ich jetzt reich bin. Jetzt ist ein Henry Stream. Drei mal über das Ziel hinaus. Das Originalziel ist dreifach gesprengt worden. Stimmt tatsächlich, ja. Ist richtig. Sogar noch mehr als das. Danke, MusicLate. Welches hier? Das letzte fand ich saugeil. Aber, naja. Nee, vom Epos der Spiele. Von den Streams fand ich das letzte am besten. Vom Epos der Spiele, ich glaube, das vorvorletzte. Weiß nicht mehr ganz genau. Henry's Stunkbot und Henry's Spendenbot. Ich glaube, ich habe nicht richtig mitge... Ich muss das nachher nachrecherchieren. Es kann sein, tatsächlich. Ich glaube, sonst wäre es höher schon bei der Krone. Ihr habt mich schon durcheinander gebracht. Marta, das ist geil, Skyweg. Das sage ich ihr. Marta. Die ist weg. Die ist abgehauen. Fuck. Leute, sie ist weg. Ich bin wieder Single. Wer will mich? Hm. Ich betrüge sie mit euch. So musst du es sehen, Vlogs. Eine von 14. Endlich über das Spendenziel, ja. Ja, ja. Das verbotene Wort. Ähm. Eigentlich nicht, Vlogs. Eigentlich nicht. Vergiss alles, was du gerade gehört hast. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch hier bei dir. Wir sind gute Freunde. Ich gehe jetzt übrigens in den Draft, ähm, weil ich will unbedingt sehen, was die so zusammenpicken. Wollen wir nichts verpassen. Das war ein sehr einseitiges Spiel, aber es war halt in Richtung Extreme Gaming. Deshalb ist es schon cool. Jetzt mal gucken, was geschieht. Können sie wirklich Falcons schlagen? Irgendwie glaube ich noch nicht so richtig dran. Irgendwie würde ich jetzt auch Falcons den Sieg wieder gönnen. Oh mein Gott, Extreme hat einen Razor bekommen. Er wurde durchgelassen und dann haben sie ihn einfach selber gewählt. Weil Falcons lässt ihn ja durch. Und sie selber wählen Doom. SD wurde gebannt. Also die Vermutung hat sich bewahrheitet. Dota 2Go, das war ein guter Call. Ähm, Doom ist da. Doom finde ich auch sehr stark momentan, aber vor allen Dingen Razor ist da. Und Razor finde ich nochmal viel krasser. Und wenn er seinen Kram rausgebracht hat, bringt er auch Doom nicht so viel gegen. Wenn Aesthetic Link und Eye of the Storm aktiv hat, dann gibt es bessere Ziele meist als den Razor. Kommt ein bisschen auf die Situation an. So oder so, Razor bei Extreme Gaming und Falcons Ancient Wrist mit Doom zusammen. Auch wenn kein Klinks gegen sie steht. Hoffentlich pickt Extreme jetzt nicht den Klinks gegen die Ench. Mein Verdacht ist fast, Falcons pickt die Ench nur, damit Extreme sich in den Klinks baiten lässt. Das ist meine Vermutung. Dahingehend ist es schon Genius. Hakuna Matata. Get me out. Ja, mal sehen Florian. Mal sehen. Jetzt wird es langsam schwierig für Falcons, habe ich den Eindruck. Weil Willow und Razor sind schon ein mächtiger Auftakt. Extreme darf nur kein Klinks picken. Das ist jetzt ihre Herausforderung. Als das ganze Geld reinkam, ist sie geflüchtet. Als sie gemerkt hat, wie billig sich ihr Freund im Netz verkauft. Oh, scheiße. Ah, du könntest recht haben. Du könntest recht haben. Jetzt ist es raus. Aber irgendwann muss man auch ehrlich sein. Ja. Ich vermisse das schöne Cosplay von Henry im blauen Kleid. Da hast du gute Karten. Weil die ist Schneiderin. Das heißt, zum nächsten TI gibt es vielleicht mal was, was noch besser aussieht. Aber es ist dann wieder Zeit für ein wunderschönes Kleidchen. Oder ähnliches. Disruptor, Dark Willow, Razor. Disruptor ist bis jetzt durchgekommen. Auch spannend, ne? Dass der nicht mal in der zweiten Phase gebannt wurde. Extreme holt schon wieder hier die Mega-Drafts raus. Irgendwie schaffen die es seit drei Runden hintereinander, den einen um den anderen, was? Krankenhelden in Reihe zu picken. Also jeder einzelne Pick von denen sieht für mich so aus wie von Gelben höchstpersönlich erleuchtet. Und Falcons? Ja, jetzt wieder besser. Also das sieht jetzt schon für mich besser aus als die beiden Drafts davor. Aber immer noch sehe ich hier Extreme stärker an. Bisher vom Draft. Also eine Ecke sogar. Was kommt jetzt? Oha. Ich meine, komm. Ist jetzt nicht so krass mit Doom zusammen. Die synergieren nicht perfekt, aber trotzdem beides für sich genommen. Starke Helden. Void hat dazu bei Extreme sehr gut geklappt und Ancient Twists mit Void. Ist ziemlich nice. Ich spiele Dota seit, ja, Dota 1, aber insgesamt nicht so krass viel. Ich habe vielleicht 3000 Spiele. Aber ich spiele es schon sehr lang. Und der, was war der, was war der Held, der am imbasten? War wahrscheinlich irgendwas in Dota 1 in Warcraft 3 Zeiten. Aber so von dem, an die ich mich richtig erinnere, ich denke Pre-Release Monkey King vielleicht? Direkt als er rauskam? Der nackte Henry, ja. Wie bescheiden, Velox, dass der dir reicht. Meinst du, der Straight Up, das das letzte ist? Glaubst du, dass Extreme gewinnt? Für wen bist du denn? Wahrscheinlich für Extreme, weil die am Liquid rausgehauen, oder? 10 Sekunden remaining. Winterwire war ein Cosplay, das wird kompliziert. 5 Sekunden remaining. Sie kann Pizza schneiden, Skybreak. Sie ist auch viel netter als ich. Also insofern. Ich hätte sie dazu geholt, aber sie ist nicht da. Vielleicht habe ich sie mir auch nur eingebildet. Okay, Samir, ich halte schon die Klappe. Tut mir leid, man. Oh, sie haben Cent gepickt. Ich meine, ja, es ist ja auch einfach ein super guter Held. Bei Amar fand ich halt, der Spieler selber wird dadurch ein bisschen gehemmt. Bei XXS, dem liegt sowas sehr und ich finde ihn auch nicht ganz so flashy wie Amar. Obwohl er gut ist. Aber Slada ist nicht raus. Ne, sie überspringen Slada. Ist auch spannend, wie Slada raus, also irgendwie nicht gepickt wird und auch Lifestealer. Stellt euch vor, Extreme Gaming hätte jetzt einfach Slada Lifestealer. Hätte ich auch gesagt. GG, das war's. Andererseits, sie spielen ja auch gegen Faces Void, das ändert nochmal ein bisschen was. Und die Hoodwink finde ich tatsächlich schlau von Falcons, weil der hat zwar einmal nicht geklappt und es war nicht so Kritzgame, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass er eine unglaublich gute Hoodwink spielt und ich habe sie auch schon in ihren Händen wirklich total ausrastend sehen. Also das ist ein Pick, den man durchaus nochmal probieren kann. Hier das letztens ausgeliehene Geld wieder zurück und ich freue mich aufs belegte Brötchen. Hört auf mich wie ein Arschloch darzustellen. Das war nicht die echte Mater, ihr müsst mir glauben, so bin ich gar nicht. Ich bin nicht so ein Knauser. Sie kriegt zwei belegte Brötchen in meinem Steakhouse zum Mitnehmen, die sie unterm Tisch essen muss, weil da darf man das ja nicht zeigen. Aber sonst bin ich wirklich nett, also ihr seht ja. Jo, Darkness. Hast du auch gut Dodo mitgetriggert. 2,43. Er hätte sparen können, hätte 2,34 spenden können. Das wäre mir genauso hoch vorgekommen. Oh, das wäre da, danke. Oh. Wäre cool, wenn die jetzt gewinnen. Okay. Viel Spaß allen. Also du bist, da habe ich mir schon gedacht, ich auch ein bisschen tatsächlich für Extreme Gaming. Und, ähm, ja, wenn sie gewinnen, dann hast du recht, dann ist es die letzte Runde. Danke für die Spende. Abermals. Äh. Ey, bitte, Hanna, mein Make-up hat gesessen. Von oben bis unten war das perfekt. Der erste Ansatz von diesem Make-up-Stift. Ich habe ihn an mein Gesicht gedrückt und er ist sofort abgebrochen. Der ist sofort in die, in die Hülle rein. Bonk. Und dann, äh, war er los und hatte keine Halterung mehr und ich musste ihn so ganz komisch vorschieben beim Schminken. Hatte ganz schnell auch nur noch so einen ganz kleinen Stift. Ist alles kaputt gegangen. Ich war zart mit dem Ding. Und es ist trotzdem zerbrochen. Okay, ich war nicht zart, aber es ist zerbrochen. Chaos Knight. X-Stream Gaming pickt hier alles, was sie wollen. Die sind wie entfesselt. Chaos Knight ist potenziell gar nicht schlecht gegen Falcons. Er ist nicht so ein leichtes Doom-Ziel wegen Phantasm. Er ist relativ solide gegen die Chrono. Auch deshalb, weil Faces World mehr Single-Target ist. Geht gern Blitze. Wird er hier natürlich sowieso machen gegen Chaos Knight mit Mjölnje. Aber das bleibt trotzdem bestehen, diese Aussage. Also Chaos Knight kann schon klappen. Er eignet sich für das Gegner-Line-Up. Er ist jetzt für mich aber auch nicht die Offenbarung. Gerade gegen den Faces im Late-Game kann das nicht ausreichen. Also könnte schon sein, dass sie sich jetzt ein bisschen übernehmen mit dem Gewicht, was sie im Mid-Game stemmen müssen. Weil ich glaube, das wird ein Line-Up, wo X-Stream Gaming Mid-Game gewinnen muss. Und Schlau von Falcons. Last Pick, warum nicht? Wenn er so lange nicht gebannt wird, dann können sie doch den Timber noch mal probieren. Also Last Pick ist was anderes als First Pick. Und dazu steht er hier richtig gut. Er steht sehr gut gegen Cent. Er steht sehr gut gegen Chaos Knight. Er hat nicht so ein Problem, wenn er ausgesaugt wird von Razer. Der wird eh versuchen, den Faces Void zu linken, aber trotzdem. Faces Void könnte auch mit dem Chart den Link vielleicht mal resetten und dann zurückjumpen und so. Ich glaube wirklich, der Timber war jetzt, auch wenn er bisher viel verloren hat, kein schlechter Pick in dieser Situation als Last Pick. Das Line-Up hier von Falcons ist besser als die beiden davor, gerade im direkten Vergleich. Das wird eine harte Nummer, Death Raider, aber es ist auf jeden Fall für Extreme Gaming absolut möglich, das zu gewinnen. Also, wir sind nicht an einem Punkt, wo ich sagen würde, das jetzt in die andere Richtung in den Outdoor haft oder so. Die haben ein starkes, ein gefährliches Line-Up. Wir müssen immer ein bisschen warten. und dann geht es los mit der vielleicht letzten Runde des Tages. Ah, der Svd hat sogar die Krone zurück. Das freut mich. Sie ist wieder in den richtigen Händen, in den gewohnten, in denen, die schon schwielend von den Zacken haben. Hoodwink und Timber, oh mein Gott. Jay ist nicht überzeugt. Ah, seht ihr da, ich habe schon wieder vergessen, die Pizza zu essen. Ich habe mittlerweile so Hunger. So wäscht er das Geld. Soll ich mir die Pizza jetzt reinhauen und ich esse sie im Spiel? Ich vergesse das immer zwischen den Games und es könnte die letzte Runde sein. Ich muss eigentlich, oder? Das schulde ich euch irgendwie auch. Dann kann ich auch gucken, ob ich Martha irgendwo treffe in der Wohnung. Okay. Ich schulde es euch. Ich mache kurz eine Pizza in den Ofen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Uah. Ich schulde es euch. 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 Wir müssen noch ein bisschen warten. Aber ja, so sechs Minuten ungefähr, dann geht es los. Ich habe Martha gesagt, dass sie ein belegtes Brötchen bekommt, was sie unter dem Tisch im Steakhouse essen kann, während ich mich da gütlich tue. und sie hat gefragt, und sie hat gefragt, ob sie vielleicht die Krümel wenigstens haben kann von meinem Teller, was ich schon echt dreist fand nach meinem Angebot. Da habe ich natürlich direkt verneint. Ich hoffe, das war in eurem Sinne. Das glaube ich nicht mit der Map. Skyrack labert Müll. Nicht drauf reinfallen. Wäre echt ein geiles Immortal. Aber für wen? Vielleicht für einen Gyro oder so, Laborratte. Ich glaube, das wird gespielt werden, ein 100 gegen 100 Dota, wo man Creeps versklaven kann. So was gefällt den Menschen doch. Ihh, Skyrack, du bist so ein Ekelschwein, Mann. Es gab diese widerliche Werbung. Die hat einen eingelullt, weil die anders angefangen hat. Aber in einer Szene hat sich jemand mit einem Hobel die Hornhaut vom Fuß in die Spaghetti gerieben. Und das war dann wie so Parmesan dargestellt. Das fand ich richtig eklig. Ist aber lange her. Immer noch traumatisiert worden. Ich mag die tatsächlich nicht so gerne, Death Rider. Aber das hat eher so gewisse Teamfight-Komponenten und Gameplay-Komponenten, die das verursacht, die mir nicht gefallen. Das prinzipiell Spaß macht zum Spielen, kann ich verstehen. Für mich und für das, wie ich Spiele erfahre, hat es öfters Nachteile. Du gnädiger. Die Pizza ist schon drin, Florian. Also, ich weiß es nicht genau. Er soll jetzt kommen. Ich vermute, er kommt direkt nach dem Turnier. Am Montag mache ich einen Patch-Warte-Raum auf Twitch.tv.com und danach, also ab 18 Uhr. Und da kommt er entweder oder er kommt dann in den Tagen danach. Wenn er da kommt, gucken wir uns live das Ding zusammen an. Wenn er danach kommt, dann gucke ich es mir alleine und mache Videos auf YouTube dazu. Also, es ist jetzt bald so weit. Das ist sehr, 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 sehr eminent, der Pitch. Wahrscheinlich das, Alter. Ich bin nicht mehr so jung und frisch wie du. Gute Nacht, Flauschi. Schlaf gut. Drei Minuten noch ungefähr. Dann können wir starten. Selber gute Nacht. Das weiß ich nicht, Steven. Es werden Arcanas kommen in dem Patch. Venge und Skywars wahrscheinlich. Es wird ein neuer Held kommen, Puppet Master. Das Ding heißt Crownfall. Oder heißt das so? Ich gucke nochmal. Ja, hier steht es. Crownfall. Ich vergesse immer, wie das heißt. Und mehr Infos habe ich nicht für dich. Und er wird recht groß. Die haben auch den eigentlich schon früher raushauen wollen. Dann haben sich alle beschwert, weil er nicht kam. Dann haben sie irgendwann sich genötigt, also haben sie sich erbarmt und haben geschrieben, ey Leute, na, wir denken Mitte April. Und jetzt ist halt gerade Mitte April, aber das Turnier ist auch noch direkt vorbei. Die haben natürlich jetzt noch nichts released, weil Elite League zu Ende laufen musste davor. Deshalb am wahrscheinlichsten kommt er morgen und dann mit jedem Tag, der darauf folgt, mit steigender Wahrscheinlichkeit, im Anschluss. Also jetzt denke ich, die größte Chance ist Montag. Wenn Montag nicht kommt, dann ist die größte Chance Dienstag und so weiter. Und in der Woche wird er garantiert kommen. Also ich glaube nicht, dass es noch eine Woche dauert, bis er kommt. Valve kann man alles zutrauen, kann passieren. Aber die höchste Chance, ich würde sagen, 50-50 Montag. Und wenn er da nicht kommt, dann schon 60% Dienstag, 70% Mittwoch, 80% Donnerstag, 90%, Freitag. Und wenn bis dahin nicht, dann komisch. Dann halt nächste Woche und Valve hat mal wieder einen draufgesetzt, auf ihre leeren Versprechen. Stimmt klar, Labarot, du hast recht, Tim war es viel geeigneter als Jairo. Na gut, ich denke, die meisten haben trotz Arbeitsrhythmus noch genug Zeit für eine weitere Partie, oder? Dafür ist es noch früh genug, das zumindest meine Einschätzung. Und die werden wir jetzt gleich voll genießen. Das hier wird für Falcons etwas möglicher als die Spiele davor. Ich finde ihren Draft, wie gesagt, stärker als davor. Aber es kann absolut in beide Richtungen schwingen. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, in dem Extremis einfach schaffen muss, mit dem Razor und dem Chaos Knight zeitgerecht online zu gehen und Falcons zu schaffen muss, den Faces Void gut Gold zuzuspielen, Timbersaw und Doom sicher ins Midgame und dann wird Extreme von Kronos zerrissen. Kann wirklich in beide Richtungen gehen. Ich denke, es ist ziemlich ausgeglichen und da Falcons so ein wahnsinnig starkes Team ist, das dürfen wir trotz der jüngsten Niederlagen nicht vergessen. Kann ich mir auch vorstellen, dass wir heute noch hier sitzen. Aber jetzt schauen wir mal, vielleicht macht Extreme ja den Laden auch dicht. Oh nice, Velox. Wie meinst du, wenn er vor 23 Uhr endet, kannst du nicht dabei sein? Verstehe ich nicht. Ach so, du meinst morgen. Du meinst morgen auf Twitch kannst du nicht dabei sein. Ja, das ist natürlich schade. Aber kann auch sein, dass ich um 11 Uhr noch live bin. Ich weiß es noch nicht. Kommt ein bisschen drauf an, wie ich so drauf bin. Ich habe jetzt sehr lange gestreamt, wisst ihr? Morgen will ich echt nur ein bisschen quatschen. Ich will eigentlich nur chillen, quatschen. Wir warten auf den Patch. Vielleicht kommt er, vielleicht nicht. Und dann gehe ich offline. Ich habe nur gesagt, ich bin jetzt immer Montag auf Twitch ein bisschen unterwegs. Habe aber nicht die Kapazität und die Muße für mein Standardformat da jetzt. Und es eignet sich mit dem Patch. Ich will ja auch nicht gerade Stronghold zocken und dann kommt der Dota-Patch. So, ich bin ja auch neugierig und habe Bock drauf zu sehen, was da passiert. So, wir können rein. Es ist soweit. Ich habe lang genug rumpalafert. Endlich geht er los. Der große Spaß. Den Divinity-Song habe ich gerade unterbrochen für uns. Ah, nice, Yo. Oder Joe. Aber meine Schwester ist Joe, also nenne ich dich lieber Joe. Oh, wie süß irgendwie. Aber auch grausam, Skywreck. Gute Nacht, Hannah. Ja, das ist früh. Hau rein. Ich hoffe, das ist ein schönen Tag und viel Erfolg morgen. Nice Laborrate, das höre ich doch gern. Chillen, quatschen, ein paar Donations abgreifen. Auf Twitch ja nicht wirklich, Dodo. Standard Tag, halt. Mann! Ja, so ist mein Lifestyle, was soll ich sagen. Dir auch, Hannah. Hau rein. Hau rein. Viel Spaß beim Nachschauen. Auf, noch ein paar spannende Spiele, die du dann ja auch noch mitbekommen wirst. Hm. Aber der ganz große Krimi ist ausgeblieben, ne? Muss man auch mal ehrlich sagen. Ist eine spaßige Serie, weil es hin und her geht und weil der Underdog gerade am Gewinnen ist. Aber es gab jetzt heute wieder kein so richtig intensives Hin und Her Game. Vielleicht noch das eine, was extrem verloren hat, ne? Wo sie es ein-, zweimal überraschend gedreht haben. Aber es hat nie das Level erreicht, wo es so ganz spannend wird. Und danach ging es dann doch sehr klar, auch wegen der Dwarf in ihre Richtung. Heißt, wird auch mal Zeit für ein bisschen Drama und hin und her, würde ich sagen. Glaubst du, Heribert? Findest du ihr Early so schlimm? Oder meinst du, es wird hart für Falcons? Weil ich finde das Early Game von Extreme stark. Wahrscheinlich meinst du es genauso. Klingt gut, Hanna. Danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Bahnt sich da schon was an? Vor dem Creepspawn? Ich glaube nicht. Entwarnung. Ich glaube, Ophelia ist auch schon weg. Die ist vielleicht geplatzt oder so. Ja, wir haben sie zu sehr angestachelt, was Essen angeht. Extreme muss aber auch nach 25 Minuten zwei Lanes gelegt haben, sonst wird es schwer mit dem Leid. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber das Grundprinzip von deiner Aussage trifft zu. Also, man hat sich tatsächlich ein wenig getroffen, aber es blieb noch verhalten. Ward ist zerstört. Immer der gleiche Kampf da an dem Hügel. Oh, könnte tatsächlich auch noch ein First Blood werden für Extreme. Mit der Blood Connect, mit dem Slow, jetzt ist Skeeter da, schützt ein bisschen, lenkt ab und Snaking ist raus. Ich meine, Ench hat auch relativ viel Movement Speed. Genau, CK und Razor werden ein gemeinsames, sehr krasses Timing-Treffen, aber ihr dürft nicht vergessen, dass Falcons Timber hat. Timber Last Pick ist wirklich gut darin, genau sowas zurückzuschlagen. wenn er sich nicht gerade in der Lane komplett aussaugen lässt. Der ist leer, Alter. Ist eine Piñata ohne Inhalt. Lasst mal Marta jetzt hier mit euren Wortspielen raus. Macht die lieber über mich oder so, nicht über andere. Auch wenn es lustig ist. 2, 3. Glaubst du, V-Logs? Achso. Oh Gott, Alter, hör mal auf jetzt mit dem Scheiß. Ich dachte, er redet über das Spiel und das wäre seriös, aber natürlich nicht. Das ist ja ganz schön oft, oder Pilschen? Das ist auch eine große Margin, also ein großer Bereich, 5 bis 15. Ja, also ich denke schon, dass Falcons mit dem Draft dagegen halten kann und das im Late machen kann. Also im Vergleich zu den Drafts, die jetzt zweimal stattgefunden haben, sehe ich Falcons hier in einer guten Situation. Ich finde wirklich, das ist ein 50-50-Ding. Das Game. Und bei 50-50 würde ich trotz der jüngsten Niederlagen immer noch sagen, dass Falcons einen kleinen Zacken stärker ist. Wisst ihr, was ich meine? So rein spielerisch. Also das könnte schon echt ein 2-2 werden, aber alles sehr, sehr offen. Sehr, sehr offen. Sehr, ähm, gute Picks insgesamt und Falcons mit einem kleinen Angriff auf der Top-Lane gegen den Disruptor. Blood-Grinet hinterher, Glimpse hilft nicht mehr, First Blood geht an die Hoodwink. Also da schon mal ein Erfolgserhebnis für sie. Der Timber in der Mitte hat echt viele Last-Tits. Der hat elf. Hat viel mehr, als ich dachte in dem Match-Up. Ist wahrscheinlich der Razor Auto-Attack-Animationstechnisch in einem Nachteil, aber das hätte ich gegen den Melee mit Static-Link nicht unbedingt erwartet. Und er hat ja auch noch Poo und alles. Nicht, dass der Razor jetzt ein ganz schlimmes Spiel hätte oder so, aber schon nice für den Marine, da so viel zu farmen. Okay. Ich weiß nicht, wie oft ich pinkeln gehe am Tag. Wahrscheinlich so fünfmal. Vielleicht auch viermal. Jetzt muss ich mir Sorgen machen, Leute. Guten Abend. Wie geht's? Dann sei mal nicht so eklig, Joe. Ist jetzt das letzte Mal, dass ich sage. Reiß dich ein bisschen zusammen. Ich darf eklig sein, ihr nicht. So läuft das hier. Ist keine Demokratie. Oh, frag ihn das doch nicht, Skyberg. Nicht so eine Vorlage liefern. Nein, nein, nein. Ah, das kann sein, Pilzchen, ja. Das stimmt, Frauen müssen auf jeden Fall öfters. Ist sehr bemerkbar. Also dann. Relativ statisch noch alles. Es ist der Anfang der Landingstage eigentlich ziemlich klar. Das First Part wird Falcons ganz gut tun, dass der Timber schön klarkommt gegen den Razor. ist auch nett. Ich glaube, solange nichts Spektakuläres in Richtung Extreme Gaming passiert, ist es immer gut für Falcons. Im aktuellen Dorf hier. Aber Extreme Gamings, krasse Timings kommen natürlich auch erst noch. Das dauert noch ein bisschen. Sie wollen in der Lane schon mal Anlauf nehmen, um dann loszuschlagen und alles wegzurammen. Dyer's Curie hat getötet. Das ist aber normal, V-Logs. Ich habe mir irgendwann angeguckt, wodurch der Effekt kommt. Das war überraschend kompliziert. dass man durch Alkohol immer auf Klo muss. haben wir hier ein bisschen mit Problemen, ne? Sie haben auch die Flower auf der Hoodwink, also die Top-Lane sieht nicht so gut aus. eine Face-Lane ist auch nicht so super stark. Ich meine CK-Lane, Entschuldigung. CK-Disruptor ist... Es ist nicht schwach, aber es ist nicht super stark. Und Hoodwink jetzt noch mit der Rotation durchs Twin Gate von der Ench. Wird ihm richtig gefährlich, aber Armee dreht das Ganze. Wow. Habe ich nicht erwartet. Blood Grenade noch drauf, der stirbt immer noch nicht. Die Hoodwink erwischt den vielleicht. Ne, das auch nicht. Amar ganz alleine. Snake King killt ein, läuft auf Armee zu, kriegt ihn glaube ich nicht, weil Armee noch Stun hat. Wie gut er das gespielt hat, der Chaos Knight. Es ist kein super schwacher Lander, er hat ja auch diese Kritz und alles, aber er ist auch jemand, den man durchaus klein halten kann. Und ich dachte, das gelingt ihm und sie haben es auch probiert, gerade mit der Ench-Intress-Rotation. Aber Extreme Gaming hatte die Antwort parat mit den eigenen Supports und auch einfach mit einer sehr knappen HP-Justierung vom Chaos Knight. Kriegen die Hoodwink und die Ench opfern nur den Swapdown eben ganz wichtig, der Chaos Knight überlebt und kriegt eine gute Stange Gold und XP zugespielt. Das Swapda wird hier wahrscheinlich wieder ein schnelles Aga holen, ne? Könnte schon richtig geil sein gegen Faceless. Ey, wenn er reinspringt vor der Chrono-Animation ganz schnell als Static Storm, das wäre sehr edel. Gerade mit Aga-Nims kann er nicht mal BKB machen und danach Chrono. Das wäre ein Traum-Play, was ein Spiel gewinnen kann, aber es ist auch schwer, musste sehr schnell sein. So, das war ein Kill auf einen Razer. Ihr habt es ja gesehen, müssen wir nicht zurückgehen. Der Super-Verfalkens ist der Kill. Also, es geht wieder los. Malwine wird zurückgeglimpst. Aber die Chain, das Play und da ist er wieder. Mein Gott, der Typ ist auch wirklich gut auf Timber Store. Der Kill schon auf den Razer, jetzt noch der Nächste hier. Sehr, sehr cute. hat das meiste Gold im Spiel. Wird sehr anstrengend für Extreme jetzt. Und das ist die Sache. Extreme hat halt ein krasses, frühes Mid-Game-Timing und Timber hält da so gut gegen. Dieser Last-Pick war einfach schlau von ihm. Das ist richtig, das ist richtig, Joe. Das ist richtig. Der Eisern ist auch nicht fair oder so. Ganz willkürlich. Irgendwann kommt der Punkt und dann sagt er Stopp und der eine hat dann Pech gehabt. Wie in der Schule damals. Das wisst ihr doch noch. Na, noch nicht, noch nicht. Erwartet noch. Sie haben ja zwei Runden verloren bei Falcons. Mal sehen, was, wenn der Sieger am Ende des Tages feststeht, so im All-Chat gepostet wird vom jeweiligen Sieger. Ah, dankeschön. Das ist sehr nett. So, es ist jetzt Pizza-Zeit. Boah, die sieht sehr gut aus. Gott, die hat ja auch noch in ganz viele Stücke geschnitten. Viel mehr Stücke, als ich je eine Pizza geschnitten habe. Das ist ja unfassbar. Die ist viel zu nett. Die sind... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, acht Stücke. Ich schneide immer nur in sechs. Mmh, mmh, oh, lecker. Das tut so gut. Leute, ich wurde gezwungen, eine Pizza beim Spiel zu essen. Ich kann nichts dafür. Nix isst sie, Pilzchen. Sie kriegt hier nichts. Also, das wäre ja jetzt noch der Gipfel der Dreistigkeit, wenn die was von meinem Essen bekommen würde, in meinem Kühlschrank. Manchmal frage ich mich, was die Leute so denken. Ich weiß nicht, ob ich acht schaffe. Wird eine Herausforderung. Ja, ist ja klein. Ich lass sie an. Flex 3 jetzt. Wird kurz Pizza... Alter, Stimmbruch. Wird kurz Pizza essen und nebenbei das Spiel gemütlich gucken. Dann kommentieren wir wieder ordentlich. Das Doom killt denen noch. Also, Arm ist down gegangen. Immerhin den Doom davor erwischt. Das sieht gut aus für Falcons, Leute. Sieht richtig gut aus. Ist nichts mit Extreme. Nimmt das Heft in die Hand. Wird nochmal gefährlicher später. In ein paar Minuten, meine ich. Aber, Malurin ist online. Der Doom ist online. Alter, Happy Knübeln mit dem Fachwissen. Krass. Mir fällt auf, dass es dem Timber immer wieder passiert in den Spielen. Er hat gute Plays. Er geht voll ab. Und dann bumm. Traut er sich einmal zu viel stirbt und es nimmt einem Timber halt so viel Tempo und so viel Momentum. Sehr, sehr nice Auseinandersetzung. Genau was Extreme Gaming gebraucht hat. Cool. Trotzdem noch sehr, sehr knappes Spiel, was insgesamt vom Gameplan ganz gut verfolgenzuläuft. Mh, ist echt lecker, die Pizza. Wow. Ah, sieht nicht so gut aus auf der Kamera. Gerade mit dem Grün, da ist Pesto drauf. Ja, stimmt, Dodo. Ich meine, er hat das meiste Gold im Spiel und wir meckern. Sieht für mich auch, trotz des Todes von Timber, eher wie Runde 5 aus danach. Und einem Sieg für Felken, muss ich sagen. Aber ist schon auch früh. Weiß ich leider nicht, Joe. Kenne ich mir nicht so gut mit aus. Sollte ich eigentlich Joe oder Joe sagen? Schreib eins für Joe und zwei für Joe. Joe, okay, perfekt. Das mache ich eh schon. Das war ein Gespräch zwischen mir und Joe. Lass uns mal kurz die Statistik angucken. XP gleich, Felken ist ein bisschen mehr Gold. Das ist super cool. Timber ist doch wieder oben. Extreme nochmal mit dem Angriffsversuch. Keine gute Position. Ja, ein bisschen raus mit der Stempel. Selbstendlich überlebt. Was geht das jetzt dabei? Pause. Können Sie sich gut überlegen, ob Sie den Kronon wollen oder nicht? Ich glaube, ohne Pause hätte er ihn ehrlich gesagt einfach gekronot. Aber jetzt haben Sie so viel Burst zur Verfügung, wenn man darüber nachdenkt. Er hat doch Dilation. Nee, hätte er nicht. Sie hätten ihn nicht gekronot. Der stirbt einfach. Ah, Mar wieder mit den Riesen. Weil das die Admins immer fragen. Schaut mal. Sogar mit richtigem Pizzateller. Man, man sieht gar nichts wegen dem Mühlen-Screen. Ich habe so einen Bock auf Pitcher bekommen durch eure scheiß Manipulation. Es schmeckt richtig gut. Ah, mir fällt gerade ein. Ich glaube, wir können ein bisschen vorspulen. Das geht schon. Ich bin gleich los. Der lebt noch ein bisschen länger, ne? Der Schwab, da kann das sein. Gucken wir mal. Na ja, okay. Ein bisschen. Oha. 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 Okay. Haha. Na, ich erinnere mich. Du meintest ja, du isst ungern spät noch viel, ne, Lulu? Um mich ein bisschen zu schützen, habe ich extra die Kamera wieder klein gemacht. Radian's bottom tower is under attack. Dyer's top tower is under attack. Ah, klar. Dyer's top tower is under attack. Dyer's top tower is under attack. Ah, klar. Das macht Sinn tatsächlich, ich habe die Knödel, dass du da so eine, gerade bei Alkohol, so ein Grundwissen hast. Dyer's top tower is under attack. Dyer's top tower is under attack. Richtig stark. Richtig stark. Schön gesehen. Schön umgesetzt. Ging schnell. Jetzt hätte man so viel schaden, in kurzer Zeit mit dabei. Skyback auf dir jetzt. Du hast doch schon gehört, ich will es nicht mehr so eklig. Und machst immer noch einen drauf. Hast sogar noch versucht, Jo anzusticheln. Jetzt reise ich zusammen, bro. Dyer's top tower is under attack. Wenn ich esse, will ich es nicht. Nur wenn ihr esst, finde ich es lustig. Es ist tatsächlich so passiert, ja, Dodo. Ich komme vorbei und bringe dir noch was. Ich habe noch leichte Kost. Nächster Angriff von XXS. Wieder erfolgreich. Den sollten sie kriegen. Kommt der Glimpse. Und down. Aber, Follow-up. Melvin probiert's. Static Storm sichert den Rückzug. Schön gespielt, zusammen mit der Stampede. War nur ein Support-Kill, aber sie geben sich nicht mehr diese Blößen, dass sie Overcommiten, wie es am Anfang auf der Fall war in dem Matchup. Ich finde, Xtreme Gaming ist auch spielerisch im Duell gegen Falcons noch mal gewachsen über die letzten Matches. Die Sachen, wo ich am Anfang mir dachte, ey, da könnte man noch was verbessern. Das stimmt noch nicht alles. Die stimmen jetzt einfach. Trotzdem bleibt Falcons für mich hier in einer sehr guten Position. Töten die Willow, aber diese kleinen Kills sind gar nicht so wichtig. Einfach ihr Gameplan. Wir sind bei 15 Minuten. Sie haben noch ordentlich Objectives. Haben erst einen Tower verloren. Der Void farmt. Hat aber wenig, ne? Der Void hat weniger als ich dachte. Der Void hat echt weniger als ich dachte. Es geht da schwächer als von mir erwartet. Aber es könnte noch ein kleines Problem werden. Tatsächlich. Das tut mir so leid. Ja. So kann man es auch sehen, Lulu. Morgen früh wird geschlemmt. Hm. Da könnte es knallen. Oh, die Chain. Oh oh. Das ist es nicht. My mean is down. Schönes Timing von extrem. Ihn dazu unterbinden. Double kill für Army. Ist was sie brauchen. Ist genau was sie gerade brauchen. Sie müssen noch weitermachen. Was das Thema angeht. Wenn sie jetzt die Spawnzeit abwarten. Und den Void einfach farben lassen. Wäre schlecht. Also. Weiter aggressiv sein. XXS. Alleine. Aggressiv ist gut. Aber nicht alleine. Mit dem Doom keine Chance rauszukommen. Und das Team hat den Anschluss nicht gefunden. Waren zu weit weg. Disrupt da hat es noch probiert. Aber. Keine Chance. Genau das ist nicht. Das was ich jetzt erhofft habe. Für Extreme Gaming. Dass sie nach diesem. Erfolgreichen kleinen Kampf. Sich bisschen zu weit zurückziehen. Und nur einen alleine vorne stehen lassen. Auch mega von Falcons gespielt. Den da zu holen. Um den Call zu haben. Die Oversight zu haben. Hat noch ein Ward da. In der Lane. Den zu. Dass sie den kriegen können. Bevor er Hilfe kommt. Weil gefährlich. Wenn einer von ihnen noch tot ist. Und dann vor allem noch der Timber. Ah. Langsam holt's. Geht er auf. Super. Ein Festmahl. Dodo. Graubrot. Mit Margarine. Ja. Ist sehr gut gegen Glimps. Wenn man es gut timet. Stimmt schon. Die Chain. Das letzte Stück. Dauert nur so lange. Weil es mehr Stücke sind. Weil es mehr Stücke sind. Heißt, dass wir ihn nicht mehr Verlangen sehen können. Okay. Erfolgerlich. Sollte es. Ja. Erfolgerlich. Wie ist das? Der Reaktion. Der Reaktion. Das ist der Reaktion. Der Reaktion. Der Reaktion. Hat nicht gereicht der Schaden und jetzt terrorize boah ey sing krass ich bin zurück entschuldigt das essen aber einfach saugeil geglimmst er kriegt noch eine chain raus aber da ist es bereits und jetzt kollabieren sie auf ihm und auf dem rest mit stampede am amos raus tippen schafft es tatsächlich wow ohne bkb einfach raus tippelt extreme gaming macht schon kills die sind schon stark der razer hat viel der seeker hat viel wir sind im spiel die letzten sequenzen waren nicht schlecht für sie aber die uhr tickt und der face is void ist auf dem weg zu seinem bkb und danach wahrscheinlich zum mireneer absolut heiße spielsituation ich hab das gefühl jeder kill jeder schritt entscheidet über die zukunft und den ausgang des games gerne auch den stream liken leute als kleine erinnerung würde mich freuen beides hat was für sich wenn extreme gaming gewinnt dann war es ein schöner dotter abend der zu einer guten zeit endet und der den underdog das turnier gewinnen lässt wenn feldings gewinnt haben wir noch ein spiel und es ist tatsächlich ein best of five was drei zu zwei ausgeht und dadurch bis zuletzt spannend bleibt ich weiß auch nicht was hier los ist florian aber ich glaube ich habe es auch ein bisschen mir selber zu verschulden ich habe auch so eine seltsame anzügliche anspielungsstimmung fühl dich nicht so schlecht dotter holt das schlimmste aus den menschen raus und wenn das euer schlimmstes ist dann seid ihr insgesamt recht gut es hat mir sehr gemundet wlox danke für die ähm für die pizza angriffe nennen wir es mal so es hat sich mehr als gelohnt es war tatsächlich genau das richtige heute der pizza gourmet florian und du und äh kollegen und verbündete haben mal wieder gewusst was gut für mich ist mehr als ich selber das war ein schadfixing auch noch gar nicht so schlecht ich glaube das war ziemlich nah ist der erste kurs von als nicht mega krass aber es ist auch nicht schlecht ähm dass da so ramble mazes drum herum kommen der andere tormenter geht an falcons ja mal genug spielkontrolle auch bei 20 minuten noch gegen das was extrem da aufgefahren hat um ihre eigenen objectives abzugrasen und um voll im spiel zu sein nur macht mir als sorgen dass der faceless so wenig farm hat er hat 2 1 hat 150 lastet sieht alles gar nicht so schlecht aus aber im vergleich zum ck zum beispiel ist es schlecht und er hat orchid armlet und bald bkb sehr sehr stark very strong razer senjin yasha bkb absolute macht in teamfights viel movement speed mit der windlays und natürlich seinen passiv ja da war das hast du recht wie lox habe ich jetzt gemerkt wie viel geld von der millionen bekommt der erste platz 300.000 der zweite 150.000 und der dritte bekommt der platz 80.000 80.000 stimmt die anatolische hammel klappstuhle herbe niederlage wie konnte ich das fahrer vergessen herbe niederlage aber nur weil ich keinen döner hier hatte sonst hätte ich mega bock drauf gehabt ne nur 300.000 ist echt nicht viel finde ich auch also ich würde überhaupt nicht versuchen das zu gewinnen furchtbar 300.000 dollar nein es ist fast immer 300.000 eigentlich in jedem ein millionen dollar turnier was sich so als preispool für die tier 1 dinger durchgesetzt hat die sl1 dream league und so weiter kriegt der gewinner 300k und natürlich dazu den eventuellen in weit die höheren in weit chancen ins ti und auch via masters möglichkeiten selbst abgesehen von der dream league ich glaube via masters ist schon im juli oder so oder im juni da geht es dann natürlich um millionen über millionen diese preisgelder sind mittlerweile super relevant wenn du nicht grad die rad masters gewinnst weil das die ein nicht mehr so einen großen preis pull hat so glimps auf amal er macht die schivas noch mal an in freudigem optimismus vielleicht noch kurz leben zu können und gegner zu slow und dann ist er down und extreme gaming holen sich nach der enge noch den richtigen hack braten das war schon ein guter stundenlang gezogener zwiebelrost braten den sie gefunden haben in doom schmeckt der ist von innen aufgekocht der sieht ja auch schon so aus könnte in roche öffnen sie greifen ihn zumindest mal an 25 sekunden sie haben noch ein bisschen fantasy übrig dann sinkt der schaden halt haben kein so kranken roche damage ist schon der smoke bei falcons und sie laufen in die richtung das ist ein langsamer roche es ist ein sehr langsamer roche bkb steht chrono natürlich zur verfügung sie merken das wird nichts sie merken es zu langsam toll gemacht von extreme gaming aus diesem rausspitt raus zu gehen wären sie drin geblieben wäre es glaube ich schlecht gegangen dann deckert der timber rein mit bkb dann kommt der voit hinterher sie brechen den smoke falcons hat gerochen dass extreme gaming sich zurückziehen aber nur armee aufdecken können bisher jetzt noch die why krit rennt auch ganz schnell findet bar schweck nachdem der disrupt der glimps gefunden hat und somit stirbt er selbst weil glimps nicht für den kill in kill verwandelt werden konnte glimmer aufs geht da der kann auch mein daher xxs wird verbrannt wird angegriffen das schon ordentlich leben verloren infernal bleibt ist natürlich ganz nice und sie kommenten tatsächlich die chrono und die bkw er ist level 15 er macht nicht so viel schaden in der chrono xxs überlebt kriegts den petros snacking stirbt auf jeden fall es geht das noch mal weg probieren sie es trotzdem noch ein dagger und ein snipe versuch von marine kriegt den kill tatsächlich weil sich sand baiten lässt dachte nicht dass marie nach so einem jump noch bkb hat und sie die ganze zeit zurückhält also es hat wirklich noch geklappt hätte es aber eigentlich nicht er hat daneben geschossen am anfang dieses versuchs also irgendwie hat's verhältnis noch halbwegs gerettet sie kriegen den send und klar haben sie große cooldowns committed und verlieren wahrscheinlich rosch aber weil extreme gaming so langsam mit rosches wäre das ein ganz schönes projekt in jetzt zu holen vielleicht trauen sie sich nicht mal dann wäre es schon ein großer sieg für sie rosch verteidigt teamfight gewonnen auch wenn es nicht viel war was passiert ist und nur ein bisschen cooldown abhängigkeit guten abend chris glaube ich dir sogar wloks nein die anderen plätze kriegen doch auch noch kohle dodo das geht bis nach ganz unten die preis geld verteilung warte ihr seid gleich wieder voll im game mit mir sorry für die kleinen frame drops so vierter kriegt 50.000 fünfter bis sechster 40.000 siebter bis achter 30.000 und selbst zum beispiel der 23 und 24 also die letzten gegen noch jeweils 10k was ich ganz gut finde ja sehr geil von falcons der angriff hat sogar irgendwie geklappt aber im endeffekt kriegt jetzt extreme gaming wenn auch auf anderer seite dann endlich rosch trotzdem es hat zeit rausgezögert ist der erste rosch und extreme gaming ist meiner meinung nach hinter ihren timings gut da glaubt mehr an sie der algorithmus denkt 65 prozent für mich ist das hier echt ein volles 50 50 sie kriegen jetzt das egis dadurch ist es für mich ein 50 50 das kann wirklich komplett in beide richtungen gehen der void braucht einen guten kampf und das ding ist komplett in der im anderen lager aber hat er noch nicht bekommen wenn er den million hat und level 20 kommt der erste moment wo ich sage jetzt muss extreme sehr sehr vorsichtig werden auch late game timber grad in den händen von amma ist nicht so schlecht wie man denken könnte und sein sein spiel ist okay ist es geht noch er ist ein bisschen abgefallen wie wir es von dem helden gewöhnt sind obwohl es dafür eigentlich viel zu früh ist aber er ist halt dann doch ein paar mal gestorben weil er over committed hat und das jetzt viel passiert aber er ist gefährlich er ist stark und der doom auch gleich noch der bkb schieber stegger ist demnächst fertig der timmer hat irgendwann agar ist auch nicht mehr so weit entfernt und doppel schakram mit der und bkw ist so eine kranke kombo das macht so viel schaden in so kurzer zeit gerade bei dem der kann das halt gut spielen wer ist es hat jetzt ein hyperstone gleich den mir also fällt es ist wirklich auf dem weg in eine spielsituation bei der schwer für extreme dieses eges diese vier minuten sind ja sehr entscheidend für sie ich denke in denen muss extreme paar sachen reißen sonst kippt das ganze langsam guten abend tony tred das schutzgeld darüber reden wir hier nicht timba tank timba tank timba tank er kriegt die bkb nicht raus sie erwischen wieder den timber nice ich habe gesagt sie müssen was machen sie haben was gemacht marine hat sich zu weit vorgetraut er stirbt er dachte mit der bkb kommt er da irgendwann auf jeden fall raus und ich auch ehrlich gesagt irre dass sie ihn bekommen haben aber was jetzt die 60 sekunden einfach auslaufen lassen den wollte dabei fahren lassen wäre immer noch nicht schlecht für falcons bedeutet übersetzt extreme gaming wird den druck aus bauen müssen und die jetzt noch 40 sekunden gut nutzen müssen tun sie auch sie gehen auf der bot lane schon in richtung tier 2 vielleicht erwischen sie ja sogar noch die eng oder den doom oder sie werden erwischt wer hatten die linken es ist gar keine linken was hat er denn da für ein schild vielleicht war das solar quest und das sah für mich komisch aus naja mjöln jetzt auf jeden fall da und extreme findet gerade nichts anderes mehr sie suchen aber sie finden nicht falcons schinde zeit oh die willow vorsicht willow vorsicht willow ok ama hat zu viel respekt da ist ja auch der cent im rücken deshalb bumbl maize trifft ihn macht bkb macht cheevers doom die willow kriegt aber gerade noch shadow beim raus und er merkt das wird nichts mehr tp draus trotzdem alles zeit alles eges zeit eine bkb bisher und ein timber saw das haben sie bekommen mehr nicht doom dann in 100 sekunden wieder da ja war aber nice von ihnen max war echt nice ein bisschen risky auf jeden fall hat aber irgendwie funktioniert gut gemacht ja ist bewusst benno muss ich machen sorry dafür aber ist verpflichtend hat der turnier veranstalter so entschieden immer noch am spiel in turks steht gerade 2 zu 1 zu extreme gaming und wir sind in der sehr sehr heißen phase der vierten runde angelangt die wirklich auf messers schneide steht also das kann so schnell jetzt kippen in ein in die eine oder andere richtung und die zeit spielt für fettens der phase ist gleich 18 dann gibt es schon mal level 3 chrono der will 20 ist dann noch mal wichtiger und da hatte ich ja schon gesagt wenn eges abgelaufen ist und der wollte schafft 20 zu sein es wird ein bisschen länger dauern selbst aber schon davor wird langsam etwas schwieriger deshalb müssen sie angreifen und das tun sie auch wieder diesmal ist es der doom der ck und stampede zum opfer fallen sollte aber die krone um das ganze zu vereiteln xm kommt dazu saugt ihn an der arme anna wird wahrscheinlich trotzdem sterben army geht down die krone und noch ein bisschen mehr mühe danach haben dann im endeffekt gereicht aber drei gegen vier situation extreme in der überzahl mit dem eges tragenden razor und das war ein starker glimps mit static storm zusammen unglaublich gutes wichtiges play davon dem disrupt da ohne welches glaube ich auch diese auseinandersetzung nicht so nice geworden wäre sie hatten zwar kills gemacht aber sie hatten ihren ck verloren da wäre es weg gewesen mit dem kill auf den void und noch dem anschluss kill danach war es dann natürlich auf snaking war es dann natürlich richtig nice das war in letzter sekunde richtig richtig knappe enge kiste was so strategien hier angeht gerade noch mit den letzten eges müß den kampf irgendwie vom zaun gebrochen die chrono bekommen der hat mich auch ein bisschen überrascht die chrono von dem facelister an der stelle und dann ist es halt so dass falcons auch wenn es zwischenzeit okay ist und auch wenn sie den ck irgendwann nach der chrono bekommen eben in dieser offenen kampf situation sind diesen der sie so lange ausgewichen sind und vor ihren timings vor allen dingen doom hat aber jetzt wieder doom das hat ja auch gefehlt er hat du immerhin dass der phase ist immer noch nicht level 20 das wird jetzt noch länger dauern als ich dachte durch seinen tod ck wird hart besitzen demnächst schöner kleiner kill von marine easy going und ja natürlich wird extreme gaming weitermachen da ist eine linkes auf dem racer rosh in zweieinhalb minuten frühestens in zweieinhalb minuten sollte falcons an dem punkt sein wo sie ums ross spit kämpfen können denke ich würde aber auch wieder eher eng bin ich ganz sicher ob sie es schaffen und ob sie es dann auch machen wollen schad an xxs das ist ziemlich nice sand macht mit double edge dann echt viel schaden was macht ritter aber sie kommen zusammen ich habe mir nicht gesehen doom ist auch da irgendwie dachte ich der ist allein ich weiß nicht wieso sind alle da machen bkbs kriegen keinen kill das muss ich mir noch kurz angucken was habe ich da übersehen ich glaube ich nicht bemerkt aber ich habe den smoke nicht gesehen ah ja ich habe den smoke einfach nicht gesehen habe auf den void geguckt und dachte sind weg tolle bkb übrigens von army an der stelle super krasses terrorize perfekt counter initiated von extreme fagings versuchen sogar jetzt schon sie werden jetzt schon aufmüpfig sie greifen jetzt schon an auch wenn es jetzt hier gerade nicht geklappt hat das war aber halt noch tot deshalb haben sie es probiert es geht er eine ganze weile gebraucht um aufzuschließen aber er ist durch twin geld gekommen also irgendwann wäre der kampf länger gegangen hätte er es vielleicht geschafft mit einer krone noch aufzuräumen also falcons stechen immer mal wieder zu aber die reaktion von extreme war in dem fall hier einfach zu gut weiß ich nicht dodo habe ich nicht darauf geachtet ja ich würde sagen ich würde sagen also hier steht ja 75 25 dem das ist für mich nicht so für mich ist 50 50 gerade sogar eher vielleicht so 55 falcons schon aber ja sehr sehr ausgeglichen sehr sehr knapp er geht es gar die als nächstes machen wo ich öfters so ganz werde ich damit nicht warm immer ich finde es nicht so geil ich kaufe ist einer der wenigen auf denen ich nicht ganz gar die kauf und ich liebe es gerade aber es wird schon seinen grund haben ist sehr etabliert in der pro szene und es ist ein großes neues item was bald aussteht und ihn garantiert stärker macht jetzt sind sie wieder im smoke solar quest ist schon drauf finden sie die chrono könnte gut sitzen auf beide mit dem bar schweck er kritz bar schweck erspart sich die chrono weil er weiß sein team ist da den ck gedoomt stampede rettet ihn erstmal noch der andere tippet raus aber ck selber die zeit läuft ab das war's und das ist es falcons dreht das game so langsam merkt man sie werden aufmüpfiger sie werden dreister sie wissen dass ihr line up immer immer stärker wird und das extreme noch nicht mal die t2s eingerissen hat nicht mal die haben sie bekommen brosch wenn das ein frühes wie es einen frühen respawn gibt da wird falcons den auch nicht direkt snipen können glaube ich ehrlich gesagt selbst wenn er jetzt in 30 sekunden kommt obwohl 30 könnte gerade zu reichen mal sehen er kommt in 1 50 alles klar das hat sich erst mal erledigt der gedanke aber superkampf von ihnen da oben super gank besser gesagt auch das geht ja die chrono zurückgehalten hat genau das richtige play des bar schweck von krit junge junge war lecker hat gut geschmeckt selbst cent kriegt schon angst wenn da irgendwie so ein timber kommt mit agar und allem muss da vorsichtig sein irgendwann ist der void daneben ohne ck wollen sie nicht kämpfen und der faces hat sein level 20 jetzt sind sie an dem punkt angekommen und sie hatten davon nicht allzu herbe verluste die uhr tickt immer lauter für extreme gaming wird es kompliziert glebe näher ist fertig doom hat auch gleich sein nächstes großes item fertig sein octa core der disrupt da geht agar aber erst nach der drum ist ja schon drüber gefacht sind wird wie das theoretisch sehr gut gegen void sein könnte wenn er ohne bkw reinspringt um zu chronen und der stop da ganz schnell reagiert vielleicht eins der plays die sie hier noch retten können vielleicht aber auch nicht cent ist echt hanky eternal shroud bkw hart das sollte nicht primär ziel von falcons sein das ist gut das stimmt ja das kann sein aber ich finde es trotzdem irgendwie so du brauchst halt erstes gadi und da brauchst du noch ewig weil du dann meistens buyback brauchst plus refresher und selbst wie fäscher ist zwar sehr stark auf heute aber auch nicht in jedem spiel ein must buy zum beispiel hier finde ich gar nicht dass wir fäscher sein muss obwohl revidier ich tatsächlich ist doppel chrono hier sehr sehr gut in dem game ist wirklich sehr sehr gut also vielleicht doch aber du hast recht es erhöht den mana pool die meisten anderen items die ich dann gerne auf void baue die sind nicht so gut für wie fäscher du kannst halt man da kaufen auch auf dem ganz gut und man da gibt zumindest zehn intelligenz es gar die gibt aber mehr es gar die gibt 22 also 12 und mehr schon ganz gut für den mana pool hast du recht es wird wahrscheinlich einer der großen gründe sein warum sie es kauft macht man nicht weil es insgesamt einfach nicht stark genug ist die wenn irgendwann macht man es dann doch oder holt sich von ross ist ganz gut gegen enigma zum beispiel wegen black hole aber es ist es ist einfach es ist nett aber es ist nicht stark genug um das agar zu rechtfertigen dann gibt es bessere wahlen trotzdem super legitim ein agernems of void kann schon einiges aufheißen ist nicht super scheiße wollen max die million wir sind sehr geile unten ja spannende spiele auch gerade könnte in 22 werden und wir gehen in die volle länge heute ach danke toks mich hat es auch recht gefreut mal wieder mit euch zu streamen war ja schon wieder ein bisschen herner deshalb saugeil dass es so gelungen ist dieses der kleine mini stream marathon und umso schöner wenn es euch auch spaß gemacht hat noch ist nicht vorbei aber ja wir sind kurz vorm abschied ich sehe dich aus und fühle dich wie zu hause gesäle dich mitten im sandwich mein gott wie lange ist denn das er jetzt hier noch haben sie ja gerade geholt also 430 razer refresher linkens bkw very strong da finde ich zum beispiel in agernems grad mit dem item bild echt nice mit dem nächsten roch spätestens sollte finde ich der razor das nehmen sie spielen so oft gerne auf dem chaos knight mit dem ganzen split push und dem teamfight chaos könnte auch funktionieren aber noch haben beide keins also extreme kriegt des eges da hat falkens sich überraschend rausgenommen so noch sich zeit gelassen ist matchball wenn extrem das gewinnt haben sie das turnier gewonnen und falkens den großen großen favoriten als underdog schlagen können aber ich finde immer noch auch wenn jetzt das eges an sie ging und weil sie ja groß sind und hell die ganze zeit dass falkens halt in einer sehr soliden position sind also ich wiederhole normal ich gehe nicht mit den 70 mit das ist ein 50 50 vor dem eges hätte ich sogar gesagt 60 schon für falkens weil da liefen die sachen echt gut für sie jetzt macht es ein bisschen komplizierter tatsächlich und die itemisation von falkens die sitzt die item bild sind ziemlich ziemlich gut aber ja der void erreicht langsam krasse stärke und er geht jetzt auch das refresher mit dem skadi dann zusammen easy möglich zwei chronos zu setzen mal gucken ob er sogar den wirkungsbereich nimmt ich habe da mal angst dass ich fehl chronos setzte für die mich meine teammates hassen deshalb nehme ich den nicht nur ehrliches geständnis hier extrem greift an sie wissen ja auch ne es wird zeit wir sind jetzt schon bei 38 minuten aber sie haben ordentlich items gesammelt sind sehr tanki sie haben eges sie haben cheese razors auch ein toller cheese trager jo 217 redwig sauna ist danke euch für die anteilnahme a o e ein eges ist weg kommt erst mal noch mal weg und geht da geht rein chrono einfach nur den ck ob sich das auszahlt der ist in der bkb sie machen schaden aber nicht wirklich viel und arme kriegt phantasm raus es ist ein messer schneider steht an der spitze sie kriegen ihn tatsächlich frostbite und super viel schaden durch marine sorgen dafür dass das team nicht rechtzeitig reagieren kann ihn nicht retten kann und extrem gaming wird zurückgeschlagen jetzt der cheese auf xm sorgt dafür dass er noch mal reingehen kann macht wie fäsche an bkb eye of the storm ist voll drin wollte kann gar nicht rein scheinbar und deshalb so lohnt er mehr oder weniger den timber aber auch nicht xm muss aber langsam vorsichtig sein eigentlich ist doch extrem schon besiegt na endlich jetzt stirbt auch der razer aber kommt raus gerade so wie gefährlich sie noch geworden sind schaut mal was der send tank den haben sie natürlich gut ignoriert bis zum ende ja und das meinte ich mit das spiel ist einfach total knapp und voll auf messers schneide ich glaube das war richtig von extrem gaming das zu probieren ich glaube wirklich der anderes versuch war korrekt weil es wird nicht leichter aber verhältnis ist halt in der stufe wo sie auch schon voll gegen halten können und der kampf kann echt in beide richtungen gehen wenn er aber in eine deutlich geht dann kippt es und dann sterben alle sofort oder über kurz oder lang und können es nicht mehr drehen dieser go hier das egis so zu bekommen was marine dafür arbeit macht was der für einen schaden macht den stomp fand ich seltsam muss ich nochmal erfolgen dann fand ich ein bisschen komisch aber gut jetzt kommt der bisband und das war das seltsamste von falcons aus meiner perspektive aber es hat ja geklappt dieser dieser diese chrono hier weil er überlebt die aber nach der chrono sie hält den halt auch fest ist wie ein dauerserselbe nach der chrono läuft die bkb aus und das habe ich nicht bedacht aber falcons hat es eingeplant timber steht nämlich schon bereit er macht fantasy und ich denke oh nicht so gut aber er hat jetzt kein mana er keine leben mehr und amal infernal bledet ihn auch noch und jetzt kommt der timber rein haut sein whirling das raus zieht ihm irgendwie auf einmal alles ab mit schakram zusammen verfolgung ist aufgenommen line up bricht langsam zusammen und auch eine sache die daran sehr interessant ist sie haben ja noch cheese auf dem raiser aber durch das doom ist er rausgegangen weil er muss weil er sich nicht heilen kann und weil er sonst sterben würde bevor er es verwenden kann er muss die ganze zeit warten also geniales doom razer doom ihn dazu zwingen nicht im kampf zu sein den hard carry töten und wenn er jetzt zurückkommt was er auch tut ist überzahl positionen gegeben man sieht ja wie aggressiv wie gefährlich extreme gaming trotzdem noch sind obwohl ihnen der der chaos night fehlt ja also sie gehen ja jetzt hier rein und machen trotzdem noch action weil sie endlich wieder dota spielen können aber sie sind so wenige sie sind noch drei dass ich von dem von einem team auf dem level gekaltet werden können die kennen ihre grenzen er kriegt ein kill der ist auch gut aber naja aber die überzeit position zahlt sich einfach aus in der zeit stirbt der erste dann sind sie nur noch zu zweit gegen vier dann stirbt der zweite dann stirbt der dritte und amal kommt eben auch raus weil das gut kalkuliert vielleicht minimal lucky aber dass wenn er da stirbt ist es natürlich insgesamt ein erfolg verfolgen ist also extreme gaming mit ihrem egis zurückgeschlagen und was hier den algorithmus wahrscheinlich überrascht stand schon eine weile aus war zumindest mein eindruck feld mit dem fragezeichen jetzt in einer sehr sehr komfortablen lage was die spielsituation angeht der faceless void ist richtig stark vor die hudwig hat voll viel gold bekommen in dem kampf sogar noch mehr als der faceless die level sind auch da jetzt na also die level die sie haben 19 23 24 21 21 die können sich sehen lassen melwin ist fast level 25 was kriegen der da irgendwas starkes glaube ich zweiter chakram ah warte mal ach ja ich vergesse immer dass agar so dumm ist schon so lange her ich weiß ja dass agar reactive armor gibt und ich habe auch gesehen dass er die hat natürlich aber ich vergesse immer dass er kein doppel chakram hat wenn er agar kauft er kriegt es auf level 25 was seinen burst noch mal enorm erhöhen wird also dieser late game tim banner ich habe es ja vorhin gesagt underrated und und extreme muss jetzt sie können noch gewinnen sie können noch gewinnen aber ich muss jetzt krasses total spielen das agar auf das war da wäre sehr sehr wichtig wird schwierig für sie es geht da in bedrängnis geführt geschlagen warum kann man da nicht raus kann mir das jemand erklären er hat doch bkw an muss gleich noch mal angucken irgendwie haben sie skater getötet irgendwie irgendwo irgendwann fängt extreme gaming zukunft an wahnsinn was für ein kill double hilfe arme die haben bei back aber der kam für mich wie aus dem nix wie haben sie den denn jetzt umgehauen hier ist noch alles gut die welt ist in ordnung die blümchen sprießen gut nicht bei da ja aber ihr wisst was ich meine und jetzt gibt es da den kampf sind auch nur drei da von extrem hier skater so bkw ist an hä ist cool dann der time war das ist einfach cool dann er time walkt hier rein und unterschätzt den schaden der arme hat sofort target gewechselt ist einfach cool dann wie verrückt man was für ein verrückter tod auf dem gold ja und das übrigens auch was er hat keine chrono und streng genommen war das total unvorsichtig von felkens und von skater vor allem dass er ohne chrono in der situation da rein geht weil er hat den kampf gewonnen er hat die zeit gehabt wieder auf chrono zu warten das waren jetzt noch zehn sekunden und er stirbt ohne chrono einfach random indem er in chaos night time walk der fette items hat wow ja genau max einfach jolo reingesprungen total totales misplay muss man ehrlich sagen sehr 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 unkontrolliert sehr unvorsichtig überschätzt sich und sein team weil einfach extreme gaming gerade einige tote hatte und jetzt haben sie die nächste chance die wurde ihnen aber geschenkt von felkens die wurde ihnen richtig geschenkt extreme gaming kann das spiel auf jeden fall noch mal gewinnen jetzt an dem punkt einfach weil falkens eine hoodwink für 50 sekunden fehlt und sie zu beibex gezwungen werden sie haben noch chrono also man muss immer noch vorsichtig sein ich gehe auf die beibex situation wir sehen marine lauert schon er will bürsten er bürstet xing xing oh mein gott er hat shadow ram raus bekommen aber stirbt trotzdem könnte beibex marine mit der bkb raus aber danach gestunnt zurückgezogen mit dem static link noch mal weg das war ein refresher oder ja refresher orb doppel bkb nächste chain also marine macht hier die plays jetzt das jules ewig überleben endlich hilft ihm mal jemand aber er hat kaum noch ap kriegt die reaktive armor raus und es raus wow entkommt also skater mit der krone nach dem beibex gut gesetzte krone wird aber gestunnt von chaos hat und geglimpst von die war er hat keine bkb angehabt oh nein doom stirbt extreme gaming können sie es machen können sie es gewinnen impetus von snaking ergibt noch mal alles bräumt zurück das beibex wird respektiert sie gehen raus schlau gespielt wahrscheinlich ist jetzt nicht zu übertreiben da war auch schon der ck mit fantasy im ausgebrannt warum ist die ane hier zehn sekunden cooldown hatte die bkw noch deshalb hat er sie nicht gemacht zehn sekunden cooldown wow was auch so geil gemacht von von dem ck mit dem stand und auch das glimps natürlich von die bei schnell reagiert aber ist noch nicht vorbei ist noch nicht vorbei sie halten sie halten die base aber sie investieren viel und huiuiui das ist hart weil auch ihre buyback situation gelitten hat der faceless hat kein buyback mal sehen widrig stimmt bei ihr und vor allem er spielt das gut mit dem mit dem timber das sind ja auch viele knöpfe die man schlau drücken muss und er drückt sich schlau wer hat da eigentlich ihn gejewelt weil das jules kam mir nicht so gut vor das war auf jeden fall natürlich nur nur extreme hat jules aber wer war das das jules auf dem timber das hat ihm eher geholfen war mein eindruck nächster angriff 20 sekunden noch kein buyback auf dem doom ihm fehlt gold das weiß extreme gaming also nicht ob er buyback hat aber scheinbar vermuten sie dass es nicht besitzt weil er es davor schon verwendet hätte könnte sein also gratis wächst oder was in zehn sekunden ist er da ah chrono ist auf cooldown wissen sie halt auch klar der chrono cooldown den habe ich vergessen 60 sekunden noch chrono cooldown oh jump versuch wird sofort gesilenced aber dafür wird sie reingeforst oder herangezogen von reality rift so oder so muss die enge wahrscheinlich gleich buybacken ohne chrono können sie allerdings nicht wirklich kämpfen sie verzichtet noch es steht auch noch ein tier 2 in der letzten lane den können sie nicht holen plötzlich sind sie weg bei den lanes extreme gaming ist echt kurz davor das turnier zu gewinnen sehr 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 gute sequenz von ereignissen seit hier dass der fehler von falcons passiert sie hatten es geschafft sie hatten den holz sie hatten die situation wo sie locker 60 65 prozent siegschance haben mit dem line-up in der spielphase und dann rennt der void rein stirbt einfach so muss buybacken wird in der chrono zurück geglimpst weil seine bkb auf cooldown ist eine reihe an absolut furchtbaren eignissen für skater und jetzt haben sie zwei lanes sind super stark haben ihren gold und xp vorteil zumindest wieder halbwegs zurück ist sehr ausgeglichen ich dachte sie sind weiter ist weiter bei extreme gaming gerade nach der doppelbacks nicht gedacht dass vom gold noch so knapp ist ich dachte es geht jetzt steiler nach unten aber ja die gesamtlage ist echt sehr solide für sie und vielleicht justieren die grafen auch noch so ein bisschen die fäsche auch noch nicht dane hätte alles so anders laufen können so ein knappes game man 200 gold fehlen ihm dann hat er refresher das muss falkens abwarten ohne witz die haben zwar nur noch eine lane aber wenn der void mit dem refresher gute arbeit macht in dem kampf dann sollte das trotzdem noch richtig gut drin sein für falkens also braucht extreme den nächsten vorteil rosch eges wäre super plus agernems noch und so ja vielen dank aber es warnt auf der agernem seite jedoch erst in zwei minuten falkens hat alle zeit der welt dass wir fäscher zu fahren ist jetzt passiert ist liefern zu lassen und dann in richtung rosch zu smoken genau das sehen wir hier danke für 232 zuschauer sogar hammer ok sie treffen aufeinander hootwink ganz vorne gefährliches spiel spielt er da ich will doch mal so ein edles waschweck von hootwink sehen rosch erst in anderthalb minuten wissen die teams natürlich nicht wurde gebrambled passiert nichts kein follow-up doppelschakram damit die bäume auch wirklich gefällt werden positioning spiel von beiden seiten ich würde sagen extreme steht ein bisschen besser aber falkens ist so gefährlich mit dem faceless jetzt schon send und sein windwaker schwierig die alle zu erwischen kaum gold vorteil kaum differenz ist praktisch bei null bei 46 minuten sehr sehr selten so eine situation jo delicious danke für deinen like den brauche ich gerade noch wie du gesehen hast windwaker rettet den send erst mal faceless void committed natürlich nicht nur auf den chrono wäre auch trotz wie fresher falsch der send ist echt tanki der 6000 leben springt die enchant die stand zu weit vorne ganz alleine da wird ein bisschen gepokt jetzt hilft marine hier vertreibt wie in so einem horrorspiel über flammenwerfer den send und skitter chrono den seeker schlägt drauf macht refresher für die nächste bkb oh nein er kommt raus skitter timework eine chrono hat er noch springt nochmal rein aber wird ausgesaugt hat sehr viel schaden verloren oben arme noch am juken noch am kiten doom of razor ist perfekt aber muss aufpassen schafft es aber weg zu kommen und jetzt kommt der seeker dann nicht ran der kann ich zuschlagen er stirbt die illus haben ihn blockiert und er verreckt und extreme gaming muss zwar zweimal beibecken aber ich glaube doch nicht ich dachte sie gewinnen das richtig deutlich jetzt aber der seeker ist noch gestorben durch snaking und durch hoodwink überraschungskill immer noch ganz gut für extreme gaming das alles mal sehen ob sie raus bekommen aber sehr 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 interessanter kam sehr 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 spannend armer armer skitter das war so bitter er aktiviert hier schon mal refresher ich glaube er hat die zweite bkb zu früh aktiviert aber vielleicht doch nicht ne ne er time das ziemlich gut alles gut hat er nicht hier das war so krass mit dem silence jetzt er hat sie eher zu spät aktiviert nicht zu früh er kriegt den link nicht gebrochen was auch sauscheiße war richtig schlimme situation aber dann kommt amma mit dem doom da hinten hier geht es auch ab aber das interessiert uns nicht und dann springt er hier rein und der jump ist gut auf das doom ziel und er kommt nicht ran wegen den illus er wird geblockt von allen seiten amma findet sein stand ist gesilenced ist down und die zweite chrono kommt nicht mehr und das war so schlimm für sie und jetzt denke ich okay extreme gaming hat das sie mussten bei becken razors in dem doom ja noch gestorben so hab da ebenfalls aber dann töten sie einfach noch arme zu zweit weil arme nach vorne rennt weil er denkt die carries sind tot ich kann das easy machen unterschätzt dass krit einfach desolator hat desolator gleibnir und snaking ja auch mit der pike und dem solar quest reinhaut extreme verlieren ihren chaos night falkens gezwungen zurück zu typen kommen mit zwei blauen augen davon ziemlich verwundet aber noch nicht aus dem game raus das verlangsamt natürlich extremes roch projekt ungemein und auch den push und das sollte drin sein da noch mal einen kampf mit dem void zu haben und dann vielleicht auch mal mit zwei chronos das war schon eigentlich ist auch wieder von skater ziemlich unglücklich weil er macht die krone auf einen der sehr tank ist aber ist der ck gutes ziel gerade vor fantasy weil dann ist er geschwächt wenn das benutzt haut 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 und dann doppelt kronot er ihn nicht er lässt ihn windwake an und er macht die bkw nicht vor dem silence wer auch was auch immer dahin gesagt hat irgendwas silence da und dann macht er sie aber noch kommt aber nicht aus dem link raus mit time walk verschwendet die zweite bkw benutzt keine krono keine krono und stirbt eu laborat es wurde erhört habe ich nicht so darauf geachtet aber ihr seht es nackt kann gut sein dass da vorne auf der türme standen ich meine schon okay entstand bei beck alles gut nicht so wild sieg hat mittlerweile auch bei weg aber wird er nicht machen nur noch 20 sekunden extreme entscheidet sich mit dem egis für den push ich meinte ich glaube der void schafft es noch oder schaden xm muss aufpassen dass er nicht gleich egis verliert timmer muss aber auch aufpassen dass er nicht stirbt er hat hier kaum noch kapazitäten sich zu schützen nally feiert aber sein team ist da sein team ist da und der cent ist vor allem gedoomt selbst cent muss vor marine wegrennen in dieser spielstufe void in 20 sekunden wieder da eine krono hätte er bald zwei am a kriegt die bkw raus xm aber immer noch des egis und am a kaum noch hp übrig doom of cooldown 70 sekunden das wird erstmal nicht relevant da ist es weg sie haben das egis gekriegt marine ist noch mal reingesprungen mit seinen support zusammen die beiden supports machen hier so viel schaden von feldens halten richtig gut dagegen void ist da und extreme merkt sie schaffen es nicht sie kommen noch nicht durch egis ist auch noch weg also nicht mal das haben sie jetzt noch sie haben bestimmt irgendwie ein agernems blessing jemandem reingestopft der seeker jetzt nicht der razer hat es genommen nice das hatte ich mir auch gewünscht razer mit agernems super geil jetzt gerade auch in der situation macht auch gebäudeschaden sehr viel das refresher dazu ja kriegt auch richtig rein der timber mit hoodwink und mit ancient twist zusammen die snipen immer wieder irgendwelche wichtigen ziele raus und es geht schnell ja ich weiß du mich stört auch schon ich habe es extra nicht erwähnt das ist ein bisschen nervig ist so geil weil mittlerweile falcons angekommen ist wo sie wollen aber extreme die ganze zeit vorteile ausspielt gold vorteile xp vorteile aber vor allem hier in dem spiel eher egis vorteile lane vorteil objekte vorteil sowas mapkontrolle und deshalb ist es so ein übelstes ringen bei der situation ist zwar wichtig wir gehen noch gleich wieder rauf aber einmal noch das vermögen abchecken hat sieht man natürlich der razer vor allem aber auch alle so ein bisschen mehr gold haben sie wegen den jüngsten ereignissen sieben prozent ah jules root static storm alles drauf der ist so tanky er ist so tanky aber nicht tanky genug für diesen razer er stirbt tatsächlich ein eye of the storm obwohl es geht er helfen will mit der doppel chrono erste chrono ist da zweite chrono ist da diesmal macht das genau perfekt mit der bkb und allem terror ist kann ich auch nicht treffen aber 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 sie sind zu tanky der late game faces macht nicht genug schaden durch die beibex reicht es aber vielleicht trotzdem wieder doom auf den razer marine ist dran und a die haben so viel gefressen sind nicht gestorben aber haben so viel tanken müssen dass sie jetzt natürlich vor weg rennen müssen der razer ist schon dauernd kritt hat ihn mal wieder gesnipt nachdem er mit nachdem er gedoomt noch weg wollte der timber hat auch mit anderen sachen noch geholfen wie flames rower chakram und so weiter ist nur der razer der rest kommt raus gut gemacht von extreme würde ich sagen in der situation felkens muss sich zurückziehen müssen verteidigen die doppel chrono hat eigentlich gesessen aber da gab es kaum follow-up weil felkens noch nicht ganz komplett war und sein schaden reicht nicht hat man da ganz gut gemerkt sie erwischen die endlich der hat keinen beibex oh das ist nicht gut hat sie nicht aufgepasst da noch stehen zu bleiben hat nicht damit gerechnet das extreme das turnt und noch mal umdreht ins alte kampfgebiet zurück marschiert ich mein schaut euch die leben an und die items chaos knight ist voll tanky der razer ist voll tanky der hat auch butterfly es gibt keine mkb bei void er will jetzt nullifier kaufen skadi refresher sind nicht so die damage items also er macht gar nicht so viel schaden ich finde echt empfehlt da ziemlich deutlich schaden und ich glaube das sollte jetzt mkb sein und nicht nullifier aber gut er ist geglimpst er ist im aga static storm er kann nicht raus so kann man es auch machen extreme gaming alter ich glaube sie haben das turnier gewonnen disruptor zeigt wie es geht köstlich sagt marine findet aber gar nicht stimmt gar nicht eine kleine wut träne die darunter läuft während er das macht bevor wir wahrscheinlich gleich das spielende sehen lasst uns das noch mal genießen das will ich unbedingt noch mal angucken er hatte auch bkb noch cool und ich war mir nicht ganz sicher 30 sekunden hier schon allein das ne so nice gespielt und dann der glimps also für die vision in thunderstrike zuerst absolut geil gerade so eingesperrt es war perfekt geteilt er wäre um einen müh rausgekommen um ein haar sein team kann ihn da unmöglich retten es geht einfach nicht er wird zurückgezogen war schweck trifft dadurch nicht fast für ein kill von die was für eine aktion im late mit dem aga nimmst gegen den void wie befürchtet auch dass sich das hier noch auswirken könnte aber der kampf davor war auch schon nice wie sie die krone überleben wie dem wollte dann im endeffekt doch ein item fehlt er hat das wenigste gold aller kurs und dann ist eben dieses late game monster nicht ganz so beeindruckend wie normalerweise trotzdem gefährlich aber nicht ganz so beeindruckend ist es das gewesen vier gegen drei keine beiwärts für die enge oder den void und der jump auf den doom überlebt erst mal noch wird terrorized dadurch überlebt sie sind ebenfalls die lanes sind weg mega creeps sind da der swan liegt brach bald ist razer da der kommt auch vor den beiden der könnte travels kaufen verkauft was kauft travels ist auch dabei klar versuchen sie es müsste auch klappen dumm stirbt direkt kann nix machen hat aber noch bei weg kann doch mal rein mit bkb schäuvers und alle muss aber machen bei weg bro da ist es jetzt geht es rein marine ist vorne wieder am übelste place machen so und alle von der fountain weg ist ein allerbester freund die darf nicht fallen in zehn sekunden ist der razor da ob er travels kauft ich würde es wirklich tun ich würde hier irgendein item verkaufen und travels holen sie jumpen stampede static storm sitzt sie wissen der dumm hat kein buyback perfekt gemacht absolut perfektes gameplay extreme gaming spielen das so gut gg armee hat pausiert fragezeichen auch kommen das ist ein bisschen zu viel jetzt schon wieder ein kleines is wer nice hätte ich okay gefunden wäre die würze dafür aber doch nicht noch pausieren und alle zeitgleich dann wird es übertrieben als hätten sie die ganze zeit darauf gewartet aber irgendwie auch geil irgendwie auch geil ein bisschen pfeffer zurückgeschossen geil extrem gaming gewinnt das tatsächlich 3 1 gegen falcon sehr spannende letzte partie gewesen krasses ende war ganz lang ganz ganz knapp hätte echt in beide richtungen gehen können aber total beeindruckend für mich wie weit extreme sich hier noch mal steigern konnten und wie wie sie das dann noch gegen den absoluten favoriten geholt haben mit drei spielen hintereinander also tolles dotter guck mal wie knapp das war bis hier was total knapp stark 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 so und das war es damit endet mein stream ich kann es noch gar nicht glauben es ist gleich vorbei ich werde noch ganz kurz bei euch bleiben ich lese auch noch was ihr zu der letzten spielsequenz geschrieben hat habt verabschiede euch danach noch und so weiter ihr seid herzlich eingeladen morgen ab 18 uhr auf twitch vorbeizuschauen zum crown fall warteraum ich hoffe der patch kommt ich weiß es noch nicht bei sandra hatte ich aufgehört als sie reinkam ich überspringe natürlich das meiste was noch zum spiel geht aber ich will es zumindest lesen das stimmt auch mit dem aufgeweicht mit schwachem late wir sind ja auch nicht schwachem late aber die aber 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 felkens war sehr sehr stark im late der void ist einfach nie an den punkt gekommen wo er genug damage gemacht hat die doppelkrone mit einem item mehr hätte das spiel wieder verändert das war einfach eine super super knappe kiste ja das war das hat das gerocktes turnier ich glaube mr schmutz hat den gespielt jo desweiler du hast von anfang an gewusst du hast es von anfang an gewusst das war halt dein boost soll noch einer sagen dass die keinen impact haben ja war auch und zwar muss man ehrlich sagen max sie hatten eine position wo sie es geworfen haben und zwar wo sie den hold hatten auf der bot lane da hatten sie den moment wo ihr line-up richtig online ist sie haben die zurückgeworfen sie haben sie gewiped und dann stirbt der void also skater hat es echt es war auch ein hartes spiel es war unglücklich aber skater hat es echt verbaseln als er es dann richtig gespielt hat war es ein tick zu spät da fehlte ihm dann ein item meister der vorhersehung direkt ins sumpflager ja man saugeile serie gewesen mit einem coolen underdog sieg am ende wir wie fashion auch noch für die overlays hier damit alles seine korrektheit hat am ende des tages 3-1 für feldens und ich trage das auch noch mal hier ein für extrem schuldigung und für extrem auch hier noch mal das 3-1 sie sind der elite league champion der einzig wahre feldens platz 2 natürlich auch eine tolle performance heute war nicht ihr tag jo dankeschön oh mensch vielen dank für diese wunderbare unterhaltung wir freuen uns aufs nächste mal der community dank bot ist es diesmal ja auf jeden fall freuen wir uns aufs nächste mal es wird ja weitergehen na klar ich habe auch richtig lust wenn der patch cool ist dann gibt es da zu viel zu den nächsten turnieren gibt es natürlich wieder streams und so weiter und so ein wochenende wie dieses kann man echt wiederholen es hat mir voll laune gemacht mal wieder so eine intensive runde ein paar tage hintereinander den ganzen tag streamen dota angucken und ihr bereichert das natürlich dann immer mit eurem humor mit eurem input mit den ernsten und den lustigen momenten und wieder eine richtig krasse rege anteilnahme heute gehabt also der hammer ja richtig schönes dota vor allen dingen auch von extrem dann noch ich freue mich auch für extrem ich freue mich für arme ich mag die ja auch und euch allen wünsche ich eine sehr gute nacht vielleicht ja bis morgen ansonsten bis die tage auf einen guten patch drücken wir mal die daumen dass er gut wird und dass es spaß macht dann dota und dass er eine coole änderung mit sich bringt schlaf gut des weder danke für deinen support danke übrigens allen normal bevor ihr jetzt abhaut für die für die heftigen spenden die im scherze und im ernste mir natürlich sehr helfen und die wirklich wirklich sehr sehr zahlreich heute rein kam also ultra krass gewesen voll cool ich werde nachher noch gucken wer da überall wie seine finger mit im spiel hatte da bin ich schon profi drin auch danke an alle zugesehen haben die geliked haben die geschrieben haben dies genossen haben und die positive stimmung verursacht haben indem sie dieses genießen teilen geteilt haben mit mir hau rein weh loks gute nacht gute nacht tux so ist es widwig schlaf gut widwig pilzchen nioh gute nacht auch an dich danke fürs oftmalige zuschauen florian torben zerschmetterling dota to go natürlich diesen ja 50 prozent 50 prozent 250 prozent karma stimmt echt finde ich diesen kevin maximilian max max skywake natürlich und alle anderen schlaf gut leute bis zum nächsten mal haut rein